Blitzschlag. Buch 4. Amerika fällt. Von Scott Madbury. Gelesen von Kai Povalla. Copyright 2021. Scott Madbury. Teil 1. Das Tal. Kapitel 1. Der Optimismus, den wir an diesem Tag empfanden, als wir auf das Bauernhaus hinunterblickten, war überwältigend und ansteckend. Wir rannten wie verrückte, aufgeregte Kinder den Hügel hinunter zu dem, was unser neues Zuhause werden sollte. Und genau diese Kinder waren wir dann auch. All der Tod und die Zerstörung waren für eine Weile vergessen und wir konnten einfach wir selbst sein. Das große Bauernhaus dominierte die Felder und die Gebäude um es herum. Es sah trotz seines verblassten Anstrichs robust und gut erhalten aus. Und wie die anderen fühlte ich ein Glücksgefühl angesichts der Aussicht, dass wir es zu unserem Zuhause machen würden. Ben war der Erste, der die Veranda erreichte, die das gesamte Gebäude umgab und er wurde nur langsamer, als er die Treppe hinaufstieg und an der Eingangstür ankam. Die Veranda sah aus, als wäre sie erst gestern in einem unruhigen, blassblauen Farbton gestrichen worden. Ben wartete auf den Rest von uns und ich vermute, er wollte den Moment mit uns teilen. Wir versammelten uns und schienen gemeinsam den Atem anzuhalten, als er die Hand ausstreckte und nach der Messingtürklinke griff, bevor er sie drehte. Sie war verschlossen. Natürlich, sagte Ben. Wir wollen doch nicht, dass es jetzt zu einfach wird, oder? Ich trat vor und legte mein Ohr an die Tür. Ich konnte nichts hören. Indigo war zu einem Fenster gegangen und spähte an den weißen Spitzenvorhängen vorbei. Nichts. Ich denke, es ist sicher einzubrechen, sagte ich. Aber lasst uns versuchen, die Tür nicht zu sehr zu beschädigen. Ich werde es tun, meldete sich Ben freiwillig. Er trat ein paar Schritte zurück, schob den Rest von uns aus dem Weg, dann stürmte er mit der Schulter auf die Tür zu und fiel prompt auf seinen Hintern, sodass die Tür unversehrt blieb und wir in lautes Gelächter ausbrachen. Ich werde es versuchen, sagte Bo aus dem hinteren Teil unserer Gruppe, als Ben auf die Füße kam, sich die Schulter rieb und verlegend reinblickte. Wir ließen ihn durch und er holte einen kleinen, rot umrandeten Meißel aus seiner Tasche. Wo hast du denn her? fragte Luke. Aus einem der Häuser, die wir überfallen haben. Er war in der Garage. Er ging auf die Tür zu und platzierte den Meißel an der Stelle, an der die Tür auf den Türpfosten traf, direkt neben der Klinke und begann mit der Arbeit. Es war keine leichte Aufgabe, aber nach ein paar Minuten, nachdem sich einige von uns abwechselten, hörte man ein splitterndes Geräusch, als sich der Riegel vom Holz löste und sich die Tür knarrend öffnete. Ben und ich werden zuerst hineingehen und es auskundschaften, sagte ich und zog meine Handfeuerwaffe heraus. Ich rufe Entwarnung, wenn wir sicher sind, dass alles in Ordnung ist. Das Haus war groß, leer und gut gepflegt. Der Raum, den wir betraten, war ein großes Wohnzimmer mit einer hohen Decke und einem großen, gemauerten Kamin. Es war gemütlich, wenn nicht sogar extravagant eingerechnet. Die Möbel im älteren Stil erinnerten mich an Häuser, die ich in den alten Schwarz-Weiß-Filmen gesehen hatte, die meine Mutter und mein Vater sich gelegentlich ansahen. Gegenüber der Eingangstür befand sich eine Treppe, die zu einem Treppenabsatz führte, der die gleiche Länge wie das Wohnzimmer hatte. Wir beschlossen, zuerst das Erdgeschoss zu erkunden. Auf der linken Seite befand sich eine große Küche mit einer großen, begehbaren Speisekammer und einer Tür, die in einen großen Keller führte. Wir klatschten ein, als wir sahen, wie gut sie ausgestattet war. Eine Tür an der Rückseite der Küche führte zu einem Waschraum. Wir fanden auch ein Badezimmer im Erdgeschoss und gingen dann zur Treppe. Auf dem Treppenabsatz beschlossen wir, uns aufzuteilen, um die obere Etage des großen Hauses zu erkunden. Wir waren mit ziemlicher Sicherheit die einzigen Menschen dort drinnen, tot oder lebendig. Das Haus roch zwar muffig, aber es hatte keinen scheußlichen Unterton von Fäulnis. Ich bin ziemlich sicher, wenn dort jemand gewohnt hätte, wären wir jetzt damit konfrontiert worden. Wir fanden sechs Schlafzimmer am oberen Stockwerk, zusammen mit einem weiteren Badezimmer und, wie ich vermutete, gab es in keinem der Räume Menschen, weder tot noch lebendig. Wir erreichten gemeinsam das letzte Schlafzimmer. Es schien das Hauptschlafzimmer zu sein und hatte ein massives Himmelbett. Wir sahen uns um. Ich überprüfte den Kleiderschrank, während Ben die große Holzkommode an der Rückwand untersuchte. Er hob einen winzigen Kristallgegenstand auf, welcher auf der polierten Platte der Kommode stand. »Ich glaube, das gebe ich Brooke«, sagte er. »Sie hat Bambi immer geliebt, als wir klein waren.« Ich spürte einen Schmerz des Verlusts, als ich kurz an meine eigene Schwester dachte. »Ich glaube, das würde ihr gefallen. Ich rufe sie besser. Sie fragen sich bestimmt, was los ist.« Ich ging zur Tür. »Alles klar. Kommt rein!« Das Quietschen vor lauter Freude und die donnernden Schritte auf der Treppe waren ansteckend und Ben und ich sahen uns grinsend an. Anscheinend hatten wir die gleiche Idee und rannten sofort zum großen Bett, sprangen darauf und rollten uns auf den Rücken. Es war wahrscheinlich nicht das Klügste, die geladenen Pistolen bei uns zu tragen, aber wir vergassen alles um uns herum. Wir lagen ausgebreitet auf der weichen Matratze, lachten und hörten zu, wie Türen zuschlugen und Stimmen riefen. »Das ist mein Zimmer!« Ich spürte, wie ich langsam anfing, mich zu entspannen. Es war eine lange, beschwerliche Reise gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass wir endlich zu Hause waren. Kurz darauf gesellte sich ein grinsender Luke zu uns und zettelte eine Kissenschlacht an, indem er eines vom Boden aufhob, das heruntergefallen war und mir damit mit einer Hand auf die Seite meines Kopfes schlug. Er war mit nur einem gegen vier gute Arme in der Unterzahl und verlor die Kissenschlacht. Es schien, dass das Haus zum Zeitpunkt der Ansteckung leer gestanden hatte und während Luke, Ben und ich oben zusammen mit den anderen Unsinn machten, überprüften Indigo und Brooke, die viel effizienter arbeiteten als wir, die Speisekammer. Ben und ich hatten natürlich kurz nachgesehen, aber die Mädchen gingen sie durch und machten eine Bestandsaufnahme von allem, was dort drin war. Die Vorratskammer war sehr gut bestückt, mit einem Sortiment an Konserven und trocken verpackten Waren wie Mehl und Zucker. Es sah so aus, als wären wir auf einen Schatz gestoßen. Wir verbrachten die nächsten Stunden damit, jeden Winkel und jede Ritze unseres neuen Heims zu erkunden. Das Haus hatte einen eigenen Generator, den Bo in Betrieb nehmen konnte. Wir wären in der Lage, das Haus mit Strom zu versorgen, zumindest bis uns der Treibstoff für den Generator ausgeht. Es gab ein paar moderne Geräte, darunter einen Herd und Ofen in der Küche und einen Fernseher im Wohnzimmer, aber abgesehen davon gab es so gut wie keine Technik. Der große Kamin im Wohnzimmer würde sich im Winter als nützlich erweisen. Als die Mädchen eine warme Mahlzeit zubereiteten, unsere erste, seit wir aus dem Drake Mountain geflohen waren, konnte ich nicht widerstehen, den Fernseher einzuschalten. Ich wechselte langsam zwischen den Sendern, wissend, dass ich nichts finden würde, außer vielleicht chinesischen Sendungen, aber ich gab die Hoffnung trotzdem nicht auf. Abgesehen von einem Kanal, bei dem das Bild völlig schwarz blieb, war auf allen anderen nur digitaler Schnee zu sehen. Die Sender sind alle tot, fragte Luke, als er neben mir stand. Ja, ich hätte auch nichts anderes erwartet, aber du weißt schon. Ich dachte, es gäbe wenigstens einen chinesischen Sender. Er könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Angriff des Professors erfolgreich war. Vielleicht, ich schätze, wir werden es früh genug herausfinden. Während unserer Wanderung vom Drake Mountain hatte ich meine gemischten Gefühle bezüglich des Vergeltungsangriffs auf die Chinesen sortiert. Als wir an den leeren Häusern und Städten vorbeikamen, die von der Rücksichtslosigkeit der chinesischen Regierung zeugten, fragte ich mich, wie wir frei leben konnten, während sich ein solches Regime in unserem Land etablierte. Es war zwar schrecklich, dass Tausende sterben würden, wenn das rückwärts entwickelte Virus wirksam wäre, aber es gab keine andere Möglichkeit, wie wir jemals eine Chance haben würden, unser Leben als freie Menschen zu leben. Vielleicht hat der Zweck doch die Mittel geheiligt. Ja, hey, zum Glück gibt es ein paar Tiere auf dem Hof, aber ich glaube nicht, dass es ein funktionierender Bauernhof war. Jedenfalls schon lange nicht mehr. Ich glaube, es war eher ein Hobbybauernhof. Wahrscheinlich gehörte er einem reichen Städter, der nur an den Wochenenden oder so kam. Ja, oder vielleicht war es eine Frühstückspension, sagte Brooke, als sie neben uns ankam und auf den schwarzen Bildschirm schaute. Was läuft da? Oh, ich glaube, ich kenne diese Sendung. Sie heißt Blackout, richtig? Wir lachten über ihren lahmen Witz und Luke ergriff sie in einer bären Umarmung. Das hübsche englische Mädchen quietschte vor Freude, als sie sich seinem Griff zu entziehen versuchte. Schließlich ließ er sie los und sie sagte uns, dass das Abendessen fertig sei, als sie glücklich den Raum verließ. Was? fragte Luke, als er mein wissendes Lächeln sah. Ach, nichts, gar nichts. Ich dachte nur, ihr zwei wärt ein tolles Paar. Er rötete und ich klopfte ihm auf die gute Schulter. Komm, lass uns essen gehen. Das Essen, das Brooke und Indigo zubereitet hatten, war nichts Ausgefallenes, aber für uns war es ein Festessen. Obwohl es Zeit für das Abendessen war, hätte die Mischung der Speisen auf dem Tisch tatsächlich ein herzhaftes Frühstück ergeben. Bo hatte Eier aus einem verlassenen Hühnerstall gesammelt, den er entdeckt hatte. Es sah so aus, als seien die Hühner nur in Freilandhaltung, kamen aber offenbar zum Legen in den Stall zurück. Indigo hatte sie gebraten, sodass sie unten knusprig und oben weich waren. Wir hatten je eines und es waren sogar noch ein paar übrig. Luke und Ben schlangen sie gierig herunter, als alle anderen höflich verneinten. Niemand schien etwas dagegen zu haben. Die Spiegeleier waren köstlich und dazu gab es Haferflocken, warme gebackene Bohnen und zum Nachtisch eine Art knuspriges, hausgemachtes Brot mit Honig als Nachspeise. Ich schlage einen Toast vor, sagte Luke und schlug mit der Gabel gegen das Glas Wasser vor ihm. Trinken wir auf, frische Eier. Wir alle lachten und verbrachten die nächste Stunde damit, fröhlich das Essen, die Freundschaft und den Komfort unseres neuen Zuhauses zu genießen. Nach dem Abendessen meldeten sich Indigo, Brooke und ich, um den Tisch abzuräumen und das Geschirr zu spülen, während die anderen nach oben gingen. Diese häusliche Arbeit hatte etwas seltsam Tröstliches und ich stellte fest, dass ich sie und die Gesellschaft der Mädchen fast genauso genoss wie das Abendessen. Das war etwas, was keiner von uns seit langer Zeit getan hatte. Für mich krönte es sich, als Brooke den Raum kurz verließ und Indigo mein Gesicht mit seifenschaumigen Händen ergriff und mich auf die Lippen küsste, während ich eine Schüssel abtrocknete. Natürlich wurde der zärtliche Moment dadurch verkürzt, dass Luke im unpassendsten Moment eintrat. Nehmt euch ein Zimmer, ihr zwei! Seine Neckereien brachten ihm einen schnellen Schlag auf den Arm von Brooke ein, die hinter ihm herlief. Ich war zu glücklich über das süße Versprechen, das mir der Kuss gab, als dass mich irgendetwas ablenken konnte. Indigo und ich lachten nur und machten uns wieder an den Abwasch. Als wir fertig waren, machte Ellie jedem ein Glas heiße Schokolade aus Kakaopulver und Kondensmilch. Wir tranken sie im Stehen in der Küche, als das Gespräch ernster wurde. Wir müssen einen Führer bestimmen, sagte Paul, nachdem er seine Tasse in Rekordzeit gelehrt hatte. Ich nominiere Isaac. Er hat bisher gute Arbeit geleistet und ich sehe keinen Grund, warum wir das ändern sollten. Brauchen wir einen Anführer? fragte Ellie. Ich meine, wir verstehen uns alle gut und so. Ja, wir brauchen einen, sagte Brooke. Einen starken. Ich für meinen Teil möchte zu keiner Zeit einen Schweinekopf auf einem Pfahl sehen. Wenn wir auf einer Insel wären, würde ich jetzt ausflippen. Ich verstand ihre Anspielung auf William Goulds Herr der Fliegen, aber es gab einige verwunderte Blicke auf den Gesichtern im Raum. Luke erklärte kurz und genussvoll den Abstieg der Figuren in die Grausamkeit und den Mord und beschwor dabei geschockte Blicke von Ava und Ellie herauf. Nun, danke für diese fröhliche Erklärung, Luke, sagte Ben. Der Punkt ist, dass wir einen Anführer brauchen. Ich stimme auch für Isaac. Sonst noch jemand? Die Hände hoben sich im Saal und ich fand mich einstimmig für eine Position gewählt, für die ich mich nicht freiwillig gemeldet hatte. Gewählt als Anführer, ohne den Mund zu öffnen. Indigo drückte meinen Arm unterstützend. Ich war einen Moment lang still. Die Sache war die, ich war mir nicht sicher, ob ich die ganze Verantwortung noch einmal übernehmen wollte. Ich fühle mich geschmeichelt, aber die Wahrheit ist, dass ich keine gute Führungskraft hätte sein können, wenn nicht auch alle anderen ihren Teil dazu beigetragen hätten. Ich will nicht alleine führen. Ich nominiere Indigo und Luke zu meinen Co-Anführern. Meinst du so etwas wie Berater oder echte Co-Anführer, fragte Luke. Co-Anführer? Ich möchte, dass jeder von uns ein gleichberechtigtes Mitsprachrecht hat. Ein Triumvirat also? Ja, damit bin ich einverstanden. Ein was? Fragte Ava. Das ist ein römischer Begriff, sagte Luke. Während einer Periode in ihrer Geschichte wurden sie nicht von einem Mann regiert, sondern von drei, die alle die gleiche Macht hatten. Nun, sagte ich schnell, wir regieren niemanden. Wir werden führen, was etwas anderes ist. Und wenn wir drei die Entscheidungen treffen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass jemand etwas Dummes tut. Was sagst du dazu, Indigo? Sie sah verunsichert aus, aber als alle Mädchen zur Unterstützung nickten, lächelte sie und stimmte zu. Okay, denke ich. Sie zuckte die Achseln. Wenn es das ist, was alle wollen, ich denke, wir sollten in sechs Monaten oder so noch einmal abstimmen, um jemand anderem eine Chance zu geben. Vielleicht in einem Jahr, schlug Luke vor. Sollen wir dann abstimmen? Alle, die dafür sind, dass Eiseerg, Indigo und ich unser erstes Triumvirat sind, heben die Hand. Alle hoben die Hand. Und jedes Jahr abstimmen? Wieder war die Abstimmung einstimmig. Ich denke, diese Abstimmung war der erste Schritt, den wir zur Planung unserer Zukunft gemacht hatten. Allein die Tatsache, dass wir erst seit ein paar Stunden im Tal waren und bereits in einem Jahr etwas planten, zeugte von dem Optimismus, den wir alle empfanden. In den nächsten rund 40 Minuten schafften wir es, Jobs und Aufgaben für alle zu verteilen und beschlossen auch, dass es klug wäre, vorerst eine Nachtwache aufzustellen. Nur für den Fall, dass es andere, nicht so freundliche Bewohner in der Gegend geben würde. Bo meldete sich freiwillig für die erste Schicht in dieser Nacht und es wurde vereinbart, dass er Paul um drei Uhr morgens wecken würde, damit er die Bache bis zum Morgen übernahm. Es war Indigo, die die Schlafvorkehrungen zur Sprache brachte. Also, was wollen wir mit den Schlafzimmern machen? Die Mädchen teilen mit den Mädchen und die Jungen mit den Jungen, sagte ich zu schnell. Ich konnte fühlen, wie mein Gesicht brannte. Ich hatte schon früher beschlossen, dass ich dieses Arrangement vorschlagen würde. Warum war es mir also peinlich? Wahrscheinlich wegen Lukes verruchtem Grinsen und meiner eigenen jugendlichen Unbeholfenheit. Natürlich begann ich, sobald die Worte aus meinem Mund kamen zu denken, dass Indigo vielleicht denken würde, ich wolle nicht mit ihr ein Zimmer teilen. Ich meine, ich hätte einfach angenommen, dass sie nicht mit mir teilen wollte. Aber ich wollte nicht, dass sie denkt, ich wolle nicht mit ihr teilen. Nur für den Fall, dass sie es doch wollte. Ich war sehr verwirrt. Sie kam mir zu Hilfe. Okay, sagte sie. Ein kleines Lächeln kräuselte ihre Lippen. Hört sich gut an. Brooke und ich können das Zimmer mit den Einzelbetten haben und Ava und Ellie können zusammen in dem großen Zimmer schlafen. Bist du sicher? fragte Ava. Ich kann ein Einzelbett haben, wenn du das große willst. Nein, sei nicht albern, sagte Brooke. In deinem Zustand finde ich, dass du das große Bett verdient hast. Okay, cool, sagte ich. Die tosenden Flammen meiner Peinlichkeit verglühten langsam zu Klut. Ich werde mit Luke teilen. Ich teile mit Bo, sagte Paul. Ausgezeichnet, ich werde dein Zimmer ganz für mich allein haben, sagte Ben. Nach diesem unbeholfenen Gespräch brachte ich ein weitaus ernsteres Thema zur Sprache. Es ist nun schon ein paar Tage her, seit der Professor die Thronen losgeschickt hat. Ich möchte mit einer kleinen Gruppe auf Erkundungstour gehen, um zu sehen, was passiert ist. Ich habe vor, zu Fuß zurück nach Plymouth zu gehen, um die Schäden zu begutachten, falls es welche gibt. Es sollte nicht mehr als einen Tag und eine Nacht dauern. Wir werden übermorgen vor Tagesanbruch aufbrechen. Gibt es Freiwillige? Ava war die Einzige, die ihre Hand nicht erhoben hatte. Angesichts ihres Zustands war das nicht überraschend. Nicht du, Luke. Du hast erst vor ein paar Tagen deine Hand verloren. Ich möchte, dass du dich ausruhst und sie richtig heilen lässt. Ausnahmsweise hat er mal nicht widersprochen. Ben und Paul, ich nehme euch beide mit. Indigo und Brooke, mir wäre es lieber, wenn ihr beide bleibt und Ellie helft, dass in den ersten Tagen alles reibungslos läuft. Bo, ich möchte, dass du anfängst, die Farm und die Tiere, die wir haben, in Form zu bringen. Luke kann so viel helfen, wie er kann. Ava, du musst dich nur ausruhen und auf dich und das Baby aufpassen. Ich sagte ihnen, dass ich die Mission am nächsten Tag organisieren würde und wir begannen, unsere Pläne für die Farm zu besprechen und die Liste der Aufgaben zu schreiben, die jeder zu erledigen hatte. Unter uns hatte nur Bo irgendeine Art von Farmerfahrung. Während unserer Reise ins Tal hatte er uns erzählt, dass er viele Sommerferien auf der Farm seines Onkels in Vermont verbracht hatte. Wir hatten eine reichliche Wasserversorgung. Der Teich auf der Rückseite des Kunststücks war riesig und neben dem Bauernhaus gab es auch einen großen Regenwassertank. Luke teilte uns mit, dass das Wasser aus dem Tank zum Trinken geeignet sei, aber wir müssten unser Trinkwasser noch abkochen. Natürlich würden wir dasselbe mit dem Teichwasser tun, falls wir es jemals brauchen sollten. Wir stellten eine Liste auf, in der täglich jemand Wasser aus dem Tank holen und abkochen sollte. Wie beim Hühnerstall hatten wir bei unserer Ankunft die Tore zum Schweinestall offen vorgefunden und eines der Mädchen hatte inzwischen die Ausreißer entdeckt, die sich auf dem Hof herumtrieben. Mit etwas Glück würden sie alle irgendwo auf der Farm sein. Die erste Aufgabe von Bo würde darin bestehen, mit Hilfe einiger Freiwilliger die Schweine und Hühner einzufangen. Das Vieh war in guter Verfassung, Gras war reichlich vorhanden. Es gab vier Kühe, einen Kalb und einen Bullen, aber nur die Mutter gab Milch. Eine andere Kuh war trächtig und Bo teilte uns mit, dass sie nach der Geburt melkbereit sein würde. Die anderen beiden sind irgendwie nutzlos für die Milch, es sei denn, sie werden trächtig. Zwei sollten aber genug Milch für uns produzieren. Der Bulle war ein fleißiger Junge, meinte Ben. Vielleicht wechselt er sich ab? Ja, nun, wir müssen ihn in eine andere Koppel bringen, damit wir mit den Kühen arbeiten können. Aber zuerst kümmern wir uns um die Schweine. Sehr zur Belustigung von Luke war Paul, der uns eigentlich auf den Weg zum Hof gebracht hatte, entsetzt über den Gedanken, eine Kuh zu melken, als wir vereinbarten, auch für diese Aufgabe einen Dienstplan aufzustellen. Alter, das ist ganz einfach, sagte Luke und demonstrierte. Seine Arme bewegten sich auf und ab, seine gute Hand drückte Luft, während sich sein bandagierter Stumpf synchron auf und ab bewegte. Man greift und drückt einfach, man greift und drückt. Wir alle lachten. Alle, außer Brooke. Ich bemerkte eine Träne, die im Kerzenschein auf ihrer Wange glitzerte. Luke bemerkte es auch. Sein Lächeln wurde reumütig und er brachte seinen Stumpf nach oben und schaute ihn an. Ja, ich vermisse sie auch. Es ist, als ob meine Hand manchmal noch da ist. Es tut weh und ich schwöre, ich kann sogar meine Finger fühlen. Aber wenn ich nachsehe, naja, da ist nur so ein Stumpf übrig. Was mich daran ändert, dass ich glaube, dass bionische Hände heutzutage mangelbar sind. Also werde ich einen Haken brauchen. Das ist meine erste Amtshaltung. Kein knallharter, postapokalyptischer Überlebender sollte ohne einen sein, sagte Ben und versuchte, die Stimmung aufzulockern. Ich war in der Schule ziemlich geschickt bei der Metallverarbeitung. Wenn wir zurückkommen, werde ich dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Danke, das wäre cool. Als wir uns verabschieden wollten, nutzte Ben die Gelegenheit, um Brooke das Kristallrentier zu schenken. Oh, danke Ben, es ist wunderschön. Sie küsste ihren Bruder auf die Wange und sah glücklicher aus, als sie es ein paar Minuten zuvor war. Es war ein weiter langer Fußmarsch bis zur Farm gewesen. Jetzt hatte die Aufregung nachgelassen und wir waren alle müde. Noch etwas unbeholfen von der Diskussion über die Schlafmöglichkeiten hing ich unbeholfen zurück, als alle aufstanden und ihre getrennten Wege gingen. Indigo war jedoch nicht unbeholfen. Sie bahnte sich ihren Weg zwischen den Körpern hindurch und griff meine Hand, bevor sie mir ins Ohr flüsterte. Du bist so süß. Ich errötete wieder und freute mich insgeheim über ihr Kompliment, als sie mich zum Flur zog. Wir gingen Hand in Hand die Treppe hinauf und oben angekommen, küsste sie mich sanft auf die Lippen. Schlaf gut, wir sehen uns morgen. Okay, sagte ich, ein Gefühl des Wohlbefindens überkam ich. Diese neue Etappe unseres Abenteuers hatte besser begonnen, als ich es mir hätte vorstellen können. Der nächste Tag war zwar arbeitsreich, aber sehr amüsant. Am Morgen legten wir alle Hand an, um die Schweine und Hühner einzufangen. Es dauerte mindestens drei Stunden und als wir fertig waren, waren wir alle schmutzig, müde und in einigen Fällen sogar blutig. Wir beglückwünschten uns selbst, als wir ein Mittagessen mit Dosenfleisch und Senf auf Indigos selbstgebackenem Brot aßen. Die Sandwiches waren schmackhaft, aber ohne einen Schluck Wasser etwas schwer zu schlucken. Entschuldigung, dass sie so trocken sind, sagte Indigo, während sie einen Bissen hinunterschluckte. Wir haben keine Butter. Ich mache heute Nachmittag welche, versprach Bo. Am Morgen hatten wir drei Schweine und sieben Hühner gefangen. Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir alle Schweine hatten, aber es wurden noch mehr Hühner gesichtet. Jetzt kommt der schwere Teil. Es ist Zeit, den Stier aus der Kuhkoppel zu holen, sagte Bo, während er noch ein paar Krümel von seinen Fingern leckte. Das sollte lustig werden, sagte Luke. Ich sehe euch dort. Er sprang auf und rannte in Richtung des Bauernhauses. Wo will er hin? fragte Bo. Am besten fragst du nicht, lachte Luke. Er kommt bestimmt als Stierkämpfer verkleidet zurück. Wir lachten alle, aber am Ende lag sie nicht weiter neben. Luke kam mit einem kleinen, knallroten Handtuch zu uns an das Tor zur Hauptkoppel, als wir das riesige Biest nervös beäugten. Bei seiner Ankunft schwang der Bulle seinen schweren, unfassbar großen Kopf herum und schaute uns direkt an. Die drei Kühe und das Kalb schenkten uns keine Beachtung, während sie fröhlich krasten. Kumpel, halt das Ding hinter deinem Rücken, ja? Ich weiß, es war unmöglich, aber der Blick in seinen unheilvollen, schwarzen Augen sagte mir, dass der Bulle genau wusste, was wir vorhatten. Wow, sagte Luke. Er sieht heute noch größer aus. Vorsichtig streifte er seine gute Hand hinter seinen Rücken und steckte das Handtuch in die Taille seiner Jeans. Ich dachte, es sei ein Mythos, dass sie Rot nicht mögen, sagte Indigo aus dem Mundwinkel. Ihre Augen klebten auf der Bestie. Das stimmt auch, sagte Luke achselzuckend. Aber man muss Traditionen wahren, nicht wahr? Okay, wer macht das mit mir? Er ging zielstrebig zum Tor und griff nach dem Griff, bereit, den Bolzen zurückzuziehen. Ich stand auf und Ben auch. Gut, wie ist der Plan? fragte der englische Junge. Bo zeigte auf das andere Ende der großen Koppel. Dort ist das Tor, durch das ihr ihn bringen müsst. Sobald er durch ist, könnt ihr es schließen und er wird ganz allein auf der kleineren Koppel festsitzen. Ich gehe herum und entriegele sie. Dann öffne ich sie, wenn ihr ihn dort hingebracht habt. Zum Glück schien der Stier uns vergessen zu haben und war zurück auf die Weide gegangen. Okay, sagte Luke und klang dabei viel mutiger, als ich mich fühlte. Er zog das Tor auf und wir drei gingen langsam hinein. Luke schloss das Tor, griff rüber und schob den Bolzen zurück. Bo lief bereits leise auf der anderen Seite des Zauns zur anderen Koppel. Okay, lass uns zuerst einen Teil des Weges zum anderen Tor zurücklegen. Bleibt für den Moment in der Nähe des Zauns, flüsterte Luke. Wir müssen komisch ausgesehen haben, als wir anfingen, auf Zehenspitzen durch das lange Gras zu schleichen, ohne den Stier aus den Augen zu lassen. Seid vorsichtig, rief Ellie von hinten und der Stierkopf schoss in die Höhe. Nun, wir haben alle den Spruch gehört, etwas hat mich zu Tode erschreckt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich möglich ist, aber ich glaube, in diesem Moment kam ich diesem Gefühl sehr nahe. Meine Eingeweide fühlten sich an, als hätten sie sich in Wasser verwandelt und mein Herz schmerzte durch den Adrenalinschub, der mich erschüttert hat. Nicht bewegen, flüsterte Luke, während wir an Ort und Stelle erstarrten. Einige Sekunden verstrichen, als ich hoffte, der Stier würde wieder auf die Weide gehen. Das tat er aber nicht. Er machte einen schweren Schritt, dann einen weiteren, dann hielt er inne und schnaubte. Ich spürte Erleichterung. Das war von kurzer Dauer. Der Stier stampfte zweimal auf den Boden und griff dann an. Er erinnerte mich an einen Dampfzug, zu dem mein Vater uns einmal mitgenommen hatte. Er kam langsam in Bewegung, schien mit seinem eigenen Gewicht zu kämpfen, aber bald dampfte er auf unsichtbaren Schienen auf uns zu. Lauf, kreischte Luke unnötigerweise. Ich war bereits in Bewegung. Neben mir zog Luke die rote Fahne aus seiner Jeans und fing an, mit ihr herumzufuchteln und schrie aus vollem Halse, komm und hol mich, du großer, hässlicher Bastard. Ich schaute nicht einmal über meine Schulter. Ich war zu sehr darauf konzentriert, da rauszukommen. Erst als ich hinter uns Entsetzensschrei hörte, blickte ich zurück. Ben war nicht bei uns. Tatsächlich hatte er sich nicht bewegt. Er war am Zaun festgefroren. Sein Mund war offen, als der Stier auf ihn zugerannt kam. Wir blieben stehen und sahen unseren Freund hilflos an. Ben, lauf, du Idiot, schrie ich. Es war zu spät. Wenn er jetzt weglief, würde ihn der Stier niedermählen wie ein Panzer ein Kaninchen. Scheiße, stöhnte Luke. Ich zuckte in Erwartung des Aufpralls zusammen. Wie durch ein Wunder schien Ben im letztmöglichen Moment zur Besinnung zu kommen und drehte sich quietschend und mit hoher Stimme um. Fast ohne es zu berühren, kletterte er über das Tor und fiel hinter dem Tor auf sein Gesicht, als der Stier hineinstürzte. Nicht nur das Tor, sondern der gesamte Zaun zitterte und bebte unter dem gewaltigen Aufprall. Eine Sekunde lang dachte ich, er könnte zusammenbrechen. Aber er hielt. Der Stier prallte zurück, fiel fast bis auf die Hüften und schüttelte dann auf sehr menschliche Art und Weise seinen betäubten Kopf, während er sich auf vier wackeligen Beinen stabilisierte. Ich seufzte erleichtert über Bens Flucht, hatte aber kaum Zeit, Luft zu holen, als Luke wieder rief. Lauf! Der Stier griff schon wieder an und ich drehte mich auf die Fersen und rannte um mein Leben. Buchstäblich. Luke winkte mit dem roten Handtuch und brüllte dem Stier Obszönitäten entgegen. Hätte ich es gekonnt, hätte ich ihm gesagt, er solle still sein. Aber ich hatte keine Luft mehr zum Atmen. Ich konnte Beau am Tor etwa 30 Meter vor mir sehen. Er hatte es bereits aufgerissen, brüllte mit einem entsetzten Gesichtsausdruck und winkte wild umher, dass wir uns beeilen sollten. Luke hatte aufgehört zu schreien und mit dem dummen Handtuch zu winken und konzentrierte sich darauf, seine Arme zu bewegen, um so viel Geschwindigkeit wie möglich zu erreichen. Sein entsetzter Blick spiegelte wieder, wie ich mich fühlte und wenn die Situation nicht so potenziell tödlich gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gelacht. Es fühlte sich an, als wären wir eine Meile gelaufen, als wir die Öffnung geschlossen und ich hätte Erleichterung verspürt. Aber das Donnern der Hufe direkt hinter mir sagte mir, dass ich mich in unmittelbarer Gefahr befand. Ich hörte schwache Schreie aus der Gruppe, die uns beobachtete, und vorne sprintete Beau aus der Öffnung zur Seite, bereit, das Tor zuzuschieben, wenn der Stier durch war. Der Hufschlag kam näher und ich konnte nun ein rhythmisches Schnauben hören, wie den Blasebalg eines Dampfzuges. Ich stellte mir zwei scharfe Hörner vor, die mir in den Hintern stoßen würden und drückte meine Brust heraus wie ein Sprinter, der dabei ist, das Band einer Ziellinie zu durchbrechen. Wäre es ein Rennen gewesen, hätten Luke und ich Gleichstand gehabt. Wir überquerten die Schwelle zu anderen Koppeln mit gleichzeitigem Zieleinlauf. Ich bog nach rechts, als er nach links bog, in die Richtung in die Beau gegangen war. Ich hörte Luke schreien und ich wollte gerade dasselbe tun, als ich etwas Hartes mit meiner Hüfte verband und mich zum Fliegen brachte. Später erzählte mir Luke, dass ich mindestens zehn Meter geflogen war. Meine Beine pulsierten noch, als ich landete und von meinem eigenen Schwung mit dem Gesicht voran ins Gras getragen wurde. Hinter mir hörte ich ein quäkendes Gebrüll und ein schweres Pochen und Schleudern. Auf Händen und Knien, meine Brust wogend, blickte ich in Richtung des Stiers. Als ich gleich nach dem Durchschreiten des Tores ins Schleudern gekommen war, hatte der Stier seinen Kopf geschwungen und mir einen Schlag versetzt. Doch dabei hat er sich selbst aus dem Gleichgewicht gebracht und war auf dem Rasen ausgerutscht. Jetzt kämpfte er sich wieder in eine stehende Position zurück. Meine Hüfte pochte, aber abgesehen davon war ich relativ unverletzt. Ich wollte die Freundschaft nicht weiter ausdehnen, erhob mich schnell auf meine zitternden Beine und rannte zurück zum Tor. »Behalte dich also, Herrke, kommt«, rief Luke. Wieder einmal hörte ich die schrecklichen, trommelnden Hufe und fand einen zusätzlichen Energieschub. Ich rannte zurück durch das Tor und die Jungen schlugen es lauthals zu. Der Stier zog unbeholfen nach oben, kurz bevor er in das Tor krachte. Offensichtlich hatte er aus seiner früheren Kollision eine Lektion gelernt. Eine Welle der Erleichterung überspülte mich und ich fiel erschöpft ins Gras und rollte mich auf den Rücken, wobei ich in den Himmel schaute, als ich wieder zu Atem kam. Luke und Bo fielen bald hinter mir ins Gras. Luke war der Erste, der lachte. »Junge, der Blick auf deinem Gesicht!« Sein Kichern verwandelte sich in ein Lachen und bald darauf stimmten Bo und ich ein, zuerst leise, dann herzlicher. Ziemlich bald hielten wir uns alle den Bauch und wandten uns hilflos amüsiert im Gras. Unsere Freunde, die hilflos zugesehen hatten, waren weniger amüsiert und Luke und ich wurden beide ausgeschöpft. Kapitel 3 Nach unserer engen Begegnung mit den Rindern machten wir uns auf den Rückweg zum Bauernhaus, wo Ben, Paul und ich uns hinsetzten und einen Plan für die Mission in Plymouth ausarbeiteten. Wir würden im Morgengrauen des nächsten Morgens aufbrechen, jeder von uns mit Handfeuerwaffen bewaffnet und mit ein paar Reservemagazinen an Munition in den Rucksäcken. Wäre das Virus wirksam gewesen und hätte es seinen Zweck erfüllt, würden wir erwarten, mit mehr Waffen und Munition und allen Vorräten, die wir mitbringen konnten, zurückzukehren. Unser Erfolg würde davon abhängen, was in den letzten Tagen geschehen war. Wenn die Chinesen nicht betroffen wären, wäre es unwahrscheinlich, dass wir etwas zurückbringen könnten. Aber zumindest hätten wir die Information. Wir drei planten an diesem Abend eine frühe Nacht. Wir gingen kurz nach dem Abendessen zu Bett und schliefen im selben Zimmer, um die anderen nicht zu stören. Indigo hatte sich freiwillig bereit erklärt, uns kurz vor der Morgendämmerung zu wecken. Ich nahm dies als ein Zeichen, dass sie es nicht ertragen konnte, dass ich ging, ohne mich zu verabschieden, und ich schlief in Gedanken an sie ein. Ich war müde und hatte das Gefühl, kaum einige Minuten geschlafen zu haben, als mich Indigos sanftes Schütteln weckte. Zeit zum Aufstehen, Schlafmütze, flüsterte sie mir zu und küsste meine Stirn. Bemerkenswert, was ein kleiner Kuss bewirken kann. Plötzlich fühlte ich mich nicht mehr so müde und sprang aus dem Bett und bereute es sofort, als meine geprellte Hüfte lautstark protestierte. Ich schluckte das Unbehagen herunter und half ihr, die beiden anderen zu wecken, bevor ich meinen Mantel und meine Stiefel packte und ihr nach unten folgte. Zum Frühstück aß jeder von uns eine Dose Spaghetti und eine Scheibe von Indigos selbstgebackenem Brot. Es war nicht so nahrhaft, wie es hätte sein können, aber ich hatte ihr Angebot, uns ein paar Eier zu braten, abgelehnt. Ich wollte so schnell wie möglich loslegen. Ich kann das gekochte Huhn, das du versprochen hast, nicht erwarten, wenn wir zurückkommen, Indigo, sagte Paul und blickte dabei angewidert auf den Boden der Spaghetti-Dose. Trotz des Blicks hatte er fantastische Arbeit dabei geleistet, jeden letzten Tropfen der Soße herauszuholen. Ja, ich mache mich an die Arbeit, während ihr weg seid. Morgen Abend, hoffentlich, sagte sie. Ich schlang meine Spaghetti herunter. Die zwei gekochten Mahlzeiten, die wir seit unserer Ankunft genossen hatten, hatten meinen Instinkt, möglichst viel zu essen, wenn ich konnte, noch nicht getötet. Ich schnappte mir einen kleinen Rucksack und begann ihn mit den Konservendosen zu füllen, die Indigo für uns gesammelt hatte. Wir hatten auch genug Wasser, um die nächsten 24 Stunden zu überstehen. Wenn es sicher ist, hoffe ich, dass wir auch mehr Lebensmittel zurückbringen können. Amen, sagte Ben. Und ich will ein paar Stiefel. Diese beschissenen Leinenschuhe sind fast durch. Gute Idee. Wir werden versuchen, auch Kleidung mitzubringen. Meinst du, wir können ein Fahrzeug stehlen? fragte Paul. Ja, sagte ich nach einem Moment. Hoffentlich müssen wir nicht mal eines stehlen. Wenn der Virus des Professors so tödlich war wie bei Sonny, habe ich das Gefühl, dass wir Plymouth ziemlich für uns allein haben werden. Wenn es sicher ist und ihr eine Apotheke seht, brauchen wir auch einige Mädchenartikel, sagte Indigo. Diesmal war ich nicht der Einzige, der rot wurde. Indigo seufzte vor lauter Verzweiflung. Keine Sorge, Jungs, ich schreibe euch eine Liste. Eine halbe Stunde später waren wir bereit, aufzubrechen. Bis dahin war auch Luke aufgewacht und er und Indigo führten uns auf die knarrende Veranda hinaus, gerade als die Sonne begann, den Himmel im Osten aufzuhellen. Ben und Paul verließen die Veranda und begannen leise zu reden, als ich mich zur Indigo umtrete. Wir küssten uns kurz und umarmten uns dann. Sei vorsichtig, Isaac. Das werde ich. Du auch. Lass niemanden selbstgefällig werden. Wir wissen noch nicht, wie sicher dieser Ort ist. Wir küssten uns wieder und ich winkte ihr zu, trat zu Paul und Ben und schlug mit Luke ein. Sei vorsichtig da draußen, sagte Luke mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Jede Bedrohung ist mit äußerster Vorsicht zu begegnen. Denke nicht, handle. Danke, Rambo, sagte ich lächelnd. Ich meine es ernst, Kumpel. Ich weiß, sagte ich und hob die Hand. Macht dir keine Sorgen, wir werden vorsichtig sein. Wir verabschiedeten uns und mit einem letzten Blick über die Schulter auf Indigo begannen wir, die schräge Einfahrt zum Tor hinauf zu gehen. Kapitel 4 Es ging langsam voran, bis die Sonne aufging. Der Morgen war kalt und ich hatte Mitleid mit Paul und Ben. Während ich noch die Stiefel aus meiner kurzen Zeit als Soldat auf dem Drake Mountain hatte, trugen sie nur Leinenschuhe, die ihnen bei unserer Ankunft gegeben worden waren. Die dünnen Schuhe waren nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet und nach unserem langen Marsch von der Einrichtung zum Tal waren sie ziemlich abgenutzt. Zu ihrer Ehre beklagten sie sich nicht, abgesehen von der gelegentlichen Obszenität beim Treten auf einen Spitzenstein. Selbst mit ihren Schuhproblemen kamen wir als Dreiergruppe gut voran und erreichten die Südspitze des Squam Lake in nur wenigen Stunden. Dort legten wir eine Pause ein und aßen einige Hörschuhbars, die Indigo in der Speisekammer des Bauernhauses gefunden hatte. Der Tag hatte sich bis dahin beträchtlich erwärmt und Ben schlug uns vor, baden zu gehen, bevor wir wieder aufbrachen. Paul sah den englischen Jungen an, als ob er den Verstand verloren hätte. Ich begann zu lachen. Er meint, wir sollten schwimmen gehen. Oh, sagte Paul und hob den Arm und schnüffelte darunter. Ich dachte nicht, dass ich so schlecht troch. Es klingt toll, aber sollten wir nicht weitergehen? Außerdem haben wir keine Handtücher und ich will nicht laufen, solange ich nass bin. Ja, wir haben nicht wirklich Zeit, Ben. Ich will das hinter mich bringen. Ben zuckte die Achseln. Okay, geht ihr schon mal vor, ich bin in einer Sekunde bei euch. Ohne auf eine Antwort zu warten, joggte er zum Wasser hinüber und tauchte anmutig, vollständig bekleidet ins Wasser. Einige Sekunden später tauchte er wieder auf und schwamm etwa zehn Meter weit hinaus, bevor er zum Ufer zurückschwamm und klatschnass zurückkam. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee war, sagte Paul und lachte, wobei das quietschende, matschige Geräusch von Bens nassen Schuhen jeden seiner Schritte unterstrich. Wenn die Chinesen nicht tot oder verschwunden sind, hören sie dich aus einer Meile Entfernung kommen. Als wir die Route 175 erreichten, bedauerte ich, dass sich Bens Idee nicht gefolgt war. Während der Morgen kühl gewesen war, war der Tag im Spätwinter ungewöhnlich warm und der Wald, der uns umgab, schien die Hitze zu stauern. Es würde ein warmer Sommer werden. Diesmal blieben wir auf der Straße. Es war schneller und einfacher, auf Asphalt zu laufen. Für den Fall, dass ein chinesisches Fahrzeug aus einer der beiden Richtungen kommen würde, war ich zuversichtlich, dass wir in der Lage sein würden, es zu hören und in die Bäume zu gelangen, bevor wir entdeckt würden. Ein paar Stunden nachdem Ben spontan ins Wasser gesprungen war, bogen wir links auf die 175 A ab, die nach Plymouth führte. Zu diesem Zeitpunkt gingen wir näher an die Baumgrenze heran und eilten an den Stellen vorbei, an denen die Bäume weiter von der Straße entfernt waren. Nach etwa vier Stunden erreichten wir eine Unterführung, die an den östlichen Rand von Plymouth grenzte und hielten an, um zu trinken, zu essen und uns auszuruhen, bevor wir in die Stadt gehen würden. Es war nicht nur kühl im Schatten der Unterführung, sondern bot uns eine gute Deckung, aus der wir die vor uns liegende Straße überblicken konnten. Seit wir das Tal verlassen hatten, hatten wir weder Hubschrauber noch andere Flugzeuge gehört und selbst als wir uns Plymouth näherten, sahen oder hörten wir keine Fahrzeuge. Aus dem Schatten der Unterführung konnte ich auf der linken Seite etwa 200 Meter weiter unten eine Tankstelle sehen. Sie hatte einige Fahrzeuge vor sich, aber wir konnten keine Bewegung sehen. Weiter vorn war kein Verkehr auf der Straße oder irgendein anderes Lebenszeichen zu sehen. Beim letzten Mal kamen wir nicht zu nah an die Tankstelle heran und ich habe schon viele Fahrzeuge gesehen, sagte Paul mit leiser Stimme. Ja, du hast recht, sagte Ben. Es ist definitiv nicht so viel los, wie es auf dem Weg dorthin war. Naiverweise hatte ich halb damit gerechnet, dass wir Leichen auf der Straße liegen sehen würden, wenn der Angriff erfolgreich gewesen wäre. Aber natürlich bedeutete die Art des Virus, dass etwaige Opfer nicht sofort außer Gefecht gesetzt worden wären. Wie unsere eigenen Opfer des Virus wären die meisten von ihnen Stunden oder Tage vor ihrem Tod bettlägerig oder in geschlossenen Räumen gewesen. Ich sprach eine Minute lang nicht. Wir befanden uns nur am Rande der Stadt. Daher war ich nicht absolut überzeugt, dass der Angriff erfolgreich gewesen war. Ich würde mich erst entspannen, wenn ich selbst Beweise sehen würde. Wir würden immer noch vorsichtig vorgehen müssen. Ich zog meine Waffe aus der Tasche und deutete an, dass sie das Gleiche tun sollten. Bleib wachsam. Wir werden es nicht sicher wissen, bis wir in der Stadt sind. Bis dahin müssen wir besonders vorsichtig sein. Die Hauptstraße nach Plymouth bot wenig Deckung, sodass wir uns nach links bewegten und mit der Waffe in der Hand über die Straßenmündung zu einem Waldstück joggten, das an die Tankstelle grenzte, die wir von der Unterführung aus gesehen hatten. Wir hielten uns im Schatten und schlichen uns an den Rand der Einfahrt. Die Tankstelle war verlassen. Aber es schien nicht so lange her zu sein, dass sie in Betrieb war. Die Gärten waren gepflegt und das weiß gestrichene Gebäude war ordentlich und gut in Schuss. Das einzige Element der Zwietracht war die große chinesische Flagge an dem Fahnenmast. Das glühende Rot der Fahne rüttelte die Sinne auf, wenn man sie in einer so typisch kleinstädtischen amerikanischen Umgebung sah. Sieht aus, als hätten sie es sich richtig gemütlich gemacht, sagte Paul verbittert. Ich scannte die Gegend und entdeckte einen getarnten Hammer am Ende der langen Auffahrt, welcher auf der linken Seite des Gebäudes hinunter und in den hinteren Teil des Parkplatzes reichte. Ich speicherte diese Informationen in meinem Hirn ab. Wenn alles gut lief, könnten wir ihn vielleicht beladen und zurück ins Tal fahren. Wie ist die anderen darauf hin? Dafür werden wir wiederkommen. Lasst uns aufbrechen. Die verlassene Tankstelle war vielversprechend. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich immer noch nicht bereit, Risiken einzugehen, bis wir mehr sahen. Wir zogen vorsichtig weiter, vorbei an einer Sitgo-Tankstelle weiter unten auf der Straße zur linken und einem zugewachsenen Baseballfeld zur rechten. Auch hier waren einige Autos im Sitgo geparkt, aber keine Lebenszeichen. Wir kamen an etwas vorbei, das wie ein Mietwagenunternehmen aussah und dessen Parkplatz voller weiße Autos war, die gewaschen werden mussten. Im schlimmsten Fall könnten wir dort eine Razzia durchführen und ein oder zwei dieser Autos mitnehmen. Aber ich würde einen Hammer vorziehen. Oder zwei. Wir hielten an und hockten im Schatten eines großen, sauberen, roten Backsteingebäudes. Ich überblickte schnell die vor uns liegende Straße, bevor ich meine Aufmerksamkeit wieder auf das Gebäude richtete. Die Wand über uns war von einem großen, weißen, chinesischen Schriftzeichen verdeckt. Es war aufgesprüht und ich war neugierig, was es bedeutete. Das Gebäude sah aus, als ob es in seiner früheren Inkarnation eine Bibliothek gewesen sein könnte. Aber es gab keine Anzeichen dafür. Was glaubt ihr, das steht da? fragte Ben und zeigte auf das intensiv weiße Symbol. Ich weiß es nicht, aber ich werde vielleicht einen kurzen Blick hineinwerfen. Ihr bleibt hier und haltet Ausschau. Ohne auf eine Antwort zu warten, rannte ich über den Rasen bis zur Ecke des Gebäudes, blieb stehen und schaute um die Ecke. Es gab keine Anzeichen von Bewegung im Inneren. Also bog ich mit schnell schlagendem Herzen um die Ecke und folgte dem Weg zu den Türen. Trennen war es dunkel. Ich steckte meine Pistole in meinen Gürtel und legte meine Hände um mein Gesicht, während ich hineinschaute. Der Schreibtisch befand sich direkt gegenüber den Türen und ein Schild über dem Empfangstresen kündigte die Stadtbibliothek von Plymouth in Messingbuchstaben an. Links vom Schreibtisch öffnete sich eine große gewölbte Tür in einen dunklen, höhlenartigen Raum. Ich konnte nicht viel erkennen, nur hohe Formen, von denen ich annahm, es seien Bücherregale. Ansonsten schien es nicht viel Interessantes zu geben. Ich zuckte mit den Schultern und stieß, als ich mich zum Gehen umtrete gegen die Tür, die sich leicht nach innen bewegte, bevor sie wieder einrastete. Sie war nicht verschlossen. Ich schaute über meine Schulter. Ben und Paul waren immer noch außer Sichtweite vor dem Gebäude. Da ich wusste, dass wir keine Zeit für Erkundungen verschwenden sollten, bevor wir in die Stadt gingen, beschloss ich, dass es nicht schaden würde, einen kurzen Blick hineinzuwerfen und ging hinein. Als ich im Foyer stand, bemerkte ich sofort den Geruch. Es war mehr als nur abgestanden oder muffige Luft. Ich bemerkte einen subtilen Unterton von Fäulnis. Ich drehte mich nach links und ging auf die gewölbte Tür zu. Mit jedem Schritt wurde der Geruch von Verwesung stärker und mit jedem Schritt verstärkte sich auch mein Gefühl der Beunruhigung. Am unangenehmsten war der Gestank an der Schwelle zum Hauptteil der Bibliothek, der eindeutig die Quelle der Fäulnis war. Es war zwar unangenehm, aber es reichte nicht aus, um mich zum Umdrehen zu bewegen. Ich wünschte, ich hätte es getan. Während ich meine Augen langsam an die Dämmerung gewöhnen ließ, konnte ich eine Reihe von Bücherregalen ausmachen, die wie Soldaten mit steifem Rücken zur Vorderseite des Gebäudes standen. Ich sah auch, dass mit dem Boden etwas nicht stimmte. Kaum ein Fuß von der Zeichenstellen bis zu zwei Meter hoch. Noch schlimmer waren die unaussprechlichen eingetrockneten Flecken, die hier und da die Beläge beschädigten. Ich spürte ein Frösteln in meinen Knochen, das nichts mit der Temperatur in dem Gebäude zu tun hatte. Ich erschreckte mich, als ich einen Schritt vorwärts ging. Ich wusste, was darunter war, aber ich musste es bestätigen. Ich kniete nieder, streckte die zitternde Hand aus und ergriff den Rand der Decke, die mir am nächsten lag, während ich so weit wie möglich davon wegblieb. Ich holte tief Luft und hob die Decke an. Sie löste sich mit einem klebrigen, reißenden Geräusch und enthüllte ihr schreckliches Geheimnis. Ein kleines Mädchen. Ich konnte nicht alles von ihr sehen. Ich wollte es nicht sehen. Ihr blondes Haar lag in einer hauchnden Pfütze um ihren Kopf herum. Ihre Lebendigkeit stand in starkem Kontrast zu der grauen, geschrumpften Haut ihres Gesichts und der schwarzen Kruste unter ihrer Nase. Aber es war der Teddybär, der mich traf. Er war in ihren verschrumpelten Händen gegen ihre Brust gepresst. Ein geliebtes Spielzeug, das nie von ihrer Seite weichen würde. Mir stiegen Tränen in die Augen und ich unterdrückte ein Schluchzen. Der Bär war genau wie einer, den meine Schwester Rebecca überall hingetragen hatte. Ich wischte mir die Tränen aus den Augen und ließ die Decke wieder an ihren Platz fallen. Ich lufte weiter und hob eine andere Ecke an. Es war ein erwachsener Mann. Die verkrusteten schwarzen Flecken auf der Haut, die eher Pergament ähnelte, unter seiner Nase und um seinen Mund herum, zeigten deutlich, dass auch er an der Krippe gestorben war. Ich untersuchte eine weitere Leiche, diesmal eine Frau. Es war das Gleiche. Die Bibliothek war nun ein Mausoleum. Ich sah mich um und versuchte abzuschätzen, wie viele Leichen in dem Raum waren. Aber es war unmöglich. Zwischen den Bücherschränken waren die hügeligen Haufen schulterhoch. Nein, dies war kein Mausoleum. Das Wort Mausoleum implizierte eine respektvolle Bestattung. Dies war eher eine Müllhalde. Eine Müllhalde, auf der die Toten von Plymouth wie ungewollter Abfall angehäuft worden waren. Ich hatte genug gesehen. Ich wollte gerade aufstehen, als eine Hand auf meine Schulter fiel. Ich sprang vor Schreck auf, aber Bens sanfte Worte beruhigten mich sofort. Wir sollten gehen, Kumpel. Ich nickte, stand auf und folgte ihm hinaus. Er sagte nichts, bis wir ins Sonnenlicht und an die frische Luft kamen. Schweres Ding. Bist du okay? Ja. Er sah mir ein paar Sekunden in die Augen. Dann nickte er zufrieden. Kapitel 5 Je weiter wir ohne jedes Lebenszeichen gingen, desto mehr spürte ich, wie sich Ben und Paul entspannen konnten. Ich war immer noch angespannt. Die Entdeckung der Leichen hatte mich mehr verunsichert, als ich zugeben wollte. Plymouth war unheimlich. Es war eine besetzte Stadt gewesen, aber jetzt war klar, dass sie von nichts anderem als Geistern besetzt war. Die Geister der früheren amerikanischen Besitzer und jetzt kamen noch jüngere Besetzer hinzu. Ist das ein Panzer? fragte Ben, schattierte sich die Augen und schielte in die Ferne. Das war es. Das große, getrungene Fahrzeug stand in der Mitte der Brücke, die den Fluss überquerte und in die Stadtmitte führte. Sollten wir uns verstecken? fragte Paul mit nur einem Hauch von Sorge in der Stimme. Nein, ich ging weiter. Wenn da jemand drin wäre, hätte er uns schon gesehen. Zur Deckung hielten wir uns nah an den Gebäuden, die jetzt die Straße säumten, aber als wir näher kamen, konnte ich sehen, dass selbst auf der anderen Seite der Brücke keine Bewegung zu sehen war. Kommt schon, es sieht sicher aus, aber wir werden den Panzer zwischen uns und der anderen Seite halten, bis wir näher herangekommen sind. Ich stürzte mich auf die sonnendurchflutete Straße und machte mich im geduckten Lauf auf den Weg zur Brücke, wobei ich versuchte, den Panzer zwischen uns und der anderen Seite zu halten. Die anderen waren direkt hinter mir. Als wir den Panzer erreichten, verteilten wir uns hinter ihm, ich zur rechten und Paul und Ben zur linken und überblickten die Stadt genauer. Obwohl sich der Panzer mitten auf der Straße befand, war auf beiden Seiten genug Platz für ein Fahrzeug, sodass wir problemlos alles sehen konnten, was wir sehen mussten. Am Ende der Brücke gab es ein Eisenbahngleis, das die Stadt teilte und weiter rechts ein neu aussehendes, getrunkenes, dreistöckiges Gebäude. Vor dem Gebäude parkten ein paar Militärfahrzeuge, aber keine Spur von Personal. Da liegt eine Wrack, sagte Paul. Ich ging rüber und schloss mich ihnen an. Es war ein olivgrüner Geländewagen, an dessen Vorderseite jetzt ein Telegrafenmast stand. Der Aufprall schien nicht zu hart gewesen zu sein, sicherlich nicht genug, um die Insassen zu töten, aber ich konnte deutlich die Form des Fahrers erkennen, der gegen das Lenkrad gesackt war. Die weiße Hülle eines über ihn trappierten Airbags. Ich denke, es ist sicher, aus der Deckung herauszukommen, sagte ich im Stehen. Das Autowrack hatte mir die Entscheidung abgenommen. Angesichts der Tatsache, dass die Besatzungsmacht sich um solche Dinge kümmerte, schien es unwahrscheinlich, dass das Wrack unbeaufsichtigt geblieben wäre, wenn alles wie üblich verlaufen wäre. Es schien, dass das Virus des Professors zumindest den Feind aus der Gegend in die Drake-Mountain-Anlage vertrieben hatte. »Bist du sicher?«, fragte Paul, immer noch gebückt. Ben hatte sich bereits zu mir gesellt. »Ja, komm schon, haltet die Augen offen und die Waffe bereit.« Paul stand auf und sah immer noch etwas unsicher aus. Ich hielt ihn nicht für feige, sondern nur für vorsichtig. Und ich berücksichtigte, dass er nicht so kampferprobt war wie Ben oder ich. Ich klopfte ihm ermutigend auf die Schulter. Wir gingen langsam, aber bedächtig über die Brücke auf das Wrack zu. Als wir etwa sechs Meter entfernt waren, hob ich meine Hand. »Bleibt hier!« Ich lief den Rest des Weges allein mit der Waffe auf das Fahrzeug gerichtet. Ich war nicht in Gefahr, jedenfalls nicht durch die Insassen des Fahrzeuges. Der Fahrer war tot, eine dreckige Mischung aus Schleim und Blut bedeckte seinen Mund und sein Kinn. Seine Sonnenbrille war durch den Aufprall verrückt, sodass ein geschwollenes Auge frei blieb. Er roch schlimmer als die ausgetrockneten Leichen in der Bibliothek und ich hielt mir mit der freien Hand den Mund zu, um zu versuchen, den Gestank zu filtern. Ich ging zur hinteren Tür. Durch das Fenster konnte ich sehen, dass eine weitere Leiche in Längsrichtung auf dem Boden lag. Ich war kein CSI-Detektiv, aber der Beifahrer hatte offensichtlich auf dem Rücksitz gelegen, als der Aufprall stattfand. Ich war dankbar, dass er mit dem Gesicht nach unten lag. Ich drehte mich um und ging zurück zu den anderen und schüttelte den Kopf über ihre ungestellte Frage. Ich beschloss, dass sie mit mir über die Eisenbahnschienen, die über die Brücke führten, weitergehen sollten. Das besetzte Gebäude war unser nächstes Ziel. Ich musste zugeben, dass ich ein wenig erschrocken war, ob es an all dem Tod lag, mit dem ich erst kürzlich in Berührung gekommen war, oder an der unnatürlichen Stille. Ich bin mir nicht sicher, aber meine Spinnensinne, wie Luke sie nannte, kribbelten. Wir scannten die Gegend, während wir uns vorsichtig auf den Weg zum Gebäude machten. Als wir auf der Straße vor dem Gebäude anhielten und einen Hammer zwischen uns und dem Eingang hatten, überprüfte ich die Fenster auf Anzeichen von Bewegung, bevor ich mich entschied, das Gebäude genauer zu untersuchen. Die Türen zum Eingang standen weit offen und ich entschied, dass Paul und Ben zurückbleiben sollten, während ich mich vorwärts schlich. Mit dem Rücken zur Wand warf ich einen kurzen Blick durch die Tür und hielt meine Waffe bereit. Die Empfangshalle war leer, ein Stuhl war umgestürzt und einige Papiere lagen verstreut auf dem gefließten Boden. Gegenüber dem Eingang befand sich ein großer, unbemannter Empfangsschalter. Die Luft ist rein, lass uns gehen. Wir traten ein. Links vom Schreibtisch befand sich eine Fahrstuhltür und rechts davon ein Eingang zu einem Weg, der tiefer in das Gebäude führte. Wir gingen zuerst zum Schreibtisch. Auf der Schreibtischplatte lagen eine Reihe von Papieren, ein Maschinengewehr und ein paar Munitionsclips. Ich hob einen Zettel auf. Die Schrift war chinesisch. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, sagte Ben, hob das Maschinengewehr auf und überprüfte es. Ja, sagte Paul. Sollen wir das Gebäude überprüfen? Ich nickte. Ich will das Gebäude gut durchsuchen. Wollt ihr beide diese Ebene überprüfen? Ich gehe in den zweiten Stock. Wirst du sicher, dass wir uns trennen sollten? fragte Ben. Nach dem, was wir gesehen haben, glaube ich, dass wir sicher sind. Ich nehme die Feuertreppe. Wenn da oben jemand ist, möchte ich nicht als leichte Beute im Aufzug sitzen. Der Strom wäre sowieso nicht an, Isaac. Oh ja, sagte ich und kam mir etwas dumm vor. Ben nutzte die Gelegenheit nicht, um sich über mich lustig zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob Luke mir die gleiche Gnade gewährt hätte, egal wie nervös wir uns auch gefühlt hätten. Hier, nimm das, sagte Ben und bot mir das Maschinengewehr an, nachdem er das Magazin eingesteckt hatte. Nein, nimm du es. Ich nehme deine Pistole, wenn du sie nicht tragen willst. Er gab mir die Pistole und ich steckte sie mir hinten in die Hose. Okay, wir treffen uns in zehn Minuten wieder hier. Geht kein Risiko ein. Kapitel 6 Ich ging zur Feuertür links vom Aufzug, schob sie auf und trat ein, um die kahle Betontreppe, die zum ersten Stock hinaufführte, zu überwachen. Die Tür schloss sich hinter mir und ich fand mich in völliger Dunkelheit gehüllt. Nicht gut. Ich öffnete die Feuertür und ging zurück in die Lobby. Die anderen Jungs waren bereits weg. Ich schleppte einen Stuhl, um die Tür zu verkeilen und ging jeweils zwei Stufen auf einmal hinauf, wobei ich am Treppenabsatz innehielt und mich vergewisserte, dass alles in Ordnung war, bevor ich in den nächsten Stock aufstieg. Ich lauschte durch die schwere Tür, bevor ich durch das kleine Sichtfenster blickte. Es war ein weiterer Empfangsbereich ohne Lebenszeichen. Ich zog die Tür auf und ging vorsichtig in den Raum hinein, bevor ich sie sanft hinter mir schloss. Das Klicken des Türregels ertönte so laut wie ein Schuss in dem hoffentlich verlassenen Gebäude und ich zuckte zusammen. Ich kroch zum Schreibtisch. Er war identisch mit dem im Erdgeschoss. Es gab einen Desktop-Computer und ein Telefon, aber sonst nicht viel. Ich ging weiter zum Eingang des Korridors auf der rechten Seite und schaute vorsichtig um die Ecke. Große Fenster verliefen über die gesamte Länge des Korridors und ließen viel Licht herein. Es gab vier Türen in regelmäßigen Abständen auf der linken Seite des Korridors. Ich ging auf zehn Spitzen zur ersten. Wieder legte ich mein Uhr an die Tür. Es war nichts zu hören. Mein Magen drehte sich, als ich meine Waffe hob, den Griff drehte und die Tür aufstieß. Der Gestank im Raum schlug mir wie eine flache Hand ins Gesicht. Ich schlug meine freie Hand über Mund und Nase, ohne mich zu trauen, die verdorbene Luft einzuatmen. Ich erkannte die Quelle des Geruchs sofort. Ein aufgeblähter Körper in einer karkifarbenen Militäruniform lag mit dem Gesicht nach oben auf einem Sofa an der Wand zu meiner linken. Er hatte ein klaffendes geschwärztes Loch in der Oberseite seines Kopfes und es gab Spritze aus getrocknetem Hirn, Blut- und Knochenspänen, die sich über den Arm des Sofas und den Teppich neben dem Körper ausbreiteten. Die Waffe lag dort, wo sie aus dem Griff des Toten gefallen war. Auf der rechten Seite befand sich ein großer, polierter Holztisch und darüber an der Wand ein gerahmtes Foto von zwei Männern, die sich die Hände geschüttelt hatten. Ich erkannte den chinesischen Premierminister. Er schüttelte die Hand eines Generals, während sie vor einer Kolonne von Soldaten standen. Ich wollte eigentlich nicht weiter in den Raum gehen, aber zwang mich, ein paar Schritte nach vorne zu machen, um die Leiche näher zu betrachten. Es war der General auf dem Foto. Ich war mir sicher, obwohl das Gesicht des Toten aufgedunsen und einen verdorbenen Krautton angenommen hatte, denn seine Uniform verriet es. Sie war zwar nicht ganz so aufwendig wie die auf dem Bild, aber auf jeder der Schultern befanden sich drei goldene Sterne. Ein toter General der chinesischen Armee. Unter seiner Nase und über seinem Mund und Kinn befand sich eine grün gesprengelte Blutkruste. Der Grund für seinen Selbstmord war klar. Am anderen Ende des Raumes, auf der anderen Seite des Schreibtisches, befand sich eine Tür. Sie sah aus, als wäre sie erst vor kurzem eingebaut worden. Das Holzgerüst und die Wand um sie herum waren unbemalt. Ich dachte kurz darein, auch diesen Raum zu überprüfen, aber der Geruch trieb mich nach draußen. Sie würde ohnehin in den nächsten Raum führen und ich könnte genauso gut durch den Eingang auf dem Korridor gehen. Ich ging aus dem Zimmer heraus, schlug die Tür hinter mir zu und rannte zum Fenster. Ich nahm einige tiefe Atemzüge der abgestanden, aber sauberen Luft und wünschte, ich könnte das Fenster für etwas mehr Frische öffnen. Langsam löste sich das kranke Gefühl in meiner Kehle auf. Als ich mich wieder gefasst hatte, ging ich zur nächsten Tür. Ich öffnete sie vorsichtig und ging mit der Waffe voran. Es war eindeutig ein kleines Büro gewesen, aber jetzt war es mit einem großen Doppelbett ausgestattet. Der General hatte neben seinem Büro geschlafen. In dem Raum war sonst nichts von Interesse und ich ging weiter. Der nächste Raum war interessanter. Es sah aus, als sei er zu einem behelfsmäßigen Schlafsaal umgebaut worden. Es gab sechs Etagenbetten, alle ungemacht und unordentlich und einen Haufen Kleidung und Waffen bedeckten den Boden und einen Tisch in der Ecke. Ich hob ein Kissen auf, entfernte seinen Bezug und begann die weggeworfenen Waffen einzusammeln. Es war ein ziemlicher Fang. Zwei Handfeuerwaffen und ein Maschinengewehr. Dasselbe wie das, das Ben unten gefunden hatte, plus sechs Munitionsclips. Ich fand auch eine kugelsichere Beste. Es gab keine Möglichkeit, sie in den Kissenbezug zu stecken und ich wollte sie nicht tragen, also legte ich meine Beute auf das Bett und zog sie an. Es war sonst nichts Wertvolles im Zimmer. Ich verließ das Zimmer mit einem ziemlich guten Gefühl. Wenn auch sonst nichts, immerhin würden wir mit Waffen zurückkehren und in diesem Moment gab es kaum ein wertvolleres Gut auf der Welt. Ich war mir derzeit bewusst und spielte mit dem Gedanken, mich nicht um den anderen Raum zu kümmern. Aber ich beschloss, einen Schnellscan durchzuführen, nur für den Fall, dass er mehr Waffen enthielt. Neben der Tür stand ein ungestürzter Stuhl und die Tatsache, dass die Tür ein paar Zentimeter über der Klinke mit einem Schloss verriegelt war und eindeutig nicht zur ursprünglichen Türausstattung gehörte, machte mich neugierig. Das musste ich doch überprüfen, oder? Da war offensichtlich etwas Wertvolles drin. Ich versuchte es mit der Klinke. Sie war verschlossen. Ich dachte kurz daran, die Verriegelung herauszuschießen, hatte aber eine Vision davon, wie die Kugel in mein Auge zurückprallte. Ich trat zurück, legte den Kissenbezug und meine Pistole zur Seite und gab der Tür einen kräftigen Tritt direkt unter dem Türgriff. Das Holz knackte, aber beide Schlösser hielten. Ich trat immer wieder direkt unter der Türklinke dagegen, bis ich schließlich mit dem Geräusch von zersplitterndem Holz belohnt wurde. Ich gab der Tür noch zwei weitere Tritte, wobei ich jedes Mal mehr Schaden anrichtete und versuchte es dann mit der Klinke. Sie klapperte und als ich mich gegen sie lehnte, beugte sich die Tür nach innen, nicht durch das schwächere Schloss behindert, sondern immer noch von dem anderen festgehalten. Glücklicherweise war es keine solide Tür. Als das Furnier verbeult und gesprungen war, konnte ich Wellpappe daran sehen. Ich griff nach der Klinke und rammte meine rechte Schulter gegen die Holztür. Ich musste es dreimal tun, bevor die Tür aufschlug. Am Ende war es die Tür, die nachgab, als sich das Schloss tatsächlich löste und auf den Boden fiel. Etwas enttäuscht nahm ich meine Waffe und scannte den Raum. Bevor ich eingebrochen war, hatte ich mir vorgestellt, dass der gesicherte Raum Kisten mit Gewehren und Munition, vielleicht sogar einen Raketenwerfer enthalten könnte. Als ich hineinschaute, fand ich zwei leere Betten vor. Ich senkte meine Waffe und wollte mich gerade abwenden, als ich aus dem Schrank zu meiner Rechten ein schlurfendes Geräusch hörte. Das Geräusch war kurz, aber laut genug, um mein Herz rasen zu lassen. Ich hob meine Waffe und betrat den Raum, ging nah an die Wand und kroch zur Schranktür, blieb dort stehen und lauschte. Ich dachte, ich hörte ein Flüstern. Da war jemand drin, möglicherweise zwei Personen. Ich beschloss, ein Risiko einzugehen. Ich legte meine Hand um meinen Mund und versuchte, meine Stimme so zu lenken, dass es klang, als stünde ich vor der Tür. Ich kann euch da drin hören. Ich habe eine Waffe. Kommt mit erhobenen Händen heraus. Kapitel 7 Ich wartete auf das Getöse der Schüsse, aber nur Schweigen begrüßte meine Forderung. Ich bemühte mich, überhaupt etwas zu hören, während ich da stand und wartete. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich überlegte, ob ich die anderen holen sollte, entschied mich aber dagegen. Ich überlegte auch, einfach durch die Tür zu schießen. Ich konnte es nicht. Es ging gegen alles, wofür ich stand, vor allem, weil ich nicht wusste, wer da drin war. Ich beschloss, eine weitere Warnung auszusprechen. Ich trat vor die Tür und nahm an, dass derjenige, der da drin war, keine Schusswaffe hatte. Um sicher zu gehen, kniete ich mich jedoch hin, um mich weniger zum Ziel zu machen. Ich zähle bis drei. Wenn du nicht rauskommst, werde ich anfangen, durch die Tür zu schießen. Eins, zwei. Nichts. Mein Herz klopfte in meiner Brust und ich hielt noch etwas länger inne, bevor ich drei sagte. Ich sah, wie sich der Hebel des Schranks bewegte und ich hielt inne, den Finger gespannt am Abzug. Die Tür öffnete sich langsam. Bitte nicht schießen, sagte eine Stimme mit amerikanischem Akzent. Ich stand auf und machte einen Schritt rückwärts. Meine Waffe zielte immer noch auf den Schrank. Ein ängstlich dreinblickender Teenager mit erhobenen Händen trat aus dem Schrank. Ihm folgte ein größerer Junge, der die Hände nicht erhoben hatte und nicht ängstlich aussah. Mir fielen seine blassblauen Augen auf. Beide waren etwa in meinem Alter, hatten rasierte Köpfe und trugen eine Uniform. Ein ängstlich dreinblickender Teenager mit erhobenen Händen trat aus dem Schrank. Ihm folgte ein größerer Junge, der die Hände nicht erhoben hatte und nicht ängstlich aussah. Mir fielen seine blassblauen Augen auf. Beide waren etwa in meinem Alter, hatten rasierte Köpfe und trugen eine Uniform aus schwarzer Hose und einem Hemd mit roter Paspelierung. Bleibt stehen! Sie sahen beide unternährt und blass aus. Ich richtete meine Waffe auf den größeren Jungen. Nimm bitte die Hände hoch! Seine Augen richteten sich auf meine, aber er gehorchte meinem Befehl nicht. Ash, bitte, nimm sie hoch! flehte der kleinere Junge. Ohne seine Augen von meinen zu nehmen, hub derjenige, der als Ash angesprochen worden war, langsam die Hände. Ich ging hinüber und klopfte die beiden vorsichtig mit einer Hand ab. Keiner von ihnen war bewaffnet. Ihr könnt eure Hände runternehmen, sagte ich und trat vor sie zurück. Sie nahmen die Hände herunter. Danke, sagte der kleinere und schaute erleichtert rein. Wie heißt ihr? Ich heiße Danny, das ist Ash. Danny schien glücklich und darum bemüht, sich richtig zu verhalten. Jetzt, da er mich als nicht bedrohlich eingeschätzt hatte, aber sein größerer Freund sah gleichgültig aus. Er war gut gebaut mit gemeißelten Gesichtszügen. Danny sah etwas weicher aus und hatte ein paar Sommersprossen auf seiner Nase und seinen Wangenknochen. Habt ihr euch da drin versteckt? Wir haben Lärm und ein Krachen in Flur hinunter gehört, sagte Danny. Das musst du gewesen sein. Wir waren tagelang in diesem Raum eingesperrt. Wir dachten, es könnten die Chinesen sein, die zurückkommen. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen, zumindest für eine Weile nicht. Warum? Was ist passiert? Ich weiß, ihr habt viele Fragen und ich auch. Meine Freunde warten unten auf mich. Lasst uns nach unten gehen, dann können wir reden. Ich hatte immer noch meine Pistole in der Hand und behielt sie wachsam im Auge, als ich sie durch die Tür führte. Ich verkrampfte mich, als derjenige, der Ash genannt wurde, innehielt und auf den Kissenbezug hinunterblickte, dessen Öffnung von Waffen strotzte. Er ging kurz darauf weiter, aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass er in Versuchung geraten war. Ich beugte mich vor und hob den Kissenbezug auf, als ich ihnen auf dem Korridor folgte. Bevor wir die Feuertreppe betraten, drehte ich mich zu ihnen um. Wir werden die Feuertreppe zum Erdgeschoss hinuntergehen. Ihr geht vor mir und versucht nicht zu rennen, sonst schieße ich. Es schien nicht richtig, Kindern meines Alters Befehle zu erteilen und Drohungen auszusprechen, aber bis ich mich ihrer sicher war, musste ich den Eindruck von Stärke vermitteln. Wir werden nicht weglaufen, sagte Danny aufrichtig. Sein Schrankkumpel warf mir einen unleserlichen Blick zu, bevor er die Treppe hinunterging. Als wir den Ausgang zur Empfangshalle erreichten, sagte ich ihnen, sie sollten warten, bis ich ihnen Entwarnung geben würde. Ich wollte Paul und Ben nicht überraschen und eine versehentliche Schießerei riskieren. Ich drückte die Tür auf und ging um den Stuhl herum. Ben und Paul lagen auf Sofas, als ich herauskam. Sie sprangen beim Geräusch der Tür auf ihre Füße, senkten aber ihre Waffen, als sie sahen, dass ich es nur war. Du bist wieder da, sagte Paul. Wir wollten gerade nach dir suchen. Hast du etwas gefunden? Das könnt ihr laut sagen, sagte ich und hielt die Tür offen und warf den Kissenbezug mit einem Knall auf den Boden. Flippt nicht aus. Ich winkte Danny und Ash in die Lobby. Wow, sagte Ben, als er die Fremden sah. Paul äußerte sich nicht, sondern schob seine Brille etwas weiter auf die Nase hinauf, sein Blick nachdenklich und misstrauisch. Das sind Danny und Ash. Ich habe sie oben in einem Zimmer eingeschlossen gefunden. Ich habe auch einen toten General und noch mehr Waffen und Munition gefunden. Ich versäumte nicht, den Blick zu bemerken, der zwischen den beiden rasierten Jungen herging. General Zhang ist tot? Fragte Danny. Er sah überrascht aus, mehr als alles andere. Was ist mit dem Rest von ihnen? Sind sie alle tot? Wir wussten, dass sie krank wurden und abziehen wollten. Seit Tagen ist niemand mehr gekommen. Ich werde alle eure Fragen beantworten, sagte ich, hielt meine Hand hoch und zeigte dann auf das Sofa. Aber zuerst habe ich einige für euch. Setzt euch bitte. Sind wir verhaftet oder was? Fragte Ash. Die ersten Worte, die ich ihn hatte, sprechen hören, trieften vor Sarkasmus. Nein, sagte ich, etwas erstaunt über seine Frage. Wir tauschen nur Informationen aus, denke ich. Er sah meine Pistole gezielt an. Mit diesem Blick fühlte ich mich wie ein Kind, das Räuber und Gendarm spielt. Ich griff hinter mich und steckte sie wieder in meinen Gürtel. Danach schien er sich ein wenig zu entspannen und beide setzten sich ohne weitere Aufforderungen hin. Danny hockte fast eifrig auf der Sitzkante, während Ash sich zurücklehnte und die Arme über der Brust verschränkte. Ich saß ihnen gegenüber auf dem Sofa. Okay, ich schätze, die erste Frage lautet, was haben die in diesem Gebäude gemacht? Danny antwortete, das war ihr Hauptquartier in der Region. General Zhang war der regionale Befehlshaber. Wir waren wie seine Assistenten, schätze ich. Ja, wie Sklaven, sagte Ash verbittert. Ich bin froh, dass das Arschloch tot ist und ich hoffe, der Rest dieser hässlichen Wichser ist es auch. Danny machte eine Pause, bevor er weitersprach. Ich konnte nicht anders, als zu spüren, dass er Angst vor Ash hatte. Wir haben Besorgungen gemacht und kümmerten uns um seine Mahlzeiten, wenn er in seinem Quartier Ars. Wir haben auch geputzt und andere Dinge erledigt, für die sie keine Soldaten verschwenden wollten, denke ich. Aber er behandelte uns gut. Er blickte Ash an, der mit einem hässlichen, weit entfernten Gesichtsausdruck geradeaus starrte. Meistens jedenfalls, fuhr Danny fort. Jedenfalls besser als die Streiflingskolonnen. Streiflingskolonnen? fragte ich. Ja, sie sind mehr wie Sklaven, als wir es sind. Waren. Sie mussten alle Toten aus den Gebäuden und Häusern räumen. Die Erinnerung eines tote Mädchens schwebte mir durch den Kopf und ich zwang mich, mich auf das zu konzentrieren, was er sagte. Danach arbeiteten sie an der Säuberung von Straßen und so weiter, um die Stadt gut aussehen zu lassen, nehme ich an. Wo wurde diese Streiflingskolonne gefangen gehalten? Im Krankenhaus. Sie haben das Hauptgebäude zu einer Kaserne für die Soldaten umfunktioniert. Aber der Parkplatz war eingezäunt und sie haben ein paar transportable Gebäude errichtet. Dort sind die Kinder eingesperrt, wenn sie nicht arbeiten. Ich war schon einmal dort. Ich kann es euch zeigen, sagte Danny. Ich war dankbar für Dannys Bereitschaft. Im Gegensatz dazu schien Ash unbeteiligt bleiben zu wollen. Ich führte das auf den Schock und den Mangel an Nahrung zurück, fragte mich aber, ob da nicht etwas Tieferes dahinter steckte. Danke, sagte ich. Das sind wirklich gute Informationen. Bleibt einfach kurz hier sitzen. Ich muss mit meinen Freunden reden. Paul, Ben und ich gingen zur anderen Seite des Raumes. Woran denkst du? fragte Ben. Ich denke, wir müssen das Krankenhaus unter die Lupe nehmen und sehen, wie viele Überlebende es gibt. Wir können sie nicht eingesperrt lassen. Ich denke auch, wir sollten, ich wollte sagen, jeden mitnehmen, der willens ist, zurück ins Tal zu gehen. Aber ich dachte diesmal besser darüber nach. Na ja, einfach abwarten und sehen, was wir vorfinden, wenn wir dort ankommen. Sie beide stimmten mir zu. Wir werden Nahrung kochen, sagte Ben und nickte den beiden Fremden zu. Wenn sie wie diese Kerle eingesperrt waren, werden sie am Verhungern sein. Ich habe einen Supermarkt auf der anderen Straßenseite gesehen. Okay, wir machen das zu unserem ersten Halt. Kommt mit. Ich ging zurück zum Sofa. Ich hatte beschlossen, nicht zu viel über uns und das Tal, in dem wir uns niedergelassen hatten, preiszugeben. Ich möchte noch mehr reden, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir ins Krankenhaus gehen, um zu sehen, ob wir noch jemandem helfen können. Ich möchte euch beiden auch etwas zu Essen und Wasser bringen. Danke, sagte Danny. Ja, es ist schon eine Weile her, seit wir gegessen haben. Zumindest hatten wir Leitungswasser im Zimmer. Ash zuckte nur mit den Achseln. Okay, lass uns gehen. Ben, Paul und ich holten unsere Ausrüstung und holten die beiden Jungs auf dem Weg nach draußen ab. Ich beschloss, dass ich, bis ich mehr über ihn wüsste, Ash sorgfältig beobachten müsste. Paul, Ben, ihr bringt Danny über die Straße und schlappt euch so viel Essen, wie ihr könnt. Holt einfach Nahrungsmittel bereit zum Essen. Schokoriegel, Kekse und so weiter. Okay, sagte Ben. Komm schon. Ich drehte mich zur Ash um, als die anderen über die Straße liefen. Ich lächelte und nickte zum nächsten Hammer. Besteht die Chance, dass du weißt, wie man so einen Teil startet? Er zuckte mürrisch die Achseln. Das könnte vielleicht klappen. Mein Lächeln verblasste, als er mir den Rücken zukehrte und auf das Fahrzeug zuging. Trotz meiner besten Absichten ärgerte ich mich über seine Haltung. Der Hammer war entriegelt und ich ging auf die Beifahrerseite, als er auf den Fahrersatz kletterte. Ich hatte erwogen, die Waffen nach hinten zu legen, beschloss aber, sie vorerst festzuhalten. Ist ein Schlüssel in der Zündung? fragte ich. Nein, es lässt sich nicht mit einem Schlüssel bedienen. Ich drehte meinen Kopf um. Ich konnte einen Schalter auf dem Armaturenbrett neben dem Lenkrad sehen. Es war ein Hebel auf einem kleinen schwarzen Blechquadrat mit drei Stellungen. Engine Stop, Run Start. Er zeigte gerade auf Engine Stop. Ash bewegte seine Hand zu dem Hebel und klickte ihn durch Run und dann auf Start. Es gab ein dumpfes Klicken, aber der Motor sprang nicht an. Er ließ den Hebel los, der dann in die Run-Position zurückfiel und über ihm begann ein orangefarbenes Licht zu blinken. Er versuchte es noch einmal, aber da war immer noch nichts. Er ließ den Hebel wieder auf Run zurückfallen und wieder leuchtete das orangefarbene Licht auf. Er sah mich an. Vielleicht eine leere Batterie, sagte ich. Das sollte es aber nicht sein. So lange ist es noch nicht her, dass sie evakuiert wurden. Ich schaute mir die anderen Anzeigen und Knöpfe auf dem Armaturenbrett an, konnte aber sonst nicht sehen, was einen Hinweis darauf geben könnte, wie es zu starten ist. Schade, dass Luke nicht hier ist, dachte ich. Ich wollte gerade sagen, dass wir das nächste Fahrzeug ausprobieren würden, als das orangefarbene Licht über dem Schalter aufblenkte. Bedeutete das, dass es bereit war? Versuch es jetzt, schlug ich vor. Als er es diesmal in die Startposition klickte, erwachte der Dieselmotor zum Leben. Ja! Meinem High Five wurde nicht gerade begeistert begegnet, aber ich war zu glücklich über unseren Erfolg, als dass ich mich davon hätte stören lassen. Ich schaute auf die automatische Gangschaltung hinunter. Sie sah einfach genug aus. Okay, cool. Sieht ziemlich einfach aus. Lass uns den anderen helfen. Ich drückte meine Tür auf und trat hinaus und blickte auf ihn zurück. Er blickte durch die Windschutzscheibe in die Ferne und für einen schrecklichen Moment dachte ich, er würde wegfahren. Wenn er es in Erwägung zog, zog er es nicht durch und stellte eine Sekunde später den Motor ab. Ich fühlte mich unbehaglich, traf ihn am Heck des Hammers und öffnete die Heckklappe. Eine Sekunde später öffnete sich die Tür des Ladens auf der anderen Straßenseite und die Jungs stürzten mit je zwei prallgefüllten Plastiktüten hinaus. Ich lächelte, als ich Danny sah. Aus seinem Mund ragte ein Schokoriegel hervor, der allmählich kürzer wurde, während er sich bissweise durchkaute. Wie ist es gelaufen? Großartig. Er war ziemlich gut bestückt, sagte Paul. Wir haben auch einige Dosen mitgenommen, obwohl das meiste davon mit chinesischen Etiketten versehen ist. Ich nehme an, dass es eine Art Mysterybox sein wird, bis wir sie öffnen. Danny kämpfte und hob seine beiden Beutel in den hinteren Teil des Hammers, griff dann den Schokoriegel im Mund und verschlang ihn stell. Ich machte einen der Beutel auf. Er war mit einer Vielzahl von Schokoriegeln gefüllt. Ich hob den Beutel auf, breitete ihn weiter aus und hielt ihn erschän. Er hielt sich nicht zurück, ebenso wenig wie Danny, der in Sekunden hineintauchte. Sie rissen die Verpackung auf, als hing ihr Leben davon ab. Wie lange ist es her, dass ihr Jungs gegessen habt? fragte Ben Danny. Vorgestern haben wir ein paar Nüsse gegessen, aber ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Die Fenster waren zu hoch und wir hatten daran gearbeitet, durch die Tür zu kommen, aber es schien nicht weiterzugehen. Paul holte für jeden von ihnen eine Flasche Wasser heraus und wir warteten geduldig, während sie sich satt aßen. Wahrscheinlich nicht die nahrhafteste aller Mahlzeiten für jemanden, der seit Tagen nichts gegessen hatte, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl. Als sie fertig waren, schloss ich die Luke des Hammers. Okay, lasst uns ins Krankenhaus fahren und sehen, ob wir diese Kinder finden, die sie in Ketten gelegt haben. Alle fingen an, sich an den Hintertüren zu stapeln, aber Ash und ich fanden uns beide an der Fahrertür wieder, wobei seine Hand den Griff vor meiner beanspruchte. Ich werde vorerst fahren, sagte ich entschlossen. Danke, dass du mir geholfen hast, den Wagen zu starten. Ich machte mich auf einen Streit gefasst, als er mich herausfordernd anstarrte. Er hielt die Türklinke für einen Moment länger fest, dann ließ er nach ein oder zwei unangenehmen Momenten die Klinke los und zuckte mit den Schultern. Sicher? Ich war mir nicht sicher, ob er versuchte, mich einzuschüchtern oder nicht, aber er tat es. Er schüchterte mich auf eine andere Art und Weise ein, als Rack oder Jen mich eingeschüchtert hatten. Sicher, er war groß und sein Verhalten mir gegenüber war nicht ganz richtig, aber er sah auch extrem gut aus. Er war ein typisch kantiger, typisch amerikanischer Junge und ein unsicherer kleiner Teil von mir konnte nicht anders, als sich Sorgen zu machen, was Indigo für ihn empfinden könnte, wenn wir sie zurück ins Tal bringen würden. Ich schlug meine Besorgnis über ihn mit einem Achselzucken ab. Es war nicht fair, meine Unsicherheiten auf ihn zu projizieren. Er war ein Gefangener der Chinesen gewesen und in den letzten Tagen fast verhungert. Daher war es keine Überraschung, dass er vielleicht ein bisschen daneben war. Ich wünschte mir nur, er könnte ein bisschen mehr wie Danny sein. Ich wiederholte den Prozess, den Ash durchlaufen hatte, um den Hammer zu starten und der Dieselmotor erwachte wieder zum Leben. Ich atmete leise und erleichtert aus, im Bewusstsein, dass er mich von seinem Sitz aus beobachtete. Okay, wo lang? fragte ich Danny. Zuerst fährst du bis zur Kreuzung vor dir, dann biegst du rechts ab. Ich setzte den Hammer in Bewegung und stellte meinen Fuß auf das Gaspedal. Das Fahrzeug ruckte nach vorne und ich ließ das Gaspedal los, bevor ich in den Kreisverkehr rollte und nach rechts auf die Hauptstraße von Plymouth abbog. Wir folgten diese ein paar hundert Meter an leeren Geschäften und Schaufenstern vorbei. Biege hier rechts ab, gleich hinter dem Postamt. Das Postamt aus rotem Backstein war genau so, wie man es erwarten würde. Ein perfektes und malerisches Bild, abgesehen von der chinesischen Flagge über der Tür. Ich fühlte, wie mich ein gefühltes Verlust überkam. Ich schätze, die anderen fühlten dasselbe. Alle waren still. Plymouth repräsentierte eine perfekte amerikanische Stadt, war aber jetzt auffallend anders. Menschen leer und mit den subtilen Anzeichen einer Besetzung. Es legte nur ein Stück den Hügel hinauf und dann links. Ich fuhr den Hammer langsam den Hügel hinauf, immer noch misstrauisch. Die Stadt schien verlassen zu sein, aber es gab viele Bäume und Plätze, hinter denen man sich verstecken konnte oder einen Hinterhalt in diesem Teil der Stadt vorbereiten konnte. Ich verlangsamte das Fahrzeug, als wir an der Feuerwache vorbeifuhren, deren knallrote Lastwagen immer noch in ihren offenen Garagenbuchten auf einen Anruf warteten, der niemals kommen würde. Ich hielt an und warf Danny einen Blick über die Schulter zu. Wie weit noch? Was ist der nächste Block? Ich traf eine schnelle Entscheidung und trat aufs Gaspedal. Wir ruckten vorwärts und ich schwenkte in die Einfahrt der Feuerwache, wo der Wagen quietschend zum Stillstand kam und alle auf ihren Sitzen nach vorne warf. Tut mir leid, ich bin etwas eingerostet. Aber hier gehen wir zu Fuß weiter. Wenn alles in Ordnung ist, werde ich zurückkommen und den Hammer holen. Danny und Ash, könntet ihr die Taschen mit Essen bringen? Sollten Danny und ich nicht auch bewaffnet sein? Fragte Ash und sah mich mit einem unleserlichen Gesichtsausdruck an. Drei Gewehre sollten ausreichen, sagte ich ruhig und drehte mich um, um ihn wissen zu lassen, dass es nicht zur Debatte stand. Verdammter Idiot! Es war ein Flüstern, aber ich hörte es und ich bin mir ziemlich sicher, die anderen haben es auch gehört. Ich fühlte einen Stich aus Wut, entschied mich aber so zu tun, als hätte ich die Beleidigung nicht gehört und lief zielstrebig den Hügel hinauf. Nichts für ungut, Isaac, sagte Ben laut und klatschte mir auf die Schulter. Aber das war eine verdammt ungemütliche Fahrt. Dann etwas leiser. Wir müssen ihn im Auge behalten. Ich nickte und fühlte Erleichterung, dass ich nicht der Einzige war, dem der mürrische Ash auf die Nerven ging. Es war jetzt späte Abend und die Schatten wurden länger. Wir überquerten die Straße und hielten uns auf dem Bürgersteig, als wir uns dem Krankenhaus näherten. Der Parkplatz des Krankenhauses war nicht groß, wie ich erwartet hatte. Aber es war genau, wie Danny es beschrieben hatte. Ein mit Stacheldraht gekrönter Maschentrahtzaun umschloss die gepflasterte Fläche. An dem Ende, von welchem wir uns näherten, gab es ein Tor mit einer Wachhütte daneben. Innerhalb der Umzäunung und auf der Rückseite befanden sich drei lange, fensterlose, transportable Gebäude. Es gab keine Anzeichen von Bewegung, keine Lebenszeichen. Ein schweres Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. Ben, kannst du Paul mitnehmen und die Umzäunung umrunden? Vergewissere dich nur, dass nichts Ungewöhnliches und keine Brüche im Zaun zu sehen sind. Vielleicht sind sie schon gekommen. Sicher. Ich sah, wie sie mit ihren Waffen in der Hand über die Straße rannten und sich dann umtreten, um die Gebäude auf jedes Anzeichen von Bewegung zu beobachten. Es war nichts zu sehen. Die Jungen waren nach ein paar Minuten zurück, ohne etwas berichten zu können. Es gab nichts anderes zu tun, als das Tor aufzubrechen und die Gebäude zu überprüfen. Kommt schon. Wir überquerten die Straße. Ich hatte genug gesehen, sodass ich mir keine Sorgen mehr über die chinesische Armee machte. Aber nach meiner Erfahrung in der Bibliothek fürchtete ich, was wir in den Gebäuden finden könnten. Das Tor war mit einer schweren Kette und einem Vorhängeschloss gesichert, was den provisorischen Charakter des Lagers unterstrich. Wäre es eine dauerhafte Struktur gewesen, hätte es sicher elektrische Zäune und vielleicht eine Beleuchtung gehabt. Ich trat an das Tor heran und scannte den Zaun erneut, um sicherzustellen, dass ich keine Stromkästen oder Kabel sehen konnte. Besser paranoid sein als tot. Vorsichtig legte ich meine Hände auf das Kettenkleid, immer noch misstrauisch und bereit, meine Hände wegzureißen. Nichts als kaltes Metall. Ich versuchte, das Tor aufzuziehen, rüttelte ein wenig daran, bevor ich nach dem Vorhängeschloss griff und auch daran ruckelte. Das Klirren des Metalls war laut in der Stille der Geisterstadt, aber ich machte mir mehr Sorgen darüber, wie wir es aufbrechen könnten. Soll ich versuchen, es aufzuschießen? fragte ich, als ich die Pistole aus meinem Gürtel zog. Ich habe es in Filmen gesehen, bin mir aber nicht sicher, ob es so einfach ist, wie sie es in James Bond aussehen lassen, sagte Ben. Vielleicht hat die Feuerwach ein paar Bolzenschneider, sagte Danny vernünftig. Natürlich, ich schlug mir auf die Stirn. Gut mitgedacht, Danny. Er merkte, dass ich anfing, ihn zu mögen. Warte, sagte Ben und ging zum Stand der Wache. Nach ein paar Sekunden schrie er triumphierend auf und ging mit einem Schlüsselbund in der Hand heraus. Das könnte eine Weile dauern, sagte er verlegen. An diesem Ding sind tausend Schlüssel. Nun, das einzige, wovon wir viel haben, ist Zeit, sagte Paul. Wir traten zur Seite und Ben begann, einen Schlüssel nach dem anderen abzuarbeiten. Während wir warteten, hätte ich mit Ash und Danny sprechen sollen. Es wäre ein idealer Zeitpunkt gewesen, um zu versuchen, sie kennenzulernen und vielleicht damit zu beginnen, sie in unsere Gruppe zu integrieren. Ich war allerdings zu besorgt, denn der Fund in der Bibliothek verfolgte mich noch immer in meinen Gedanken. Ich hatte das unerschütterliche Gefühl, dass wir, wenn wir durch das Tor gingen, auch diese Gebäude voller toter Amerikaner vorfinden würden. Ja, es schien wie eine Stunde, bis Ben endlich das Schloss öffnete und begann, die Kette vom Tor zu lösen. Aber in Wirklichkeit dauerte es nicht länger als fünf Minuten. Sie fiel mit einem schweren Klirren auf den Asphalt und er schob das Tor triumphierend auf. Wir gingen zögernd hindurch. Alles war still. Aus der Richtung der Gebäude konnte ich nichts hören. Ich drehte mich zu den anderen um. Wartet hier, ich werde nachsehen. Wer hat diesen Kerl zum Anführer gemacht? fragte Ash unhöflich. Das haben tatsächlich wir getan, hörte ich die abgeschnittenen Töne von Bens verärgerter Stimme. Ich schlage vor, du hältst den Mund. Ich näherte mich dem ersten der Gebäude, angestrengt, um irgendein Lebenszeichen zu hören. Meine Hand schweiß nass am Griff meiner Pistole. Ich konnte nichts hören. Eine Reihe von drei Metallstufen führte zur Tür. Ich hielt inne und holte tief Luft, bevor ich meinen Fuß auf die unterste Stufe stellte. Sie knarrte und das Bauwerk verschob sich leicht, als ich mein ganzes Gewicht darauf legte. Als Reaktion darauf gab es ein Quietschen von innen. Es wurde so schnell gestoppt, dass ich mich fragte, ob ich es gehört hatte. Was war das? rief Ben von hinten. Seine Frage beruhigte mich, dass ich nicht halluzinierte. Mit einem Gefühl der Erleichterung griff ich nach oben und zog die Tür auf. Dunkelheit begrüßte mich. Dann ein Trönen und ein schrecklicher Aufprall. Plötzlich ertappte ich mich dabei, wie ich rückwärts flog. Ich landete hart. Mein Hinterkopf knallte gegen den Asphalt, als das volle Gewicht meines Angreifers schwer auf mich herabkam. Der Atem quoll aus meinen Lungen und ich lag wie betäubt und keuchend da, während ich versuchte, nach Luft zu schnappen. Etwas schlug mir ins Gesicht und ich spürte, wie eine Hand wanderte, um die Waffe aus meinen tauben Fingern zu befreien. Es störte mich nicht. Ich machte mir nur Sorgen, weil ich versuchte zu atmen und herauszufinden, warum alle schrien. Ich schloss meine Augen. Kapitel 8 Ich versuchte, das unaufhörliche Klopfen auf meine Wangen zu ignorieren. Ich fühlte mich so warm und behaglich, dass ich einfach nur noch etwas länger schlafen wollte. Isaac, wach auf, Kumpel! Isaac! Ich bemühte mich, den Stimmen noch ein wenig länger zu widerstehen und ließ mich dann widerwillig ins Bewusstsein schweben. Ich öffnete meine Augen. Die besorgten Gesichter von Danny und Ben umrahmten den grauen Himmel. Er ist aufgewacht. Ich kam zu meinen Sinnen und erinnerte mich, wo ich war. Ich versuchte sofort, mich aufzusetzen, aber Ben hielt mich sanft fest. Ruhig, Isaac, du hast einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Es geht mir gut, denke ich. Dieses Mal half er mir, mich aufzusetzen und meine Waffe fiel mir aus den Fingern. Ich erinnerte mich schlagartig daran, wie ich in die Position gekommen war, in der ich mich befand und verdrehte meinen Kopf, um nach meinem Angreifer zu suchen. Ich drehte ihn ein wenig zu schnell und die Welt drehte sich. Als ich schließlich aufhörte, sich zu drehen, konnte ich mich konzentrieren. Ich sah Paul ein paar Meter entfernt, seine Waffe auf den Fremden gerichtet, der mich angegriffen hatte. Der Junge war groß und stämmig und trug einen grauen Overall. Er sah ruhig, aber trotzig aus, als er seine Hände hochhielt. Ben half mir auf die Beine und hob meine Waffe für mich auf. Du hast wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Darauf müssen wir ein Auge werfen. Mir geht es gut, sagte ich und berührte mit meiner Hand meinen Hinterkopf, bevor ich sie vor meine Augen hielt. Kein Blut. Das war ein positives Zeichen. Wie lange war ich bewusstlos? Ein paar Sekunden, antwortete Danny. Ist noch jemand rausgekommen? Nein. Ich sah mir den Jungen aus dem transportablen Gebäude an. Wir sind nicht hier, um jemandem wehzutun. Wie viele von euch sind da drin? Angesichts seiner Größe war ich ziemlich sicher, dass er es nicht war, der für das hohe Quietschen verantwortlich war, das ich gehört hatte, bevor ich die Tür öffnete. Er antwortete nicht und starrte mich nur mit einem angepissten Blick an. Ich ging rüber zu Paul. Wenn er eine Bewegung macht, schieß ihm in den Kopf, sagte ich mit einer Stimme, die leise genug war, um nicht zu den Gebäuden getragen zu werden. Aber laut genug war, dass unser Gefangener sie hören konnte. Der Fremde belohnte mich mit einem großäugigen Blick. Wird gemacht, antwortete Paul, was überhaupt nicht überzeugend klang. Ich ging ein paar Schritte auf das erste Gebäude zu. Ich weiß, dass ihr mich da drin hören könnt. Wir sind nicht hier, um euch zu verletzen. Wir sind hier, um euch zu befreien und euch etwas zu essen zu geben. Verlasst das Gebäude einer nach dem anderen mit erhobenen Händen. Es gab aus keinem der Gebäude irgendwelche Geräusche. Mein Kopf tat weh und ich wurde jetzt etwas ungeduldig. Ich pirschte mich an das mittlere Gebäude heran und schlug dreimal mit der flachen Hand gegen die Metallwand. Jemand im Inneren schrie. Kommt mit erhobenen Händen heraus. Niemand wird euch etwas tun. Wir sind Amerikaner. Die Chinesen sind weg. Ihr könnt rauskommen. Wir hörten Knarren und Bewegungen in den Gebäuden, bevor ein blondes Mädchen ihren Kopf aus der Tür des Gebäudes streckte, aus dem ich so unhöflich herausgeschleudert worden war. Sie sah etwa 13 Jahre alt aus. Ihr Gesicht war hager und blass und sie trug denselben grauen Overall wie mein Angreifer. Es ist in Ordnung, sagte ich lächelnd und forderte sie auf, herauszukommen. Sie bewegte sich nicht, sondern schaute den Kerl an, der mich angesprungen hatte. Sein Mund war krimmig, aber er nickte. Das Mädchen trat heraus und es folgten weitere, als sich auch die Türen der beiden anderen Gebäude öffneten. Ziemlich bald hatten wir eine Menge Kinder vor uns stehen. Sie waren zwischen 10 und 16 Jahre alt und repräsentierten einen guten Querschnitt der Bevölkerung unserer Nation. Ehemaligen Bevölkerung. Das bedeutete, falls du es nicht bemerkt hast, dass es keine Asiaten gab. Ben behalte sie im Auge. Danny, kannst du eine Zählung machen? Ich ging kurz in jedes der Gebäude, um sicherzugehen, dass niemand zurückblieb. Die Bedingungen, unter denen sie gelebt hatten, waren entsetzlich. Der Boden war mit Matratzen ausgekleidet, es gab keinen Platz zum Sitzen oder Stehen. Später erzählten sie mir, dass die Chinesen sie vom Morgenkrauen bis zur Abenddämmerung arbeiten ließen und nach einem Abendessen, das sie auf dem Asphalt des ehemaligen Parkplatzes sitzend eingenommen hatten, wurden sie nachts in den Gebäuden eingeschlossen. In jedem der Gebäude gab es ein Waschbecken und eine Handvoll übel riechender Eimer. Ich testete den Wasserhahn im ersten Gebäude und ein kühler Wasserstrahl floss aus ihm. Zumindest waren sie nicht durstig geworden. Niemand hatte sich versteckt. Ich überprüfte die beiden anderen Gebäude und ignorierte dabei den Gestank, sowohl aus den Eimern als auch aus der Toilette, einer einfachen Grube an der Ecke des Geländes, in die die Kinder jeden Morgen gezwungen worden waren, die Eimer zu leeren. Ich trat aus dem letzten Gebäude heraus und schielte in das Licht des späten Nachmittags. Mein Kopf schmerzte ein wenig, aber ansonsten fühlte ich mich gut. Dann bemerkte ich, dass Ash weg war. Wo ist Ash? Meine Freunde schauten überrascht in diese und jene Richtung. Vor ein paar Minuten war er noch hier, sagte Paul. Da bin ich mir sicher. Wenn du den großen Kern mit der Klatze meinst, der ist hier abgehauen, als du noch am Boden lagst, sagte der Junge, der mich niedergeschlagen hatte. Verdammt, sagte ich. Ich dachte kurz daran, ihn zu verfolgen, aber dann wären wir hier unterbesetzt. Jetzt können wir nicht mehr viel dagegen tun. Danny, wie sieht's aus? 27, zwölf Mädchen und 15 Jungen. Okay, geben wir ihnen etwas zu essen, sagte ich und wandte mich an die Menge der Kinder. Ich weiß, es wird langsam kühl, aber ich möchte, dass ihr euch alle auf den Boden setzt und wir reichen euch etwas zu essen. Es gab keinen Streit, als Danny und Ben damit begannen, die Süßigkeiten und Trockenfrüchte zu verteilen, die sie aus dem Laden ergattern konnten. Ich ging zu unserem Gefangenen hinüber. Ich war ein wenig abgelenkt. Wenn Ash mit dem Hammer geflohen war, bedeutete das, dass er auch den kleinen Waffenvorrat hatte, den wir da drin gelassen hatten. Ich wusste, dass wir noch mehr finden könnten. Aber der Gedanke, dass er bis an die Zähne bewaffnet herumlief, gefiel mir nicht. Vor allem, wenn die Wahrscheinlichkeit groß war, dass wir ihm wieder über den Weg laufen könnten. Ich schob den Gedanken in den Hintergrund. Später hätte ich viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Du kannst deine Hände jetzt runternehmen. Danke, sagte er und senkte vorsichtig die Arme. Entschuldige den Schlag, den du erlitten hast. Ich lächelte reumütig und streckte meine Hand aus. Keine Sorge, ich hätte wahrscheinlich das Gleiche getan. Ich bin Isaac. Ich bin Jamal. Ben, rief ich. Das ist Jamal. Kannst du ihm etwas zu essen geben? Nein, macht euch keine Sorgen um mich. Ich kann noch ein wenig länger warten. Lasst die anderen erst essen. Ich wüsste lieber, was ihr für uns geplant habt. Trotz unserer unheilvollen Begegnung hatte ich bei Jamal sofort ein gutes Gefühl. Er war wie ein Athlet gebaut, aber ich merkte, dass auch er ein Denker war und im Gegensatz zu meiner jüngsten Erfahrung mit Ash schien Jamal sofort vertrauenswürdiger. Du bist der Leiter der Gruppe? Fragte ich. Nicht wirklich. Ich meine, wir haben nie abgestimmt oder so. Ich schätze, ich bin einfach der Älteste und Stärkste. Okay. Nun, was Pläne betrifft, so haben wir nicht wirklich welche. Wir wussten nicht, was wir vorfinden würden, als wir die Türen geöffnet haben. Ich hatte das Schlimmste erwartet. Ich schätze, wir haben einige Optionen für euch, aber das hängt von ein paar Dingen ab. Setzen wir uns dort drüben hin und unterhalten uns. Danny, gib diese Tasche Paul, du kannst an diesem Gespräch teilnehmen. Wir gingen und setzten uns auf eine Bank in der Nähe des vorderen Teils des Geländes. Danny reichte Jamal zwei Milky Ways, als wir uns setzten und trotz seiner früheren Proteste schlang der Junge sich schnell hinunter. Ich möchte nur sagen, dass ich nicht wusste, dass Ash das tun würde. Es tut mir wirklich leid. Er war immer ein bisschen komisch. Er hat mir manchmal Angst gemacht, sagte Danny. Es ist okay. Ich konnte sehen, dass er einige Probleme hatte. Hattest du irgendwelche Probleme mit ihm? Danny zuckte die Schultern. Nun, er hat mich irgendwie schikaniert. Normalerweise nach... Nach was? Hackte ich nach. Nun, manchmal kam einer der Soldaten des Generals mitten in der Nacht und holte ihn ab und brachte ihn zum General. Er würde nie sagen, was passiert ist, aber ich wusste, dass es nicht gut war. Er war noch Tage danach wirklich gemein zu mir. Ich dachte, ich wüsste, was passiert war und es machte mich ganz krank. Kein Wunder, dass der arme Bastard so verkorkst war. Schau, sagte ich zu Danny. Ich werfe dir nicht vor, dass er abgehauen ist. Ich hätte ihn besser im Auge behalten sollen. Ich wusste, dass etwas nicht ganz stimmt. Er nickte. Wo seid ihr alle hergekommen? fragte Jamal. Ich verbrachte die nächsten zehn Minuten damit, ihnen beiden von unserer Gruppe und der Reise zu erzählen, die in Rhode Island begonnen hatte, was mir wie vor einer Ewigkeit vorkam. Kaum zu glauben, dass es weniger als sechs Monate her war. Ich erzählte ihnen nur ein wenig über das Tal und wollte nicht riskieren, zu viel preiszugeben, obwohl ich fast sicher war, dass sie in Ordnung waren. Was ist mit dir und dem Rest von ihnen? Jamal erklärte, dass er und die meisten der anderen Kinder im Lager aus ganz New Hampshire zusammengetrieben worden waren, zusammen mit einer Handvoll aus Massachusetts. Keiner von uns sprach über die Tage davor. Wenn er wie ich fühlte, wollte auch er den Schmerz dieser Erinnerungen vermeiden. Was ist mit dir und Ash, Danny? Weißt du, woher er kam? Danny und Ash waren auch in Massachusetts, in Boston selbst gewesen, als die Krippe ausgebrochen war. Auch er erwähnte nicht seine Familie oder was mit ihr geschehen war. Wir waren in einem Lager, das etwa zehnmal größer war als dieses. Wir taten wohl dasselbe, nämlich die Leichen in der Innenstadt beseitigen. Ich glaube, es sollte eines ihrer Hauptzentren werden. Wie seid ihr beim General gelandet? fragte ich. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich meine, er hat uns ausgewählt, aber ich weiß nicht warum. Wir hatten gerade in der Washington Street gearbeitet, als sein Auto vorfuhr. Es war, als ob er unsere Crew inspizierte, dann auf mich zeigte und ein paar Sekunden später Ash. Das nächste, was ich weiß, war, dass wir in einen Lastwagen gesetzt und hierher nach Plymouth gefahren wurden. Wir wurden zu dem Gebäude gebracht, in welchem du uns gefunden hast und ein paar Tage später tauchte der General auf. Da wurden uns die Uniformen ausgehändigt und wir ließen uns die Köpfe rasieren. Ein englischsprachiger Mann sagte uns, dass das uns eine große Ehre zuteil würde und wir für den General als seine persönlichen Diener arbeiten würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm die Aufgabe übertragen wurde, New Hampshire zu regieren. Er hatte eine große Karte davon in seinem Büro, obwohl ich vieles davon nicht wirklich verstehen konnte, aber ich konnte überall Stecknadeln und anderes Zeug sehen und sie wurden gelegentlich bewegt, als ob sie Truppenbewegungen verfolgen würden vielleicht. Seltsam, dass sie sich für Plymouth entschieden haben, sagte Jamal. Das ist nicht gerade zentral. Ich zuckte die Achseln. Ich fing an zu glauben, dass die Chinesen möglicherweise viel früher etwas über die Anlage im Drake Mountain wussten, als wir dachten. Wie dem auch sei, das war jetzt überflüssig. Tatsache war, dass sie weg waren. Zumindest vorerst. Und wir mussten weitermachen und hoffen, dass sie nicht zurückkommen würden. Und was jetzt? fragte Jamal. Das kommt darauf an. Es steht jedem frei, seinen eigenen Weg zu gehen oder zu tun, was er will. Die Chinesen sind hoffentlich für immer verschwunden, aber wir wissen nicht genau, wie wirksam das Virus des Professors war. Ziemlich effektiv, würde ich sagen, sagte Danny. Ja, aber Tatsache ist, dass sie sich vielleicht nur in den nächsten Start zurückgezogen haben und vielleicht wieder zurückkommen, wenn sich das Virus aufgelöst hat. Das können wir nicht wirklich wissen, wie dem auch sei. Ich muss es zuerst mit Ben und Paul noch einmal überprüfen. Aber ich denke, wenn jemand will, kann er mit uns ins Tal zurückkommen. Ihr macht euch keine Sorgen, dass Fremde kommen und Ärger machen? fragte Jamal. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, aber wir wissen auch, dass wir nicht alle isoliert leben können. Wenn wir irgendeine Art von Leben führen wollen, müssen wir mit anderen in Verbindung treten. Je mehr es von uns gibt, desto stärker werden wir sein. Okay, sagte Jamal. Schau, ich kann nicht für alle hier sprechen, aber vor nicht allzu langer Zeit dachte ich, ich werde hinter diesen Zäunen sterben. Wenn ihr mir eine Chance gebt, komme ich mit euch zurück und arbeite mir den Arsch ab, um ein Teil dessen zu sein, was ihr erschafft. Ich auch, sagte Danny. Ich nickte. Okay, ich werde mit Ben und Paul reden. Kannst du die Verteilung des Essens übernehmen? Ben und Paul setzten sich ein paar Minuten später zu mir auf die Bank. Ich möchte jedem, der es möchte, die Chance geben, mit uns zurück ins Tal zu kommen. Pauls Augen weiteten sich hinter seiner Brille. Ist das nicht gefährlich? Vielleicht, sagte ich ehrlich. Aber es ist jetzt eine gefährliche Welt und wie Luke sagte, müssen wir uns ausdehnen, um zu überleben. Ich hatte nur nicht erwartet, dass sich die Gelegenheit so schnell ergeben würde. Ich denke, es ist eine gute Idee, stimmte Ben zu. Wir können diese Kinder nicht einfach sich selbst überlassen. Sie sind seit der Invasion eingesperrt. Wir müssen es ihnen zumindest anbieten. Paul nickte. Ich schätze, ihr habt mir eine zweite Chance gegeben. Das scheint mir das christlichste zu sein, was man tun kann. Ich ziehe es vor, es als das menschlichste zu betrachten, sagte ich. Zumindest im Moment sind wir keine Amerikaner, Christen, Engländer oder sonst irgendetwas, außer Überlebende. Und wir müssen anfangen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Hört, hört, sagte Ben. Kommt schon. Ich stand auf und ging dorthin, wo die Kinder saßen und das Essen und Wasser verzehrten, das wir ihnen gebracht hatten. Paul und Ben standen unterstützend neben mir. Es war komisch. Selbst nach allem, was ich gesehen und durchgemacht hatte, war ich immer noch nervös, als ich vor all den Kindern stand. Hallo, alle zusammen. Mein Name ist Isaac Grace und das sind meine Freunde Ben und Paul. Wir sind Teil einer größeren Gruppe und haben uns in einem Tal nicht weit von hier niedergelassen. Wir möchten euch die Möglichkeit bieten, mit uns zurückzukommen und dort mit uns als Teil einer Gemeinschaft zu leben. Euch ist sicher klar, dass die Chinesen weg sind. Sie sind vielleicht für immer weg oder vielleicht auch nicht. Im Moment kann man das nicht sagen. Aber für uns Überlebende ist die beste Chance, weiter zu überleben, wenn wir zusammenhalten. Ein rothaariges Mädchen vorne erhob die Hand. Hast du eine Frage? Ja. Wie viele von euch gibt es? Im Moment sind wir neun. Das sind nicht viele, sagte sie unverblümt. Stimmt, aber wir haben viel durchgemacht. Wir haben Waffen und einen sicheren Ort, um einen Neuanfang zu versuchen. Jeder, der kommen möchte, ist willkommen. Wir bitten nur darum, dass ihr euch an die von uns aufgestellten Regeln haltet. Jeder, der das nicht tut, wird weggeschickt. Niemand protestierte dagegen und es gab keine weiteren Fragen. In Ordnung. Zeit, sich zu entscheiden. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, steht bitte auf und bewegt euch zu meiner Rechten. Es gab eine hektische Bewegung, als fast alle aufstanden und zu meiner Rechten stürften. Am Ende blieb nur eine Gruppe von drei Personen sitzen. Zwei Jungen und ein Mädchen. Sie alle hatten sandfarbenes Haar und waren eindeutig verwandt. Bist du sicher, Jimmy? fragte Jamal. Ja, sagte der Junge, der der Älteste der drei zu sein schien. Wir werden nach Hause gehen. Wo ist zu Hause? fragte ich. Concord. Ich nickte. Ich erinnerte mich an Concord. Dort hatten wir die Bar gesprengt. Es war keine besonders glückliche Erinnerung. Damals schien es mir das Richtige gewesen zu sein, aber ich habe mich selbst immer wieder in Frage gestellt. Hätte ich es anders machen können? Laut Luke war es die Fähigkeit, mich selbst zur Verantwortung zu ziehen, die mich zu einer guten Fügungspersönlichkeit machte. Aber manchmal wünschte ich mir, ich könnte einfach eine Entscheidung treffen und mit dir fertig werden, ganz gleich, was die Konsequenzen wären. Okay, wenn du sicher bist. Ich wollte sie wirklich vor dieser Idee warnen. Sie bitten, mit uns zu kommen. Aber welches Recht hatte ich, das zu tun? Der junge Jimmy war in meinem Alter. Er hat es geschafft, genauso lange zu überleben wie ich und auch mit seinen Geschwistern. Ich war mir ziemlich sicher, dass er eine gute Vorstellung davon hatte, was ihn erwartete. Kannst du fahren? Es wäre schneller und sicherer, wenn ihr ein Auto nehmen könntet. Es können noch etwas Strecke zurücklegen, bevor es dunkel wird. Und danke für die Befreiung, sagte seine Schwester, als sie vorbeigingen. Auf dem Weg hinaus gaben sie alle Jamal ein High Five und er sah ihn mit einem nachdenklichen Blick hinterher. Wartet, rief ich Jimmy zu, kurz bevor er die anderen durch das Tor führte. Hier, nimm meine Waffe. Ich kann in der Stadt eine neue besorgen. Nein, danke, sagte er. Wirklich, wir kommen schon klar. Behalte sie. Er winkte ein letztes Mal und sie gingen durch das Tor. Glaubst du, sie kommen klar? Fragte ich Jamal. Ich weiß es nicht, sagte Jamal. Aber Jimmy ist kein Dummkopf, also hoffentlich ja. Nachdem Jimmy und seine Geschwister gegangen waren, steckten wir unsere Köpfe zusammen und beschlossen, dass es am besten wäre, die ganze Gruppe zurück zum Hauptquartier zu bringen, wo wir uns relativ bequem für die Nacht einquartieren konnten. Wir warteten, bis die anderen mit dem Essen und Trinken fertig waren und ein paar Minuten später gingen wir zurück in Richtung Feuerwache. Arschloch, sagte Paul atemlos. Ich wusste, mit dem Kerl stimmt was nicht. Wie ich befürchtet hatte, war der Hammer weg und die gesammelten Waffen mit ihm. Natürlich war ich wütend, dass ich Asch nicht besser im Auge behalten hatte. Aber ich tröstete mich, als wir zurück in die Stadt stapften, denn es war nicht das Schlimmste, was passieren konnte. Wie sehr ich mich doch geirrt hatte. Kapitel 9 Als wir zurück in die Stadt gingen und die strenge Gruppe von grau gekleideten Flüchtlingen anführten, begann ich, einen Aktionsplan für unsere Rückkehr in das verlassene chinesische Hauptquartier zu formulieren. Ich würde Paul, Ben und Danny losschicken, um weitere Waffen und Lebensmittel zu suchen, während Jamal und ich den Rest der Flüchtlinge für die Nacht einquartieren würden. Ich drehte mich um, um es mit Jamal zu besprechen, als wir auf die Hauptstraße der Stadt einbogen und am Postamt vorbeigingen. Wenn wir dort ankommen, ich wurde von lauten, schnellen Schüssen unterbrochen, die durch die leeren Straßen halten. Jeder von uns fiel zu Boden. Einige der Kinder schrien und Jamal brachte sie schnell zum Schweigen. Wir sahen uns alle verzweifelt an. Es kam aus Richtung der Brücke, rief Ben von der Rückseite der Kolonne. Ich verlor keine Zeit. Ich rannte schnell zur Tür des Postamts. Glücklicherweise war sie unverschlossen und nachdem ich schnell geprüft hatte, ob sie leer war, winkte ich den anderen zu. Er bringt sie hier rein, schnell! Jamal kam zu mir an die Tür und half mir, seine Leute durch die Tür zu führen. Verlasst das Gebäude nicht, bis einer von uns zurückkommt, um euch zu holen, sagte ich ihm. Paul, Ben, kommt mit mir. Ich wartete nicht darauf, dass sie antworteten, sondern rannte einfach mit der Waffe in der Hand und meinem klopfenden Herzen in der Brust die Straße hinunter. Es gab einen schwachen Schrei. Es klang wie ein Mädchen, gefolgt von weiteren Schüssen, die ebenso schnell ertönten und verklangen. Wir rannten den Bürgersteig entlang und hielten uns dabei so nah wie möglich an der Wand der Geschäfte und Gebäude. Ein paar Minuten lang gab es keine Schüsse und schließlich konnten wir den Kreisverkehr sehen. Wir hörten wieder Schrei, konnten aber die Worte nicht verstehen, bis auf zwei die recht deutlich waren. Nein, bitte! Die erhobene und flehende Stimme wurde durch einen letzten Schuss unterbrochen. Eine Flut von Gedanken schoss mir durch den Kopf. Der wichtigste unter ihnen war die Tatsache, dass ich Ash töten würde, sobald ich ihn sehen würde. Das war sein Werk. Es musste so sein. Ich versuchte nicht, an Jimmy und seine Geschwister zu denken. Über das Stampfen unserer Füße hinweg hörte ich das Quietschen der Reifen, als wir die Kreuzung erreichten und der gestohlene Hammer davon raste. Scheiße, sagte Ben. Als ich dann hinter Ash herlief, sah ich die erste Leiche. Es war Jimmys Schwester, das Mädchen, das ich etwa zehn Minuten zuvor bei mir dafür bedankt hatte, dass ich sie befreit hatte. Ich habe nicht genau hingesehen. Ich wollte es auch nicht. Ich konnte sehen, dass sie tot war. In der Mitte ihres grauen Oberteils befand sich ein blutiges, zerlummtes Durcheinander. Nur wenige Meter hinter ihr lag die Leiche ihres jüngeren Bruders. Mit dem Gesicht nach unten, von hinten erschossen, als er weggelaufen war. Eine blutige Spur von Wunden verlief von seinem Gesäß bis zu seiner Schulter. Ihr großer Bruder Jimmy befand sich auf der anderen Seite der Straße. Er lag auf dem Rücken, halb in der Gosse, halb auf dem Bürgersteig. Seine Augen starrten lieblos in den Himmel. Wut überkam mich und als ich auf die Brücke rannte, begann ich mit meiner Handfeuerwaffe nutzlos auf das schnell davonfahrende Fahrzeug zu schießen. Ich rannte weiter und brückte den Abzug, selbst nachdem ich das Magazin entleert hatte. Du verdammter Feigling, schrie ich und schaffte es bis zur Hälfte der Brücke, bevor ich schließlich anhielt und mich bückte, die Hände auf den Knien und die Brust erhoben, während ich versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Ich fiel auf meinen Hintern und saß lange Zeit im Schneidersitz auf der Brücke und versuchte herauszufinden, was wir hätten anders machen können. Schließlich hörte ich Schritte hinter mir. Geht es dir gut? fragte Ben. Ich holte tief und unregelmäßig Luft, stand auf und strich mir die Haare aus dem Gesicht. Ja, sagte ich leise. Ich dachte nur, wir wären fertig mit dem Scheiß. Ich glaube nicht, dass wir jemals damit fertig sein werden, Kumpel. Wie Luke sagt, das ist menschliche Natur. Ich antwortete nicht darauf. Ich konnte nicht, auch wenn ich gegen die Ungerechtigkeit wüten und schimpfen wollte. Das Lustige war, dass ich, so müde ich von all den Toten und dem Gemetzel seit der Invasion war, wusste, dass ich, wenn Ash plötzlich das Fahrzeug wenden und zurückkommen würde, ihn auf der Stelle töten und die Arbeit genießen würde. Wo ist Paul? fragte ich, drehte um und lief über die Brücke zurück. Er ist zurückgegangen, um den anderen zu sagen, dass sie rauskommen könnten, sagte aber, dass er sie für etwa 15 Minuten oder so zurückhalten würde, damit wir Zeit hätten, die Leichen wegzuräumen. Ich legte meine Hand auf seine Schulter, als ich den Bruch in seiner Stimme hörte. Manchmal vergaß ich, dass dies für andere Menschen genauso hart war wie für mich. Komm schon, wir fangen besser an. Wir brachten die Leichen, eine nach der anderen, in ein verlassenes Haus in der Nähe des Kreisverkehrs. Es war eine schreckliche Aufgabe und ich befürchtete, dass ich sie noch viele Male erledigen müsste, bevor jemand an der Reihe war, sie für mich zu erledigen. Getreu seinem Wort führte Paul die anderen etwa 20 Minuten später zum Hauptquartier. Niemand stellte die Frage, die ich befürchtete, obwohl ich sah, wie einige von ihnen auf die blutigen Flecken auf der Straße und auf den Bürgersteig schauten, als wir sie wegführten. Ich konnte den Schock in Jamals Gesicht sehen, als wir die letzten Kinder in das Gebäude brachten. Er wusste ganz klar, was passiert war, ohne dass ich es aussprechen musste. Das ganze Ereignis war umso schockierender, da wir erst wenige Minuten zuvor mit den drei Opfern gesprochen hatten. Wir sprachen kurz miteinander und ich bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Er weinte nicht, war aber sichtlich aufgebracht, genau wie Danny. Tatsächlich schien der Junge mit dem rasierten Kopf es schwerer zu ertragen als jeder andere. Es ist nicht deine Schuld, Danny, sagte ich und legte meinen Arm um seine Schulter, als wir Jamal nach drinnen folgten. Ich sagte ihm in dieser Nacht mehrmals dasselbe. Aber er sah nie so aus, als würde er es voll und ganz glauben. Wir versuchten, den geretteten Kindern an diesem Abend eine gesündere Mahlzeit anzubieten. Ein weiterer Besuch im Lagerraum des Marktes auf der anderen Straßenseite ergab zwei Kisten mit Dosenbohnen. Es war chaotisch, wir hatten nichts woraus oder mit dem wir essen konnten. Also aßen sie die kalten Bohnen mit den Fingern ungeschickt aus den Dosen. Es gab keine Beschwerden. Tatsächlich verschlangen sie das Essen, als gäbe es kein Morgen. Nachdem wir die Kinder in den Zimmern im Erdgeschoss untergebracht hatten, setzten Ben, Paul, Danny, Jamal und ich uns in die Empfangshalle und entspannten uns. Unser Gespräch war produktiv, aber gezügelt. Ich glaube, wir standen alle noch unter dem Schock der jüngsten Morde. Wir erzählten den beiden Jungen mehr über das Tal und unsere Hoffnungen, daraus ein Heim zu machen, indem wir in absehbarer Zukunft leben können. Sie zeigten sich begeistert und versprachen, uns mit aller Kraft zu helfen. Nach etwa einer Stunde legten wir uns zum Schlafen nieder, aber es dauerte noch mindestens eine Stunde, bis ich einschlief. Ich ging die Ereignisse des Tages immer wieder in meinem Kopf durch und versuchte zu überlegen, wie ich mit der Situation besser hätte umgehen können. Da ich aus der Situation gelernt hatte, gab ich mir das Versprechen, von nun an besser auf meine Instinkte zu vertrauen. Wenn ich ihnen in Bezug auf Ash vertraut hätte, dann hätte ich an diesem Tag möglicherweise drei Leben retten können. Ich hörte auf, mich deswegen selbst fertig zu machen. Am Ende lag die Schuld bei dem Täter und ich hoffte, dass ich eines Tages in der Lage sein würde, Jimmy und seinen Geschwistern etwas Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Als ich schließlich einschlief, war es ein tiefer, von Träumen geplagter Schlaf. Am nächsten Morgen servierten wir ein nicht so nahrhaftes, aber einfaches Frühstück aus M&Ms und Pringles. Wir hatten genug für alle, sodass jeder mindestens eine Handvoll der Süßigkeiten und einen Stapel von fünf Pringles bekommen konnte. Es gab keine Beschwerden, obwohl der Karton mit den Pringles-Dosen, den wir vorfanden, weit über das Verfallsdatum hinaus und ein wenig abgestanden war. Verglichen mit dem, was sie nach der Abreise der Chinesen gegessen hatten, sie waren verzweifelt genug, um Gras und Blätter zu verzehren, war es ein wahres Festmahl. Ich gab Paul die Liste der Mädchensachen, die Indigo mir gegeben hatte und beauftragte ihn, sie in der Drogerie zu finden, zu der Danny uns den Weg gezeigt hatte. Er nahm drei Jungs aus der Sträflingskolonne mit. Ben, Danny und ich holten noch mehr Lebensmittel aus dem Supermarkt, den wir am Vortag geplündert hatten. Diesmal räumten wir die Regale mit Konserven und Trockennahrung leer. Dinge, die noch lange Zeit nach unserer Rückkehr haltbar sein würden. Natürlich haben wir auch Süßigkeiten und pikante Snacks aus dem Regal genommen, wobei Danny triumphierend schrie, als er die letzte Packung Oreos aus dem Regal holte. Selbst als ich ihn anlächelte, sah ich, wie sich sein Ausdruck der Freude in einen Ausdruck der Traurigkeit verwandelte. Was ist los, Danny? Ist dir klar, dass das hier die letzte Packung Oreos in den ganzen Vereinigten Staaten sein könnte? Ich glaube nicht, dass es die letzte sein wird. Aber es könnte einfach die letzte Packung sein, die wir jemals sehen werden, sagte ich. Ich liebe diese Dinger, sagte Ben, als er um die Ecke kam. Ihr Amis habt ein paar seltsame Dinge, die ihr mögt, wie Erdnussbutter und Gelie-Sandwiches. Aber ich mag Oreos wirklich gerne. Lass die uns essen, sagte Danny. Es gibt nicht genug für alle, also ist es sinnlos, zu versuchen, mit allen anderen zu teilen. Jetzt? fragte Ben und schob einen Wagen vom Gang aus parallel zu unserem Gang herum. Er hatte das Gespräch aus dem nächsten Gang gehört. Warum nicht? fragte Danny. Okay, aber du brauchst Milch, wenn du Oreos haben willst, sagte der englische Junge, griff in den Wagen, den er rollte und holte einen Liter haltbarer Milch heraus. Wir saßen in einem Kreis auf dem Boden und Danny riss die Packung auf und verteilte an jeden von uns die gleiche Anzahl von Keksen. Wir konnten unsere Kekse nicht eintunken, waren aber damit zufrieden, abwechselnd die Milch zu trinken. Ich hatte nie wieder einen anderen Oreo, aber ich erinnere mich noch gut an diese wenigen Minuten, die ich mit meinen Freunden teilte. Wir kamen mit vier Wagenladungen mit Waren zurück zum Hauptquartier und Paul und seine Mannschaft kamen einige Minuten später mit vier weiteren beladenen Wagen zu uns. Ich bemerkte sofort die glänzenden, schwarzen Stiefel, die er trug. Schöne Stiefel, wie lief es? fragte ich ihn. Toll, sagte er und sah dabei zufrieden mit sich selbst aus. Ich habe alles auf der Liste und auch noch ein paar Dinge wie Schmerzmittel, Antibiotika und Verbandszeug. Er hatte sich wirklich selbst übertroffen. Auf dem Rückweg von der Apotheke war er in einen kleinen Eisenwarenladen eingebrochen und hatte auch einen Werkzeugkasten, Taschenlampen und Kisten voller Batterien mitgebracht. Er hatte sogar zwei große Müllsäcke mit Kleidern und Stiefeln gefunden. Tolle Arbeit. Okay, lasst uns diese Hammer überprüfen. Ich will mit mindestens zwei davon zurückgehen. Wir hatten definitiv Glück. Auf dem hinteren Parkplatz fand Jamal einen Hammer, dessen Laderaum ein ganzes Arsenal an automatischen Waffen, zwei Kisten mit Munition, eine Kiste mit Raketenwerfern und eine weitere mit Granaten enthielt. Er rief mich herbei, um sie mir zu zeigen. Wow, Gott sei Dank war das nicht der, bei dem Ash und ich zuerst gestolpert sind. Das kannst du laut sagen, sagte Jamal. Hier ist noch einer. Wir stiegen jeweils in einen ein und fuhren die beiden Hammer vor. Wir beluden den Laderaum und den Rücksitz des zweiten Fahrzeugs mit den Lebensmitteln und Vorräten. Dann wandten wir uns unserer letzten Aufgabe zu, dem Transport aller Kinder, die wir gerettet hatten. Da es an Fahrern fehlte, war es nicht möglich, mehr als zwei Hammer mitzunehmen. Um alle Flüchtlinge aus dem Lager zu holen, hätten wir einen ganzen Konvoi von ihnen gebraucht. Was wir brauchten, war ein Bus. Bald hatten wir unsere Antwort, als eines der einheimischen Kinder aus Jamals Gruppe vorschlug, dass sein Schulbus in der Lage wäre, alle zu befördern. Fantastisch, sagte ich. Toller Vorschlag. Wie ist dein Name? Andrew, sagte das sommersprossige Kind mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck. Toll, danke Andrew. Jamal, warum nimmst du nicht Andrew und schaust, ob du den Bus starten und hierher zurückfahren kannst? Klar doch, komm schon, Andrew. Sie setzten sich in Bewegung und ich hatte einen Gedanken. Jamal, warte. Er drehte sich um, als ich die Pistole aus meinem Gürtel zog. Ich beklagte den kurzen Blitz der Angst, den ich in seinen Augen sah, bevor ich den Griff zu ihm trete. Hier, nur für alle Fälle. Bist du sicher? Fragte er. Sehr sicher, sagte ich aufrichtig und hielt seinen Blick stand. Danke, sagte er. Während sie weg waren, schickte ich Ben mit Paul und fünf anderen hinein, um alle Kissen und Decken einzusammeln, die sie finden konnten und um nach weiteren Waffen Ausschau zu halten. Zwei Stunden später luden wir die Kinder und das Bettzeug in einen strapaziert aussehenden Schulbus. Es war lustig, aber das Gefühl der Aufregung, dass die kürzlich freigelassenen Kinder ergriff, war ansteckend. Sogar ich fühlte es. Es war wie die Aufregung und Vorfreude, die ich als Kind fühlte, wenn ich an einem Klassenausflug teilnahm. Trotz der jüngsten Tragödie war ich froh, nach Hause gehen zu können. Unser kleiner Konvoi startete mit meinem Hammer an der Spitze. Danny war auf dem Beifahrersitz, während alle anderen verfügbaren Plätze von unseren Vorräten eingenommen worden waren. Es folgte der alte Schulbus, gefahren von Jamal, dem einzigen unter uns, der mit Gangschaltung fahren konnte. Ben bildete die Nachhut, der mit Paul im zweiten Hammer die Waffen, Munition und weitere Vorräte transportierte. Jamal und ich schafften es, unsere jeweiligen Fahrzeuge ohne Probleme am Panzer vorbeizulenken. Ich beobachtete meinen Rückspiegel, während Ben daran vorbeifuhr. Er war nicht so erfolgreich und die Schrammen und Funken, deren Zeuge ich wurde, bedeuteten, dass er bei unserer Rückkehr über die Qualität des englischen Fahrverhaltens ordentlich aufgezogen werden würde. Die Fahrt zurück ins Tal verlief ereignislos und überraschend schnell, jetzt wo wir fuhren. Danny und ich unterhielten uns unterwegs fröhlich und vermieden sorgfältig jede Erwähnung von Ash. Als wir langsam über die letzte Anhöhe und in Richtung der Tore fuhren, war ich erfreut, Luke und Brooke an den Toren mit gezogenen und auf uns gerichteten Waffen zu sehen. Ich winkte mit der Hand aus dem Fenster in der Zuversicht, dass sie den Verstand hätten, mit dem Schießen zu warten, bis wir näher an ihnen waren. Danny sah nicht so sicher aus. Der Rest unserer Gruppe lief bewaffnet den Hügel hinauf und sah mehr als kampfbereit aus. Ich suchte nach Indigo, sah sie aber nicht. Ich fühlte ein kleines Kribbeln der Sorge. Luke brauchte noch ein paar Sekunden, um zu erkennen, dass wir es waren. Er legte schnell seine Hand auf den Lauf des Gewehrs, mit dem Brooke auf uns zielte und drückte es zu Boden, bevor er den anderen zurief. Brooke nahm seine Pistole, sodass er mit seiner guten Hand die Tore aufreißen konnte. Sein Stumpf klitzerte in der Sonne, als er uns mit einem Schwung durch das Tor winkte. Ich fuhr durch, unfähig, mein Lächeln zu verbergen. Alter, sagte er, kam an mein Fenster und gab mir mit seiner guten Hand ein High Five. Willkommen zurück. Was ist mit dem Konvoi? Lange Geschichte, sagte ich. Aber wir haben ein paar Neuankömmlinge. Ich werde dich informieren, wenn sie sich eingewöhnt haben. Das ist Danny. Danny, Luke. Hey Danny, sagte Luke. Hey, wo ist Indigo? Flapp nicht aus, Alter, sie ist drin. Oh, gut, wie geht's deiner... Ich meine, wie geht's deinem... Stumpf, Alter, du kannst es sagen. Es wird mich nicht beleidigen. Es tut höllisch weh, wenn die Schmerzmittel nachlassen, aber ich glaube, es wird jeden Tag weniger schmerzhaft. Was gut ist, weil mir die Tabletten ausgehen. Nun, wir haben noch mehr, wenn du welche brauchst, zusammen mit einem Haufen anderer Sachen. Es ist okay, ich will mich von den Schmerzmitteln entwöhnen. Es ist aber gut, dass ihr mehr habt und wir können immer noch einen Nachschub in einem Krankenhaus oder so holen, wenn uns auf der Strecke die Tabletten ausgehen. Vielleicht müssen wir das, angesichts dieses kleinen Bevölkerungsansturms. Er trat zur Seite und ich fuhr durch und begann, die schmutzige Einfahrt hinunterzufahren. Der Bus und der andere Hammer folgten uns und ich hörte Ben hupen. Ich hielt an und spülte einen Adrenalinstoß, als Indigo die Tür des Bauernhauses öffnete und die Treppe hinunterrannte. Ich sprang schnell heraus und wir umarmten uns wie ein Paar aus einem dieser alten Schwarz-Weiß-Filme. Sie sah Danny an, als wir mit dem Küssen fertig waren. Hey, sagte sie zu dem rotgesichtigen Jungen. Er war aus dem Fahrzeug ausgestiegen und hatte geduldig gewartet, während wir uns begrüßten. Das ist Danny. Danny, das ist mein Mädchen Indigo. Hey, Danny. Hey, sagte mein neuer Freund schüchtern. Ich bin so froh, dass du wieder da bist, sagte sie und umarmte mich wieder, wobei sie ihr Gesicht in meiner Schulter verkrub. Ich stieß sie sanft von mir, damit ich ihr Gesicht sehen konnte. Warum? Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Du hast mir nur gefehlt, Dummerchen. Der Bus fuhr mit quietschenden Bremsen vor und die aufgeregten Kinder stürmten heraus und betrachteten ihr neues Zuhause. Kapitel 10 Nachdem wir die beiden Hammer ausgeladen hatten, rief ich eine schnelle, private Besprechung mit Luke und Indigo ein. Brooke, Ben und der Rest brachten die Neuankömmlinge im Haus unter und machten sich dann daran, ein Mittagessen zusammenzustellen. Wir gingen ins Haus und setzten uns im Wohnzimmer auf das Sofa vor dem kaputten Fernseher. Ich erzählte meinen beiden Co-Anführern kurz von unserer Reise nach Plymouth und wie diese mit dem Mord an den Geschwistern geendet hatte. Das Letzte, was wir von ihm gesehen haben, war, dass er mit dem Hammer und dem ersten Satz Waffen, den wir gefunden haben, über die Brücke gefahren ist. Klingt nach einem fiesen Wichser, sagte Luke. Entschuldige die Ausdrucksweise, Indigo, aber das geht weiter bei den reinen Wahnsinn hinaus. Er hat sie kaltblüdig abgeknallt. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, aber du hast recht. Auch wenn der Professor und Rack Psychopathen waren, glaube ich nicht, dass sie durch und durch böse waren. Sie wurden durch die Umstände geformt. Was dieser Ash getan hat, nun, das ist einfach jenseits von allem. Es ist so persönlich. Ja, sagte ich, ich hätte ihn besser im Auge behalten sollen. Ich wusste, dass etwas nicht mit ihm stemmte. Mach dich deswegen nicht fertig. Wenn du früher eingeschritten wärst, hätte es dich Ben oder Paul erwischen können. Ich gab mir nicht unbedingt die Schuld an dem, was passiert war. Ich fühlte mich nur schuldig, dass ich nicht wachsamer gewesen war. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich nicht selbst fertig machen. Also, was ist hier passiert? Fragte ich. Der Rest der Gruppe hatte es geschafft, eine Menge Arbeit zu erledigen, während Ben, Paul und ich weg waren. Der Gemüsegarten war gejätet und ein System zum Melken, der einen Kuh die Milch gab, war eingerichtet worden. Sie hatten es auch geschafft, vier weitere flüchtige Hühner und einen Hahn zu finden und einzufangen, die jetzt alle sicher im Stall waren. Indigo informierte mich, dass sie an diesem Morgen Rührei zum Frühstück gegessen hatten. Wow, da freue ich mich schon. Wir haben nicht gerade gesund gegessen, als wir unterwegs waren. Wir haben allerdings alles auf deiner Liste mitgebracht. Außerdem hat Paul es geschafft, Kleidung und ein paar andere Sachen zu finden. Ja, er hat mir ungefähr 50 Packungen Gemüsesamen gezeigt, die er im Bauernmarkt gefunden hat. Hat er das? Von denen hat er mir nichts erzählt. Wir werden alles brauchen, was wir kriegen können, schätze ich. Ja, er hat sich schon in Bo weitergegeben, sagte Luke. Bo sah ziemlich glücklich aus. Ich glaube, wir haben da einen echten Vollblutbauern. Ein Glück für uns. Sieht so aus. Wenn man bedenkt, wie viele Flüchtlinge du mitgebracht hast, werden wir wohl alles brauchen, was wir anbauen können. Und noch mehr, sagte Luke. Wir werden auch mit der Jagd beginnen müssen. Kaninchen wird es in Hülle und Fülle geben und auch sonst sollten viele Tiere frei herumlaufen. Klingt toll. Übrigens, jetzt, wo wir alle diese Waffen haben, möchte ich, dass du eine Waffenkammer einrichtest und für sie verantwortlich bist. Du bist der Erfahrenste und Sachkundigste im Umgang mit Waffen. Also macht das Sinn. Klar doch, sagte er. Es war eine tolle Beute. Es gibt sogar ein Scharfschützengewehr. Das habe ich für mich beansprucht. Damit, er hielt seinen Stumpf hoch, werde ich in einem Feuergefecht, in dem ich schnell schießen muss, nicht viel taugen. Aber aus der Ferne könnte ich von Nutzen sein. Fantastisch. Was ist mit diesem Killer Ash? fragte Indigo. Könnte er uns Probleme machen? Ich glaube nicht. Er hat sich danach ziemlich schnell aus dem Staub gemacht. Aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Wir haben jetzt genug Leute, sodass wir rund um die Uhr zwei Wachen am Tor haben können. Und ich möchte außerdem, dass eine Patrouille rund um die Uhr auf dem Gelände unterwegs ist. Das wird zwei Probleme lösen. Uns beschäftigt halten und dafür sorgen, dass wir sicher sind. Nicht, dass ich mir nur um ihn Sorgen machen würde. Er ist wahrscheinlich schon lange weg. Aber wir wissen nicht, wer noch da draußen sein könnte. Jetzt, wo die Chinesen weg sind, ist auch jede Art von Recht und Ordnung verschwunden. Einverstanden, sagte Luke. Wir müssen ein wachsames Auge haben, wenn wir Suchtrupps aussenden. Wenn dieser Kerl gesehen wird, sollte er für seine Tat sofort erschossen werden. Indigo und ich stimmten beide zu. Ich denke auch, wir sollten das Tor befestigen und den Zaun verstärken. So wie er jetzt ist, wäre er nahezu nutzlos, wenn wir angegriffen werden. Wir können Metall und Holz aus dem alten Schuppen verwenden und noch mehr von den benachbarten Grundstücken bekommen. Tolle Idee, Luke, sagte ich. Aber vielleicht nicht von den Nachbarn. Wenn wir am Ende weit genug ausbauen, gibt es da ein weiteres Haus und eine Scheune, die wir für die Unterbringung von Menschen nutzen können. Okay, stimmte Luke zu. Ich denke, es ist auch nicht zu früh, um über eine Polizei oder so etwas nachzudenken, sagte Indigo. Es könnte als eine Art stehendes Herdien. Du weißt schon, eine Gruppe von uns, die im Vater eines Angriffs oder wenn es Ärger gibt, immer bereitsteht. Ich sah sie an. Meinen Mädchen und meinen besten Freund. Auch wenn ein winziger Teil von mir das Gefühl hatte, dass wir Kinder waren, die sich etwas vormachten, war ich dankbar, dass ich Glück gehabt hatte und mich mit so intelligenten und einfallsreichen Kindern zusammengefunden hatte. Ich glaube, das ging uns allen so. Wir unterhielten uns etwa eine Stunde lang, schmiedeten weitere Pläne und machten immer wieder Vorschläge dazu, wie die Dinge funktionieren sollten. Kapitel 11 An diesem Nachmittag gab es ein Festmahl, um unsere Neuankömmlinge und unser neues Zuhause zu feiern. Es war eine Mischung aus frischem, konserviertem und gefriergetrocknetem Essen. Aber für die Kinder, die wir aus dem Lager gerettet hatten, war es besser als ein Drei-Gänge-Menü im besten Restaurant. Irgendwann meldete sich Ava zu Wort und sagte zu Paul, es sei wie unser eigenes Thanksgiving. Nur es reicht, Ava, sagte Luke laut. Wir sollten dieses Datum zu unserem Thanksgiving machen. Ich unterstütze den Antrag, rief Beau. Wie immer stand Luke auf und klopfte mit dem Griff seines Messers auf den Tisch. Ein Handzeichen bitte, rief er, als sich alle umgedreht hatten und ihn ansahen. Wer stimmt zu, dass dieser Tag von nun an unser Thanksgiving sein soll? Fast alle hoben die Hand. Diejenigen, die ihre Hand nicht hoben, sahen ein wenig genervt aus. Es war klar, was sie dachten. Macht euch keine Sorgen, Leute, sagte ich laut genug, um gehört zu werden. Wir werden auch weiterhin das normale Thanksgiving feiern. Dies wird nur eine zusätzliche Feier für uns sein. Ja, natürlich, sagte Luke. Okay, in meiner offiziellen Eigenschaft als Mitglied des Triumvirats erkläre ich diesen Tag, den 3. Mai, von diesem Tag an zum Thanksgiving-Tag des Tals. Und zwar zusätzlich zum 4. Donnerstag im November, dem Thanksgiving, das wir alle kennen. Vor dem Mittagessen informierte mich Luke, dass er sich selbst die Aufgabe gegeben hatte, das Datum für unsere kleine Gruppe im Auge zu behalten. Er hatte einen Kalender für das laufende Jahr gefunden, der in der Waschküche hing. Also würde es dieses Jahr einfach sein. Er hatte jedoch schon angefangen, einen für das nächste Jahr zu schreiben, von dem er sagte, es sei ein Schaltjahr. Ich war froh, ihm diese Aufgabe zu überlassen. Das war nicht wirklich etwas, woran ich interessiert war. Es ist wichtig, Kumpel, sagte er, vielleicht mein Desinteresse spürend. Nach der Thanksgiving-Ankündigung erkannte ich, dass er recht hatte. Alle schliefen an diesem Abend im Farmhaus. Die neuen Leute nahmen auf dem Boden des Wohnzimmers Platz. Es war eng und warm, aber viel bequemer als das, was sie gewohnt waren. Bevor ich ins Bett ging, traf ich mich in der Küche mit Luke, Indigo, Ben, Brooke, Paul, Jamal und Bo, um unsere Pläne für den nächsten Tag zu besprechen. In keiner bestimmten Reihenfolge beschlossen wir, dass wir zunächst eine Gruppe damit beauftragen würden, eine Latrine zu graben und eine andere Gruppe brauchten, um die alte Scheune auszuräumen, damit wir beginnen konnten, sie in einen Wohnraum für die Neuankömmlinge zu verwandeln. Es war ein produktives Treffen. Wir wählten auch einen widerwilligen Luke zum Leiter der Sicherheitstruppe, die Indigo zuvor vorgeschlagen hatte. Das muss so sein, Luke. Du weißt mehr über Waffen und wie man sie benutzt als jeder andere, den ich kenne. Wir wissen alle, dass du gerecht bist und nicht versuchen wirst, wie ein verrückter Diktator den Laden zu übernehmen. Als er merkte, dass er uns das nicht ausreden konnte, sah ich ein verschmitztes Glitzern in seinen Augen, als er seinen bandagierten Stumpf in die Luft hob. Na schön, aber wenn Ben endlich seinen Arsch hochkriegt und mir hilft, einen Haken an das Ding zu machen, bestehe ich darauf, dass du mich Captain nennst. Captain Hawk. Wir lachten viel und nach einer weiteren unruhigen Unterhaltung zogen wir uns für den Abend zurück. Ben und Luke verbrachten die meiste Zeit des nächsten Tages damit, an Lukes Haken zu arbeiten, während der Rest von uns die Arbeit überwachte und mit anpackte, die noch zu erledigen war. Am frühen Nachmittag ging ich zum Mittagessen zu Ben und Luke, um zu sehen, wie sie vorankamen. Ich fand sie Schulter an Schulter über einer Bergbank stehend, während Ben sich mit etwas abmühte. Sie waren beide triefend vor Scheiß. Hey Jungs, Brooke hat euch etwas zu essen gemacht, sagte ich und reckte meinen Hals, um zu sehen, was sie vorhatten. Super, sagte Luke und schaute über seine Schulter zu mir, um sich abzulenken. Ben hörte mich nicht oder war zu sehr auf das konzentriert, was er gerade tat, um sich um meine Worte zu kümmern. Ich stellte das Tablett mit den Sandwiches und Getränken ab und ging näher heran, stellte mich auf die Zehenspitzen, um ihnen über die Schultern zu schauen. Ben raspelte mit einer rostigen alten Pfeile an einem perfekt geformten Metallhaken herum. Den hast du gemacht? fragte ich mit Verwunderung in meiner Stimme. Ben unterbrach seine Arbeit und lächelte. Naja, nicht ganz. Wir haben ihn im Hinterzimmer der Scheune gefunden. Es sieht so aus, als ob der Besitzer des Hauses ihn als Pökelraum benutzt hat. Ein Pökelraum? Wie für Fleisch oder so? Ja, Kumpel, das ist ein Fleischhaken, sagte Luke und konnte die Freude in seiner Stimme nicht verbergen. Offensichtlich gefiel ihm der Gedanke, einen Fleischhaken zu tragen. Er hob den Haken auf und reichte ihn mir. Er war schwer und etwa acht Zentimeter lang. Das gerade Ende war grob abgeschnitten worden, aber der Rest des Hakens war zu einem groben silbernen Finish gefeilt worden. Er war S-förmig, sodass ein Haken über eine Stange ging und die Karkasse am anderen Ende aufgespießt wurde. Wie auch immer, Ben hat etwa ein Drittel davon abgesägt. Es war eine höllische Arbeit. Er hatte nur ein rostiges Sägeblatt. Ben hielt seine Hände hoch und zeigte mir den blutigen Beweis seiner harten Arbeit. Autsch, sagte ich. Du holst besser eines der Mädchen, das sich deine Hände anschaut, wenn du fertig bist. Außerdem solltet ihr eine Pause machen und die Sandwiches essen. Beide waren ausgehungert von der harten Arbeit in der heißen Scheune, huschen sich die Hände in einem Wassertrog neben der Werkbank und begannen die Eier-Sandwiches zu verschlingen, die Brooke ihnen gemacht hatte. Sie und Indigo hatten das Brot erst eine Stunde zuvor frisch im Ofen gebacken und es war köstlich. Strom vom Generator zu haben war ein echter Luxus. Wow, die sind unglaublich, sagte Luke und ein oder zwei Krümel entkamen seinem übervollen Mund. Ben nickte nur zustimmend. Wie willst du ihn anbringen? Den Haken meine ich. Wie wird er dranbleiben? Fragte ich. Ich arbeite an einem Riemen, während Ben ihn fertig feilt, sagte Luke. Er wischte sich die Hand an seiner Hose ab und ging zurück zu der langen Werkbank, wo er einige Lederriemen aufhob, die aussahen, als kämen sie von einem Sattel oder so. Die Riemen werden an dem Schutz befestigt, der über den alten Stummel hier gehen wird und dann meinen Arm hinauf und über meine Schulter. Ja, ich werde mit der Arbeit an dem Metallbügel beginnen, wenn ich den Haken fertig habe, erklärte Ben. Woher willst du das Metall dafür nehmen? Ben zeigte auf eine alte Trommel hinter mir. Am oberen Rand befand sich ein gezacktes, rechteckiges Loch. Das haben wir schon, es ist ausgestanzt. Wir müssen es nur noch zu einem Kreis formen und säubern. Hört sich nicht einfach an. Viel Glück damit. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Ich überließ es den beiden, denn ich war mir ziemlich sicher, dass sie zusammen etwas äußerst Praktisches erfinden würden. Ich ging zurück, um dabei zu helfen, die Scheune von den letzten alten Maschinen, die sie gefüllt hatten, zu befreien. Während das Haus ziemlich leer war, hatte der Besitzer des Hauses keinen Versuch unternommen, und die Scheune auszuräumen. Es war eine ziemliche Herausforderung. Aber, wie das Sprichwort sagt, viele Hände machen die Arbeit leicht. Jetzt, da wir ein wenig vorangekommen waren, zerstreuten sich meine Zweifel, die Scheune zu Wohnzwecken umbauen zu können. Die Scheune war riesig, mit einer großen offenen Fläche und ein paar Räumen an der Seite. Außerdem gab es einen Dachboden, der etwa halb so groß war wie das gesamte Erdgeschoss. Wir durchforsteten mit den Hammern die Nachbarhäuser nach so vielen Matratzen, Kissen und Decken, wie sie tragen bzw. auf ihren Dächern stapeln konnten, und mit etwas Glück hatten wir Bettzeug für die gesamte Plymouth-Gruppe. Am späten Nachmittag war unsere Arbeit getan. Wir hatten den Dachboden mit einer Auswahl von Einzel- und Doppelmatratzen ausgestattet. Die neuen Kinder waren aufgeregt und glücklich, und einige nutzten die Gelegenheit zu einer Kissenschlacht auf den Matratzen. Ich hielt sie nicht davon ab, wohl wissend, dass es wahrscheinlich das erste Mal war, dass diese Kinder richtig Spaß hatten, seit sie von den Chinesen versklavt worden waren. Ich brauchte keine Regel aufzustellen, dass Jungs und Mädchen getrennt schlafen. Jamal war mir zuvor gekommen. Er hatte ihren Respekt und ihre Freundschaft aus ihren dunklen Tagen als Mitglieder der Streiflingstruppe. Als wir ihnen beim Toben zusahen, erzählte er mir, dass die Chinesen ihn zu einem Treuhänder gemacht hatten. Er sollte ihnen natürlich helfen, die Kinder im Zaum zu halten. Aber in dieser Rolle war er nicht nur ein Anführer geworden, sondern konnte ihren Herrschern auch Privilegien und medizinische Behandlung entlocken, wenn es nötig war. Ich habe das Beste für sie getan, was ich konnte. Ich weiß, es war falsch, mit den Chinesen zu kooperieren, aber wir mussten das Beste aus einer schlechten Situation machen, sagte er, leicht defensiv klingend. Ich weiß, dass du das getan hast. Du musst dich nicht von mir rechtfertigen, Jamal. Jamal, ich denke, du hast das Richtige getan. Ich bin sicher, wenn du es nicht getan hättest, wären einige von ihnen jetzt nicht hier. Er nickte. Jamal schien glücklich zu sein, die Rolle der Autorität über die Kinder, die in seiner Obhut waren, beizubehalten, und ich war mehr als glücklich, dass er sie vorerst weiter ausüben konnte. Früher an diesem Tag, als wir angefangen hatten, die Scheune auszuräumen, hatte ich ihm ein Bett im Farmhaus angeboten. Er lehnte ab und sagte, er würde sich nicht wohl dabei fühlen, die Kinder in der Scheune zu lassen, während er in relativem Luxus schlief. Ich respektierte ihn von Tag zu Tag mehr und fühlte mich auf jeden Fall besser, weil ich wusste, dass er da sein würde, um sie zu beaufsichtigen. Kapitel 12 Die Jungs haben tatsächlich gute Arbeit an Lukes Prothese geleistet. Er enthüllte sie in dieser Nacht. Es war nur unsere ursprüngliche Gruppe in der Küche, zusammen mit Danny, der zu meinem Angebot im Haus zu wohnen Ja gesagt hatte, und Jamal, der für die Nacht in die Scheune gehen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle gegessen, und der Rest der Neuankömmlinge hatte sich bereits in die Scheune zurückgezogen. Ein erschöpft aussehender Ben kam als erster durch die Tür. Mit der dürftigen Auswahl an Werkzeugen und Ausrüstung, die sie gehabt hatten, hatte es buchstäblich den ganzen Tag gedauert, ihn nach Lukes Vorgaben zu fertigen. Das Gesicht und die Hände des Englerners waren schmutzig, aber sein Lächeln strahlte wie das eines stolzen Vaters. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Captain Luke Hook, verkündete er großspurig und lenkte unsere Blicke mit seinen beschwärzten Händen zum Türrahmen. Luke trat ein, und ich war schockiert von seiner Erscheinung. Unter dem Schmutz war sein Gesicht totenblass, und ein Schweißfilm bedeckte seine Stirn. Er hob verlegen seinen Arm in die Luft und zeigte den verrucht aussehenden Haken, drehte ihn hin und her, damit wir ihn bewundern konnten. Es gab passende Laute der Anerkennung von uns allen, was ein kurzes Lächeln auf sein Gesicht brachte. Wie fühlt es sich an? fragte Paul. Es tut höllisch weh. Ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Er sah aus, als wollte er noch etwas dazu sagen, aber stattdessen ging ein Ausdruck von Schmerz über sein Gesicht, und er drehte sich abrupt um und verließ den Raum. Entschuldigt mich, ich muss ihn abnehmen, rief er über seine Schulter. Ich begann ihm zu folgen, aber Brooke kam mir zuvor. Die Sorge stand ihr ins Gesicht geschrieben. Sein Stumpf ist noch nicht ganz verheilt, erklärte Ben. Es wird ein bisschen dauern, bis das Narbengewebe ausgehärtet ist. Dann wird es ihm gut gehen. Ben hatte recht. Luke hatte ein paar wirklich harte Tage hinter sich, und ich war dankbar, dass Paul den frischen Vorrat an Schmerzmitteln aus Plymouth mitgebracht hatte. Nach einer Woche trug Luke den Haken nur noch sporadisch. Seinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, wenn er dachte, dass niemand zusah, zeigte deutlich, dass es ihm Schmerzen bereitete. Er will die Schmerzmittel nicht mehr nehmen, sagte Brooke, als ich sie danach fragte. Kannst du mit ihm reden? Vielleicht hört er auf dich. Hatte er aber nicht. Nein, Mann, diese verschreibungspflichtige Scheiße macht wirklich süchtig. Ich muss mich einfach daran gewöhnen. Ich bewunderte seine Unerschütterlichkeit. Brooke nannte es Hartnäckigkeit. Ihre Beziehung hatte sich inzwischen zu mehr als nur einer Freundschaft entwickelt. Aber Luke ließ sich nicht dazu bewegen, noch mehr Schmerzmittel zu nehmen. Nicht einmal von ihr. Kapitel 13 Selbst als meine eigene Beziehung zu Indigo stärker wurde und wir uns näher kamen, war es interessant zu beobachten, wie sich unsere kleine Gemeinschaft zu entwickeln begann und sich die nachfolgenden Beziehungen bildeten. Indigo und ich, Luke und Brooke, waren die einzigen offiziellen Paare unserer ursprünglichen Gruppe. Aber Ben verbrachte viel Zeit mit einem Mädchen, das wir aus Plymouth gerettet hatten. Ihr Name war Sarah und sie passte gut zu ihm. Sie war ein großes, blondes Mädchen. Sie war klug und hatte einen bösen Sinn für Humor. Sie kam ursprünglich aus Kanada und es machte ihr Spaß, uns Amerikaner bei jeder Gelegenheit zu necken. Keiner von uns sprach viel über unsere Zeit in der Drake Mountain Einrichtung. Wenn das Gespräch doch in diese Richtung ging, vermieden wir bestimmte Themen, weil sie für Ava und damit auch für Paul eine dunkle Bedeutung hatten. Eines Abends, als wir etwas seltene Zeit alleine hatten, fragte ich Indigo über Ava und ihre Schwangerschaft aus. Es war nicht lange nach unserem ersten Thanksgiving und Ava war nun im siebten Monat schwanger, soweit wir das einschätzen konnten. Sie hatte sich erst vor kurzem gegenüber Indigo und Brooke über das Geschehene geoutet. Noch wenn sie ziemlich verschlossen ist, was das angeht, denke ich, dass sie sich immer mehr Sorgen macht, je näher die Geburt rückt. Und deshalb hat sie sich ein bisschen zu uns hingezogen gefühlt. Das machte Sinn. Obwohl sowohl Indigo als auch Brooke nur etwas mehr als ein Jahr älter waren als Ava, waren sie das, was einer Mutterfigur am nächsten kam. Sie hat es uns eines Tages erzählt, als wir spazieren waren. Es war, als würde sie beichten und ich glaube, sie fühlte sich danach besser. Gott sei Dank war es nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Eigentlich war ich irgendwie erleichtert, als sie es uns sagte. Es war anscheinend alles sehr klinisch. Sie haben ihr etwas zu trinken gegeben, das sie schläfrig gemacht hat und brachten sie in einen Operationssaal, wo sie sie in einen tiefen Schlaf versetzten. Anscheinend waren die Krankenschwestern und Ärzte sehr nett zu ihr, aber sie war offensichtlich immer noch aufgeregt und niemand wollte ihr sagen, warum sie dort war. Wie auch immer, als sie aufwachte, fühlte sie sich nicht anders. Aber sie hatte Todesangst, weil sie einfach nicht wusste, was passiert war. Nach ein paar Tagen ging sie zurück zu den weiblichen Bewohnern und hatte begonnen, die Sache zu verdrängen, als ein anderes Mädchen ihr erzählte, was man mit ihr gemacht hatte. Natürlich war sie aufgebracht, wirklich aufgebracht. Sie mussten sie mehrmals zedieren. Letztendlich denke ich, dass das Problem, dass sie nicht mit Paul sprach, mehr mit der Scham zu tun hatte als mit allem anderen. Sie hatte das Gefühl, als sei es ihre Schuld, als hätte sie sich wehren müssen. Ich schüttelte den Kopf. Diese Mistkerle. Jedenfalls konnte sie nur noch hoffen, dass das Experiment fehlgeschlagen war. Die Kontrolluntersuchungen begannen fast sofort. Jede Woche, wie ein Uhrwerk. Als ihre Periode ausblieb, wollte sie es genau wissen und drängte die Ärzte dazu, es ihr zu sagen. Nach sechs Wochen gaben sie endlich zu, dass sie schwanger war. Offenbar hatte sie daraufhin einen Wutanfall und drohte sich, um das Baby umzubringen und musste erneut sediert werden. Danach drohten sie ihr, dass sie Paul in den Kopf schießen würden, wenn sie jemals etwas täte, was ihr oder dem Baby schaden könnte. Die Drogen wirkte und sie benahm sich, aber ihre Scham und Depressionen schlugen nur noch stärker zu. Ich habe ihr gesagt, dass das, was passiert ist, nicht ihre Schuld war, sagte Indigo und wischte sich eine Träne aus dem Auge. Ich glaube, am Ende unseres Gesprächs begann sie es zu glauben. Ich bin so wütend, Isaac. Ich hoffe, die Chinesen haben Drake Mountain und den Professor ausgelöscht. Sie haben sich vielleicht eingeredet, es sei wissenschaftlich und für das Allgemeinwohl, aber was sie getan haben, war ein unschuldiges Mädchen zu vergewaltigen und fast zu zerstören. Wir hielten uns lange Zeit gegenseitig fest. Vielleicht war es ein Zeichen, vielleicht nur ein Zufall, aber zwei Monate später, am 4. Juli, brachte Eva ein gesundes, kleines Mädchen zur Welt. Sie nannte sie Peace. Die Umstände ihrer Empfängnis waren in der Freude dieses Moments vergessen und wir hießen unser erstes Baby im Tal willkommen. Die Geburt von Peace schien für uns alle einen Neuanfang einzuleuten und wir feierten entsprechend mit einer gedämpften, aber enthusiastischen Party. Die Ankunft des Babys war für Eva wie ein Befreiungsschlag. Sie hatte große Bedenken, als sie sich dem Ende ihrer Schwangerschaft näherte und war vor allem besorgt, dass sie das Baby nicht lieben würde. Tatsächlich waren wir alle besorgt gewesen, so sehr, dass Indigo darauf bestanden hatte, dass sie sich um das Baby kümmern würde, wenn Eva es nicht schaffen würde. Paul war sogar noch besorgter und bestand mir eines Abends, dass er dachte, er würde auch Schwierigkeiten haben, das Baby zu lieben. Am Ende hätte sich keiner von uns Sorgen machen müssen. Nach der Geburt von Peace war Eva wie verwandelt. Sie war eine hingebungsvolle Mutter, von dem Moment an, als man ihr das weinende kleine Mädchen in die Arme legte. Paul war genauso. Er brachen Tränen aus, als wir Eva nur wenige Minuten nach der Geburt besuchten und liebte seine Nichte vom ersten Augenblick an vorbehaltlos. Als wir die zärtliche Szene vor uns beobachteten, spürte ich, wie Indigos warme Hand meine fand und sie sah zu mir auf. So glücklich, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Natürlich war ich zu dumm, um zu erkennen, was dieser Blick bedeutete. Kapitel 14 Zu der Zeit, als Peace geboren wurde, trug Luke seinen Haken ganztags und verschwand jeden Morgen zu einer großen Eiche am anderen Ende der Farm für das, was er sein Training am Ende der Welt nannte. Eines Septembermorgens, als es gerade anfing, etwas kühler zu werden, hatte ich keine Lust mehr und beschloss nachzusehen, was er genau tat. In der Ferne konnte ich ihn ohne Hemd sehen, wie er am Baum hin- und herhüpfte und in schnellen Bewegungen seinen Haken schwang. Er hatte sein Haar lang wachsen lassen und bei jedem heftigen Schlag wurden seine dunkelroten Locken über seine Schultern geworfen. Es war ein beeindruckender Anblick. Er hatte zugelegt, seit wir im Tal angekommen waren, was bei den Rationen, von denen wir lebten, keine leichte Leistung war. Und die seilartigen Muskeln seiner Schultern und seines Rückens kräuselten sich unter seiner Haut, als er den Baum wieder und wieder mit seinem Haken angriff. Ich wusste, dass er seine Ernährung mit dem Proteinpulver ergänzte, dass er auf einer der Versorgungsfahrten nach Plymouth angefordert hatte und dass er außerdem viel schweres Heben und Joggen sowie seine tägliche Baumfolterroutine absolvierte. Die Ergebnisse waren offensichtlich und in Verbindung mit der Tatsache, dass er mich auch in der Größe um mindestens einen Zentimeter überragte, fühlte ich mich, als ich heute neben ihm stand, ein wenig minderwertig. Der Stamm der massiven Eiche war mit flachen Einschnitten vernarbt, wobei die frischeren Wunden die tiefe Honigfarbe des darunterliegenden Holzes erkennen ließen. Ich glaube, er gibt auf, sagte ich, nachdem Luke einen weiteren Schlag ausgeführt hatte, bei dem Rinden und Holzspitter um ihn herumflogen. Er drehte sich um, seine Brust hob sich und Schweiß ran ihm von der Stirn. Keine Sorge, er kann es aushalten, lächelte mein Freund und tätschelte den vernarbten Stamm des großen Baumes. Isaac, das ist Haudegen. Heiliger Strohsackkumpel, du hast ganz schön was abgekriegt. Nee, das sind nur Kampfnarben, die werden ihn nicht umbringen. Willst du meine Routine sehen? Klar. Luke hockte sich vor den Baum, bevor er einen Angriff losließ. Die Bewegung seines Hakens war effizient, da er ihn mit kurzen, scharfen Bewegungen bearbeitete, die es ihm erlaubten, ein oder zwei Zentimeter in die Rinde zu reißen, ohne dass der Haken tatsächlich hängen blieb. Ich konnte hören, wie er vor Anstrengung stöhnte, während sein Angriff immer wilder wurde. Ein tödlicher Schlag, rief er über die Schulter, und sein nächster Schlag war viel wuchtiger als der vorherige. Der Schlag funktionierte offensichtlich nicht so, wie er es beabsichtigt hatte. Der Haken bohrte sich mit einem dumpfen Schlag in das Holz, aber sein Arm machte einen Bogen weiter, während der Haken dort blieb, wo er war. Eingebettet in das Holz. Es gab ein stappendes Geräusch, als ein Riemen riss und Lukes Arm sich aus dem Gurt löste. Er kippte fast um, bevor er sein Gleichgewicht wiederfand und mit einem entgeisterten Gesichtsausdruck auf seinen Stumpf blickte. Zuerst war ich erschrocken, aber die Tatsache, dass er nicht verletzt war, kombiniert mit seinem Gesichtsausdruck, ließ mich bald versuchen, ein Lachen zu unterdrücken. Es sollte nicht sein, und so sehr ich mich auch bemühte, meine Heiterkeit zu zügeln, es war zu viel, und langsam aber sicher sprudelte mein Lachen hervor. Luke, weit davon entfernt beleidigt zu sein, stimmte mit ein. Es dauerte nicht lange, und wir wälzten uns bei dem süßen langen Gras, während uns Lachstürme überkamen. Als unsere Belustigung schließlich nachließ, blieben wir auf dem Rücken liegen und schauten durch die knorrigen Äste der Eiche in den blauen Himmel. Die Dinge laufen gut für uns, sagte er. Ja, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Entschlossenheit mit ein bisschen Glück und gutem Management. Eine Menge Glück, der Winter wird hart werden, wir müssen auf einige Verluste gefasst sein. Zu diesem Zeitpunkt zählten wir 67 Bewohner. Zusätzlich zu Peace hatten wir drei weitere Gruppen von Flüchtlingen in unserer Gemeinde aufgenommen. Sie alle waren dünne, hungrige Kinder, die eine harte Zeit hinter sich hatten und unsere Regeln dankbar annahmen, um sich der Gemeinschaft anzuschließen. Ich weiß nicht, Kumpel, sagte Luke. Ich glaube, wir schaffen das schon. Die Unterstände, die wir gebaut haben, sind stabil, und wir haben es geschafft, sie richtig gut zu isolieren. Wir haben jede Menge Feuerholz und Lebensmittel in den Vorräten. Ich hoffe, du hast recht. Die jüngste Gruppe von Flüchtlingen war erst vor einer Woche von Jamal hergebracht worden, der eine Gruppe auf einer Versorgungsfahrt zu einer kleinen Stadt namens Center Harbor geführt hatte. Es war ein kleiner Touristenort mit einem Supermarkt gewesen und hatte sich als wahre Fundgrube für Lebensmittel und Vorräte entpuppt. Im Supermarkt waren sie über eine Gruppe von acht Kindern gestolpert, die von zwei Brüdern angeführt wurde. Nach einem angespannten Patt, das mich sehr daran erinnerte, wie Luke und ich Ben und Brooke kennengelernt hatten, hatte die andere Gruppe ihre Waffen niedergelegt. Unsere Jungs waren einfach besser bewaffnet gewesen und es gab wirklich keine andere Möglichkeit. Ich war dankbar für Jamals ruhige Art. Wenn er unsere Gruppe nicht angeführt hätte, wäre die Sache möglicherweise für alle schlecht ausgegangen. Während unserer Nachbesprechung mit den Neuankömmlingen fanden wir heraus, dass sie guten Grund hatten, vorsichtig zu sein. Die Brüder, die die Gruppe anführten, Joe und Brock, erzählten Luke und mir, dass sie vor einem Monat noch über 30 Kinder waren, aber mit einer anderen, etwa gleich großen Gang aneinandergeraten waren. Wir waren in Plymouth und auf dem Weg nach draußen, sagte der jüngere Bruder Brock. Dort war so ziemlich alles durchwühlt worden. Wir waren zu Fuß unterwegs und wollten gerade unter der Überführung der I-93 durchgehen, als wir sie kommen hörten. Sie waren in Autos und auf Motorrädern unterwegs. Wir hatten nicht wirklich Zeit, uns zu verstecken oder so. Außerdem haben wir es uns damals zur Gewohnheit gemacht, mit Leuten zu reden und uns zusammen zu tun, wenn wir konnten. So sind wir überhaupt erst zu groß geworden. Als sie ankamen, merkte ich, dass mit dem Anführer etwas nicht stimmte. Aber ich mag es, den Leuten einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich konnte Tränen in seinen Augen sehen und seinem Bruder legte Brock eine Hand auf die Schulter. Jedenfalls stieg dieser Typ aus seinem Hammer und unser Freund Brad, er war so etwas wie unser inoffizieller Anführer, winkte ihm zu und ging hinüber, um sich vorzustellen. Der Typ schrie ihn an. Habe ich dir die Erlaubnis gegeben, mit mir zu sprechen? Dann hat er, hat ihm verdammt nochmal ins Gesicht geschossen. Brock konnte nicht weitersprechen. Er war zu aufgewühlt von der Erinnerung. Wir gaben den beiden Jungs ein paar Minuten, um sich zu sammeln und dann stellte ich die Frage, auf die ich die Antwort schon zu kennen glaubte. Wie hat er ausgesehen? fragte ich Joe mit einem mulmigen Gefühl in den Eingeweiden. Er war groß, sah gut aus und er hatte diese verrückten blauen Augen. Luke und ich sahen einander an. Nachdem Brad erschossen worden war, hatte sich ihre Gruppe zerstreut. Es war ein kaltblütiges Massaker gewesen. Aber Brock, Joe und ein paar der anderen hatten es geschafft, in die nahen Bäume zu fliehen. Ich weiß nicht, wie viele überlebt haben, aber wir haben es geschafft, indem wir tiefer in den Wald gegangen sind. Wenn wir das nicht getan hätten, wären wir auch tot. Warum habt ihr nicht gekämpft? fragte Luke unverblümt. Ich wollte ihm eine Ohrfeige geben, aber die Brüder schienen nicht beleidigt zu sein. Wir waren unbewaffnet, sagte Joe in einem sachlichen Ton. Brad hatte die Regel aufgestellt, dass wir niemals Waffen tragen würden. Er sagte, das hätte die Welt erst in den Schlamassel gebracht, in dem sie sich befand. Nachdem wir entkommen waren, haben wir diese Regel geändert. Wir sahen diese Gruppe ein paar Tage später wieder. Wir rasteten auf einem Hügel. Damals sind wir querfeld eingereist, haben alle Straßen völlig gemieden. Wie auch immer, der Hügel überblickte eine kleine Stadt. Wir konnten sehen, dass die Gruppe ihr Lager auf dem Fußballplatz einer Schule aufgeschlagen hatte. Es war keine riesige Gruppe, aber es waren definitiv mehr Kinder als nur die, die wir beim ersten Mal gesehen hatten. Sie hatten Zelte und so, mit einem großen Lagerfeuer in der Mitte des Feldes. Bist du sicher, dass sie es waren? Erinnerst du dich an den Namen der Stadt? Ashland. Ja, das waren sie. Ich bin runtergegangen, mir das genauer anzusehen. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Warum? In der Nähe des Lagerfeuers, in der Mitte des Feldes, hingen sie Leute auf. Ich sah Freddy, eines der Kinder aus unserer Gruppe. Sie müssen... Scheiße! schrie Brock und schreckte mich auf. Das hast du mir nicht gesagt. Jesus, armer Freddy! Tut mir leid, sagte Joe. Ich dachte, alle hätten schon genug durchgemacht. Es schien mir besser, es für mich zu behalten. Hast du den Anführer gesehen? Der Kerl mit den blauen Augen? Fragte ich. Joe nickte. Er war so etwas wie der Zeremonienmeister. Er hat es genossen. Wenn ich eine Waffe gehabt hätte, wäre ich direkt auf ihn zugegangen und hätte ihn erschossen. Ich glaubte ihm. Seine Augen hatten ein mörderisches Glitzern. Ash, sagte Luke. Ja, das könnte großen Ärger bedeuten, zumal sie ihm das erste Mal in Plymouth begegnet sind. Wo ist dieses Ashland? Fragte ich. Ich habe es auf der Karte gesehen. Es liegt ein paar Meilen südlich von Plymouth. Der Name hätte diesem Arschloch gefallen, als wäre es verdammt nochmal nach ihm benannt worden. Unsere Teams müssen von jetzt an besonders vorsichtig sein, wenn sie Versorgungsfahrten machen. Es stellt sicher, dass sie eine Beschreibung von Ash haben und wenn sie ihm begegnen, müssen sie wissen, dass sie nicht verhandeln können. Er ist ein Killer und sie sollten ihn töten, wenn sie die Chance dazu haben. Oder so schnell wie möglich abbauen. Naja, extremes Vorurteil, sagte Luke und fuhr mit dem Finger über die geschärfte Spitze seines Hakens. Kapitel 15 Peace war unser erstes Baby, aber sie würde nicht unser letztes sein. Unsere kleine Gemeinschaft wuchs in diesem ersten Jahr und expandierte auch in den folgenden Jahren. Auch wenn es mehr Geburten gab, waren Flüchtlinge unser Lebenselixier. Die meisten Menschen, die wir aufnahmen, kamen aus der Umgebung. Es hat mich immer wieder erstaunt, wie viele Kinder tatsächlich überlebt hatten, während sie sich vor den Chinesen versteckten und in der Zeit danach. Was die Chinesen anging, die kamen nicht zurück. Wir hörten Gerüchte und wilde Spekulationen von Flüchtlingen. Sie waren zurück nach China gegangen. Der Retrovirus hatte sie alle getötet. Die NATO hatte sie zur Vergeltung atomar bombardiert. Das für uns plausibelste Szenario war, dass die Chinesen die Ostküste ganz aufgegeben hatten, aber immer noch Kanada und die zentralen und westlichen Vereinigten Staaten kontrollierten. Da die Chinesen nicht zurückkehrten und keine anderen Nationen Hilfe oder Truppen schickten, um dem, was von uns übrig war, zu helfen, kamen wir zu dem Schluss, dass die Chinesen die Ostküste einfach als tote Zone verlassen hatten und der Rest der Welt uns abgeschrieben hatte. Das bedeutete nicht, dass die Chinesen in der Zukunft nicht wiederkommen würden. Aber das Gebiet, das sie erobert hatten und nun kontrollierten, war offensichtlich riesig. Wenn unsere Spekulationen über die Gründe für den Angriff der Chinesen auf die USA richtig waren, hatten sie jetzt viel Lebensraum und Ressourcen. Das Leben ging also für uns weiter und es war gut. Sicherlich gab es auch schwierige Zeiten, aber je größer unsere Gruppe wurde, desto mehr schien auch unser Gemeinschaftsinn zu wachsen. Kein Problem schien zu groß, um es zu überwinden. In den folgenden Jahren brachten die Neuankömmlinge andere Neuigkeiten von der Außenwelt mit. Vieles davon war mit Vorsicht zu genießen, aber am beunruhigendsten waren die Geschichten über eine Gruppe, die sich die Plünderer nannten. Es war nicht schwer herauszufinden, dass es die von Ash angeführte Gang war, und zwar weniger eine Gang als vielmehr eine Armee. Einer unserer Spähtrupps bestätigte, dass die Plünderer sich tatsächlich in Ashland niedergelassen hatten, nicht lange nach der Ankunft von Joes und Brocks Gruppe, und wir bemühten uns absichtlich, jeden Kontakt mit ihnen zu vermeiden. Es war beunruhigend zu wissen, dass sie sich ebenso gut entwickelt hatten wie wir selbst. Gerüchten und Augenzeugenberichten zufolge hatten sich die Plünderer offenbar weit von ihrem Heimatgebiet entfernt und töteten, wo immer sie hinkamen. Es war ein Glück, dass wir so abgelegen und weit weg von den Autobahnen waren, aber tief in mir wusste ich, dass wir uns nicht darauf verlassen konnten, dass das Glück uns für immer beschützen würde. Wir verstärkten unsere Befestigungen und sparten Treibstoff für die kleine Fahrzeugflotte, die wir für den Fall einer Zwangsevakuierung zusammenstellten. Mit jeder neuen Meldung stieg unsere Alarmstufe, sank dann aber wieder auf ein normales Maß, da genug Zeit ohne Zwischenfälle verging. Schließlich fanden wir weniger Flüchtlinge und hörten daher weniger von Ash und seinen Plünderern. Innerhalb von vier Jahren war unsere Gemeinschaft so groß geworden, dass wir anfingen, die Möglichkeit zu diskutieren, keine weiteren Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Wir waren überfüllt. Die Gebäude, die wir errichtet hatten, waren baufällig und das Tal sah aus wie eine Kreuzung aus einem heruntergekommenen Wohnwagenpark und einem mittelalterlichen Dorf. Aber trotzdem hatten wir es geschafft, eine lebendige, friedliche Gemeinschaft aufzubauen, in der alle untergebracht, ernährt und glücklich waren. Die 813 Seelen, die wir nun zählten, brachten unsere Ressourcen jedoch an ihre Grenzen und wir wussten, dass wir irgendwann nachgeben mussten. Die einzige praktikable Option war, woanders hinzuziehen und das wollten wir alle nur ungern tun. Indigo und ich sogar noch weniger, da unser Sohn Max im Jahr zuvor geboren worden war. Früher wäre es ein Skandal gewesen, mit 19 Jahren Vater zu werden und ich muss zugeben, dass es ein Schock war. Das hätte es nicht sein sollen. Indigo und ich hatten unsere Beziehung kaum einen Monat, nachdem wir das Tal gefunden hatten, besiegelt und wir waren kurz darauf in ein eigenes Zimmer gezogen. Nein, ich werde keine Details über das erste Mal erzählen und wie es passiert ist. Das geht nur Indigo und mich etwas an. Es genügt zu sagen, dass es surreal, magisch und kurz war. Natürlich gab es einige unangenehme Momente, als wir ankündigten, dass wir in ein gemeinsames Zimmer ziehen würden. Luke und Ben waren nicht gerade die Typen, die eine solche Entwicklung ohne ein paar Sticheleien und Hänseleien durchgehen ließen. Alles in allem ging unsere Beziehung aber ganz natürlich und schnell von einer Schwärmerei zu dem Äquivalent einer Ehe über. Indigos anfängliches Klucken über Baby Peas verblasste ziemlich schnell, als sie sah, wie viel harte Arbeit ein neugeborenes Baby war. Und obwohl wir schon früh in unserer Beziehung darüber gesprochen hatten, eine Familie zu gründen, war es immer klar, dass dies irgendwann in unserer Zukunft passieren würde. Geburtenkontrolle war etwas, das wir beide ernst nahmen. Aber natürlich ist keine Geburtenkontrolle perfekt und angesichts des begrenzten Angebots und der begrenzten Lebensdauer dieser Produkte war es vielleicht erstaunlich, dass es nicht schon früher passiert ist. An dem Nachmittag, an dem ich erfuhr, dass ich Vater werden würde, hatte ich mit Bo im Gemüsegarten gearbeitet. Ich hatte nicht wirklich einen bestimmten, zugewiesenen Job, wie die meisten anderen im Tal. Ich neigte dazu, dorthin zu gehen, wo ich gebraucht wurde. Und an diesem Tag, als Bo mir sagte, dass er mit dem Unkraut jäten aufholen müsse, bot ich meine Hilfe an. Wir waren zur Mittagszeit in die Küche gegangen, um die Sandwiches und die Limonade zu verzehren, die Indigo für uns hingestellt hatte. Vielleicht hätte ich sehen sollen, dass sie etwas auf dem Herzen hatte, als sie am Küchentisch stand, die Arme vor der Brust verschränkt und mit nachdenklichem Gesicht. Ich war jedoch völlig ahnungslos, selbst nachdem sie mir gesagt hatte, dass sie nach dem Essen mit mir unter vier Augen sprechen müsse. Ich folgte ihr ins Wohnzimmer, wo Brooke und Ava saßen und mit Peace spielten. Ich habe eine gute Idee, sagte Brooke, wobei ihr Blick zwischen Ava und Indigo hin und her wechselte, der auch mir nicht entging. Warum gehen wir nicht nach draußen und sehen uns die Kaninchen an? Was für eine gute Idee, sagte Ava, beugte sich vor und hob Peace in ihre Arme. Brooke muss meinen besorgten Gesichtsausdruck gesehen haben. Schau nicht so besorgt, Isaac, sagte sie frech. Was ist hier los? fragte ich, nachdem sie gegangen waren. Indigo setzte sich auf das Sofa und tätschelte den Platz neben sich. Ich setzte mich. Indigo hatte ein seltsames Lächeln im Gesicht. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber plötzlich verzog sich ihr Gesicht und Tränen traten ihr in die Augen. Ich streckte die Hand aus und ergriff sie erschrocken. Was ist los? Ich sah ihr zu, wie sie um Fassung rang und sich eine Träne aus dem Auge wischte. Du wirst Vater, sagte sie, bevor sie in Tränen ausbrach und ihren Kopf an meiner Schulter verkrug. Es ist schwer zu beschreiben, was ich in diesen ersten wunderbaren, beängstigenden Momenten fühlte. Eine unglaubliche Welle der Freude überschwemmte mich. Es war das körperlichste Gefühl, das ich je empfunden habe, beginnend mit einem Ruck tief in meiner Brust, der sich wie eine Flut von Wohlbefinden durch den Rest meines Körpers ausbreitete. Ich begann auch zu weinen. Es waren Freudentränen, genau wie das Klischee und ich drückte Indigo an mich. Wir schaukelten beide hin und her, weinten und lachten. Warum weinen wir? fragte ich Indigo, als wir uns endlich wieder beruhigt hatten. Das ist wirklich eine tolle Neuigkeit. Wir sollten tanzen. Ich weiß, ich weiß nicht warum. Ich bin verängstigt, denke ich. Verängstigt und wirklich, wirklich glücklich und ich wusste nicht, wie du dich fühlen würdest. Ich fühle mich fantastisch, Indigo, sagte ich und sah ihr in die Augen. Besser, als ich mich je in meinem ganzen Leben gefühlt habe. Sie umarmte mich wieder. Ich mich auch. Kapitel 16 Unser gesunder, unser gesunder, rosafarbener Junge Max wurde neun Monate später geboren. Fühlte es sich seltsam an, ein Vater zu sein? Verdammt ja. Aber es war eine wunderbare Art von seltsam. Und nachdem er da war, konnte ich mir ein Leben ohne Max nicht mehr vorstellen. Indigo war eine fantastische Mutter und wir beide kamen uns noch näher, als wir durch die Prüfungen der Elternschaft gingen. Nach einer scheinbar langen, langen Zeit hatte ich plötzlich wieder eine Familie, die ich mein Eigen nennen konnte. Selbst bei der Überlegung, bei der Gedanke, meine junge Familie und alle anderen umzusiedeln, wo wir doch Ordnung, frisches Essen, Wasser und Sicherheit hatten, einfach etwas, an das niemand von uns denken wollte. Versteht mich nicht falsch. Das Leben im Tal war nicht das, was man als einfach bezeichnen würde. In der Tat war es hart. Wirklich hart. Wir haben Menschen durch Unfälle und Krankheiten verloren und besonders traumatisch für Indigo, wir haben sogar eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes verloren. Wir mussten harte Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel Leute zu verbannen, die sich als Störenfriede herausstellten. Es klingt hart, ich weiß, aber wir hatten keinen Platz, um Leute einzusperren und es war die Mühe nicht wert, zu versuchen, sie zu rehabilitieren. Im ersten Jahr hatten wir uns einen rudimentären Verhaltenskodex ausgedacht, der, so schätze ich, dem am nächsten kommt, was eine Gruppe von Kindern an Recht und Ordnung haben kann. Dieser Verhaltenskodex lautete im Wesentlichen nicht stehlen und nicht kämpfen. Wenn man eines dieser Dinge tat, bekam man einen Punkt gegen seinen Namen. Wenn man es ein zweites Mal tat, war man draußen. Alles, was schlimmer als stehlen oder kämpfen war, führte zu sofortiger Verbannung. Wir hatten sogar eine Abstimmung darüber, ob wir die Todesstrafe vollstrecken würden, wenn, Gott bewahre, jemand einen Mord begehen würde. Es war eine knappe Abstimmung, aber sie wurde abgelehnt. Verbannung war die bevorzugte Option für die Mehrheit. Ich hoffte, dass wir diese Entscheidung nie auf die Probe stellen mussten. Wie in jener ersten Nacht im Tal beschlossen, hielten wir jedes Jahr vor unserem Thanksgiving eine Wahl ab. In den ersten beiden Jahren wurden Luke, Indigo und ich ohne Gegenkandidaten als Triumvirat wiedergewählt. Nach der Geburt von Max entschied sich Indigo nicht mehr zu kandidieren und Jamal wurde einstimmig in unsere dreiköpfige Führungsgruppe gewählt. Als wir in unser fünftes Jahr im Tal eintraten, gab es einige bemerkenswerte Ereignisse. In persönlicher Hinsicht wurden Luke und ich beide 20 Jahre alt. Unsere Geburtstage lagen nur einen Monat auseinander und für mich persönlich war das schon ein kleiner Meilenstein. Es gab keine großen Feierlichkeiten oder so, nur das Gefühl, dass wir offiziell erwachsen waren. Das war eigentlich albern. Durch das, was wir erlebt hatten, waren wir schon lange erwachsen. Eines Morgens, nicht lange nach meinem Geburtstag, klopfte es eindringlich an unserer Tür. Eines Morgens, nicht lange nach meinem Geburtstag, klopfte es eindringlich an unserer Tür. Die Morgendämmerung hatte gerade erst den Himmel berührt. Mit klopfendem Herzen in der Brust rannte ich zur Tür und fand einen schlaftrunkenen Luke vor, der von einem Fuß auf den anderen sprang. Brooke stand hinter ihm und sah verlegen aus. Was ist los? fragte ich. Rate mal, sagte Luke aufgeregt, als Indigo zu uns an die Tür kam. Tut mir leid, Leute, sagte Brooke und biss sich auf die Lippe. Ich habe ihm gesagt, er soll bis zum Frühstück warten. Wir kriegen ein Baby! Luke sprang mir in die Arme und ich taumelte unter dem Gewicht seines schweren Körpers zurück. Ich schaffte es, mich auf den Beinen zu halten, bis er absprang und eine begeisterte Indigo in eine sanftere Bärenumarmung zog. Oh mein Gott, das ist so toll! rief Indigo aus und umarmte Brooke, nachdem Luke sie losgelassen hatte. Es stellte sich heraus, dass sie es seit sechs Monaten versucht hatten, ohne es jemandem zu sagen. Ich beobachtete Luke, der über Max' Kinderbett stand und spürte eine Wärme für ihn. Ich dachte, es wäre toll, wenn sie einen Jungen bekämen, einen Spielkameraden für Max. Aber ich wusste, egal ob Junge oder Mädchen, Luke und Brooke würden fantastische Eltern werden. Zu einem größeren Thema, nämlich der Überlegung, haben wir eine Volksabstimmung durchgeführt. Es wurde mit einem überwältigenden Jahr entschieden, dass wir für die nächsten zwölf Monate keine Flüchtlinge in der Gemeinde aufnehmen würden. Es war ein Sieg der Vernunft und eine große Erleichterung. So gingen wir glücklich und optimistisch in unser fünftes Jahr im Tal. Es klingt wie ein Klischee, aber für mich und ich bin mir sicher, für uns alle dort waren diese Jahre im Tal die Besten unseres Lebens. Jetzt, da wir die Bevölkerungsfrage geklärt hatten, würde es hoffentlich noch viele Jahre unser Zuhause sein. Teil 2 Böses Erwachen Kapitel 17 Meine Augen stoppten auf. Ich starrte hinauf zu dem mondbeschiedenen Schatten an der Decke und fragte mich, ob der laute Knall aus einem Traum gekommen war, an den ich mich nicht erinnern konnte. Das war ein Schuss. Indigos sanfte Stimme neben mir zerstreute jeden Zweifel, dass ich es geträumt hatte. Ich stand schnell aus dem Bett auf und begann, meine Jeans anzuziehen, als ein automatischer Schuss, gefolgt von einem entfernten Schrei, einen Stromstoß durch mich schickte. Wir werden angegriffen. Ich ließ mich halb auf das Bett fallen und begann, meine Stiefel anzuziehen, wobei meine Finger vor Schreck plötzlich unbeholfen wurden. Indigo war bereits aus dem Bett aufgestanden und wickelte den noch schlafenden Max vorsichtig ein. Peng! 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 Schnell! Du bringst ihn besser in den Keller. Wir sollten alle Mädchen nach unten bringen. Ja, sagte Indigo jetzt ganz sachlich. Ich ging zum Schrank, holte meine Pistole und ein Gewehr heraus und rannte zur Tür. Indigo wartete dort auf mich und wir küssten uns, während Ben und Luke an uns vorbei den Flur hinunterliefen. Komm schon, du Tudeltaube, sagte Luke. Seine Stimme klang aufgeregt und überhaupt nicht ängstlich. Die Schüsse kamen vom Tor. Sei vorsichtig, sagte Indigo. Bin ich. Nimm ein paar Waffen mit in den Keller und komm erst wieder raus, wenn einer von uns Entwarnung gibt. Ich gab Max einen Kuss auf den Kopf und Brooke kam mit einer Pistole an, gerade als ich mich umdrehte, um mit meinen beiden Freunden hinunterzulaufen. Pass auf, dass Luke nichts Verrücktes anstellt, rief sie mir nach. Wir flogen zu zweit die Treppe hinunter, rannten durch das Wohnzimmer und stürmten durch die blaue Tür auf die Veranda. Es war eine dunkle Nacht und meine Augen brauchten ein paar Sekunden, um sich daran zu gewöhnen, als wir den Hügel hinauf in Richtung der Schreie, Rufe und Schüsse rasten. Noch mehr unserer Leute rannten aus der Scheune und den Wohnquartieren um sie herum. Einige johlten vor Aufregung, andere machten große Augen vor Angst. Es war schwer, sich nicht von der Aufregung anstecken zu lassen. Unsere Angst vor dem Unbekannten wurde durch das Gefühl der Kameradschaft und der Sicherheit in der Menge ausgeglichen. Luke war ein schlachsiger Schatten, der vor uns herlief und er wurde langsamer, als wir uns dem Boot Hill näherten, einem großen Hügel, um den sich die Auffahrt schlängelte, bevor sie sich wieder klettete und zu den Toren weiterführte. Er drehte sich um, gab uns allen ein Zeichen, langsamer zu werden und machte mit seinem Haken eine abschneidende Bewegung gegen seine Kehle. Das Gejohle der anderen vererbte langsam, als wir ihn einholten. Das Krachen der Gewehrschüsse setzte sich hinter dem kleinen Hügel fort. Luke machte eine schnelle Zählung, als wir uns um ihn versammelten. Er wurde von einem gewaltigen Krachen aus der Richtung des Tores unterbrochen, gefolgt von dem Kreischen von Metall auf Metall und dem Aufheulen eines Motors. Los, sie sind durch, schrie Luke. Wir rannten hinter ihm her. Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber ich spürte eine rechtschaffende Wut darüber, dass es jemand gewagt hatte, unser Tor zu durchbrechen und auf meine Leute loszugehen. Wir umrundeten den Hügel und gingen auf das Tor zu. Ich konnte etwa zwölf Gestalten zu Fuß ausmachen, die über die Trümmer des Tores und den Teil der Mauer, der mit ihm eingestürzt war, kletterten. Vor ihm raste das Fahrzeug, das unseren Schutzwall durchbrochen hatte, auf uns zu. Es war ein olivgrüner LKW mit einem schweren Metallgitter an der Front und Stahlplatten über der Windschutzscheibe. Es gab zwei schmale, horizontale Schlitze, durch die der Fahrer sehen konnte und die Platten waren eindeutig nicht Teil der ursprünglichen Konstruktion. Ich konnte Gestalten sehen, die um die Trümmer des Tores verstreut waren. Leichen, die Körper unserer Leute. Ein Knorren entwich meinen Lippen, als ich begann, auf die Eindringlinge zu schießen. Die meisten der anderen, die bei uns waren, hatten keine Waffen, aber zum Glück schienen auch die Angreifer nicht bewaffnet zu sein. Vielleicht von unserer Anzahl überrascht, begannen die Angreifer langsamer zu werden und fielen hinter das Fahrzeug zurück, das nun auch langsamer wurde, um Deckung zu geben. Ich sah, wie mindestens zwei Angreifer mein Feuer erbiederten. Einer von uns fiel, angeschlagen. Es war ein ruhiger Junge mit blondem Haar, der erst ein Jahr zuvor angekommen war. Mein nächster Schuss fand sein Ziel und der Schütze fiel, sich in den Bauch haltend zu Boden. Ich sah Luke aus dem Augenwinkel. Er blieb stehen, drehte sich halb um, hob seine kleine Armbrust und stützte sie auf seinen Haken. Der verbliebene, feindlich Schütze, sah Luke und zielte auf ihn, während er selbst zur Zielscheibe wurde. Ich begann ebenfalls meine Waffe zu zücken, als ein wütender Schrei zu meiner Rechten mich ablenkte. Ein Junge von unserer Seite rannte auf den bewaffneten Feind zu, einen Tomahawk über seinem Kopf erhoben. Der Feind zögerte nicht. Er richtete seine automatische Waffe auf den Jungen und gab einen Feuerstoß ab, der im Bruchteil einer Sekunde verstummte, als ihn der Pfeil aus Lukes Armbrust traf. Sowohl der Angreifer als auch der Junge mit dem Tomahawk stürzten ein paar Meter voneinander entfernt zu Boden. Der Feind klammerte sich an den Bolzen seiner Brust und der Junge an unserer Seite war stumm und blutete. Luke warf seine Armbrust zum Boden, sie war nur für einen Schuss gut, weil er mit seiner einen Hand nicht schnell nachladen konnte. Er zog eine Pistole aus seinem Gürtel und begann auf die Schlitze in der gepanzerten Windschutzscheibe des Trucks zu schießen. Ich feuerte auch einen Schuss ab, entschied mich dann aber, mich auf die Kämpfer zu konzentrieren, die hinter dem Fahrzeug Schutz suchten. Es gelang mir, einen von ihnen zu treffen, als die anderen von unserer Seite das nun fast stillstehende Fahrzeug erreichten, um es herumschwärmten und den Feind in einen heftigen Nackal verwickelten. Von meiner Position auf der linken Seite des Fahrzeugs konnte ich den Fahrer gut sehen. Das Leuchten des Armaturenbretts reichte gerade aus, um seine Gesichtszüge zu erkennen. Es war nicht Ash. Ich hatte keinen Zweifel, dass unsere Angreifer zu seiner Bande von Plünderern gehörten, aber die Augen des Fahrers waren dunkel, nicht das unheimliche hellblau ihres Anführers. Der Fahrer knurrte, als Lukes gut gezielte Kugeln um den Schlitz herumflogen und trat aufs Gas. Offensichtlich beschloss er, dass es genug war. Er zielte direkt auf Luke und verfehlte nur knapp zwei weitere unserer Verteidiger, die aus dem Weg sprangen. Luke wartete bis zur letzten Sekunde, dann wich er den Zwei-Tonnen-Metall aus, die auf ihn zurasten. Er war nicht schnell genug. Die Kante des schweren Gitters an der Vorderseite des Lastwagens traf ihn am Knöchel und schleuderte ihn in den Dreck. Der Fahrer drehte sich um und raste den Hügel wieder hinauf, bevor er in der Nähe der Kämpfe scharf anhielt, wobei die Reifen des Lastwagens Dreck und Schotter umwirbelten. Schnapp dir einen von ihnen, Thompson, brüllte der Fahrer. Ich begann zu rennen. Der, der Thompson hieß, sprang heraus und schnappte sich einen der kleineren Jungen. Ich erkannte ihn als Benjamin, ein Junge aus Joes und Brocks Gruppe. Thompson buxierte ihn in die Beifahrertür, als ich ankam. Ich konnte nicht schießen, ohne die Möglichkeit, Benjamin zu treffen. Also rannte ich auf sie zu, in der Hoffnung, ihn wegzuzerren, bevor er entführt werden konnte. Der Fahrer packte Benjamin an den Haaren, gab wieder Gas und fuhr los, noch bevor sein eigener Mann wieder sicher einsteigen konnte. Ich bückte mich und packte das Bein desjenigen, der Thompson hieß, als er sich bemühte, hinter ihrem Gefangenen in das fahrende Fahrzeug zu klettern. Thompson hielt sich krimmig fest und benutzte sein anderes Bein, um nach mir zu treten. Ich konnte hören, wie Benjamin um Hilfe rief, aber es war sinnlos. Mein Griff begann abzurutschen und das Scheuern der schmutzigen Auffahrt an meinen Beinen und Füßen machte es unmöglich, mich festzuhalten. Schließlich fiel ich ab, rollte einige Male, bevor ich zum Stehen kam. Ich hatte nichts als einen abgenutzten Laufschuh in der Hand. Ich kam auf meine Beine, bemerkenswert, unversehrt von meinem Kampf und dem anschließenden Sturz. Ich nahm das Ziel ins Visier und schoss auf die Hinterreifen in einem letzten Versuch, den rasenden Truck zu stoppen. Ich verfehlte ihn und sah hilflos zu, wie der Truck über die Trümmer des Tores zurück auf die Straße rollte. Scheiße, rief ich frustriert, bevor ich zurück zu den Kämpfen rannte. Ich kam zur selben Zeit wie weitere unserer Leute dort an. Einige der Angreifer flohen nach dem Lastwagen. Offensichtlich gefiel ihnen die Situation nicht, aber der Rest kämpfte weiter. Ich versuchte, auf die Angreifer im Nahkampf zu zielen, aber es gab keine Möglichkeit, den Feind zu erschießen, ohne meine eigenen Leute zu riskieren. Ich entschied mich für die Option, einen Schuss in die Luft abzugeben. Es hatte den gewünschten Effekt. Alle erstarrten und ich richtete meine Waffe auf das Gesicht von einem von ihnen. Es war ein Junge mit rasiertem Kopf und sommersprossigem Gesicht. Er ließ sofort seine Waffe fallen, eine kurze, blutverschmierte Axt und hob die Hände. Die anderen drei sahen aus, als wollten sie weiterkämpfen, als Luke eintraf, dessen Waffe und Haken im Mondlicht glitzerten. Sein Erscheinen schien ihnen zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen und sie ließen ebenfalls ihre Waffen fallen und hoben ihre Hände. Mutter auf den Boden, schrie Luke sie an. Sie ließen sich fallen und Ben begann, ihre Waffen einzusammeln, ein Sortiment von modifizierten Werkzeugen. Luke steckte seine Waffe in den Halfter und hob die Axt auf, die der sommersprossige Junge fallen gelassen hatte. Es gab Geschrei und wütende Rufe von denen, die am Tatort ankamen, als sie die Zerstörung von Leib und Leben entdeckten, die in diesen wenigen Minuten des Chaos über unsere eng verbundene Gemeinschaft gekommen war. Jetzt, wo sich die Hitze des Gefechts gelegt hatte, fühlte ich mich krank und merkte, dass meine Hände zitterten. Unser einziger Pickup-Truck kam an, gefahren von Jamal. Er, Danny, Ellie und Bo sprangen heraus und begannen, Ben bei der Versorgung der Verwundeten zu helfen. Danny, Bo, könnt ihr dafür sorgen, dass die Gefangenen gefesselt und bewacht werden? Luke und ich müssen uns den Schaden ansehen, sagte ich. Wir liefen zum Tor. Es gab keine Spur von dem Lastwagen oder den Feinden, die zu Fuß weggelaufen waren. Es war so schnell vorbei, wie es begonnen hatte. Nur eine Spur von Tod und Zerstörung zeugte vom Vorübergehen des Feindes. Sie müssen ein anderes Fahrzeug gehabt haben, das gewartet hat, sagte Luke, als er an den kaputten Toren stand und die leere Straße hinunterblickte. Was sollen wir wegen Benjamin tun? Ich weiß es nicht. Natürlich wollte ich ihn hinterherfahren, um ihn sicher zurückzubringen. Aber das konnten wir in diesem Moment nicht tun. Vielleicht gar nicht. Alle vier unserer Wachen waren am Boden und, wie ich befürchtete, tot. Sie hatten tapfer gekämpft. Wir fanden drei tote Angreifer außerhalb der Mauer und einen weiteren innerhalb der Absperrung. Wir überprüften unsere Leute, eine nach dem anderen. Zwei waren erschossen worden und eine weitere Person, ein Mädchen, das ich nicht erkannte, hatte eine große Schnittwunde quer über den Hals und hinunter in die Brust. Die Axt. Ihre Augen waren weit geöffnet und starrten in den Sternenhimmel, als wäre sie erstaunt über das, was sie dort sah. Ich schloss sie sanft und spürte, wie sich eine kalte Wut in mir aufbaute. Der letzte Körper war der eines jungen Burschen von etwa 14 Jahren. Er lag zerfetzt und blutend in den Reifenspuren, die der Lastwagen hinterlassen hatte. Luke stand wieder auf und sah mich an, seinen Mund zu einer Kremasse verzogen. Wir werden die Nacht durcharbeiten müssen, um das Tor wieder hochzukriegen. Vielleicht müssen wir einen der Busse benutzen, um es zu blockieren, bis wir etwas Dauerhaftes einrichten können. Kapitel 18 Wir arbeiteten uns durch den Rest der Nacht und bis zum Morgenkrauen hatten wir es geschafft, die Mauer zu reparieren und einen der Schulbusse als behelfsmäßiges Tor zu benutzen. Wir arbeiteten mit einem Gefühl der Dringlichkeit, denn zu diesem Zeitpunkt wusste keiner von uns, ob oder wann die Plünderer mit einer größeren Streitmacht zurückkommen würden. Als wir fertig waren, brach der Morgen an. Erschöpft ging ich hinunter, um die Verletzten zu besuchen. Jamal hatte einige Zelte aufgebaut und versorgte die Wunden der Verletzten mit dem, was in unserer Welt als medizinische Ausrüstung galt. Im besten Fall bestand das aus Schienen, Verbänden, Antiseptika und Schmerzmitteln. Unten auf dem Hügel sammelten und ordneten Ben und ein paar andere die Körper unserer Toten. Außer dem entführten jungen Benjamin hatten wir vier Leute am Tor verloren und zwei weitere bei der Abwehr der Eindringlinge. Der Junge, der den Tomahawk trug, war noch am Leben, aber in einem sehr schlechten Zustand. Die Kugeln hatten ihm die Knochen im Oberarm zertrommert. Jamal schüttelte den Kopf, als ich ihn ansah. Es gab drei weitere Verletzte. Einer hatte ein gebrochenes Bein und die anderen beiden hatten eher oberflächliche Wunden von den Kämpfen. Sie sollten alle in Ordnung sein, wenn wir ihre Wunden sauber halten können. Alles in allem hatten wir fünf Feinde getötet und vier Gefangene gemacht. Als ich aus dem Zelt ging, hörte ich ein herzzerreißendes Wimmern. Ich erstarrte und sah zu der Gruppe, die sich förmlich um unsere Toten versammelt hatte. Ein Mädchen von etwa acht Jahren hielt und umarmte das Mädchen, das von dem Axtschwinger getötet worden war. Und das Blut des toten Mädchens befleckte den weißen Pullover, den sie trug. Jamal trat zu mir. Und das ist ihre Schwester. All die Angst, die Traurigkeit und die Wut der letzten Stunden trafen mich wie ein Güterzug und ich spürte, wie die Glut meiner kalten Wut zu etwas viel Mächtigerem auflandte. Es würde eine Abrechnung geben. Und zwar jetzt. Ich änderte den Kurs und pirschte mich an die Gefangenen heran, wobei ich meine Pistole zog, während ich ging. Danny stand wache über ihnen, eine Pistole in der Hand. Sein unsicherer Blick in meine Richtung alarmierte sie und alle vier sahen erschrocken aus, als ich mich näherte. Meine Wut war so offensichtlich, als ob mein Haar in Flammen gestanden hätte und sie zuckten zurück, als ich sie erreichte. Ich beugte mich vor, packte den sommersprossigen Axtmann am Kragen seines Hemmnes und zerrte ihn zu unseren Toten hinüber, wobei seine Füße im Staub strampelten, als er versuchte, zu entkommen. Das kleine Mädchen kreischte, als es uns näher kommen sah und fiel über ihre Schwester, als wolle sie sie beschützen. Ich bemerkte es nicht. Ich schwang den Mörder herum, nahm seinen Kragen in die Hand und drückte fest zu, während ich ihn schüttelte, sein Gesicht nur Zentimeter vom bleichen Gesicht seines Opfers entfernt. Siehst du, was du getan hast, du Arschloch, du mörderisches Arschloch? spuckte er. Ich rammte ihm meine Waffe gegen die Schläfe. Was hast du zu sagen? Es tut mir leid, bitte töte mich nicht. Bitte! Zu spät für Entschuldigung, Arschloch! Ich drückte den Lauf fester gegen seine Schläfe und begann abzudrücken. Isaac! Indigos Stimme schnitt durch den Nebel meiner Wut wie ein Laser durch die dunkle Nacht. Ich erstarrte und sah auf. In ihren Armen hielt sie Max, meinen wunderschönen Sohn. Tränen füllten meine Augen. Er muss sterben für das, was er getan hat, sagte ich schlicht. Nicht auf diese Weise, Isaac. Nicht hier, nicht jetzt. Sie nickte in Richtung des trauernden, verängstigten Mädchens vor uns. So machen wir das nicht. Nein, er. Ich rang nach Worten, um zu erklären, warum es geschehen musste. Sie ging auf mich zu und legte sanft ihre Hand auf meine. Nicht so. Aus den pröstlichen Armen seiner Mutter sah mein kleiner Junge zu mir auf. Seine Augen waren tiefblau und er lächelte ein zartes Lächeln. Meine Wut ließ nach. Ich ließ zu, dass sie meine Hand mit der Waffe von dem beabsichtigten Ziel wegzog. Ich gab den Kragen des Mörders frei und er fiel auf Hände und Knie, hustete und rang nach Luft. Luke kam herüber, sein Gesicht unleserlich und half dem zitternden Killer zurück zu seinen Kameraden. Komm und ruhe dich aus, sagte Indigo und zog sanft an meine Hand. Ich nickte, steckte meine Waffe in meine Jeans und ließ mich von ihr zurück zum Haus führen. Kapitel 19 Indigo überredete mich, nach unserer Rückkehr zum Haus ein Nickerchen zu machen. Es dauerte lange, bis ich einschlief, aber schließlich schaffte ich es und wachte zwei Stunden später auf, hungrig und mit verschwommenem Verstand. Ich nahm ein spätes Frühstück ein und brief eine Ratsversammlung ein, um zu entscheiden, was wir angesichts des Angriffs tun würden. Unsere erste Entscheidung war schnell und einfach. Sowohl Brock als auch Joe hatten eine Leidenschaft für Motorräder und hatten die vier Motorräder, die wir im Laufe der Jahre erworben hatten, gut gewartet. Wir schickten ein dreiköpfiges Team auf den Motorrädern aus, angeführt von Joe, um die Straße von Ashland aus zu überwachen. Sie bekamen genügend Vorräte für zwei Tage. Die Motorräder waren unser schnellstes und am wenigsten aufdringliche Transportmittel. Und falls die Plünderer sich entschließen sollten, zurückzukehren, wollte ich eine rechtzeitige Warnung. Sie hatten den strikten Befehl, den Feind nicht anzugreifen und so schnell wie möglich zurückzukehren, wenn sie ihn in unsere Richtung kommen sahen. Als nächstes kam die Frage nach den vier Gefangenen. Es wurde einstimmig beschlossen, dass die vier am nächsten Tag wegen Mordes vor Gericht gestellt werden sollten. Die einzige Frage, die es zu diskutieren gab, war, welche Strafe verhängt werden würde, wenn wir sie für schuldig befänden. Die schlimmsten Verbrechen, mit denen wir es vor der Invasion zu tun gehabt hatten, waren Diebstahl und Körperverletzung gewesen. Wir hatten uns nicht gescheut, harte Entscheidungen zu treffen und hatten tatsächlich mehrere Leute aus dem Tal verbannt. Diese besondere Strafe schien für die meisten unserer Bürger abschreckend genug zu sein. Wir hatten eine Hinrichtung nur als eine Option für was wäre wenn diskutiert. Wie ich erwartet hatte, waren die meisten der Mädchen strikt gegen die Idee, alle außer Brook. Luke. Wir können sie nicht einfach verbannen, argumentierte Luke. Was für eine Art von Strafe ist das? Sie werden sofort zu ihren Leuten zurückkehren und versuchen noch mehr von uns zu töten, sobald sie die Gelegenheit dazu bekommen. Luke hat recht, sie haben alle Blut an ihren Händen. Eine Hinrichtung ist das Einzige, was Sinn macht, sagte Paul. Ich habe keine gute Lösung, sagte Indigo. Aber wie kannst du überhaupt daran denken, das zu tun? Wer soll sie denn erschießen? Wirst du den Abzug betätigen, Paul? Luke? Paul errötete. Wenn ich es muss, ja, sagte Luke entschlossen. Warum machen wir überhaupt einen Prozess, fragte Ellie. Es scheint, als hätten wir bereits entschieden, dass sie schuldig sind. Aber sie sind es, sagte Danny. Isaac, was denkst du? Ich sah mich im Raum um. Mein Blick fiel auf einen nach dem anderen, bis er schließlich auf Indigo zur Ruhe kam. Wir können sie nicht gehen lassen, sagte ich. Und wir können sie nicht einsperren. Sie zu exekutieren ist der einzige Weg. Ich sah Tränen in Indigos Augen. Brooke legte ihre Hand auf Indigos, obwohl sie der gleichen Meinung war wie ich. Ich kam mir vor wie der größte Mistkerl der Welt. Aber wir mussten tun, was für uns alle richtig war. Wir wissen, dass sie alle schuldig sind. Aber wir werden trotzdem einen Prozess durchführen. Unsere Leute müssen sehen, dass wir nicht nur gedankenlose Killer sind. Wir müssen darüber reden, was sie getan haben. Und dann müssen wir sie zum Tode verurteilen. Aber nicht mit Pistolen. Ich kenne einen anderen Weg. Schnell und schmerzlos. Kapitel 20 Der nächste Tag brach an. Es war hell und sonnig. Angesichts dessen, was wir an diesem Tag zu tun hatten, wäre mir ein bedeckter Trübermorgen lieber gewesen. Als ich aufwachte, war ich nicht gut gelaunt. Indigo war kühl zu mir gewesen, als wir uns für den Abend zurückgezogen hatten. Aber wenigstens hatte sie meinen guten Nachtkuss nicht zurückgewiesen. Indigo war still, als wir in unserem Zimmer frühstückten. Es war nichts Ausgefallenes, nur etwas Brot und Erdnussbutter, die wir im Schrank aufbewahrten, für den Fall einer Hungerattacke. Ich glaube, keiner von uns hatte Lust, mit der Gruppe zu frühstücken. Jedenfalls sagte sie nichts dagegen, als ich vorschlug, in unserem Zimmer zu essen. Ich fühlte mich mies, als hätte ich sie im Stich gelassen. Aber ich wusste in meinem Herzen, dass es die richtige Entscheidung war. Ich spülte den letzten Rest meines Brotes mit Wasser hinunter. Nun, ich ziehe mich besser an und gehe nach unten, sagte ich, schob meinen Stuhl weg und stand auf. Indigo ergriff meine Hand und drückte sie. Ihr Gesicht hatte einen traurigen Ausdruck. Aber diese einfache Geste ließ mich wissen, dass zwischen uns alles in Ordnung war. Trotzdem spürte ich, als ich mich anzog, dass eine schwere schwarze Wolke über mir hing. Die Hinrichtung mochte das Richtige sein, das einzig Richtige. Aber richtig zu sein, machte es nicht einfacher. Luke und ich besprachen kurz, wie wir den Prozess führen würden und um neun Uhr morgens gingen wir auf die Veranda hinaus. Luke hielt ein Megafon in der Hand, das wir zwei Jahre zuvor in einer Schule entdeckt hatten. Es machte ein schreckliches, kreischendes Geräusch, als er es zum ersten Mal an den Mund hielt und diejenigen von uns, die ihm am nächsten waren, hielten sich die Hände über die Ohren. Aber niemand lachte. Ich war nicht der Einzige, der den Ernst der Lage spürte. Achtung, alle zusammen, bitte versammelt euch auf dem Platz. Ich wiederhole, versammelt euch auf dem Platz. Langsam, aber sicher kamen unsere Leute aus ihren Quartieren oder verließen ihre Arbeitsplätze und begannen, sich vor der erhöhten Veranda zu versammeln. Wir hatten dieses Fleckchen Erde Square genannt und dort hielten wir alle unsere Gemeinschaftstreffen und Feiern ab, einschließlich Thanksgiving und Weihnachten. Wir schwiegen, während wir darauf warteten, dass sich die Nachzügler zu uns gesellten. Als ich in das Meer der nach oben gerichteten Gesichter blickte und dem aufgeregten Stimmengewirr lauschte, wurde mir bewusst, wie groß unsere Gruppe geworden war. Das Gespräch verstummte, als Luke wieder an den Rand der Veranda trat und das Megafon hochhielt. Leute des Tals, wir sind hier versammelt, um einen Prozess zu führen und ein Urteil über die Leute zu fällen, die in den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages unser Zuhause überfallen und unsere Leute getötet haben. Erschieß die Wechsel, rief jemand aus der Menge und es folgte ein Chor von Zustimmung und Ja-Rufen. Ruhe bitte, sagte Luke und hielt seinen Haken wie eine ungewollte Drohung hoch. Die Menge verfiel langsam in Schweigen. Dies war keine Verhandlung, die einer aus den früheren Tagen ähnlich gewesen wäre. Es gab keinen Richter, keine Anwälte und keine Geschworenen. Diejenigen von uns im Talrat waren im Wesentlichen Richter, Geschworene und Henker in einer Person. Neben dem Triumvirat, Luke, Jamal und mir, bestand der Rat in diesem Jahr aus Paul, einem Jungen namens Robert, der zwei Jahre zuvor angekommen war, Ellie und Danny. Der Rat wurde jedes Jahr gewählt, um den täglichen Ablauf im Tal zu regeln. Das Triumvirat hatte ein Veto-Recht in allen Angelegenheiten, aber seit wir den ersten Rat in unserem zweiten Jahr gegründet hatten, hatten wir es noch nie nutzen müssen. Es war ein Beweis für unsere Zielstrebigkeit, wenn es um das Wohl der Gruppe ging. Wir saßen alle auf Stühlen auf der Veranda und überblickten die Menge. Ben sollte als Hofaufseher fungieren. Als Luke die Menge beruhigt und seinen Platz eingenommen hatte, trat Ben vor und formte die Hände um seinen Mund. Bringt die Gefangenen heraus! Die vier Gefangenen wurden von zwei unserer Leute, Mitglieder von Lukes Sicherheitsteam, hinausgeführt. Die Mörder waren im Compound eingesperrt worden. Einem kleinen Gehege, das wir in der Nähe der Bäume im hinteren Teil des Kunststücks errichtet hatten. Sie sahen etwas mitgenommen aus nach der harten Nacht, die sie durchgemacht hatten. Ihre Hände waren vor ihrem Körper gefesselt und ich machte mir eine mentale Notiz, mit Luke darüber zu sprechen, seinen Männern beizubringen, sie in Zukunft hinten zu fesseln. Sie wurden vor der Veranda zum Stehen gebracht und aufgefordert, sich umzudrehen und sich uns zuzuwenden. Drei von ihnen hatten ihre Köpfe gesenkt. Ob aus Reue oder in der Hoffnung, wir würden Mitleid mit ihnen haben, weiß ich nicht. Der Axtmörder blickte trotzig zu uns auf. Ich nickte Ben zu. Ihr vier seid angeklagt wegen Mordes und Verletzung Unschuldiger. Wie plädiert ihr? Verpiss dich, spuckte der Trotzige. Ich verspürte Wut über seine Haltung und rang darum, etwas zu sagen. Ben kam mir zuvor. Ich nehme mir das als Schuldeingeständnis an, sagte er sanft. Danke, was ist mit euch dreien? Die anderen waren vorsichtiger. Zwei von ihnen bekannten sich leise schuldig. Der Dritte begann zu weinen. Ich habe niemanden umgebracht, blubberte er. Hast du geschossen? fragte Ben, ohne dass seine Stimme von Mitleid gefärbt war. Ja, aber ich habe ihn nur gestreift. Ich habe seinen Arm getroffen. Richtig, also hast du versucht, ihn zu ermorden, aber deine Treffsicherheit war scheiße. Ja, aber ich habe es nicht getan. Er ist daneben. Ben sprang von der Veranda herunter, pürschte sich an den Jungen heran und beugte sich thronend über ihn. Der Junge zuckte vor Bens offensichtlicher Wut zusammen. Bis zum Morgen ist er tot, sagte er mit tiefer, gefährlicher Stimme. Das Gesicht des Jungen sackte in sich zusammen und er begann zu schluchzen. Ich will nicht sterben. Halt die Klappe singen, verdammte Heusose. Sie werden bekommen, was sie verdient haben, wenn Ash zurückkommt. Ben richtete seine Aufmerksamkeit auf den sommersprassigen Axtmörder. Du bist viel mutiger, als du es gestern warst. Wie auch immer, knurrte der Junge. Ben drehte sich auf den Fersen um, trat auf die Veranda und stellte sich ihnen wieder gegenüber. Ihr steht vor unserem Rat, sagte er etwas förmlicher. Sie werden über euer Schicksal entscheiden. Wie stimmt ihr ab, Rat? Luke stand als Erster auf. Schuldig! Ich stand auf. Schuldig! Indigo stand auf und ich hielt den Atem an, als sie innehielt und auf die Vier hinunterblickte. Schuldig, sagte sie leise und setzte sich. Der Rest des Rates stand auf, einer nach dem anderen und sprach das gleiche Urteil. Wie lautet die Strafe, die ihr beschlossen habt? fragte Ben, als wir alle wieder saßen. Diesmal stand ich auf. Die Strafe ist der Tod. Noch immer war der Axtmörder trotzig, seine Zähne gefletscht mit einem stummen Knurren. Die anderen, selbst der Weinende, nahmen die Verkündigung mit einem Anflug von Schicksalsergebenheit hin. Bringt sie in die Scheune. Die beiden Wachen bewegten sich, um die Gefangenen wegzubringen und ich spürte, wie ich mich entspannte. Ich drehte mich zu Indigo um und wollte sie gerade trösten, als rechts von mir Ellie aufschree. Ich schaute reflexartig in ihre Richtung, bevor mich das Geräusch von Gerangel auf die Gefahr hinter uns aufmerksam machte. Ich stürzte schnell auf Indigo und drückte sie zu Boden, als das laute Klatschen eines Schusses die Menge in die Flucht schlug. Der Schuss zerschmetterte das Fenster, vor dem wir nur eine Millisekunde zuvor gestanden hatten und Glas zersplitterte über uns hinweg, als wir auf die Dielen fielen. Später erfuhr ich, dass der Axtmörder sich eine Pistole von einem der Wachmänner geschnappt und sofort auf mich gezielt hatte. Nur Ellie's Schrei und meine schnelle Reaktion hatten uns gerettet. Nenne es Schicksal oder Glück oder Karma oder was auch immer du willst, aber an diesem Morgen hatte ich zum ersten Mal seit zwei Jahren meinen Pistolenholster angelegt. Luke lag auf dem Rücken neben mir und fluchte, während er sich abmühte, seine eigene Waffe mit seiner guten Hand zu befreien. Es gab einen weiteren Schuss und ich sah, wie die zweite Wache zu Boden ging, während der Mörder, der seinen Arm um den Hals der ersten Wache gelegt hatte, zurückwich und seine Waffe hin und her schwenkte, während sich die Menge hinter ihm zerstreute. Ich zögerte nicht. Ich stand auf und zielte auf sein hasserfülltes Gesicht. Er schoss wieder und ich zuckte zurück. Zum Glück zielte er dieses Mal nicht so genau und ich hörte ein Stöhnen hinter mir. Ich konnte keine Zeit mehr verschwenden. Ich drückte ab. Ich hatte schon oft in Filmen gesehen, wie Helden Schurken über die Schultern ihrer Gefangenen hinweg erschossen, aber das hier war nicht nur gespielt. Anstatt den Bösewicht im Gesicht zu treffen, traf meine eigene Kugel unseren eigenen Mann in die linke Schulter. Scheiße! Unser Mann fiel um wie ein Stein und der Killer taumelte zurück und hielt sich die freie Hand über die eigene Schulter. Glück im Unglück, denn mein beschissenes Ziel bedeutete, dass die Kugel durch den Wachmann hindurchgegangen war und ihn in der Schulter des Waffenarms getroffen hatte. Der Arm baumelte nutzlos und die Waffe, die er eine Minute zuvor gestohlen hatte, fiel ihm aus den tauben Fingern. Er schaute mich an. Die Angst überwältigte jetzt jeden Trotz, den er noch hatte. Aber er war noch nicht fertig. Sein Kopf begann sich hektisch hin und her zu drehen. Ich konnte nicht riskieren, dass er noch eine Geisel nimmt. Ich atmete tief durch und beruhigte mich, so wie Luke es mir vor einer gefühlten Ewigkeit gezeigt hatte. Ich pfiff und er sah mich an. Mein zweiter Schuss traf ihn durch das linke Auge. Er fiel nach hinten. Der letzte Ausdruck in seinem Gesicht dumme Überraschung. In den nächsten paar Minuten herrschte große Verwirrung. Ich bin froh, dass Luke und Ben das Kommando übernahmen, denn ich glaube, ich war in einem Schockzustand. Ich setzte mich auf die Stufen und Indigo setzte sich neben mich. Die Waffe baumelte an meinen Fingern, schwer wie ein Ziegelstein, bis Indigo sie mir wegnahm. Ihre warme Hand fand meine. Du hast getan, was du tun musstest. Ich hätte ihr erzählen können, dass ich vorhin gesehen hatte, wie die Hände der Gefangenen vorne gefesselt waren. Das, wenn ich sie nur dazu gebracht hätte, sie richtig zu fesseln, als ich es entdeckte, nichts von dem hier passiert wäre. Andererseits, wenn Indigo mich den Bastard am Tag zuvor hätte erschießen lassen, hätte er nicht die Chance gehabt, wieder zu töten. Nein, es war nicht meine Schuld. Ich würde diese Fehleinschätzung hinter mir lassen, so wie ich andere hinter mir gelassen hatte, seit die Chinesen uns überrumpelt hatten. Ich musste es tun, nicht nur für mich, sondern auch für Indigo und den kleinen Max. Bo und Jamal legten den Wachmann, den ich versehentlich verwundet hatte, auf eine selbstgebaute Bahre und brachten ihn zur Krankenstation. Zum Glück war er bei Bewusstsein und wirkte nicht allzu verstört. Ich hoffte, das war ein gutes Zeichen. Luke hatte unser letztes Todesopfer bereits mit einem Laken zugedeckt. Ein weiteres, totes Kind. Es war schwer, sich die Leute im Tal anders vorzustellen als Kinder. Abgesehen von Jamal, der ein paar Monate älter war als ich, waren Luke und ich die ältesten Menschen im Tal. Aber egal, was wir durchgemacht hatten oder was wir taten, ich fühlte mich immer noch wie ein Kind, wenn auch eines mit Verantwortung. Der tote junge Ramsey war erst 18. Ein weiterer Grabstein auf unserem kleinen Friedhof. Ein Friedhof, der viel zu schnell wuchs. Er war gerade erst für Lukes Sicherheitstruppe rekrutiert worden und ich kannte nicht einmal seinen Namen, bevor er getötet wurde. Ich sagte das zu Indigo und fühlte mich beschissener als je zuvor. Du kannst nicht von jedem den Namen wissen, Isaac. Es gibt jetzt zu viele von uns. Komm, lass uns zu Max gehen. Das wird dich aufmuntern. Ich hatte das Gefühl, ich sollte bleiben und beim Aufräumen helfen, aber sie hatte recht. Ich musste meinen Jungen sehen. Er spielte fröhlich mit Peace, als wir ins Haus gingen. Er ist ein guter Junge gewesen, fragte ich das kleine Mädchen. Ja, das war er, Onkel Isaac. Was ist draußen passiert? fragte Ava. Während Indigo sich leise mit Ava unterhielt, nahm ich Max in den Arm und drückte ihn, wobei ich über das Kluxen, das er hervorbrachte, lächelte. Oh, das ist ja furchtbar, sagte Ava. Wir saßen noch eine Weile da, bevor wir Max für ein Nickerchen hochnahmen. Wir lagen ein paar Stunden lang, Indigo und ich, in den Armen des anderen, während unser kleiner Mann schlief. Kurz vor dem Mittagessen klopfte es an der Tür. Es war Luke. Geht es dir gut? fragte er. Ja, was gibt's? David, der Junge, der von dem Plünderern in den Arm geschossen wurde, ist vor ein paar Minuten gestorben. Oh. Er hat nicht gelitten. Er war zugetrönt mit Morphium. Was ist mit dem Jungen, den ich angeschossen habe? Jemai meint, er wird wieder gesund, solange sich die Wunde nicht infiziert. Die Kugel ging durch, ohne etwas Lebenswichtiges zu treffen. Okay, das ist gut. Ja, hör zu. Wir haben die drei Gefangenen in der Scheune. Wir haben auf dich gewartet. Es ist nicht wirklich fair, sie noch länger warten zu lassen. Weißt du, um den Todestrakt und so weiter. Okay, scheiße. Ja, natürlich. Tut mir leid. Daran habe ich in der ganzen Aufregung gar nicht gedacht. Ich werde jetzt kommen. Kapitel 21 Der Weg zur Scheune kam mir an diesem schrecklichen Tag furchtbar lang vor. Also, was ist deine Idee, sie zu vergasen? Ich hätte wissen müssen, dass Luke meine schmerzlose und schnelle Hinrichtungsmethode erraten würde. Ich nickte. Gute Idee. So bin ich, ein echter Traufgänger, wenn es darum geht, Leute zu töten. Hey, sagte er und packte mich an der Schulter. Denk dran, was sie getan haben, wovon sie ein Teil waren. Du hast es selbst gesagt, das ist der einzige Weg. Ich hielt seinen scharfen Blick einen Moment lang, dann nickte ich und sah auf den Boden. Ich weiß, Mann, ich bin nur ein bisschen niedergeschlagen wegen dem, was heute passiert ist. Ich habe gesehen, dass ihnen die Hände vorn gefesselt wurden, aber ich dachte, das kann warten. Ich wollte es nachher mit dir besprechen. Mein Kumpel, das habe ich auch gesehen. Ich habe mir eine mentale Notiz gemacht, etwas zu den Jungs zu sagen. Das macht mich genauso schuldig wie dich. Richtig? Wenigstens warst du in der Lage, deine Waffe zu ziehen. Meine steckte in meiner verdammten Hose. Ich schmunzelte über seine pantomimische Darstellung der Anstrengungen, die er unternommen hatte, um seine Waffe zu ziehen, wobei sein Haken in der Luft fuchtelte, während seine gute Hand am Griff zerrte. Zum Glück hast du dir nicht die Haier weggepustet, sagte ich und lachte zum ersten Mal seit Tagen. Gut, du bist genauso schuld wie ich. Hör auf, mit dem Haken herumzufuchteln. Du wirst noch jemandem ein Auge ausstechen. Wahrscheinlich mir. Ich werde die Ausführung nicht im Detail beschreiben, aber im Wesentlichen verbanden Luke und ich alle anderen aus der Scheune. Wir übernahmen die Verantwortung selbst, da wir niemanden in die Lage versetzen wollten, Zeuge dessen zu werden, was folgen sollte. Zu sagen, dass mir die Jungs, die wir in den alten Crustler-Luden nicht leid taten, wäre eine Lüge. Zwei von ihnen brachen zusammen, als sie den Schlauch sahen, der vom Auspuff zur Heckscheibe des Wagens führte. Das brach mir das Herz. Der eine, der auf seine Unschuld in Bezug auf die Mordanklage plädiert hatte, weinte und bettelte um sein Leben, als Luke die Tür hinter ihm schloss. Ich sah Tränen in den Augen meines Freundes und es traf mich, wie ungerecht diese neue Welt war, in der Kinder keine andere Wahl hatten, als andere Kinder zu töten. Ich denke, ich kann für Luke sprechen, wenn ich sage, dass es die schrecklichste Erfahrung unseres Lebens bis zu diesem Zeitpunkt war. Ein Leben in der Hitze des Gefechts oder im Rahmen der Selbstverteidigung zu nehmen ist eine Sache, aber da stehen zu müssen und zuzusehen, wie diese drei Jungen hinter den Scheiben dieses Autos sterben, egal wie schmerzlos, war grässlich. Luke hielt den Atem an und schaltete den Wagen aus, als wir sicher waren, dass sie tot waren. Ich öffnete die großen Flügeltüren der Scheune, während Luke die Autotüren öffnete, um das giftige Gas entweichen zu lassen und lief dann hinaus, um zu mir in die frische Luft zu kommen. Ein paar von Lukes Männern warteten draußen auf uns. Keiner sagte etwas, als Luke plötzlich an die Seite der Garage stürzte und sein Frühstück auskotzte. Gebt ihm fünf Minuten, dann bringt die Leichen zu den Bäumen hinten und vergrabt sie in unmarkierten Gräbern, befahl ich. Macht das Gleiche mit dem, den ich getötet habe. Ich legte meinen Arm um Lukes Schulter und wir gingen schweigend zurück zum Haus. Keiner von uns war in der Stimmung für ein Gespräch. Am späten Nachmittag beerdigten wir unsere eigenen Toten auf dem Friedhof, den wir zwei Jahre zuvor auf der obersten Koppel der Farm begonnen hatten. Ein Junge namens Arthur war unser erstes Todesopfer gewesen. Er war weniger als zwei Wochen nach seiner Ankunft von einem Baum gefallen und hatte sich das Genick gebrochen. Das zweite war ein Mädchen, Jasmin, das an einem Asthmaanfall gestorben war. Das dritte und vierte waren die junge Mutter und ihr Baby, die bei der Geburt gestorben waren. Alle ihre Gräber waren mit einfachen weißen Kreuzen gekennzeichnet, in die ihre Namen eingekratzt waren. An sich sinnlose Tode, aber irgendwie weniger sinnlos als die Opfer des Angriffs der Plünderer. Aus den vier Gräbern wurden nun zwölf. Insgesamt zu viele für eine so kleine und junge Gemeinde. Wir hatten keine Beerdigung im eigentlichen Sinne, aber Jamal bat darum, für jedes der Opfer ein paar Worte zu sprechen. Ich war froh darüber. Ich hatte zwar schon früher Worte über Leichen gesprochen, aber diese Todesfälle trafen mich besonders hart. Nicht, weil ich einem der Verstorbenen besonders nahe stand, sondern weil das Tal unser Zuhause war und unser Zuhause ein Zufluchtsort sein sollte. Sicherheit war etwas, das ich und die anderen jedem der Neuankömmlinge versprochen hatten und ich konnte mich des Gefühls nicht verwehren, dass wir sie irgendwie im Stich gelassen hatten. Jamals Worte waren gut gesprochen und ergreifend und ich dachte darüber nach, was für ein wertvoller Teil unserer Gemeinschaft er geworden war. Es war kein Wunder, dass er zusammen mit Luke und mir in das Triumvirat gewählt worden war. Nun, da der Gerechtigkeit genüge getan war und wir unsere Toten beerdigt hatten, mussten wir eine schwere Entscheidung treffen. Wir hatten alle Entscheidungen aufgeschoben, bis die Beerdigungen abgeschlossen waren und jetzt, da sie es waren, setzten wir ein Treffen für diese Nacht an. Ein Treffen, bei dem wir über das Schicksal unserer ganzen Gemeinschaft entscheiden mussten. In der Zwischenzeit hatten wir die Wachen auf der Mauer verdoppelt und alle Wachen mit Schusswaffen ausgerüstet. Nach den Hinrichtungen und Beerdigungen war Luke mit seinem Scharfschützengewehr auf den Gipfel des Boothill gegangen und hatte dort stundenlang ausgeharrt, bevor er es schließlich Brook übergab. Er hatte Brook erzählt, dass er uns frühzeitig warnen und einen Vorteil verschaffen wollte, falls die Plünderer zurückkommen sollten und das war vielleicht ein Teil des Grundes, warum er dort hinaufgegangen war. Aber ich glaube, er brauchte auch ein wenig Abgeschiedenheit nach den traumatischen Ereignissen des Tages. Kapitel 22 Indigo und ich waren eine Stunde vor dem Treffen in unserem Zimmer. Der kleine Max schlief noch, während wir in gedämpftem Ton über die Zukunft unseres Zuhauses sprachen. Luke will bleiben. Er verstößt gegen seinen Ehrenkodex überhaupt an eine Evakuierung zu denken, sagte ich. Ich weiß, dass er das tut, aber wir müssen an unser Volk denken, Isaac. Wenn diese Plünderer mit einer größeren Streitmacht zurückkommen, könnten sie uns alle abschlachten. Du hast die Berichte gehört, es könnten mehr als tausend von ihnen sein und alles Killer. Ich weiß, ich habe über jede Option nachgedacht. Wenn wir blieben und kämpften, würden wir wahrscheinlich ein paar von ihnen ausschalten, aber letztendlich würden sie uns überrennen. Das können wir nicht zulassen, Isaac. Ich glaube, wir müssen etwas tun, was keiner von uns tun will. Wir müssen das Tal verlassen. Wir sahen beide zu dem Kinderbett, das Ben für Max gebaut hatte. Ich wusste, dass sie recht hatte. Aber ich ahnte, dass es uns schwerfallen würde, den Rest der Gruppe zu überzeugen. Eine Stunde später versammelten wir uns in der alten Küche. Indigo und ich kamen herein und setzten uns an den großen Tisch. Luke war schon da. Bald gesellten sich Ben, Paul, Jamal, Brooke, Brock, Bo, Danny und Ellie zu uns. Indigo leitete die Versammlung und legte gleich los. Wir können nicht zulassen, dass das, was vor zwei Tagen passiert ist, jemals wieder passiert. Diese Sondersitzung wurde einberufen, um Maßnahmen zur Sicherheit unserer Gemeinschaft zu besprechen. Ich für meinen Teil kann mir nicht vorstellen, wie wir im Tal bleiben können. Ihre Worte wurden mit einigen überraschten Blicken quittiert und Luke schaute sie abschätzig an. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er sich nicht einmischte und sie ausreden ließ. Wir sind dem Plünderrand zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen und sie würden keine Gnade zeigen, wenn sie wieder angreifen. Es sind mehr von ihnen und sie werden uns überrennen. Wir müssen evakuieren und einen Ort finden, der besser zu verteidigen ist, so weit wie möglich von Ashton entfernt. Alle fingen an, durcheinander zu sprechen und verstummten erst, als Luke mit seinem Haken auf die Tischplatte klopfte. Ich kann verstehen, warum du so denkst, Indigo, aber ich sage, wir kämpfen für das, was uns gehört. Vergiss nicht, sie haben auch eine Geisel. Du hast recht, sie würden uns überrennen, wenn wir warten, bis sie zu uns kommen. Deshalb schlage ich vor, dass wir sie angreifen, bevor sie eine Chance haben. Wir greifen sie zuerst an und haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Wir könnten sie ausschalten, bevor sie merken, was los ist. Ja, lass es uns für Benjamin tun. Es war Brock, der Luke enthusiastisch unterstützte. Ellie widersprach ihnen lautstark, während die anderen nun etwas zurückhaltender waren und schwiegen. Besonders Brooke. Sie saß still da, die Hand auf ihrem Bauch rohend. Luke schien bereit zu sein, weiterzumachen, als Indigo über alle hinweg sprach. Was ist mit Brooke und dem Baby Luke? Sie sagte es leise genug, aber ihre Worte waren genauso kraftvoll, als hätte sie aus vollem Halse geschrien. Es war eines der wenigen Male, dass sich Luke ohne gute Erwiderung gesehen hatte. Brooks Hand ergriff seine. Er sah sie an und sie nickte. Ich sprach in die peinliche Stille hinein. Indigo hat recht, Luke. Ich habe viel über die Sache nachgedacht seit dem Angriff. Du hast gute Argumente, aber die Tatsache ist, dass die Plünderer, selbst wenn wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite haben, besser bewaffnet sind und uns zahlenmäßig sogar zwei zu eins überlegen sein könnten. Da hilft keine Überraschung. Ich blickte sie alle in der Runde an. Mir gefällt der Gedanke, das Tal zu verlassen, genauso wenig wie allen anderen. Aber ich denke auch, dass wir einen Ort finden können, der nicht allzu weit weg ist, der leichter zu verteidigen ist und uns vielleicht den Raum gibt, den wir brauchen, um weiter zu wachsen. Wer wir sind, ist wichtiger als wo wir sind. Ich gestikulierte zu Luke und Jamal. In unserer Führungsgruppe haben wir über die Zukunft gesprochen, schon vor dem Angriff und wir waren uns alle einig, dass wir, auch wenn wir keine neuen Leute mehr aufnehmen, irgendwann weiterziehen müssen. Der Zeitrahmen, den wir besprochen haben, war zwei Jahre, richtig? Jamal nickte. Ja, sagte Luke und sah wieder zu Brooke, bevor er sich an uns alle wandte. Tut mir leid, du hast recht. Ich will diese Wichser nur unbedingt für das bestrafen, was sie getan haben. Und wenn dabei die Menschen, die wir lieben, sterben, ist es das nicht wert? Wir wollen sie alle bestrafen, Luke, sagte Jamal. Aber Indigo und Isaac haben recht. Es wäre ein Selbstmordkommando. Soweit wir wissen, haben sie Benjamin bereits getötet, sagte Paul und sprach aus, was alle anderen befürchteten. Brock schaute spitz auf, sagte aber nichts. Dann ergriff Ben das Wort, bevor es unangenehm wurde. Außerdem sind nur etwa 500 unserer Bevölkerung kampffähig und selbst dann könnten wir nur etwa die Hälfte von ihnen bewaffnen. Die Plünderer haben mindestens 1000, vielleicht mehr und sie sind alle kampffähig. Luke nickte. Also gut, ich bin überzeugt. Wie lautet der Plan? Nun, wir haben keinen Plan. Noch nicht, sagte ich. Wir werden einen Ort finden müssen, der uns alle beherbergt und ernährt, der aber auch verteidigt werden kann. Ein Dorf vielleicht? schlug Ben vor. Vielleicht, sagte ich. Oder eine Stadt. Wenn es in New Hampshire nichts Geeignetes gibt, müssen wir vielleicht über die alte Grenze nach Massachusetts. Wie wäre es in den Bergen? Vielleicht in Lincoln? schlug Ellie vor. Stille begrüßte ihren Vorschlag. Vielleicht fühlte es sich für uns ein bisschen zu sehr nach einem Rückwärtsgang an. Oder vielleicht weckte es nur Erinnerungen, die wir lieber begraben lassen wollten. Nein, sagte Luke. Ich will nicht jede Stunde Eiszapfen von meinem Haken brechen. Ich glaube, weiter südlich wäre es besser. Ellie lächelte und zuckte mit den Schultern. Manchester, schlug Paul vor. Manchester ist ziemlich groß. Wäre das nicht zu groß? fragte Bo. Naja, es war die größte Stadt in New Hampshire, aber sie ist nicht so groß. Ich glaube, die Einwohnerzahl lag vor dem Angriff bei etwa 110.000 Menschen. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass wir 100 Jahre lang wachsen könnten, ohne dass es voll wird. Wir könnten damit anfangen, einen Teil zu besiedeln und uns dann ausdehnen, wenn wir größer werden. Sehen wir uns die Karte an, schlug Indigo vor. Wir gingen in den Wohnbereich des alten Farmhauses. Wir hatten die Karte von New Hampshire nicht lange nach unserer Ankunft an die längste Wand in diesem Raum gepennt und sie seither zur Planung von Streifzügen und Erkundungsmissionen benutzt. In und um Moultonborough und um Plymouth herum war sie mit roten Linien und Kreuzen übersät. Paul fuhr mit dem Finger auf der Karte entlang, bis er über Manchester schwebte. Sieh mal, sagte Luke mit einem Hauch von Aufregung in seiner Stimme. Der Fluss Merrick fließt dadurch, aber der größte Teil der Stadt liegt auf der Ostseite. Wenn wir die Brücke, die den Fluss dort überquert, blockieren oder sprengen und die anderen kleineren Brücken von der Westseite her blockieren könnten, müssten wir uns nur um eine Hauptstraße von Norden her Sorgen machen, die dritte. Natürlich wäre die Ostseite ziemlich ungeschützt, aber die einzige Bedrohung, von der wir im Moment wissen, geht von den Plünderern aus. Ja, mischte sich Paul ein, und wir könnten sogar die dritte dort hinten blockieren, wo sie den kleineren Fluss überquert. Wir diskutierten den Umzug bis tief in die Nacht hinein. Und je mehr wir redeten, desto erreichbarer schien das Ziel, unsere Siedlung nach Manchester zu verlegen. Am Ende mussten wir nicht einmal abstimmen. Es wurde einfach zur vollendeten Tatsache. Natürlich war das unsere Kerngruppe. Wir wussten alle, dass wir Probleme bekommen könnten, wenn unsere Entscheidung an den Rest der Bevölkerung des Tals weitergegeben würde. Wir sollten ihnen die Möglichkeit geben, zu bleiben, sagte Brooke. Ja, Brooke hat recht, sagte Ben. Wir können niemanden zwingen, mit uns zu kommen. Wir können sie nur auf die Gefahren des Bleibens hinweisen und hoffen, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Mein Verschaden, sagte Luke. Indigo und Brooke gingen zu Bett und gaben sich damit zufrieden, dass wir die Logistik für den Transport einer so großen Gruppe von Menschen mit unseren begrenzten Mitteln ausarbeiten würden. Wie sollen wir das anstellen, fragte ich, als mir die Ungeheuerlichkeit der Aufgabe plötzlich bewusst wurde. Ganz einfach, sagte Luke. Wir fahren in einem Konvoi. Unser gepanzerter Hammer an der Spitze, die drei Busse und die beiden Geländewagen dahinter, dann die stärksten zu Fuß, geschützt von den beiden anderen Hammern, die das Schlosslicht bilden. Haben wir genug Treibstoff, fragte Jamal. Nicht für alle Fahrzeuge. Wir werden ihn rationieren müssen, damit die Busse am meisten haben und wahrscheinlich der gepanzerte Hammer. Wir sollten aber in der Lage sein, einen guten Abstand zwischen uns und die Plünderer zu bringen, bevor einer der anderen leer ist. Ich denke, es könnte sich sogar lohnen, eine längere Route zu nehmen und die 93 zu meiden, um so viel Abstand zwischen uns und ihnen zu halten wie möglich. Er deutete auf eine Route, die uns östlich um den Lake Winnipeasawki herum durch Wolfborough und zurück nach Südwesten, nach Manchester führen würde. Wir werden mehr Treibstoff verbrauchen, es wird länger dauern, aber am Ende ist es vielleicht sogar einfacher. Es sollte dort nicht so viele verlassene Autos geben wie auf den Autobahnen. Wir stimmten seinem Vorschlag zu und teilten Leute ein, die sich um die Logistik kümmern sollten. Luke, Ben und Brock würden sich um die Waffenkammer und die Waffen kümmern und entscheiden, wer mit den wenigen Waffen, die wir hatten, bewaffnet werden sollte. Jamal würde sich um die Betankung der Fahrzeuge kümmern, Paul wäre für die Vorräte zuständig, während Indigo, Brooke und Ellie die jüngeren Kinder beaufsichtigen würden. Ich würde die ganze Operation mit der Hilfe von Bo beaufsichtigen. Der Rest von uns ging um zwei Uhr nachts ins Bett, nachdem wir beschlossen hatten, am nächsten Tag im Morgengrauen aufzubrechen. Das würde uns etwa 30 Stunden Zeit geben, um uns vorzubereiten. Als ich im Bett lag und nicht schlafen konnte, verdrängte ein neues Gefühl der Zielstrebigkeit, die letzten Reste von Wut und Traurigkeit über den jüngsten Angriff und die Todesfälle an diesem Tag. Wir mussten nur hoffen, dass die Plünderer nicht angriffen, bevor wir aufbrachen. Selbst wenn sie es taten, hatten wir unser Frühwarn-Team auf Motorrädern in Position und konnten im Notfall in kurzer Zeit evakuieren. Es wäre einfach viel besser, zu unseren eigenen Bedingungen zu gehen. Kapitel 23 Es ist schwer zu sagen, wie ich mich gefühlt habe, als wir ein paar Stunden später aufgewacht sind. Während ich froh war, den gestrigen Tag hinter mir zu lassen, hatte der Beginn des letzten Tages in unserem Haus seine eigene Art von Melancholie, auch wenn sie durch die Vorfreude auf das Abenteuer etwas gemildert wurde. Während ich mit meinen Freunden und meiner Familie frühstückte, wurde ich mehr und mehr von ihrer Aufregung und ihrem Optimismus angesteckt. Sie waren nicht nur begeistert von der Aussicht, etwas Größeres und Dauerhafteres für uns alle zu finden, sondern ich glaube, sie waren fast genauso begeistert davon, einfach etwas anderes zu tun und ein Abenteuer zu erleben. Wir sollten die Ankündigung machen, sagte Luke, als wir halfen, das Geschirr wegzuräumen. Auf diesen Teil hatte ich mich nicht gefreut. Ein paar Minuten später bissen wir in den sauren Apfel. Luke, Jamal und ich gingen auf die Veranda. Luke machte seinen Ruf mit dem Megafon. Die Menge versammelte sich etwas schneller als sonst, vielleicht in Erwartung von etwas Dramatischem wie dem Prozess am Vortag zu erfahren. Ich wartete, bis sich der Strom der Leute auf dem Platz auf ein Rinnsaal verlangsamt hatte, bevor ich begann. Willkommen, alle zusammen. Es gab ein paar Klatscher und Pfiffe, aber der überwältigende Eindruck, den ich bekam, war, dass die Zuhörer immer noch ein wenig geschockt von den Ereignissen der letzten Tage waren und sich fragten, was jetzt kommen würde. Ich möchte damit beginnen, zu sagen, wie stolz ich und der Rest des Rates darauf sind, wie alle nach dem Angriff und den gestrigen Problemen zusammengehalten haben. Es waren die härtesten Tage, die wir hatten, seit wir uns im Tal niedergelassen haben und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, um die Eindringlinge abzuwehren. Und ich denke, das bringt mich zu dem Grund, warum wir diese Sondersitzung einberufen haben. Der Angriff, so schlimm er auch war, diente eigentlich nur als Warnung. Eine Warnung, dass diese Dinge noch viel schlimmer werden könnten. Die kleine Truppe, die uns angegriffen hat, gehört zu einer größeren Gruppe, die sich die Plünderer nennt. Wir sind der Meinung, der Rat und ich, dass sie uns wieder angreifen werden und es könnte jederzeit passieren. Ich ließ diesen Gedanken ein paar Sekunden sacken, bevor ich fortfuhr. Beim nächsten Mal können wir sie vielleicht nicht mehr aufhalten und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, das Tal zu evakuieren. Morgen bei Sonnenaufgang. Einige Augenblicke herrschte schockiertes Schweigen. Dann kam der Aufschrei, den ich erwartet hatte. Nein! Wir können sie bekämpfen! Wir können nicht zulassen, dass sie uns aus unserer Heimat vertreiben! Bitte, begann ich. Wir werden nicht gehen! Auf keinen Fall! Selbst mit dem Megafon wurde meine Stimme übertönt. Die Rufe wurden lauter, angeführt von ein oder zwei in der Menge, die den Rest aufpeitschten. Selbst als andere versuchten, die Lage zu beruhigen. Alle, bitte, ich würde gerne erklären. Es war zwecklos. Sie hörten nicht zu und ich spürte, wie die Dinge schnell außer Kontrolle gerieten. Ich holte tief Luft und schrie erneut. Brumm! Ich weh zurück. Der Schuss von rechts überraschte mich. Ich war nicht der Einzige. Die Leute an der Spitze der Menge traten einen Schritt zurück, erstarrt in Schweigen. Mit dem Geruch von Kordit in der Nase trete ich mich um. Luke richtete immer noch seine Pistole in den Himmel. Eine Rauchfahne kräuselte sich in die klare Morgenluft. Habt ihr das gehört? rief er. Wenn wir bleiben, werdet ihr noch viel mehr davon hören. Macht euch darauf gefasst, dass euer bester Freund, eure Freundin oder euer Kind eine Kugel ins Gesicht bekommen. Wenn sie Glück haben, werden sie bei dem Angriff sterben. Schlimmer wird es für die sein, die von diesen plünderer Arschlöchern weggeschleppt werden, während ihr... Er zeigte mit seinem Haken auf einen der Aufrührer, einen schwergewichtigen Teenager, der plötzlich nicht mehr viel zu sagen hatte, blutend im Dreck liegt. Er steckte seine Waffe in den Bund seiner Jeans und trat neben mich. Ich konnte sehen, dass er noch nicht fertig war und ich war froh, dass er die Sache übernahm. Er hatte auf jeden Fall ihre Aufmerksamkeit. Nun, ihr kennt mich alle. Ihr wisst, dass ich nicht vor einem Kampf davonlaufe. Am Anfang wollte ich auch kämpfen, aber wir müssen jetzt an die Zukunft denken. Er warf einen Blick auf die hochschwangere Brook. Um ehrlich zu sein, geht uns der Platz im Tal aus und höchstwahrscheinlich hätten wir in ein oder zwei Jahren sowieso gehen müssen. Wir müssen jetzt gehen, ein bisschen früher als erwartet und das ist alles. Wir können die Plünderer nicht bekämpfen. Es sind einfach zu viele von ihnen und sie sind zu gut bewaffnet. Wir müssen weiterziehen und uns ein neues Zuhause suchen. Und jetzt lasst bitte Isaac ausreden. Lukes Einmischung zeigte Wirkung. In seiner Rolle als Sicherheitschef hatte er sich ein hohes Ansehen erworben. Er war hart, aber fair und hatte den zusätzlichen Vorteil, dass er groß und irgendwie unheimlich war. Er war ganz anders als der große, schlachsige Streber, den ich aus der Schule kannte. Es gab keine weiteren Unterbrechungen, als ich den Plan erläuterte, den wir uns am Abend zuvor ausgedacht hatten. Ich war vorsichtig damit, unser Ziel nicht zu verraten, nur für den Fall, dass jemand beschloss zu bleiben. Für den schlimmsten Fall hielten wir es für das Beste, das Geheimnis für uns zu behalten, bis wir unterwegs waren. Keine noch so große Folter könnte ein Geheimnis enthüllen, das niemand kennt. Nun, uns ist klar, dass dies ein Schock für euch alle ist und ich weiß, dass ihr nicht alle glücklich darüber seid. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass es euch freisteht, zu bleiben, wenn ihr euch dafür entscheidet. Wir werden genug Vorräte für ein paar Wochen zurücklassen und auch ein paar Waffen für jeden, der entscheidet, dass er das Tal nicht verlassen möchte. Aber bitte, ich möchte, dass ihr sorgfältig nachdenkt, bevor ihr diese Entscheidung trefft. Besonders in Anbetracht dessen, was für ein paar Tagen passiert ist. Hat irgendjemand irgendwelche Fragen? Wir brechen also im Morgengrauen auf, fragte der schwergewichtige Junge, den Luke vorhin in die Schranken gewiesen hatte. Ich stellte ihn für seine frühere Ablehnung nicht zur Rede. Ja, wir brechen im Morgengrauen auf. Jeder, der sich entscheidet, zu bleiben, muss Luke und seinem Team bis Sonnenuntergang Bescheid geben. Der Rest des Tages war hektisch. Am Vormittag hatten wir einen kurzen Besuch von Brad, einem Mitglied aus Joe's Motorradteam. Er informierte uns, dass es kein Anzeichen von den Plünderern gab, holte mehr Vorräte und tankte auf, bevor er zurückfuhr. Ich sagte ihm, dass sie im Morgengrauen zurückkommen sollten, es sei denn, es würde vorher etwas passieren. Es war nicht einfach, mehr als 800 Leute auf eine plötzliche Evakuierung vorzubereiten und wir waren gezwungen, uns auf die großen Themen wie Transport, Nahrung und Waffen zu konzentrieren. Wir mussten darauf vertrauen, dass die Einzelnen in der Lage sein würden, die wenigen Habseligkeiten, die sie tragen konnten, sorgfältig auszuwählen. Nicht, dass irgendjemand ohnehin viel gehabt hätte. Verglichen mit den früheren Tagen lebten fast alle von uns in Armut, zumindest wenn man in materialistischen Begriffen spricht. Ich persönlich fand, dass wir besser dran waren als viele Leute vor der Invasion. Als die Sonne an diesem Abend unterzugehen begann, war alles an seinem Platz. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, aber ich glaube, wir sind tatsächlich startklar, sagte Luke, als wir auf der Veranda standen und einen Brombeer-Tee tranken, den Brook für uns aufgebrüht hatte. Er war bitter, aber schmackhaft. Ja, alle haben wirklich gut zusammengearbeitet. Ich denke, wir sollten heute Abend die Wachen an der Mauer verdoppeln, nur für den Fall. Einverstanden. Übrigens, ich habe ein paar Leute an etwas arbeiten lassen. Ich habe es nicht mit dir besprochen, weil ich dachte, du wärst damit einverstanden. Was ist das? fragte ich. Ich habe den alten Bus, mit dem wir den Durchgang blockiert haben, mit einer Sprengfalle versehen. Meine Sprengfalle? Wie, Luke? Nun, ich habe eine Art Bombe daraus gemacht. Was? Ist es sicher? Wir müssen morgen durch das Tor gehen. Ja, es ist sicher, lachte er. Ich habe sie nicht scharf geschaltet. Das werde ich erst tun, wenn wir alle durch das Tor gegangen sind. Es wird allerdings auf einen Auslöser gestellt sein. Eine nette Überraschung für diese Arschlöcher, wenn sie zurückkommen. Woraus zum Teufel hast du eine Bombe gemacht? Eine Menge Zeug, sagt er achselzuckend. Zeug, das wir sowieso nicht mitnehmen werden. Dünger, Chlor, Ersatzautobatterien, solche Sachen. Wie hast du, warte, will ich das wissen? Ein Einfallsreichtum, Kumpel, und ein gutes Gedächtnis für Sachen, die ich als gelangweiltes Kind nachgeschlagen habe. Verdammt, ich vermisse Google. Du hast Bombenbau bei Google nachgeschlagen? Du hast Glück, dass die Homeland Security dich nicht angezapft hat. Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht haben sie das. Du hast doch nicht etwa eine gebaut, oder? Fragst du, ob ich einen Terroranschlag geplant habe oder so? Lächelte er. Nein, natürlich nicht, sagte ich und zog die Augenbrauen hoch. Ich war nur neugierig und stehe auf Wissenschaft, Alter. Das ist allerdings ziemlich grundlegendes Zeug. Zum Glück waren die meisten Selbstmordattentäter nicht gerade Genies. Selbstmordattentäter, fragte Brooke, als sie nach draußen kam, um uns zu sagen, dass das Essen fertig war. Worüber redet ihr zwei? Nimmer nichts, mein sexy British Babe, sagte Luke, drehte Brooke herum und umschlang sie und ihren Bauch mit seinen langen Armen. Ich hoffe, es ist nichts Gefährliches, sagte sie, drehte den Kopf und küsste ihn auf die Wange. Ich möchte, dass dieses Baby einen Daddy hat, egal wie albern er ist. Er zwinkerte mir zu, als wir ins Haus gingen und er Brooke immer noch im Arm hielt. Pflückster, wann hast du hier erlebt, dass ich etwas Gefährliches tue? Mach dir keine Sorgen, sagte ich. Ich werde für dich auf ihn aufpassen. Luke ließ Brooke los, kurz bevor sie durch die Tür ging. No, warte, ich wollte dir noch etwas zeigen, Isaac. Babe, es dauert noch ein paar Sekunden. Gut, aber beeil dich, es wird kalt draußen. Cool, sagte er, legte mir den Arm um die Schultern und dirigierte mich wieder die Treppe hinunter. Ich habe ein paar von den Kindern an etwas arbeiten lassen. Er führte mich die Treppe hinunter und um die Seite des Hauses herum zu einem Stapel von etwas, das ich in dem schummerigen Licht nicht ganz erkennen konnte, bis wir näher dran waren. Es waren Ausschnitte, lebensgroße Ausschnitte in Form von kauernden und stehenden Gestalten. Sie waren sogar so bemalt, dass es aussah, als wären sie bekleidet. Was denkst du? Wir müssen nach Materialien stöbern und krameln, aber wir haben acht fertig gemacht. Was denkst du? Wir mussten nach Materialien stöbern und kramen, aber wir haben acht fertig gemacht. Wofür sind die? Lockvögel! Bevor wir losfahren, positionieren wir sie so, dass sie in Sichtweite der Straße sind. Bei Tageslicht sind sie vielleicht nicht besonders überzeugend, aber hoffentlich lassen sie die Plünderer glauben, dass wir noch hier sind. Wenn sie im Dunkeln kommen, ist die Chance groß, dass sie getäuscht werden. Ich will, dass sie mit voller Wucht durch das Tor kommen. Ich schüttelte verwundert den Kopf. Woher zum Teufel hast du immer diese Ideen? Oh, diese Idee? Das ist gar nichts, sagte er. Ich habe sie von der Geisterarmee. Ich wartete, aber natürlich war er im Klugscheißer-Modus und erwartete, dass ich zuerst fragte. Okay, ich gebe auf, was ist die Geisterarmee? Kumpel, ich dachte schon, du würdest nie fragen, lachte er. Es war eine taktische Täuschungseinheit, die die US-Armee während des Zweiten Weltkriegs hatte. Sie taten Dinge, um den Feind auszutricksen, wie zum Beispiel aufblasbare Panzer und Flugzeuge zu benutzen, um den Deutschen vorzugaukeln, es gäbe eine große Streitmacht in einem bestimmten Gebiet, obwohl es in Wirklichkeit nur ein paar Typen mit Luftkompressoren und Attrappen waren. Ich sah ihn an und nickte, ein kleines Lächeln auf meinem Gesicht. Was? fragte er. Du weißt doch, dass ich die Geschichte geschrieben habe, wie uns das alles passiert ist. Nun, ich denke, du solltest anfangen, ein Geschichtsbuch über all den seltsamen Scheiß zu schreiben, an den du dich erinnerst und der nicht einmal in den Geschichtsbüchern stand. Er lachte. Kumpel, es stand in den Geschichtsbüchern. Du hast nur nicht die richtigen gelesen. Was denkst du? fragte er und gestikulierte auf die Ausschnitte. Ich denke, es ist eine großartige Idee. Komm, lass uns essen gehen. Wir müssen dein großes Gehirn füttern. Wir aßen an diesem Abend eine leichte Mahlzeit, da der Großteil der Lebensmittel in die Fahrzeuge gepackt worden war. Es gab leise Gespräche, aber die Stimmung war meist gedämpft, wenn man bedenkt, dass es unsere letzte Nacht in dem Haus war, das wir uns fünf Jahre zuvor selbst geschaffen hatten. Wir waren mit dem Essen fertig und schienen alle darauf zu warten, dass jemand den ersten Schritt machte, um sich für den Abend zurückzuziehen, als Ben vom Tisch aufsprang und uns sagte, dass wir alle genau dort warten sollten. Er kam mit einem Pappkarton und einem breiten Lächeln zurück. Wir reckten alle unsere Hälse, um zu sehen, was drin war. Nee, nicht gucken, sagte er und legte seinen Arm schützend über den Deckel. Er sah blug an und lächelte. Eigentlich wollte ich das für die Geburt meines Neffen aufheben oder meiner Nichte, aber ich dachte mir, da dies unser letztes Abendmahl im Tal ist, sollten wir das feiern. Er holte eine verstaubte Flasche hervor und zeigte uns schwungvoll das Etikett. Ich kannte den Namen. Dom Perignon. Ich wusste, dass es ein edler Champagner war, aber die meisten anderen schauten ihn nur ausdruckslos an. Ich schätze, sie wussten, dass es sich um irgendeine Art von Alkohol handelte, aber vielleicht nicht um dessen Bedeutung in den Tagen davor. Wir hatten eine ungeschriebene Regel, dass Alkohol im ganzen Tal nicht erlaubt war. Weniger als sechs Monate zuvor hatten wir einen Jungen wegen einer Prügelei verbannt, nachdem er sich mit einem Sixpack Bier, das er von einer Versorgungsfahrt mitgebracht hatte, betrunken hatte. Das ist Champagner, Leute. Ellie und Ava warfen sich empörte Blicke zu, als sie erkannten, dass es Alkohol war. Ihr solltet glücklich aussehen, nicht besorgt. Keine Panik, mehr als einen Schluck pro Nase werdet ihr sowieso nicht bekommen. Trotz seiner Beruhigung sahen beide Mädchen zu Indigo, die nickte. Ist schon gut. Ben holte eine Vielzahl von Bechern und Tassen in allen Formen und Größen hervor und schenkte jedem einen kleinen Schluck ein. Tut mir leid, Schwesterherz, in deinem Zustand kannst du nichts haben. Ich werde deinen Anteil nehmen. Ellie hob eine angebrochene Kaffeetasse in ihre Lippen. Trink ihn noch nicht, rief er. Ellie zuckte zusammen und verschüttete fast die kostbare Flüssigkeit. Brooke rollte mit den Augen wegen ihres Bruders, als das gemaßregelte Mädchen ihre Tasse senkte. Sei nicht so recht, aberisch, Ben. Tut mir leid, Ellie, wie auch immer, hebt eure Gläser, sagte er und hob seinen Becher. Ich beobachtete, wie Brooke ihr Glas Wasser hob und wir alle folgten ihrem Beispiel. Auf unsere fünf glorreichen Jahre im Tal möge unser nächstes Zuhause genauso wunderbar für uns sein. Cheers! Prost, antworteten wir alle. Gitt, sagte Ava und verzog das Gesicht nach einem zaghaften Schluck. Finde ich auch, sagte Ellie und lachte, nachdem sie ihren Schluck in die Tasse zurückgespuckt hatte. Barbaren, spottete Ben. Wir alle lachten. Mir machte der Geschmack nichts aus. Er war irgendwie bitter, aber es war lange her, dass ich etwas mit Kohlensäure getrunken hatte. Danach wurde die Stimmung ein wenig heiterer. Ellie und Ava tranken beide nach einiger Ermutigung ihre Tassen aus und schienen von dem kleinen Schlückchen, das sie bekamen, beschwipst zu werden. Im Übrigen tat das auch Luke. Er bekam schließlich Brooks Portion und auch Denny's. Der kleinere Junge ließ sich nicht dazu bewegen, seine zu trinken, nachdem er den ersten Schluck probiert hatte, welcher ihm das Gesicht verzerrte. Ich bin an der Reihe, eine Überraschung zu enthüllen, sagte Luke und verschwand nach oben, bevor jemand fragen konnte. Als er wieder herunterkam, stolperte er fast auf der letzten Stufe und sowohl Ellie als auch Ava verfielen in Gelächter, als er sich fiel. Was hast du denn da? fragte Luke lächelnd. Das wirst du schon sehen, sagte er geheimnisvoll. Ich konnte sehen, dass es eine rote Plastikbox war, etwa so groß wie eine Aktentasche. Er ging zu dem kleinen Couchtisch in der Ecke, platzierte sie darauf und öffnete den Deckel. Es war ein alter, tragbarer Plattenspieler. Was ist das? fragte Ava und ging zu ihm hinüber. Darauf hat man früher Musik abgespielt. Stell dir vor, es wäre ein altmodischer iPod. Wirklich? Nein, lachte er. Es ist besser als jeder iPod, der je erfunden wurde. Er betätigte einen Schalter an der Seite. Ich hörte, wie die eingebauten Lautsprecher zum Leben erweckt wurden, als er den Arm anhob und die Nadel über und auf die schwarze Scheibe bewegte, die sich auf der Walze drehte. Es gab ein paar Knister und Knackgeräusche und dann begann ein sich wiederholender elektronischer Beat durch die blechernden Lautsprecher zu pumpen. Luke ging im Takt der Musik rückwärts und nickte mit dem Kopf in kleinen, ruckartigen Bewegungen, als der Ton lauter wurde. Ava quietschte und lachte, als er sie an der Hand packte und zu sich drehte. Dann zog er fort und tanzte in einer urkomischen Dad-Manier, während eine Stimme zu singen begann. She was born to be alive. She was born to be alive. Wir lachten über Luke und riefen Ava aufmunternde Worte zu, als sie begann zu versuchen, seine Bewegungen nachzuahmen. Komm schon, rief Luke uns über die Musik hinweg zu und plötzlich zog Indigo mich in die Mitte des Raums und hielt den kleinen Max in der Armbeuge. Bald waren wir alle dabei, einschließlich der hochschwangeren Brooke und lachten und schrien und tanzten im Kerzenschein zu diesem albernen, aber ansteckenden Disco-Beat und vergaßen für eine Weile, wo wir waren und wohin wir gingen. Luke muss diesen verdammten Song fünfmal hintereinander gespielt haben. Es war die einzige Platte, die er auftreiben konnte, bevor zum Glück die Batterien anfingen nachzulassen und die Stimme des Künstlers zu einem unerträglichen Horrorfilm-ähnlichen Dahinplätschern verlangsamt wurde. Nachdem der alte Plattenspieler den Geist aufgegeben hatte, saßen wir etwa eine Stunde lang herum und schwägten in Erinnerungen. Wir erinnerten uns eher an die glücklichen Momente als an die Probleme der letzten Zeit. Und als Indigo und ich mit Max zurück in unser Schlafzimmer gingen, war ich aufgeregt und optimistisch, was unsere unmittelbare Zukunft betraf. Natürlich gab es auch Sorgen, aber die waren durch den Spaß an diesem Abend in den Hintergrund getränkt worden. Indigo hatte bereits gepackt und nachdem sie Max ins Bett gebracht hatte, gab es nur noch wenig zu tun, außer schlafen zu gehen. Gute Nacht. Ich liebe dich, Isaac Grace, flüsterte Indigo und gab mir einen Gute-Nacht-Kuss. Ich liebe dich auch, sagte ich. Wir hielten uns gegenseitig, als wir einschliefen. Es war unsere letzte Nacht im Farmhaus. Wir wussten schon, wann wir das nächste Mal in einem Bett schlafen würden. Kapitel 24 Ich erwachte durch das eindringliche Hupen eines Autos. Ich setzte mich auf, mein Kopf war vom Schlaf verwirrt. Es kam aus der Richtung des Tores. Ein Motor nährte sich mit hoher Geschwindigkeit im Haus und ich sprang aus dem Bett, schnappte mir meine Pistole vom Nachttisch und rannte aus dem Zimmer und die Treppe hinunter, zwei Stufen auf einmal, barfuß und in Shorts und T-Shirt. Was ist denn hier los? schrie Luke und donnerte hinter mir die Treppe hinunter. Ich weiß es nicht, sagte ich über die Schulter, als Scheinwerfer die vorderen Fenster erhielten. Mit wild klopfendem Herzen riss ich die Tür auf und rannte die Treppe hinunter, als der Jeep vor dem Tor in einer Gischt aus Schotter zum Stehen kam. Ein aufgeregter Brock sprang heraus und rannte zu mir hinüber. Wir haben Ärger. Scheinwerfer kommen aus der Richtung Plymouth. Es sind drei. Ich glaube, es sind Joe und die anderen, aber du weißt, was das bedeutet. Er brauchte es nicht zu sagen. Wenn sie zu dieser frühen Stunde zurückkehrten, waren die Plünderer unterwegs. Luke kam an meiner Seite an. Er war von der Taille aufwärts nackt. Der Gurt und sein Haken für den Nachtschlaf fehlten. Scheiße, sagte Herr Keuchen. Wir hätten noch ein paar Stunden gebraucht. Wir haben vielleicht genug Zeit, aber wir müssen jetzt los. Brock fahr mit dem Jeep durch das Tal und mache so viel Lärm, wie du kannst. Ich will, dass alle aufstehen und in 20 Minuten am Sammelpunkt sind, bereits im Aufbruch. Yes, sir! Er rannte zurück zum Jeep und fuhr los, wobei er die Hand auf die Hupe legte, sobald er sich in Bewegung setzte. Ein schlaftrunkener Paul und Ben kamen an, als wir uns umtreten, um wieder hineinzugehen. Planänderung, sagte ich, bevor sie fragen konnten. Wir müssen jetzt los. Die Plünderer sind auf dem Weg. Ich brauche euch beide angezogen und draußen, um alle zusammen zu trommeln. Wir brechen in einer halben Stunde auf. Sie zögerten nicht. Sie kannten den, Ernst der Lage. Kommt schon, wir müssen die Mädchen und alle anderen startklar machen. Kannst du Burs schicken, um einen der Busse hierher zu bringen? Ja, los geht's. Joe und die Patrouille trafen etwa fünf Minuten nach der Warnung von Brock ein. Von ihrem Aussichtspunkt in der Nähe von Ashland aus hatte Joe, der die Nachtwache übernommen hatte, kurz nach Mitternacht ungewöhnliche Bewegungen im Lager der Plünderer gesehen. Ich meine, wir haben eine Weile zugeschaut, aber es war ziemlich klar, dass sie sich in Bewegung setzten und es war ziemlich offensichtlich, dass es für irgendeinen Angriff war. Wie viele? fragte ich. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht geblieben, um es herauszufinden. Aber für mich sah es so aus, als würde das ganze Lager mobilisiert werden. Ich hätte bleiben sollen, aber ich meine, nein, du hast das Richtige getan. Wir brauchen Zeit, dringender als Informationen. Ich klopfte ihm auf die Schulter und schickte ihn los, um beim Beladen der Busse unten an der Scheune zu helfen. Zehn Minuten später waren wir dabei, Mütter und jüngere Kinder in einen Bus vor dem Farmhaus zu laden. Dazu gehörten Indigo, Max, Ava und Peace. Brook würde in ihrem Zustand auch mit ihnen fahren, wobei Jamal am Steuer saß. Sowohl Indigo als auch Brook waren mit chinesischen Pistolen bewaffnet. Ellie war auch in dem Bus. Sie würde vorne bei Jamal mitfahren und war ebenfalls bewaffnet. Pass auf meinen Jungen auf, sagte ich, während ich Indigo umarmte. Natürlich, pass auf dich auf. Ich küßte Max auf den Scheitel und geleitete sie mit einem Kloß im Hals in den Bus. Ich wartete auf Luke, als er Brook in einer lächerlich langen Umarmung hielt. Schließlich ließ er sie los und klopfte ihr mit seinem Haken auf den Hintern, als sie vorsichtig die Treppe hinaufging. Sie drehte sich um, eine Hand auf den Bauch und wedelte mit dem Finger nach ihm. Und er halte deinen Haken für dich. Sie warf ihm einen Kuss zu, bevor sie sich umdrehte und in den Bus stieg. Wir standen beide einen Moment da, als der Motor des Busses aufheulte und zu der Lichtung fuhr, die wir als Treffpunkt auserkoren hatten. Im ganzen Tal herrschte reges Treiben, das nur spärlich von den vereinzelten Taschenlampen und den Lichtern unserer Fahrzeuge beleuchtet wurde. Die beiden Busse bei der Scheune füllten sich schnell und oben im Bereitstellungsraum konnte ich die Gruppe sehen, die zu Fuß unterwegs sein würde. Umherwuselnd und bereit zum Abmarsch. Für eine Sekunde wäre ich fast ausgeflippt. Es waren etwas mehr als 700, die zu Fuß gehen würden. Man musste kein Genie sein, um herauszufinden, dass wir eine Menge von ihnen verlieren würden, wenn wir in Schwierigkeiten geraten würden. Komm schon, sagte ich zu Luke und sammelte mich. Ich will jetzt losziehen. Wir gingen den Hügel hinauf und Luke nahm Ellie das Megafon ab. Öffnet die Tore, rief er voraus. Einer der Wächter auf dem Hügel sprang in den alten Schulbus und die anderen gingen nach vorne und schoben ihn langsam nach hinten, um die Öffnung freizugeben. Die letzten beiden Busse rumpelten den Hügel hinauf und Ben und Bo ordneten die Fußgänger, um Platz für die anderen Busse zu schaffen, die sich zu denen gesellten, die die Mädchen transportierten. Stellt euch in fünfe Reihen auf, rief Ben, während er und Bo durch die Reihe gingen und die Fußgänger in eine Marschformation brachten. Als sie fertig waren, stängelte sich die Linie etwa 150 Meter den Hügel hinunter. Die Nachhut aus zwei Hammern zog hinter ihnen ein. Wir hatten beschlossen, die SUVs leer zu tanken und sie zurückzulassen. Okay, es muss noch eine Sache getan werden, sagte Luke, ging zum führenden Hammer und kam mit einem Raketenwerfer in der Hand zurück. Willst du uns die Ehre erweisen? fragte er. Ich schüttelte den Kopf. Wir hatten erst vor ein paar Minuten beschlossen, das Haus zu zerstören und ich glaubte nicht, dass ich den Abzug betätigen konnte. Okay. Luke ging etwa 20 Meter zurück in Richtung des Farmhauses und vergewisserte sich, dass hinter ihm genügend Platz war, bevor er die Waffe an seine Schulter legte. Das Summen der Menge verstummte, bis ich nur noch die leichte Prise hörte, die die Blätter an den Bäumen zu unserer Linken rascheln ließ. Die Kanate durchschlug das vorderere Fenster und explodierte, wobei der Rest der Fenster in einem hellen Blitz herausgesprengt wurde. Wir sahen alle zu, wie unser Haus zu brennen begann. Das Kerosin, das Luke im ganzen Erdgeschoss verteilt hatte, verrichtete seine Arbeit als Brandbeschleuniger effizient. Luke warf den Raketenwerfer auf den Boden und drehte sich um, nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Flammen sich festgesetzt hatten. Ich nickte und nahm Ben das Megafon ab, als wir den führenden Hammer erreichten. Ben kletterte auf den Fahrersitz, während Luke zum Heck des alten Busses ging, den wir zum Blockieren des Tores benutzt hatten. Zusammen mit den Wachen schob er ihn wieder an seinen Platz und machte dann die Bombe scharf, bevor sie alle über die Mauern kletterten und wir ausrückten. Ich setzte das Megafon an meinen Mund. Achtung, an alle, wir gehen los. Wenn jemand zurückbleiben will, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu sagen. Ich hielt ein paar Sekunden inne und niemand meldete sich. Viel Glück und eine sichere Reise für uns alle. Es gab einige Pfiffe und Klatschen, als die Motoren der Hammer aufheulten. Ich kletterte in den Vorderen und Ben trat auf das Gaspedal, während ich die Tür zuzog. Ich konnte mir einen letzten Blick über meine Schulter auf das brennende Farmhaus nicht verkneifen, als wir durch das Tor fuhren. Wir bogen links ab und fuhren langsam den Hügel hinauf. Nach etwa einer halben Meile hielten wir an und stiegen aus, um das Vorankommen unseres Konvois zu beobachten. Als der letzte Hammer durch das Tor kam, sah ich das gelbe Dach des alten Busses, wie es langsam zurückgeschoben wurde. Ein paar Minuten später war unser gesamter Konvoi abfahrbereit. Die Wachen am Tor schlossen sich der Fußgängertruppe an. Luke wurde von Brock auf einem der Motorräder abgeholt, die als Vorhut dienen würden und er fuhr mit ihm den Hügel hinauf zu uns. Er winkte dem vorderen Bus zu, als er vorbei fuhr. Ich musste zugeben, vom Kopf der Kolonne aus sah unser Konvoi oder Roadtrain oder wie auch immer man ihn nennen wollte, ziemlich beeindruckend aus. Nur eine wirklich große Truppe wie die Plünderer würde uns Probleme bereiten können. Luke kam an, sprang vom Motorrad und klopfte Brock auf die Schulter, während er das Motorrad herumschwang und den Hügel hinunterfuhr. Lukes Wangen waren vor Aufregung gerötet. Brock wird sich zurückhalten und oben auf dem Hügel warten, wenn sie ankommen. Wir müssen wissen, ob die Sprengfalle funktioniert und auch wie viele es sind. Gute Idee. Hoffentlich sind sie noch ein oder zwei Stunden entfernt. Wie spät ist es? Luke holte die aufziehbare Uhr hervor, die Brooke ihm zu seinem 20. Geburtstag geschenkt hatte. Er liebte das Ding, vor allem die Tatsache, dass sie eine Stoppuhrfunktion hatte. Er hatte das Armband abgenommen und trug sie jetzt wie eine Taschenuhr. Es verging kein Tag, an dem er sie nicht irgendwann hervorholte. Drei Uhr siebenunddreißig morgens. Okay, lasst uns ausrücken. Teil 3 Konvoi Kapitel 25 Egal, wie beeindruckend unser Konvoi auch aussah, er bewegte sich langsam, besonders die Hügel hinauf. Wir konnten nicht wirklich etwas anderes erwarten, wenn man bedenkt, dass mehr als zwei Drittel von uns zu Fuß unterwegs waren. Als die Sonne anfing, den Horizont des östlichen Himmels aufzuhellen, hatte ich ein ungutes Gefühl im Bauch. Wir hatten die Abzweigung von der Autobahn 25 auf die 109 genommen, nicht lange, nachdem wir das Tal verlassen hatten. Aber wir hatten wahrscheinlich nur ein paar Meilen zurückgelegt, höchstens drei. Ich mache mir Sorgen, dass wir nicht genug Abstand zwischen uns und denen bringen, sagte ich zu Ben und Luke. Ich weiß, antwortete Luke. Wir sind nur so schnell wie unsere langsamsten Läufer. Wahrscheinlich hätten wir alle zu Fuß gehen können und wären genauso weit gekommen. Meinst du, Sie sind schon im Tal? fragte ich. Ja, ich würde sagen, dass Sie einen Angriff im Schutz der Dunkelheit beplant haben. Ich würde vermuten, dass Sie schon eine Weile dort sind. Hoffentlich nehmen Sie sich Zeit, alles zu erkunden, bevor Sie einbrechen. Werden Sie nicht misstrauisch wegen des Feuers sein? fragte Ben. Nein, das glaube ich nicht, sagte Luke ablenkend. Es sollte schon heruntergebrannt sein, wenn Sie ankommen. Hoffentlich dient es nur dazu, meine Ausschnitte von hinten zu beleuchten. Etwa eine Viertelmeile weiter können wir rechts abbiegen, um auf der 109 zu bleiben oder wir können links abbiegen und der 171 folgen. Was macht das für einen Unterschied? fragte ich Luke und schaute auf die Karte, die er in der Hand hielt. Nun, die 171 ist eine größere und bessere Straße, aber die 109 führt um den See herum und ist wahrscheinlich direkter. Ich bin mir sicher, dass die 171 früher schneller gewesen wäre, aber es ist ja nicht so, als müssten wir uns um den Verkehr Sorgen machen. Lass uns die 109 nehmen. Ein paar Minuten später erreichten wir die Abzweigung. Halt an, Ben. Ich werde allen eine aufmunternde Ansprache geben. Wenn ich fertig bin, gibst du ein bisschen Gas. Wenn es sein muss, ziehen wir sie hinter uns her. Ich sprang mit dem Megafon heraus und ging zurück entlang unseres Konvois. Als ich an den Bussen vorbeikam, entdeckte mich Indigo, stand auf und riss ihr Fenster auf. Hallo, meine Hübscher, sagte sie mit einem frechen Kränzen. Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Meine Mutter hat mich gewarnt, niemals zu Fremden in dein Fahrzeug zu steigen. Oh, na gut. Es ist sowieso nicht genug Platz für dich. Was hast du vor? Ich treibe nur alle ein bisschen an. Wir müssen uns beeilen. Wie geht es Max? Max geht es gut. Er hat es bequemer als der Rest von uns, denke ich. Diese Sitze sind nicht gerade luxuriös. Sie neigte den Kopf, um in die Reihe hinter dem Bus zu schauen. Sei nicht zu hart zu ihnen. Ich nickte und blies sie einen Kuss zu, als sie sich wieder hinsetzte. Ich ließ die Busse an mir vorbeiziehen und legte das Megafon an meinen Mund. Ihr macht das alle sehr gut. Wir werden in einer weiteren Stunde eine zehnminütige Pause einlegen. Aber jetzt müssen wir erst einmal das Tempo erhöhen. Die Plünderer werden inzwischen das Tal erreicht haben und es wird nicht lange dauern, bis sie unsere Spur aufnehmen. Natürlich konnte man in der Hoffnung leben, dass sie uns nicht verfolgen würden. Aber irgendetwas sagte mir, dass es so nicht klappen würde. Ich erinnerte mich an die Leichen der beiden Brüder und ihrer Schwester damals in Plymouth und wusste, dass dieser Psycho Ash uns auf keinen Fall in Ruhe lassen würde. Es gab ein bisschen Stöhnen und Ächzen von den Läufern, aber sie schafften es alle, ihr Tempo anzuziehen. Ich beschloss, eine Weile mit ihnen zu gehen und zu zeigen, dass ich bereit war, mit gutem Beispiel voranzugehen. Etwa 50 Minuten später hörte ich das Geräusch von Motorrädern hinter uns. Joe und Brock. Ich schritt auf die Spitze des Konvois zu, als der Lärm der Motoren lauter wurde. Die beiden Fahrer wurden langsamer, als sie mich einholten, aber ich winkte sie weiter und zeigte auf den führenden Hammer. Ich entschied, dass es jetzt an der Zeit war, eine Pause zu machen und gab allen ein Zeichen zum Anhalten. Okay, Leute, Zeit für eine Pause. Lasst uns hier für 10 Minuten anhalten. Ich beobachtete, wie unser Straßenzug anhielt und die Läufer langsam begannen, sich auf die Straße und den Grünstreifen zu setzen, während die Wachleute Wasserflaschen verteilten. Ich ging nach vorne und erreichte den führenden Hammer, als Ben und Luke ausstiegen und Brock ansprachen. Hat es geklappt? fragte Luke, bevor die Fahrer es überhaupt geschafft hatten, ihre Helme abzunehmen. Brocks Gesicht war weiß und sein Haar nass von Schweiß. Eine frische rote Beule zeichnete sich deutlich auf seinen Wangenknochen ab. Es hat funktioniert, antwortete er. Erzähl, erzähl mir alles. Ich will einen detaillierten Bericht und was ist da passiert? fragte Luke und zeigte auf Brocks Wange. Warte, sagte Joe und stellte sich schützend vor seinen Bruder. Lass uns da rüber gehen. Ben, Luke und ich gingen hinüber zu der flachen, grasbewachsenen Fläche, auf die Joe zeigte. Okay, spuck es aus, sagte Luke ungeduldig. Okay, sie kam knapp drei Stunden nach euch an. Brock drehte sich zu mir um. Du hast definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Ihre Armee ist riesig, größer als ich erwartet habe. Sie waren ziemlich zurückhaltend. Die Mehrheit hielt etwa eine halbe Meile entfernt an. Sie haben ein paar Männer zu Fuß reingeschickt. Sie waren schwarz gekleidet und mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Sie waren wirklich vorsichtig, sagte Joe. Es hat eine Ewigkeit gedauert, bis sie einen Schritt gemacht haben. Ja, sagte Brock. Das war lustig gewesen. Weißt du, wie sie sich an die Pappfiguren heranschleichen und so. Aber ich konnte nicht umhin, mir vorzustellen, was passiert wäre, wenn sie am Tag zuvor angekommen wären. Wie auch immer, sie haben diese Typen überall aufgestellt, auf den Hügeln und am Tor. Sobald sie aufgestellt waren, kam eine kleinere Gruppe an, blieb aber auf Abstand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Anführer waren und sie hatten Benjamin. Sie haben ihn vor dem Tor in die Knie gezwungen. Shit, sagte ich. Brock schluckte, bevor er fortfuhr. Sie haben mit einem Megafon gerufen. Sie riefen nach dir, nach Indigo und nach ein paar anderen, deren Namen sie kannten. Offensichtlich hatten sie Benjamin gezwungen, Informationen über uns preiszugeben. Sie verlangten, dass die Tore geöffnet werden oder sie würden Benjamin töten. Wie auch immer, sie gaben uns fünf Minuten. Irgendein Typ zählte die ganzen 300 Sekunden herunter und dann, nun ja, öffneten sich die Tore natürlich nicht. Sie, sie, Joe legte Brock die Hand auf die Schulter. Mach dir keine Sorgen, sie haben es verstanden, sagte er. Ich erzähle ihnen, was dann passiert ist, okay? Brock nickte. Brock wollte sie aufhalten. Ich musste ihn schlagen, damit er aufhört, sonst wären wir beide tot gewesen. Es gab eine kurze Pause. Brock schien keinen Kroll gegen seinen Bruder zu hegen und nachdem er genickt hatte, fuhr Joe fort, nachdem sie runtergezählt hatten, die Tore nicht geöffnet wurden, haben sie ihn getötet. Es war Ash. Er hat Benjamin kaltblütig niedergeschossen, direkt vor den Toren mit einer Schrotflinte. Verdammter Mistkerl, flüsterte Ben. Ich legte meine Hand auf Joe's Schulter, während er fortfuhr. Sie haben etwa 20 Minuten gewartet. Ich schätze, bis sie sicher waren, dass sie nicht angegriffen würden. Es hat so lange gedauert, bis sie sich bewegt haben, dass ich mir nicht sicher war, ob sie es tun würden. Aber dann hat jemand eine Leuchtrakete abgeschossen und ich habe die Falltypen gesehen. Bogenschützen, korrigierte Luke automatisch. Richtig, Bogenschützen. Sie fiegen an, über den Zaun auf die Pappfiguren zu schießen, die du aufgestellt hast. Lukes Gesicht blieb steinern. Was ist dann passiert? fragte ich Joe. Während sie noch feuerten, kam dieser riesige Bulldozer von weiter unten die Straße entlang gerauscht, mit etwa 200 Männern dahinter. Er wurde nicht einmal langsamer, sondern raste direkt auf den alten Schulbus zu. Und dann, BOOM! Er schüttelte den Kopf. Diese Sprengfalle hat ihn ganz schön zugesetzt. Gut, sagte Luke. Und was glaubst du, wie viele sie ausgeschaltet hat? Schwer zu sagen, aber definitiv den Typen, der den Bulldozer gefahren hat. Wenn meine Zählung nahe dran ist, dann würde ich schätzen, dass mindestens 10 von denen, die hinter dem Bulldozer herliefen, gestorben sind und noch viel mehr verletzt wurden. Was dann? Wie lange sind sie geblieben? Haben sie umgedreht? Er schüttelte den Kopf und das ungute Gefühl in meinem Bauch kehrte zurück. Ich bin noch eine halbe Stunde geblieben. Sie haben sich nicht umgedreht. Sie zogen sich zurück, um sich neu zu gruppieren. Aber dann kamen sie wieder vorwärts. Ich glaube, da hatten sie es schon begriffen. Sie haben etwa 100 Mann durchgeschickt, sobald die Feuer aus waren. Dann bin ich gegangen. Ben, kannst du die Karte holen? fragte ich. Wenn sie den Weg verfolgen, den wir gegangen sind, müssen wir einen Umweg machen. Sie kennen unser Ziel nicht, also sollten ein paar Abzweigungen sie von uns fernhalten. Da ist noch etwas, sagte Joe. Sie haben Hunde. Scheiße, sagte Luke und gab damit meine eigenen Gedanken wieder. Okay, scheiße. Wie lange habt ihr gebraucht, um uns mit euren Bikes einzuholen? Zehn Minuten oder so, aber ich habe richtig Gas gegeben. Okay, wir sind etwa fünf Kilometer weit gekommen. Selbst wenn wir doppelt so schnell fahren, wie bisher werden sie uns wahrscheinlich in ein paar Stunden einholen. Sie haben einige, die zu Fuß gehen, richtig? Ja, etwa die Hälfte. Selbst dann, sagte Luke. Es gibt keine Garantie, dass sie keine Fahrzeuge schicken, um uns schneller einzuholen. Wir können nicht im gleichen Tempo weitermachen. Was denkst du, Boss? So hatte er mich schon lange nicht mehr genannt. Wir müssen die Busse vorausschicken, eskortiert von einem Hammer, vollgepackt mit so vielen Wachen, wie wir hineinbekommen können. Wenn sie Manchester erreicht haben, können sie alle aussteigen und nur die Busse für uns zurückschicken. Wir werden zwar nicht alle reinpassen, aber wenigstens können wir etwa hundert schneller evakuieren. Klingt, als wäre es das Beste, sagte Ben. Das Problem ist nur, dass wir nicht wissen, was sie in Manchester erwartet. Stimmt, aber wir wissen, was hinter uns liegt. Wir müssen nur hoffen, dass es ihnen gut gehen wird. Kommt, lasst uns die Nachricht überbringen. Wir stiegen in den ersten Bus und erzählten den Leuten dort von der Planänderung. Natürlich waren weder Indigo noch Brook glücklich über die Idee, aber sie konnten nicht mit der Logik argumentieren. Wir verabschiedeten uns ein weiteres Mal, dieses Mal ergreifender, und ich küsste meine Frau und meinen Sohn zum Abschied und hielt beide für die längste Zeit in meinen Armen. Ich sah Tränen in Brooks Augen, als Luke sich von ihr abwandte. Ich schwor mir im Stillen, ihn sicher zu ihr zurückzubringen. Können wir Ben mit ihnen schicken? fragte Luke. Du weißt, dass er lieber sterben würde, als dass den Mädchen etwas zustößt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ben, Danny und Jamal werden die Busse nach Manchester fahren. Ich will, dass alle bewaffnet sind. Sieh zu, dass du den Hammer mit mindestens sechs deiner Jungs und den Waffen, die sie brauchen werden, bestücken kannst. Paul kann fahren. Beeilte euch. Innerhalb weniger Minuten wiegten wir den Bus erneut zum Abschied. Diesmal aber wirklich. Tränen stachen mir in die Augen, als Indigo Max ans Fenster hielt und mit seinem kleinen pummeligen Arm winkte. Ich winkte, bis der Bus außer Sichtweite war, wohl wissend, dass es das letzte Mal sein könnte, dass ich meine Frau und meinen Sohn sehe. Kapitel 26 Nachdem die Busse abgefahren waren, nahm ich das Megafon vom verbliebenen Hammer und hielt mich nicht zurück. Ich erklärte allen die Situation in klaren Worten und machte ihnen bewusst, dass wir uns jetzt noch schneller bewegen mussten. Ich scannte meine Leute, während ich sprach. Die meisten waren mit selbst gebastelten Knüppeln, Pickelgriffen und anderen Werkzeugen bewaffnet. Ich wusste, dass sie eine gute Figur machen würden, wenn sie jemals die Gelegenheit bekämen, in einen Nahkampf zu geraten. Das war allerdings ein großes Wenn, angesichts der Feuerkraft unseres Feindes. Wenn die Plündere uns einholten, würden die meisten unserer Gruppe abgeschlachtet werden, bevor sie eine Waffe erheben konnten. Unsere einzige Hoffnung war es, nach Manchester zu kommen, ohne angegriffen zu werden. Wenigstens dort hätten wir eine Chance. Ich schickte Bo und Brock auf Motorrädern voraus, um das Tempo an der Spitze der Kolonne vorzugeben. Ich glaubte nicht, dass Brock zurückgehen sollte, um die Plünderer zu verfolgen, nach dem, was mit Benjamin passiert war. Er schien mir unvorsichtiger und eher bereit, etwas Dummes zu tun als Joe. Ich schickte Joe und den anderen Biker, Brad, zurück, um den Fortschritt der Plünderer zu überwachen. Falls sie feststellen sollten, dass der Feind umgedreht war, sollten sie uns sofort benachrichtigen. Ansonsten sollten sie eine Meile vor den Plünderern bleiben, bis wir in Sichtweite waren. Dann sollten sie so schnell wie möglich zurückkommen, um uns zu warnen, damit wir uns zum Kampf bereit machen konnten. Auf dem Weg sollte Brad Joe verlassen und uns jede halbe Stunde Bericht erstatten. Ich gab ihnen eine handgeschriebene Karte mit den Abzweigungen, die wir nehmen würden. Wenn ich klar darüber nachdachte, könnte die Tatsache, dass die Plünderer Hunde hatten, tatsächlich ein gemischter Segen sein. Denn um uns zu verfolgen, würden sie nur so schnell gehen können, wie es die Tiere zuließen. Wir machten uns in einem zügigen Tempo auf den Weg. Die Motorräder führten die Fußgänger und Unbewaffneten zuerst an, gefolgt von Luke und mir, die die bewaffnete Gruppe anführten. Die verbleibenden zwei Hammer bildeten das Schlosslecht. Jetzt, wo Bo und Brock an der Spitze der Kolonne waren, kamen wir viel besser voran. Innerhalb von 20 Minuten erreichten wir die Stadt Wolfborough. Sie lag direkt am Wasser und das Land um sie herum war eben und grün. Als wir durch die Stadt liefen, konnte ich sehen, dass sie zu ihrer Zeit eine hübsche, kleine Stadt gewesen war. Aber jetzt war sie einfach nur gruselig, eine Geisterstadt. Es dauerte nur ein paar Minuten, um die Stadt zu durchqueren und nicht weit dahinter bogen wir auf die 28 ab. Okay, ungefähr eine halbe Meile weiter sollten wir eine Stadt namens Elton erreichen. Luke wurde durch das Geräusch eines Motorrads hinter uns unterbrochen. Wir sahen uns gegenseitig an, bevor wir uns umtreten. Es war Brad. Ich beobachtete ihn mit einer gewissen Beklemmung. Würde es eine gute oder eine schlechte Nachricht sein? Er hüpfte von seinem Motorrad und schob es vor sich her, während wir weiter gingen. Hey, sagte er, ohne seinen Helm abzunehmen. Sie haben nicht umgedreht. Sie folgen uns. Nicht zu schnell, aber schneller als ihr. Wie viele? Alle. Ich nickte. Hunde? Ja. Okay, wie weit dahinter? Ungefähr zweieinhalb Meilen. Danke, du kannst zurückfahren. Wir sehen uns in einer halben Stunde. Als er losfuhr, schaute ich zu Luke. Sie haben uns schon einen Kilometer eingeholt. Ja, sagte er. Ich denke, wir müssen uns bald zur Wehr setzen. Darüber sollten wir uns später Gedanken machen. Wir fuhren und liefen weiter und hatten noch nicht ganz Elton erreicht, als Brad uns wieder einholte. Die Sonne stand jetzt höher am Himmel und mein Magen knurrte. Wie weit ist es noch? Fragte ich. Ich glaube, sie haben diesmal nicht so viel Boden gut gemacht. Ich denke, etwas mehr als zwei Meilen. Immer noch zu nah. Wir schickten ihn wieder auf den Weg und ich sagte ihm, er solle nicht zurückkommen, bis sie den Abstand auf eineinhalb Meilen verringert hätten. Wir hielten kurz in Elton an, um zu essen und zu trinken und waren innerhalb von zehn Minuten wieder auf dem Weg. Ich hatte einen Blick auf Lukes Karte geworfen und mit Entsetzen festgestellt, dass Elton kaum ein Drittel des Weges zu unserem Ziel war. Die Dinge sahen von Minute zu Minute düsterer aus. Wir müssen uns langsam darüber Gedanken machen, wo wir Stellung beziehen wollen, sagte Luke, als wir aus der Stadt herausgingen. Okay, irgendwelche Vorschläge? Ja, ich habe schon darüber nachgedacht. Und? In etwa zweieinhalb Meilen kommen wir zu einem Fluss, der Mary Meeting heißt und überqueren eine kleine Brücke, sagte er, entfaltete die unhandliche Karte und zeigte auf sie, während wir gingen. Das ist der einzige Weg hinüber im Umkreis von Meilen. Wenn wir die Brücke blockieren oder in die Luft jagen können, werden sie einen großen Umweg machen müssen, um uns zu folgen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Nein, es sei denn, du willst es mit ihnen in einer Stadt oder auf offener Straße aufnehmen. Außerdem können wir, wenn wir die Brücke überqueren, dort weiter nach Pittsfield gehen und wieder auf die 107 kommen. Wir sollten in der Lage sein, etwas Abstand zwischen uns zu bringen, während sie einen Weg herumfinden. In Ordnung, los geht's. Luke gab nur die Faust, offenbar aufgeregt, dass es etwas zu tun geben würde. Er faltete seine Karte zusammen und schritt vor mir her, plötzlich gestärkt und den marschierenden Ermutigung zurufend. Kapitel 27 30 Minuten oder so später kamen wir an der Brücke an. Zu sagen, dass sie unscheinbar war, wäre eine Untertreibung. Sie war im Grunde nur eine Fortsetzung der Straße mit ein paar Metallschienen an der Seite. Der Gesichtsausdruck von Luke sprach Bände, aber er fühlte sich gezwungen, trotzdem zu sprechen. Scheiße, man könnte fast über diesen beschissenen Witz von Fluss laufen, sagte er bitter und schüttelte den Kopf. Wir gingen mit Paul an die Spitze der Kolonne, der seinen Hammer am Straßenrand geparkt hatte. Luke lehnte sich über das Gelände auf der rechten Seite. Dort war der Fluss seicht und klich eher einem Sumpf, obwohl es so aussah, als ob er auf der anderen Seite definitiv tiefer war. Wir müssen uns damit begnügen, sagte ich. Wir können sie immer noch langsamer machen, oder? Er begann sich umzusehen über den Fluss und zurück zu dem Ort, von dem wir gekommen waren. Ich sah das vertraute Glitzern der Kreativität in seinen Augen. Ja, verdammt ja, wir werden es besser machen als das. Wenn wir mit ihnen fertig sind, werden sie den Namen Merrymeeting im Am-Arsch-Meeting ändern wollen. Wir trieben alle rüber auf die andere Seite der Brücke. Als das erledigt war, machten wir uns an die Arbeit. Eine gute Sache, wenn man so viele Leute hat, ist, dass wir viel schnell erledigen konnten. Innerhalb einer Stunde hatten wir das Ende der Brücke mit drei Autos, Reifen, Holz, Metall, Ziegelstein und allem, was wir fanden und was nicht feststeckte, verbarrikadiert. Die Barrikade war am Ende etwa zwei Meter hoch und doppelt so breit. Wir ließen einen schmalen Korridor in der Mitte, damit Joe und Brad hindurchfahren konnten und hatten einen Haufen Mist bereit, um den Rest zu verbarrikadieren, sobald sie durch waren. Sollte alles gut gehen, würden wir es schaffen, bevor die Plünderer eintrafen. Wir fanden auch zwei fester Kerosin in einem Bootsschuppen und hatten etwa zehn Gallonen Benzin, die wir aus verlassenen Fahrzeugen und Garagen geschnorrt hatten. Als Luke den Bau der Barrikade leitete, sorgte er dafür, dass sie reichlich Papier, Holz und totes Laub enthielt, das mit den nicht so brennbaren Gegenständen durchsetzt war. Brock und Paul brachten ein Fass Kerosin auf die andere Seite der Brücke und begannen den Boden und die Stämme der Bäume zu tränken, die sich rechts von den Plünderern befinden würden, wenn sie sich näherten. Sie schütteten es in einer Spur bis zum Ufer neben der Brücke, dann schoben sie das leere Fass auf das Wasser hinaus. Es bewegte sich nicht, was ein gutes Zeichen dafür war, dass sich die brennbare Flüssigkeit nicht zu schnell verteilte, als wir das andere Fass hineinschütteten. Sobald dieses Fass leer war, stützten sie das verbleibende Fass gegen die Seite der Brücke. Wenn die Plünderer in Sichtweite waren, würden wir es auf der flachen Seite ins Wasser schütten. Bist du sicher, dass es funktioniert? fragte ich Luke. Ja, Boss, sagte er geduldig. Es wird nicht ganz so spektakulär sein wie Benzin, aber diese Bäume und das Zeug auf dem Boden unter ihnen sind trocken und sollten wie Zunder aufgehen. Ja, ich weiß aber, ich meinte das Kerosin, das ins Wasser gegossen wird. Klar, das wird es. Chemie einmal eins. Kerosin hat eine geringere Dichte als Wasser, deshalb wird es oben schwimmen. Sie werden auf einem Fluss aus Feuer schwimmen, wenn sie versuchen, ihn auf diesem Weg zu überqueren. Zum Glück fließt es nicht, sagte Brock. Es ist wirklich stilles Wasser, also sollte es sich nicht so schnell auflösen. Ja, sagte Luke und reichte Brock eine Leuchtpistole. Zünde sie nur nicht an, bevor ich das Signal gebe. Ich brauche nur noch eine Sache. Er ging zu dem Hammer auf der anderen Seite der Brücke und kam mit dem Scharfschützengewehr zurück. Er schenkte mir ein verlegenes Grinsen. Du weißt, dass ich das unbedingt benutzen will, seit wir es gefunden haben, oder? Ich lachte. Ich habe dir in den letzten fünf Jahren einmal pro Woche dabei zugesehen, wie du es gereinigt hast. Also habe ich mir das irgendwie gedacht. Er hörte es vor mir. Das ferne Geräusch eines Motorrads, das mit Vollgas gefahren wurde. Ich sah, wie sich seine Augen weiteten und er auf die Spitze der Barrikade kletterte. Ich rannte zu dem groben Korridor, den wir für die Rückkehr unserer Männer gelassen hatten. Ich konnte ein paar hundert Meter weit den Weg entlang sehen, bis der Weg nach links abrog und hinter den Bäumen außer Sichtweite war. Kannst du etwas sehen? rief ich Luke zu. Von seinem Aussichtspunkt auf der rechten Seite der Brücke hatte er mit dem Zielfernrohr einen viel weiteren Blick als ich. Ja, es ist Joe, keine Spur von Brad. Ich spürte ein mulmiges Gefühl in meinem Bauch, als das Brummen des Motorrades lauter wurde. Endlich kam Joe um die Kurve und hielt mit einem quietschenden Geräusch an. Er stützte sich auf einem Bein ab, während er den Anblick vor sich aufnahm. Ich winkte mit beiden Armen über meinem Kopf und die Leute um mich herum begannen ihm zuzurufen. Er ließ den Motor wieder an und raste auf uns zu, bevor er langsamer wurde, als er die Brücke erreichte. Ich begann gerade Erleichterung zu spüren, als Luke rief. Shit, er hat Gesellschaft, ein paar Bikes. Ich trat von der Lücke zurück und winkte Joe durch. Er gab Gas und fuhr schnell hindurch und zwang die Leute auf unserer Seite, sich zu zerstreuen, als er zum Stehen kam und sein Visier hochzog. Sobald sein Motorrad still war, konnte ich die Verfolger hören. Schnell, da sind... platzte er heraus. Krach! Auf den Schuss von Luke folgte ein Schimpfwort. Verfehlt! Krach! Der zweite Schuss resultierte in einem quietschende Reifen und einem metallischen Knirschen. Ich schaute durch die Lücke in der Absperrung und sah, wie ein Motorrad kopfüber stürzte und der Fahrer dahinter die Straße entlang rutschte. Das Motorrad prallte gegen ein Schild und kam verdreht und rauchend zum Stehen, während sein Fahrer über den Asphalt schlitterte, bis sein Schwung schließlich nachließ. Er stand nicht mehr auf. Kaum einen Augenblick später kam ein zweites Motorrad in Sicht, das zum Stillstand kam. Der Fahrer schaute verzweifelt zu seinem gestürzten Kumpel und dann zu uns, bevor er eine enge Kurve machte und umtrete. Lass ihn nicht entkommen, rief ich Luke zu, als das Motorrad des Feindes schneller wurde. Luke antwortete nicht. Eine Sekunde verging, dann noch eine, als das Geräusch des Motorrads in der Ferne verschwand. Krach! Das Geräusch des Schusses hallte auf der Brücke wieder, als wir ein weiteres Krachen von Metall und Glas hörten. Wir haben ihn! Es gab einige Pfiffe und klatschen von denen um uns herum. Keine Zeit zum Feiern, rief ich. Brock nimmt drei Männer mit raus und räumt die Motorräder und Leichen weg. Ich will nicht, dass sie gewarnt werden, bevor sie um die Kurve kommen. Sobald ihr fertig seid, kommt ihr zurück und fangt an, den Korridor abzusperren. Brock machte sich sofort auf den Weg und ich legte meinen Arm um Joe, während wir darauf warteten, dass Luke herunterkam. An seinem Gesichtsausdruck konnte ich erkennen, dass er verärgert war, aber ich musste zur Sache kommen. Es gab keine Zeit zu verlieren. Wie weit sind die anderen zurück? fragte ich. Ich würde sagen, sie werden innerhalb einer Stunde hier sein. Okay, eine kleine Verschaufpause. Was ist passiert? Er zuckte mit den Schultern, setzte sich auf die Reling und stützte den Kopf in die Hände. Ich weiß es nicht. Ich dachte, wir wären vorsichtig, aber sie müssen uns bemerkt haben. In der einen Minute sprach ich noch mit Brad und in der nächsten Minute kam der Schuss aus weiter Ferne. Ich sah Luke an und er begegnete meinem Blick. Anscheinend war er nicht der einzige Scharfschütze in der Stadt. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber er war bereits tot. Das Nächste, was ich gehört habe, waren die beiden Motorräder, die hinter mir den Hügel hinauf wurden. Ich bin einfach abgehauen. Luke klopfte ihm auf den Rücken. Du hast das Richtige getan und es war toll, dass du hierher gekommen bist. Joe nickte, aber ich konnte sehen, dass er immer noch niedergeschlagen war. Ich erzählte ihm schnell von unseren Plänen und Luke ging los, um dabei zu helfen, die Lücke in der Barrikade zu schließen. Brock und die anderen kamen kurz darauf zurück und die Vorbereitungen wurden intensiv fortgesetzt. Bald hatte die Mauer eine gleichmäßige Höhe quer über die Brücke und Luke und Brock waren bereit, Benzin darüber zu gießen. Der Geruch war überwältigend und der Rest von uns zog sich etwas zurück. Als sie hinunterkletterten, war es schon 35 Minuten her, dass Joe zurückgekommen war. Paul fuhr den Hammer rückwärts zurück, die Brücke entlang, bis sein hinteres Ende etwa 30 Meter von dem entfernt war, was wir hofften, dass es ein tobendes Inferno werden würde. Sobald wir den Feind hörten, sollte Paul die Barrikade anzünden und Brock und Joe würden anfangen, das Kerosin ins Wasser zu schütten und dann über die Brücke zurückzukommen. Okay, sagte ich, als alles an seinem Platz war. Lass uns die anderen auf die andere Seite bringen. Luke grüßte mich mit seinem Haken, die andere Hand hielt den Riemen des Gewehrs. Auf unserer Seite des Flusses, auf der rechten Seite, befand sich ein verlassenes Motel. Es war ein niedriges, langes, rechteckiges Gebäude mit einem zweistöckigen Anbau in der Mitte und einem Parkplatz davor. Seine Lenkseite zeigte zum Fluss. Ich schickte Beau in Richtung Manchester, der das unbewaffnete Kontingent der Fußgänger anführte, während Luke und ich den Rest unserer Leute hinter dem Motel versammelten und die Bewaffneten in einer Gruppe zurückließen, die kurzfristig abgerufen werden konnte. Ich gehe jetzt nach oben, sagte Luke. Er hängte sich das Scharfschützengewehr über die Schulter und lief zu einem überwucherten Gerüst, das er zu erklimmen begann. Pfeif, sobald du ein Zeichen von ihnen siehst, sagte ich, als er trotz seiner fehlenden Hand mühelos auf das Dach kletterte. Ich will, dass die Barrikade in Flammen steht, wenn sie an der Brücke ankommen. Und wenn du das Arschloch siehst, schieß ihn. Wird gemacht, Boss, rief er herunter, während er auf dem Bauch nach vorne kroch. Ich verlor ihn aus den Augen und ging rückwärts, bis ich ihn in voller Länge auf der hinteren Dachschräge liegen sehen konnte. Sein Gewehr war auf der Spitze abgestützt und über den Fluss gerichtet. Er würde den Feind nicht sehen können, bis sie die Biegung auf der anderen Seite umrundet hatten, aber das Dach würde ihm große Deckung geben. Das Einzige, was von dieser Seite aus zu sehen sein würde, wäre sein Kopf. Ich schnappte mir eine Schrotflinte aus unserem Waffenvorrat und ging zur Seite des Motels, um alles im Schatten zu beobachten und zu warten. Ich hatte mich kaum eingerichtet, als Lukes lauter Pfiff von oben kam. Ich hörte einen Schrei von der Brücke und mit Adrenalin, das durch meinen Körper pumpte, sah ich, wie Paul zur Barrikade rannte und sich über den Stapel von Brennmaterial beugte, den wir am Fuß der Barrikade platziert hatten. Ich konnte nun Hunde und das Grollen von Motoren in der Ferne hören. Sekunden vergingen und Paul beugte sich noch immer vor. Seine Schultern zuckten, während er mit den Streichholzern kämpfte, die wir ihm gegeben hatten. Joe und Brock begannen, das Kerosin über die Seite zu schütten. Sie hatten Mühe, das große Fass auf der Reling zu balancieren, aber als es sich leerte, konnten sie es entlang der Reling bewegen, sodass sich die Flüssigkeit über eine größere Fläche verteilen konnte. Komm schon, flüsterte ich unter meinem Atem, ungeduldig, bis das Streichholzfeuer fing. Die Spannung in der Luft war greifbar. Schließlich sah ich den plötzlichen Flammenschein vor Paul und er fiel auf den Hintern, als sich das Benzin entzündete. Es ging schneller hoch, als ich erwartet hatte. Die hungrigen Flammen krochen schnell über unsere improvisierte Barrikade. Paul robbte krabbenartig vor den riesigen Flammen davon. Joe und Brock ließen das leere Fass über die Seite fallen und rannten zu Paul, während sie vor der Hitze zurückschreckten. Aber es schafften, ihm aufzuhelfen, bevor sie zum Hammer rannten. Sie fuhren mit quietschenden Reifen davon, als die Hunde und ihre Hundeführer in Sicht kamen. Die Hundeführer überschlugen sich beim Anblick der brennenden Barrikade und verschwanden wieder um die Kurve. Der Hammer war in ein paar Sekunden von der Brücke zurück und alle drei Jungs sprangen heraus, schnappten sich Waffen und gesellten sich zu mir in den Schatten an der Seite des Gebäudes. Wir starrten über den Fluss. Die Barrikade stand jetzt in Flammen. Die Flammen ragten über die Mauer hinaus. Ein paar Sekunden später kam ein Fahrzeug in Sicht. Es war ein gepanzerter Mannschaftstransporter, chinesisch, mit einem Maschinengewehrturm auf dem Dach. Dahinter kam eine Gruppe von Plünderern. Ich erkannte Ashes Gestalt sofort. Von der Taille aufwärts nackt überragte er die anderen beiden und präsentierte sich auf eine arrogante und unbekümmerte Art und Weise, indem er in seiner ganzen Größe aufstand, um in unsere Richtung zu schauen, selbst als seine beiden Begleiter umsichtig hinter dem Fahrzeug in Deckung gingen. Ich bemerkte auch, dass die Haut seines Gesichts und seines Oberkörpers einen seltsamen dunklen Farbton hatte, aber ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich begann zu zählen. Ich wusste, dass Luke jeden Moment seinen Schuss abgeben würde. Eins, zwei, drei, Krach! Ich sah, wie Ash zusammenzuckte und sich hinter das Fahrzeug duckte, als der Mann, der seinen Kopf aus der Luke des Turms gestreckt hatte, rückwärts gegen den Rand der Luke geschleudert wurde, wobei der obere Teil seines Kopfes fehlte, bevor er leblos zurück in die Luke klitt. Ich sah, warum Luke diesen Schuss abgegeben hatte. Er wollte verhindern, dass wir unter das schwere Feuer des Maschinengewehrs gerieten, aber selbst dann fragte ich mich, ob er nicht auf Ash hätte schießen sollen, als er die Chance dazu hatte. Luke gab einen weiteren Schuss ab und ich sah ein Netz von Rissen auf der Windschutzscheibe der Fahrerseite erscheinen. Von der anderen Seite des Flusses ertönte Geschrei und eine Gruppe von etwa zehn bewaffneten Männern umrundete die Bäume und begann auf uns zu schießen. Wir fielen alle zu Boden, auch wenn Luke ihr Hauptziel war. Ich hörte Lukes Gewehr mehrere Male zischen, als die Fenster unter ihm zerbrachen und Ziegelsplitter auf dem Parkplatz regneten. Ich nutzte die Gelegenheit, um über den Fluss zu schauen, während die Schüsse weiterhalten. Lukes Schüsse waren überlegt, während die des Feindes eher planlos waren. Es lagen zwei Leichen auf dem Boden und die Schützen schossen nun aus der Deckung der Bäume und des Mannschaftstransporters. Ich hörte einen weiteren Schuss über uns und dann fluchte Luke. Er hatte keine Munition mehr. Die Barrikade brannte immer noch so eindrucksvoll und ich entschied, dass es Zeit war, dass der Großteil von uns abhauen sollte, solange es noch ging. Joe, Paul, sagte ich, trommelt die andere Gruppe zusammen und macht euch auf den Weg. Folgt der 28 und geht so schnell ihr könnt. Luke, Brock und ich werden irgendwann mit dem Hammer nachkommen, aber wir werden sie erst einmal so lange wie möglich aufhalten. Bist du sicher? fragte Paul und runzelte die Stirn. Ja, wir schaffen das schon. Er widersprach nicht, auch wenn ich sehen konnte, dass er nicht glücklich war. Fast, hätte ich an mir gezweifelt. Ich hatte unsere Leute nur in vier Gruppen aufgeteilt, aber ich ließ sie laufen. Ich war zuversichtlich, dass sie das unbewaffnete Kontingent, das Bo anführte, einholen konnten. Joe feuerte seinen Bruder an, Brock und Paul warnten mich, vorsichtig zu sein, bevor sie sich duckten und zur Rückseite des Motels liefen. Die Schüsse von der anderen Seite des Flusses veräppten langsam, nachdem Luke das Dach verlassen hatte. Er gesellte sich ein paar Sekunden später zu uns. Geht es dir gut? fragte ich. Ja, sagte er und nickte. Ich wünschte, ich hätte mehr Schaden angerichtet. Ich wünschte, ich hätte den tätowierten Freak ausgeschaltet. Tätowiert? Ja, er hat sich überall Wörter tätowieren lassen, sogar auf sein Gesicht. Die dunkle Farbe von Ashes Gesicht im Oberkörper, die ich aus der Ferne bemerkt hatte, machte plötzlich Sinn. Oh, nun, das hast du gut gemacht, für einen Kerl mit nur einer Hand. Ich habe Joe und Paul mit dem Rest nach vorne geschickt. Wir müssen die Brücke so lange halten, wie wir können. Wenigstens für ein paar Stunden. Sollte kein Problem sein. Wahrscheinlich werden sie versuchen zu warten, bis die Barrikade niedergebrannt ist, bevor sie einen Zug machen. Vielleicht nicht, sagte Brock und deutete auf das andere Ufer. Ich sah, was er meinte. Männer versammelten sich hinter dem Mannschaftstransporter. Eine ganze Menge. Glaubst du, sie werden versuchen, damit durchzubrechen? fragte ich Luke. Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht. Der Schuss, den ich abgefeuert habe, hat den Fahrer nicht ausgeschaltet, sondern nur seine Windschutzscheibe zerstört. Wenn sie warten, bis das Feuer etwas tiefer brennt, ist er vielleicht verrückt genug, seine Männer zu riskieren. Wie zur Bestätigung von Lukes Aussage hörten wir Geschrei von der anderen Seite und dann einen Schuss. Wir blickten in die Ferne und sahen Ash über einem seiner Männer stehen, eine rauchende Waffe in der Hand. Auf dem Boden neben ihm lag die Leiche eines anderen. Wechser, flüsterte ich und zog meine Pistole, bevor ich sie über den Fluss richtete. Luke legte seine Hand auf meine und drückte sie sanft nach unten. Kumpel, spar die Munition. Er ist zu weit weg. Ich habe aber eine andere Idee. Haben wir noch den letzten Raketenwerfer im Hammer? Ja, ich glaube schon. Ich wollte ihn aufheben, falls wir ihn später brauchen, aber ich denke, wir sollten ihn jetzt benutzen, um den Truppentransporter außer Gefecht zu setzen. Wenn sie jetzt durchbrechen, sind wir am Arsch. Ich nickte. Ohne ein weiteres Wort rannte er zurück zum Hammer. Ich fragte mich, von welcher Position aus er seinen Schuss abgeben wollte. Ich musste nicht lange auf die Antwort warten. Er rannte vom Hammer zur Rückseite des Motels und winkte mir mit seinem Haken, damit wir ihm folgten. Er hatte vor, wieder auf das Dach zu klettern. Brock, wenn ich rufe, fängst du an, über den Fluss zu schießen. Ich stand auf und lief zurück, um mich Luke anzuschließen, als er die Rückseite des Gebäudes erreichte. Er warf den Raketenwerfer auf den Boden und begann, ihn einhändig zu laden. In den Schaumstoffeinsätzen des Koffers befanden sich zwei weitere Raketengranaten. Er würde sie nicht brauchen. Er würde nur einen Schuss haben. Ich nahm ihm die Granate ab. Wie lade ich sie? Es war einfacher, als ich es in Erinnerung hatte und dachte, dass ich es bei der nächsten Gelegenheit vielleicht selbst machen könnte. Gut, gesichert und geladen, sagte er. Ich klettere hoch, dann gibst du in mir. Er ging nicht, wie ich erwartet hatte, auf das Spalier an der Rückseite des zweistöckigen Teils, sondern auf das niedrig hängende Dach des Einstöckigen. Er sprang hoch, griff mit Hand und Haken nach der Dachrinne und zog sich dann in zwei schnellen Bewegungen auf das Dach. Ich verschwendete keine Zeit und reichte ihm den Raketenwerfer. Du hast nur einen Schuss, mach einen guten Klaus. Er grinste nur und verschwand aus dem Blickfeld. Ich sprintete zurück zu Brock, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie sich der Mannschaftstransporter in Bewegung setzte. Ich hob meine Pistole und rief Brock Feuer zu. Wir begannen zu schießen und ich sah, wie sich die Männer auf der anderen Seite des Weges duckten, als das Fahrzeug anhielt. Geschützfeuer brach von ihrer Seite aus und wir waren gezwungen, uns in Deckung zu begeben, aber nicht bevor ich sah, wie sich der Geschützturm des Mannschaftstransporters in unsere Richtung trete. Jemand hatte den toten Schützen ersetzt. Mein Magen sank. Ich hörte ein lautes Wummern von oben, gerade als das schwere Maschinengewehr begann, metallischen Tod in unsere Richtung zu spucken. Brock und ich schlugen auf dem Boden auf, als Teile des Putzes und Trümmer des Motels auf uns herabregneten. Der Ausbruch der feindlichen Kraft war so schnell vorbei, wie er begonnen hatte und das Geräusch einer Explosion und gequälter Schreie von der anderen Seite sagte uns, dass Luke nicht verfehlt hatte. Ich wagte einen Blick. Sein Ziel war perfekt gewesen. Die Kabine des Fahrzeugs standen Flammen und der Geschützturm war schief und zeigte nun in den Himmel. Schüsse von Handfeuerwaffen ertönten und ich hörte drei schwere Schritte von oben und dann einen Aufprall auf dem Boden hinter dem Motel. Luke kam ein paar Sekunden später zu uns, leicht humpelnd. Er hatte immer noch den Raketenwerfer und holte den Koffer heraus, den er sich unter den Arm geklemmt hatte. Unbeholfen ließ er sich neben mir auf den Boden fallen. Gute Arbeit. Bist du okay? Ja, ich komme schon klar. Hört auf zu schießen. Ihr verschwendet nur Munition, ihr blöden Wichser, kam ein Schrei von der anderen Seite des Flusses. Ich sah Luke an. Sollen wir das Wasser anzünden? Ja, wenn dieser Haufen hochgeht, wird sie das zurückdrängen. Ich wette, sie werden aufgeben und versuchen, einen anderen Weg hinüber zu finden. Soll ich sicherheitshalber noch eine Rakete reinschießen? Ja, aber lass es uns erst anzünden. Brock, sagte ich, es ist Zeit, dein Ding zu machen, bevor sie sich neu formieren. Ich gebe dir Deckung. Okay. Brock stand mit der Leuchtpistole auf und zielte auf das Wasser seitlich der Brücke. Ich hielt den Atem an. Ich bin mir nicht sicher, was genau ich erwartet hatte, als er seinen Schuss abgab. Aber die Fackel, die zweimal vom Wasser absprang und in die Baumkronen flog, wo sie sich festsetzte und harmlos verpuffte, gehörte nicht dazu. Scheiße, sagte Brock mit leiser Stimme. Ich spürte ein Gefühl der Ernüchterung. Wir konnten nicht erwarten, dass alles nach unseren Vorstellungen lief, oder? Das war unsere einzige Fackel. Wir sollten uns auf den Weg machen. Hilf mir erst, die hier zu laden, sagte Luke. Okay, aber benutze sie noch nicht. Sie sind schneller hinter uns her, als wir gedacht haben und wir könnten den Raketenwerfer noch gebrauchen. Ich nahm ihm den Raketenwerfer ab und holte die schwere Rakete aus ihrer Schaumstoffpolsterung in der Kiste auf den Boden. Nein, Brock, rief Luke. Ich riss meinen Kopf rechtzeitig herum, um zu sehen, wie der andere Junge in der Hocke über die Brücke rannte. Ich rammte die Rakete in ihr Gehäuse und stellte sie auf den Boden, während ich mich umdrehte und Brock beobachtete. Wir konnten jetzt nichts weiter tun, als zusehen. Er rannte geradewegs auf die noch brennende Barrikade zu und schirmte sein Gesicht ab, als er in die Hitze griff. Komm einfach zurück, Kumpel, flüsterte Luke, als der jüngere Junge seine Hand ein paar Mal leer wegzog, die Hitze schien unerträglich. Doch er blieb hartnäckig und beim vierten Versuch zog er einen einen Meter langen Holzklumpen heraus, der an einem Ende brannte. Ohne eine Sekunde zu verschwenden, rannte er zur Seite der Brücke und warf ihn hinüber. Was dann geschah, schien wie in Zeitlupe abzulaufen. Doch während der brennende Holzklotz kopfüber in Richtung Wasser flog, drehte sich Brock mit einem triumphierenden Lächeln auf dem Gesicht zu uns um und dann explodierte sein Kopf in einer roten Gischt. Der Klang des Schusses halte laut um uns herum. Als unser Freund zu Boden sackte, entzündete sich das Kerosin auf dem Wasser und die Flammen schlugen in Richtung des anderen Ufers. Nein, schrie Luke und begann auf die Beine zu kommen. Ich packte seinen Arm und hinderte ihn daran, Brock zu Hilfe zu rennen, der eindeutig nicht mehr zu retten war. Wir standen einen Moment lang da und über Lukes Schulter und an der flammenden Barrikade vorbei fiel mein Blick auf Ash. Er stand da und starrte mich direkt an. Die Mündung des Gewehrs, mit dem er Brock getötet hatte, rauchte noch immer, während die Flammen auf ihn zurasten. Er war weit genug entfernt, dass ich seine Gesichtszüge nicht wirklich erkennen konnte, aber von meinem geistigen Auge konnte ich das hasserfüllte Grinsen auf seinem Gesicht sehen. Er duckte sich weg, als die Bäume und das Gebüsch in seiner Nähe in Flammen aufgingen. Ich verlor ihn in der Aufregung und dem Rauch aus den Augen. Die Schreie von der anderen Seite waren befriedigend, aber nur ein kleiner Trost angesichts dessen, was wir gerade erlebt hatten. Ich ließ Luke los. Wir standen beide unter Schock, aber wir hatten keine Zeit zu verlieren. Komm schon, sagte ich sanft. Wir müssen gehen. Er beugte sich vor, hob den Raketenwerfer auf und ließ sich von mir wegziehen. Wir joggten zurück zum Hammer. Ich warf einen letzten Blick auf die Brücke, als ich auf den Fahrersitz kletterte. Die Barrikade brannte immer noch, obwohl sie viel niedriger war als zuvor. Das Feuer in den Bäumen breitete sich aus und durch den Rauch konnte ich nicht erkennen, was vor sich ging. Wir konnten nur hoffen, dass unser Plan funktionierte und die Plünderer umkehren würden, um einen anderen Weg hinüber zu finden. Ich startete den Hammer, legte den Gang ein und trat das Gaspedal durch. Kapitel 28 Wir haben nicht gesprochen, als ich fuhr. Es gab nichts zu sagen. Ich fürchtete mich davor, Paul und Johns Gruppe einzuholen, was schneller geschah, als ich wirklich bereit war. Andererseits würde mich keine Zeitspanne, die Nachricht, die ich zu überbringen hatte, besser fühlen lassen. Sie hielten an und treten um, als wir hinter ihnen herfuhren und schwenkten dann langsam an den Straßenrand, um uns durchzulassen. Paul und Joe winkten fröhlich, als wir anhielten. Ich fühlte mich krank im Bauch, aber ich wusste, dass ich es einfach tun musste. Joe hatte es verdient. Wir stiegen aus dem Fahrzeug aus. Die beiden schienen zu spüren, dass etwas nicht stimmte, als sie unsere Gesichter sahen. Joe schaute sofort an uns vorbei und suchte nach seinem Bruder. Muss Brock! Ich legte meine Hand auf seinen Arm, doch er schüttelte sie ab und machte einen Schritt auf den Hammer zu. Brock! Es tut mir leid, Joe, er hat es nicht geschafft, sagte ich leise. Die anderen in der Gruppe schauten unbeholfen weg, während Joe in den Himmel schaute und die Augen schloss. So blieb er lange Zeit. Ich hatte Wut erwartet oder Tränen oder beides, aber nicht das. Luke und ich sahen einander an und er zuckte mit den Schultern. Ich hatte mich gerade entschlossen, zu Joe zu gehen, als er den Kopf senkte und mit immer noch geschlossenen Augen fragte, was ist passiert? Wir erzählten es ihm. Er bewegte sich die ganze Zeit nicht. Als wir fertig waren, öffnete er seine Augen und drehte sich zu uns um. Okay, wir sollten uns auf den Weg machen. Meint ihr nicht auch? Joe lehnte mein Angebot ab, im Hammer mitzufahren. Er hatte sein Motorrad von der Brücke ausgeschoben, weil er Benzin sparen wollte. Ich möchte zurückfahren und sicherstellen, dass sie die Brücke nicht überquert haben. Ich wog seine Bitte einen Moment lang ab. Es würde helfen, mit Sicherheit zu wissen, ob wir es geschafft hatten, Ash und seine Plünderer zurückzuschlagen. Aber wir beide kannten den wahren Grund für seine Bitte. Ich wollte nicht, dass er zurückging, um Brocks Leiche zu finden. Aber ich wusste auch, wenn er es sich in den Kopf gesetzt hatte, gab es keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Okay, klingt nach einer guten Idee. Wie geht es dir mit dem Treibstoff? Nicht gut. Der Hammer, in dem wir saßen, war auch fast leer. Nimm den Kanister von hinten und führ den auf. Nachdem er gegangen war, bestanden Paul und ich darauf, dass Luke den Hammer fuhr, bis der Sprit leer war. Er argumentierte, dass sein Bein in Ordnung sei, auch wenn er immer noch ein wenig humpelte. Aber als klar war, dass wir uns nicht rühren würden, stimmte er schließlich zu. Ich bedauerte diese Entscheidung. Er war ein harter Aufseher und gab ein Tempo vor, mit dem wir kaum mithalten konnten und schimpfte wie ein Drill-Sergeant, wenn wir langsamer wurden. Zu ihrer Ehre hielt unsere Gruppe das hektische Tempo aufrecht. Eine knappe Stunde später sahen wir die große Gruppe, die von Bo angeführt wurde und sich zuvor auf den Weg gemacht hatte. Ich joggte auf den Hammer zu. Wir sollten einen letzten Versuch starten, um Bo einzuholen, sagte ich zu Luke durch sein offenes Fenster. Bist du sicher, Kumpel? fragte er grinsend und lehnte sich mit einer Hand hinter dem Kopf in seinem Sitz zurück. Siehst fertig aus. Klugscheißer, ich bin fertig, aber ich könnte schneller sein als du. In diesem Moment hörte ich das Geräusch eines Motorrads, das hinter uns auftauchte. Halt mal kurz, ich glaube, das ist Joe. Er war es. Er hielt neben uns an und zog seinen Helm ab. Ich bemerkte sofort das Blut auf seiner Brust und seinem Arm und erkannte ebenso schnell, dass es nicht seins war. Ich sprach, bevor Luke etwas tun konnte. Sind Sie rübergekommen? Nein, sagte er mit flacher Stimme. Das Feuer war bis auf die Glut erloschen, als ich ankam, aber sie waren schon weg. Gut, sagte Luke, Sie haben umgedreht. Das sollte uns Zeit geben, vor Ihnen in Manchester zu sein. Ich war froh, dass unser Plan funktioniert hatte, aber der gequälte Blick in Joes Augen erinnerte mich daran, dass er einen Preis hatte. Ich hatte eine Idee, um ihn abzulenken. Ich möchte, dass du nach Manchester vorausfährst und bestätigst, dass die Busse dort gut angekommen sind. Lass sie wissen, dass wir in Sicherheit sind und komm dann schnell zurück, um uns auf den neuesten Stand zu bringen. Er nickte und machte sich sofort auf den Weg. Guter Schachzug, Kumpel, das wird ihn von Dingen ablenken. Ja, ich hoffe es. Es dauerte nicht lange, bis wir Bowes Gruppe einholten. Wir brachten ihn auf den neuesten Stand, was passiert war und dann ging es weiter. Nur eine Meile weiter, an einer Stelle, wo die Bäume dicht an dicht auf beiden Seiten der Straße standen, ging dem Hammer der Sprit aus. Tja, das war es dann wohl mit meiner Fahrt, sagte Luke. Wir ließen ihn am Straßenhahn stehen, nachdem wir Vorräte, die er transportiert hatte, an die Freiwilligen verteilt hatten. Alle wuselten herum und ich wollte gerade den Befehl zum Aufbruch geben, als eine Stimme von hinten rief. Was ist das? Ich schaute in die gleiche Richtung, in die sich alle anderen treten. Ich verstand zuerst nicht, was ich da sah. Ein rundes, gräuliches Objekt schwang in der leichten Brise. Ich machte ein paar Schritte und dann weiteten sich meine Augen. Ein Schädel! Er sah aus, als hätte er schon eine Weile dort gelegen. Noch beunruhigender war die Tatsache, dass es ein Kinderschädel war. Oh mein Gott, da ist noch einer, sagte ein Mädchen mit einem erschrockenen Ton in der Stimme. Sie hatte recht. Es war ein weiterer, diesmal auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Ein bisschen größer und ein bisschen weißer, aber eindeutig ein anderer Kinderschädel. Ein Raunen ging durch die Menge und ich beschloss, dass wir besser weitergehen sollten. Umzukehren war keine Option. Okay, wir sollten die Augen auf die Straße richten und losgehen, rief ich. Luke ging, ohne dass ich fragen musste, neben der Menge auf und ab, als diese begann, nach vorne zu drängen. Mit seiner besten Drill-Sarge und Stimme begann er, die Gruppe in so etwas wie eine Kolonne zu bringen. Während wir weitergingen, schien die Spannung immer größer zu werden. Das lag nicht nur an der unnatürlichen Dunkelheit der hohen Bäume, die die Straße säumten. Es waren nicht nur die anderen Schädel, die ich gesehen hatte und auf die ich niemanden aufmerksam machen wollte. Es war auch die Stille, die Stille von meinem Volk. Ich hatte mich an das leise Summen der Menschenmenge gewöhnt, als wir aus dem Tal gekommen waren und dessen Abwesenheit verstärkte die ohnehin schon beunruhigende Stimmung dieses Straßenabschnitts noch. Der Schrei eines Mädchens zerriss die unnatürliche Stille eine Minute später. Ich sprang auf, die Haare in meinem Nacken stellten sich auf und ich drehte mich hin und her. Ich sah nichts Ungewöhnliches und erst als ich die Richtung ihres zitternden Arms verfolgte, der in die Bäume zeigte, sah ich, was sie erschreckt hatte. Es war ein Junge, der im Schatten der Bäume stand und uns beobachtete. Er sah ungefähr so alt aus wie ich, groß und gut gebaut, nur mit schmutzigen Shorts bekleidet und hielt etwas in der Hand, das wie ein selbstgebauter Speer aussah. Er war schmutzig, mit Blättern und Zweigen in den Haaren. Das Weiß seiner Augen hob sich deutlich von dem Schmutz in seinem Gesicht ab. Luke war plötzlich neben mir. Er hatte etwas aus dem Hammer geholt und hielt die Axt in den Händen, die dem Killer im Tal abgenommen worden war. Es gibt noch viel mehr, viel mehr auf beiden Seiten, flüsterte er. Ich glaube nicht, dass sie Waffen haben. Ich scannte die Baumreihe. Ich fing an, noch mehr zu sehen, sowohl Jungen als auch Mädchen, einige in den Bäumen auf Ästen, andere in und um sie herum, halb versteckt in den Schatten. Die Luft wurde dick vor Anspannung und ich hörte das besorgte Gemurmel unserer Leute, als sie zu realisieren begannen, wie viele es waren. Ich drehte mich langsam um und sah genauso viele in den Bäumen, die die andere Seite der Straße säumten. Die bewaffneten Leute in meiner Gruppe begannen, ihre Waffen zu erheben. Es gab einen harschen Schrei vor dem, den wir zuerst entdeckt hatten. Speere! Die Baummenschen hoben ihre Speere in die Höhe. Senkt eure Waffen, rief ich und streckte meine Arme zur Seite aus. Luke, geh ein paar Schritte nach vorne und lege deine Axt auf den Boden. Schön langsam. Ich sah den großen Jungen, der geschrien hatte, an. Eindeutig ihr Anführer, der uns aufmerksam beobachtete. Ich wusste, dass die nächsten paar Sekunden entscheidend waren. Während wir ihnen waffentechnisch überlegen waren, hatten sie uns umzingelt. Ich wollte nicht, dass sich diese zufällige Begegnung in eine Schlacht verwandelte, in der wir mit Sicherheit Verluste erleiden würden. Außerdem hatte ich das Gefühl, wenn sie einen Kampf gewollt hätten, hätten sie uns leicht in einen Hinterhalt locken können, bevor wir sie überhaupt gesehen hätten. Luke legte seine Axt auf den Boden und trat mit ausgestreckten Armen zur Seite zurück. »Bist du dir da sicher, Kumpel?« fragte er von der Seite. »Nö.« Der Rest unserer Leute ließ ihre Waffen sinken und die Gesichter, die ich von meiner Position aus sehen konnte, waren angespannt. Ich schaute zu dem Jungen, der ihr Anführer zu sein schien, hielt meine Waffe hoch, kniete dann nieder und legte sie vor mir auf den Boden. Der Junge nickte und pfiff scharf durch seine Finger. Die Speere der Menschen in den Bäumen senkten sich. »Können wir reden?« rief ich ihm zu. Einen Moment lang dachte ich, er würde nicht antworten, doch dann nickte er und trat unter den Bäumen hervor. Ich ging in gemessenen Schritten auf ihn zu. Wir blieben beide stehen, ein paar Meter voneinander entfernt, er barfuß im langen Gras am Wegesrand, und ich auf der Straße, die inzwischen von demselben Gras beansprucht wurde. »Ich bin Isaac«, sagte ich und lächelte. Aus der Nähe war er ziemlich unheimlich. Seine Gesichtszüge waren hart und verwittert und sein Körperbau war zwar spärlich, aber mit schlanken Muskeln durchzogen. Seine Augen waren intelligent, aber verschleiert. Angesichts seines Aussehens erwartete ich halb, dass er mich angrunzen würde und war überrascht, als ich seine sanfte Stimme hörte. »Ich bin Jonah.« »Hey, Jonah. Ich wollte nur sagen, dass wir nur auf der Durchreise sind. Wir sind nicht auf einem Kampf aus.« »Gut, wir auch nicht.« Es folgte eine peinliche Stille. Ich schätze, keiner von uns wusste, was er sagen sollte. Als wir widersprachen, geschah es zur gleichen Zeit. »Wo sind... wohin...« Wir lachten beide. »Sorry«, sagte ich. »Fang du an.« Ich wollte nur fragen, wohin er geht. »Manchester«, sagte ich. »Das liegt südlich von hier. Unser Zuhause wurde überfallen.« »Von wem?« »Von einer Gruppe, die sich die Plünderer nennt. Kennst du sie?« Er schüttelte den Kopf. »Was ist mit dir?« fragte ich. »Wo ist euer Zuhause?« Er streckte seinen Arm um ihn herum aus. »Du bist mittendrin.« »Ihr wohnt im Wald?« Er nickte. »Das muss hart sein.« »So schlimm ist es nicht. Die Winter können hart sein, aber wir haben gute Unterstände.« »Wie lange seid ihr schon hier?« »Vier Winter.« Ich nickte. Offensichtlich waren sie eine robuste Gruppe. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass einer von uns einen Winter im Wald überleben würde. Aber wenn es hart auf hart kam, konnte man wohl alles schaffen. »Was hat es mit den Schädeln auf sich? Die haben ein paar von meinen Leuten verängstigt.« »Deshalb stört uns auch niemand,« lächelte er. Ich versuchte herauszufinden, wie ich seine letzte Aussage auffassen sollte, als er sie klarstellte. »Keine Sorge, wir haben sie nicht umgebracht. Die Schädel gehören zu einem Haufen toter Kinder, die wir in einem Schulbus gefunden haben, der während der Infektion verunglückt sein muss. Ich dachte mir, dass es ihnen nichts ausmachen würde, uns zu helfen.« Ich nickte. Klug. Das Gerede über einen Schulbus erinnerte mich an unser Ziel und die Leute, die auf uns warten würden. Ich hoffte, dass sie sicher angekommen waren. »Habt ihr darüber nachgedacht, euch irgendwo niederzulassen? In einem Dorf oder einer Stadt?« »Nein, wir sind glücklich hier. Niemand stört uns und wenn es Ärger gibt, können wir uns immer verstecken.« Luke rief von hinten. »Es ist ungefähr 13 Uhr. Es bleiben uns nur noch etwa sieben Stunden tagslicht.« Ich streckte Jonah die Hand entgegen und er schlug ein. Er hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Gleichfalls viel Glück auf dem Weg nach Manchester. Ich wollte mich abwenden, aber das Gefühl, dass ich diesem Fremden vertrauen konnte, war stark und ich hielt inne. »Du solltest nach Manchester kommen. Ich meine, nicht jetzt, aber du solltest mit deinen Leuten reden. Wir haben vor, Manchester zu einer Heimat zu machen und es wäre bequemer für dich, für euch alle.« »Vielleicht.« Er zuckte mit den Schultern, dann pfiff er wieder und lief in die Bäume. Nach ein paar Sekunden war niemand mehr zu sehen. »Das war seltsam«, sagte Luke. »Was hat er gesagt?« »Lass uns weitergehen. Ich erzähle es dir auf dem Weg.« Kapitel 29 Die nächsten vier Stunden vergingen langsam. »Mühsam« ist das Wort, das ich benutzen würde und ich begrüßte die Unterbrechung, als Luke mir auf die Schulter klopfte. »Wir müssen anhalten und uns ausruhen, Kumpel. Wir haben noch gut 15 Meilen vor uns. Die Jungs sind kurz vor dem Zusammenbruch.« Es widerstrebte mir, anzuhalten, aber ich wusste, dass es notwendig war. »Okay, wir machen eine Rast. Geben Ihnen eine halbe Stunde und lassen Sie essen, was von den Vorräten übrig ist.« Ich aß einen Apfel, während wir das Essen herumreichten und fragte mich unwillkürlich, ob ich jemals wieder eine Banane, meine Lieblingsfrucht, aus den Tagen davor schmecken würde. Als wir mit dem Verteilen der Vorräte fertig waren, nahm ich unsere Umgebung in Augenschein. Die Straße, auf der wir uns befanden, schlängelte sich durch ein grünes, flaches Tal und die Wolken, die den Himmel für den größten Teil des Tages bedeckt hatten, waren verschwunden. Ich war müde und beschloss, dass es eine gute Idee wäre, sich auszuruhen, solange ich konnte. »Ich werde ein Nickerchen machen«, sagte ich zu Luke und bemerkte, dass andere das bereits taten und sich in Gruppen in das lange, sanft schwankende Gras legten, das die Straße umspielte. »Gute Idee«, sagte Luke und machte sich auf den Weg zu einem kleinen Felsbrocken, der etwa zwei Meter entfernt lag. Ich legte mich auf den Rücken, schaute in den blauen Himmel und genoss das Gefühl, nicht auf den Beinen zu sein. »Weißt du was?«, sagte ich zu Luke mit schläfriger Stimme. »Machen wir eine halbe Stunde raus.« »Nein verstanden«, sagte er. Es schien nur eine Minute später zu sein, als Luke mich wachrüttelte. Ich stöhnte auf und rollte mich weg. »Komm schon, Boss, wir müssen los!« »Nenn mich nicht Boss«, sagte ich, immer noch schlaftrunken. »Okay, Boss!« Langsam kletterte ich auf meine Füße, während Luke den Rest der Gruppe weckte. Weniger als fünf Minuten später waren wir wieder unterwegs. Eine Stunde später kam Joe zurück. Ich fühlte einen Anflug von Aufregung, als wir das Motorrad in der Ferne hörten und betete für gute Nachrichten. Als Joe für uns zum Stehen kam, überrumpelten wir ihn. Sein Lächeln war gedämpft, aber es war wenigstens ein Lächeln. »Haben Sie es gut geschafft?« fragte Luke, als Joe abgestiegen war und seinen Helm abgenommen hatte. »Ja, Sie haben es ohne Probleme geschafft.« »Toll, dann klär uns mal auf. Wie hast du sie gefunden?« »Sie haben eine kleine Gruppe am nördlichen Ende auf der Drei zurückgelassen. Einer von ihnen hat mich in die Stadt gebracht, um mich mit den anderen zu treffen. Wo schlagen Sie die Basis auf? im Radisson-Hotel im Zentrum der Stadt. »Na ja«, sagte Luke, »gute Entscheidung. Betten für alle. Wir müssen uns nur noch um den Zimmerservice kümmern. War Brooke okay?« »Jep, es geht allen großartig«, sagte Joe und lächelte wieder, obwohl es nicht ganz seine Augen erreichte. Ich stellte mir vor, dass es noch eine ganze Weile dauern würde, bis er über den Schmerz, Brock verloren zu haben, hinweg war. »Gut gemacht«, sagte ich und reichte ihm eine Flasche Wasser. Wir hatten nur noch eine Handvoll Flaschen, aber er sah aus, als könnte er sie gebrauchen. »Was willst du jetzt machen? Zurückgehen oder noch ein Stück mit uns laufen?« »Ich gehe mit euch, wenn wir abwechselnd dieses Biest schieben können«, sagte er und zeigte auf sein Motorrad. »Abgemacht«. Innerhalb von zwei Stunden liefen wir in der Dunkelheit. Glücklicherweise war es ein Dreiviertelmond und die Wolken vom Vortag waren nicht wieder aufgetaucht. Solange wir uns an die Straße hielten, würde uns kein Missgeschick passieren. Es schien ewig zu dauern und ich begann darüber nachzudenken, ob wir für die Nacht anhalten sollten. Meine Füße waren wund und ich hatte eine Art tiefen Schmerz in meinen Beinen. Ich wusste, dass alle anderen die körperliche Erschöpfung genauso spürten wie ich. Nur ein paar Minuten später erklommen wir eine Anhöhe und sahen ein Schild mit der Aufschrift »Manchester. Fünf Meilen«. Das Schild verlieh unserem Schritt mit ein wenig Energie. Wir wussten, dass es nur noch höchstens zwei Stunden dauern würde. Es dauerte nicht ganz so lange. Eineinhalb Stunden später erreichten wir die Gruppe am nördlichen Ende von Manchester. Sie hatten frisches Wasser für uns, zusammen mit Obst. Alle drei waren Mitglieder von Luke's Sicherheitstruppe aus dem Tal und er unterhielt sich kurz mit ihnen, bevor Joe uns nach Manchester hineinführte. Wir ließen das Motorrad bei ihnen. Sie sollten bei jedem Anzeichen von Ärger einen Fahrer schicken. Anscheinend hatte Ben in Erwägung gezogen, eine weitere Wache auf der Autobahnbrücke im Westen der Stadt zu platzieren. Aber am Ende entschied er, dass, wenn die Plünderer kommen würden, sie auch über die drei kommen würden. Kapitel 30 Das verlassene Manchester im Mondlicht war trostlos. Es war keine Metropole. Die ersten Gebäude, an denen wir vorbeikamen, waren Häuser. Es war eher wie eine große Ortschaft im Umland mit dem einen oder anderen Hochhaus. Als wir es als unser potenzielles neues Zuhause besprochen hatten, hatte ich mir eine funkelnde, moderne Stadt vorgestellt. Die Realität war erschütternd. Wenn ich mir eine postapokalyptische amerikanische Jedermannstadt aus den früheren Tagen vorgestellt hatte, dann war dies definitiv ziemlich nah dran. Mutter Natur hatte begonnen, die Straßen zurückzuerobern. Ungesund aussehendes Gras spross aus der Straßenoberfläche wie Haare aus dem Ohr eines alten Mannes. Die zertrümmerten Fenster der Gebäude und Häuser, an denen wir vorbeikamen, waren wie zackige, blinde Augen. Ihr leerer Blick unheimlich. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige war, der erschrocken war, als wir uns durch diese leeren Straßen schlängelten. Natürlich könnte es auch die Erschöpfung gewesen sein, aber unsere Gruppe war die ruhigste, die ich seit unserer Begegnung mit Jonah und seinen Leuten gehört hatte. Wir bogen in die Elm Street ein, die sich parallel zum Fluss durch die Stadt zog. Am Anfang der Elm Street gab es ein paar Häuser, aber je weiter wir gingen, desto größer wurden die Gebäude. Ich wies Luke auf einen beeindruckenden Büroturm hin. Er befand sich zu unserer Rechten, als wir in das Herz der Stadt liefen und er war mindestens zehn Stockwerke hoch. So gut ich es in der Dunkelheit erkennen konnte, war er neuer als die anderen Gebäude, an denen wir vorbeigegangen waren. Die Schilder sagten, dass es als Brady Sullivan Tower bekannt war. Ich machte mir eine mentale Notiz, ihn bei Gelegenheit zu erkunden. Wir liefen gute zehn Blocks, bevor wir unser Ziel erreichten. Es ist gleich da unten an der Ampel, sagte Joe und zeigte hundert Meter die Straße hinunter. Das Radisson war weit von der Straße entfernt, ein schlichtes Gebäude mit einem großen überwucherten Rasen davor. In den Fenstern des Eingangs war ein schwacher Schein von Kerzenlicht zu sehen. Der Gedanke, Indigo und Max zu sehen, wärmte mich, aber das würde noch warten müssen. Ich wollte erst alle sicher im Inneren haben. Ich drehte mich um und schaute zurück zu unseren Leuten. Sie waren mindestens einen Block hinter uns aufgereiht. Joe, Paul, ihr geht rein und helft den Leuten, die schon drin sind, die Leute unterzubringen. Luke, willst du mit mir zurückbleiben, bis alle drin sind? Klar doch. Luke und ich klopften den müden Reisenden auf den Rücken und sprachen ihnen Mut zu, als sie an uns vorbeikamen. Fünf Minuten später folgten wir den letzten Nachzüglern bis zum Eingangsbereich des Hotels. Es gab wieder einen Engpass, um die Lobby zu betreten und Luke und ich warteten so geduldig wie möglich am Ende der Schlange. Wir reckten unsere Hälse und versuchten einen Blick auf unsere Mädels in der Lobby zu erhaschen, aber im Kerzenlicht war es fast unmöglich, bis wir näher kamen. Schließlich entdeckte ich Indigo. Sie verteilte gerade Decken und Kissen an die Neuankömmlinge. Mein Herz hüpfte in meiner Brust, als sie sich in meine Richtung drehte und mir ein Lächeln schenkte. Brooke war nirgends zu sehen. Brooke muss sich ausruhen, sagte ich. Ja, das ist gut, sie ist schon weit in der Schwangerschaft, sagte er ernst. Ich tätschelte ihm leicht die Schulter. Ja, es dauert nicht mehr lange, Kumpel, und deine schlaflosen Nächte beginnen. Ich kann es kaum erwarten. Wie ist es denn so? fragte er und sah mir direkt in die Augen. Es ist das Beste überhaupt, sagte ich. Du wirst ein toller Vater sein, Luke. Danke, sagte er. Die Röte der Freude, die seine Wangen färbte, war in dem fahlen Licht kaum zu erkennen. Endlich schafften wir es ins Haus. Ich wartete, während Indigo ihr letztes Willkommensbündel verteilte und umarmte sie dann begeistert. Wie geht es, Maxi? Ihnen geht es gut. Er ist für heute Nacht in einem Zimmer mit Ava und Peace. Sie waren alle erschöpft. Sie löste sich von mir und umarmte Luke. Brooke ist in Zimmer 214, wenn du zu ihr willst. Es gibt natürlich keinen Fahrstuhl, aber es ist nur ein Stockwerk. Die Treppe ist dort drüben. Hier ist eine Taschenlampe. Klopf einfach an. Danke, du wärst ein toller Concierge, sagte er und war ihm nun wieder weg. Wir unterhielten uns noch kurz mit dem Rest unserer Führungsgruppe, Paul, Ben, Jamal, Bo, Joe und Ellie, bevor sich alle auf den Weg ins Bett machten. Jamal hatte bereits ein Nickerchen gemacht und würde mit Danny die erste Wache an den Türen übernehmen. Sie waren beide mit Pistolen bewaffnet und würden beim ersten Anzeichen von Ärger drei Schüsse abgeben. Wir waren im Zimmer 213 untergebracht, gegenüber von Luke und Brooke. Als wir vor der Tür anhielten, reichte Indigo mir die Taschenlampe, die sie bei sich trug und griff in ihre Tasche, um eine Schlüsselkarte herauszuziehen, die sie durchzog, um die Tür zu öffnen. Wie? Es gibt hier doch keinen Strom. Batteriebetrieben. Aber die sind Jahre alt. Es gibt einen Haufen Batterien im Lagerraum. Wir haben alle Batterien für die Räume, die wir benutzen werden, ausgetauscht. Von dort haben wir auch die Taschenlampen. Okay, tolle Sache, sagte ich und nahm sie in den Arm. Du bist so schlau, wie ich dachte. Möglicherweise schlauer, sagte sie frech und schob die Tür mit dem Fuß auf. Max wird erst morgen früh zurück sein. Kapitel 31 Das Sonnenlicht, das durch das getönte Fenster strömte, weckte mich. Ich trete mich um und sah nach Indigo. Sie war nicht da, aber ein Zettel lag auf ihrem Kopfkissen. Ich bin unten im Speisesaal, wenn du aufwachst. Kuss. Ich fühlte mich warm und ausgeruht und starrte für einen Moment an die Decke. Wieder will ich aufzustehen. Es war buchstäblich das bequemste Bett, in dem ich seit etwa sechs Jahren geschlafen hatte. Als ich mich schließlich aufsetzte und meine Beine über die Seite des Bettes legte, zuckte ich zusammen. Jeder Muskel in meinem Körper schmerzte. Als ich aufstand, vergaß ich diese Schmerzen sofort wieder. Sie waren unbedeutend im Vergleich zu den Schmerzen in meinen Füßen. Ich hatte zwar keine Blasen, aber meine Füße waren rot und aufgescheuert, weil ich zu lange in den Stiefeln gesteckt hatte und meine Ferse schmerzte sehr. Ich ging auf die Toilette und erleichterte mich. Ich spülte nicht. Ich wusste, dass es nicht funktionieren würde. Das hielt mich aber nicht davon ab, auf dem Weg nach draußen die Wasserhähne in der Dusche auszuprobieren. Ich hätte in diesem Moment mein linkes Auge für eine heiße Dusche gegeben. Aber nichts. Nicht mal ein Tröpfeln. Indigo war so aufmerksam gewesen, mir frische Kleidung auf das Bett zu legen. Es war meine Uniform. Eine geflickte, verblichene Jeans, ein abgebetztes T-Shirt und ein paar Boxershorts, die einmal rot gewesen waren, aber jetzt einen verwaschenen rosa Farbton hatten. Ich bekam eine Überraschung, als ich das T-Shirt aufhob. Darunter befand sich ein paar Socken. Brandneue Athletiksocken. Ich nahm sie in meine Hand, bewunderte die weiche Beschaffenheit und konnte nicht widerstehen, sie an meine Wange zu legen. Keine sehr männliche Sache, ich weiß. Aber wenn du nur wüsstest, was für ein Luxus sie nach so langer Zeit ohne waren. Ein weiterer Zettel fiel aus den Socken, als ich sie trennte. Ich habe diese in einer Schublade gefunden. Ich dachte, du würdest sie mögen. Indi. Kuss. Ich fühlte eine neue Welle der Wärme durch mich rollen, die nichts mit der Sonne zu tun hatte. Es war mehr ein Gefühl des Wohlbefindens. Ich fühlte mich wohl und sicher bei meiner Familie und meinen Freunden. Zumindest für den Moment. Und das Leben war großartig. Ich zog mich schnell um und suchte den Speisesaal auf. Ich war hungrig, aber nicht nur auf das Essen bezogen. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, seit ich meinen kleinen Jungen gehalten hatte. Im Speisesaal herrschte ein reges Treiben. Er war voll mit unseren Leuten, aber ich konnte erkennen, dass wahrscheinlich nur drei Viertel von uns dort waren. Alle aus unserer ursprünglichen Gruppe, außer Ava, die sich um Peace und Max an einem Tisch in der Nähe kümmerte, waren an der Theke und servierten denjenigen, die in der Schlange standen, warme, einfache Speisen. Indigo fing meinen Blick auf und lächelte, nachdem sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht gepustet hatte. Bevor sie in der Nacht zuvor eingeschlafen war, hatte Indigo mir erzählt, wie hart sie daran gearbeitet hatten, genug Essen zu sammeln, um die ganze Bevölkerung für ein paar Tage zu versorgen. Weitere Gruppen würden heute Morgen losziehen und die umliegenden Gebäude durchsuchen. Nach den vorangegangenen Nachmittagen schien es, dass die Stadt eine Goldgrube für Vorräte sein würde. Es waren keine weiteren Menschen gesichtet worden. Die Stadt schien menschenleer zu sein und das vielleicht schon seit der Invasion. Ich machte mich auf den Weg zum Max. Er stand gegen einen Stuhl gelehnt, seine wackeligen Beine gewöhnten sich daran, ihn zu halten. Ich hob ihn hoch, sehr zu seiner Freude und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Maxi, du bist so schwer. Da, da. Mama hat gesagt, er will laufen lernen, Onkel Isaac. Das will er auch, Pies. Übst du mit ihm? Ich saß etwa zehn Minuten bei ihnen, bis die Schlange für das Essen nur noch aus ein paar Leuten bestand. Dann nahm ich Max mit, um etwas zu frühstücken. Während wir mit unserer Gruppe aßen, beschlossen wir, dass ein paar von uns zum Brady-Sullivan-Tower gehen würden. Ich dachte, es wäre ein idealer Ort, um ihn als Ausguck oder vielleicht als erste Verteidigungslinie zu nutzen, wenn wir irgendeine Art von Waffen auf die Spitze bringen könnten. Wir könnten doch sogar dort leben, oder? fragte Ellie. Hey, möglicherweise, sagte ich. Aber hier haben wir alles, was wir brauchen. Schlafplätze, Kochgelegenheiten. Wenn wir hier etwas mit Strom und Wasseranschluss auf die Beine stellen könnten, wäre es perfekt. Daran arbeiten Bo, Jamal und ich, sagte Ben. Seid gespannt. Perfekt, sagte Luke und schnupperte an seiner Achselhöhle. Ich glaube, wir könnten alle eine Dusche gebrauchen. Luke nickte natürlich und wir alle lachten. Luke wurde ernst. Ich stimme zu, dass wir den Turm definitiv als eine Art Festung nutzen könnten. Aber das ist ein Projekt für die Zukunft. Wir könnten ihn unmöglich einrichten, bevor die Plünderer hier ankommen. Ich schlage vor, wir errichten heute Morgen eine Barrikade quer durch die Elm Street und lassen sie bemannen und bewaffnen, bevor wir losgehen und den Turm auskundschaften. Klingt gut, sagte ich. Und ich will mindestens zehn Leute an jeder der Zufahrtsstraßen. Beim ersten Anzeichen, dass sie uns aufgespürt haben, will ich sie so schnell wie möglich wieder hier haben. Viele Hände machten leichte Arbeit und innerhalb von zwei Stunden hatten wir eine Barrikade aus alten Autos und Schrott errichtet, die sich über die gesamte Straße erstreckte. Im Nachhinein beschlossen wir, dasselbe auf den Seitenstraßen zu tun, die den Plünderern Zugang verschaffen würden, falls sie versuchen sollten, sich herumzuschleichen. Um diese Arbeit zu erledigen, teilten wir die etwa 150 Leute, die bei der Barrikade in der Elm Street geholfen hatten, in drei Gruppen auf, die jeweils von Danny, Paul und Jamal angeführt wurden. Luke, Indigo, Ben und ich gingen los, um uns den Turm anzusehen, sobald die Barrikaden in vollem Gange waren. Kapitel 32 Der Tag war sonnig und mit meinen Freunden durch die Stadt zu laufen, war viel angenehmer als am Abend zuvor, als alles noch so ungewiss schien. Nicht, dass ich die Ungewissheit an diesem Tag nicht gespürt hätte, so sehr ich auch versuchte, mir einzureden, dass die Plünderer uns nicht bis nach Manchester verfolgen würden, die Saat des Zweifels in meinem Kopf ließ weiterhin Ranken der Sorge sprießen. Ich war nicht der Einzige, der pessimistisch war, was unsere Chancen anging, eine Konfrontation mit Ash und seinen Leuten zu vermeiden. Luke schlich sich näher an mich heran, während Ben und Indigo sich fröhlich unterhielten. Alter, ich glaube, wir müssen uns auf die Plünderer vorbereiten. Hoffentlich haben sie aufgegeben, nachdem wir ihnen an der Brücke eine blutige Nase verpasst haben. Aber Ash scheint mir eine besonders hartnäckige Art von Arschloch zu sein. Mit ein bisschen Glück denkt er, dass wir nach Concord gegangen sind. Das würde uns zumindest mehr Zeit verschaffen. Ich glaube, du hast recht. Damit, dass er hierher kommt, meine ich. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Lass uns das so schnell wie möglich erledigen und zurück zum Radisson fahren. Der Brady-Sullivan-Komplex war im Tageslicht noch beeindruckender. Er befand sich auf einem großen, offenen Grundstück und dominierte seine Umgebung. Er bestand aus einem bedrungenen Teil vorne, der selbst etwa sechs Stockwerke hoch war und einem 14-stöckigen Turm dahinter. Wir traten durch die Vordertüren ein, die vermutlich von Räubern zu Beginn der Invasion aufgebrochen worden waren und sahen uns vorsichtig um. Es gab keine Anzeichen von Leben, abgesehen von ein paar Tauben, die in der Lobby hockten. Sollen wir direkt zum Turm gehen? fragte Indigo. Ja, lass uns das machen. Wir bahnten uns einen Weg durch die Verbindungsflure und kamen schließlich in der Lobby des Turms an. Es wird ein langer Weg die Treppe hinauf sein. Bist du dir sicher, dass du das schaffst? fragte ich Indigo. Sie hob eine Augenbraue. Ich werde mit dir um die Wette laufen. Sie schlug mich und die anderen bis zur Feuertür, aber nach sechs Stockwerken Treppe war unser Rennen eher ein Todesmarsch. Selbst Luke, der Stärkste von uns, verlangte nach der Hälfte der Strecke eine Pause. Als wir schließlich auf dem Dach des Turms ankamen, brachen wir zusammen und nahmen kräftige Atemzüge. Luke war der Erste, der sich erholte, zum Rand des Gebäudes lief und pfiff. Tolle Aussicht! Wir schlossen uns ihm an. Ben hielt sich ein wenig zurück. Wow! sagte Indigo. Schau dir das an, Ben! Nein, danke, sagte er. Ich kann von hier aus genug sehen. Ich leide unter Höhenangst. Wir machten ihm keine Vorwürfe wegen seiner Höhenangst. Das Herantreten an das Geländer gab sogar mir ein kribbelndes Gefühl in den Beinen und ich hatte noch nie ein Problem mit Höhen. Ich nahm Indigo an die Hand und wir gingen zu einer erhöhten Plattform an der Schmalseite des Daches. Von hier aus war die Aussicht noch besser, wenn es zählte, dass man die Straßen und Dächer darunter sehen konnte. Wir standen lange Zeit dort und schauten auf die leere Stadt hinunter, von der wir hofften, dass sie unser zu Hause werden würde. 20 Minuten später waren wir wieder auf der Straße, nachdem wir beschlossen hatten, dass der Komplex definitiv ein guter Ort wäre, um einige Verteidigungsanlagen zu errichten und als Frühwarenausguck zu dienen. Wir fingen sogar an, über unrealistische Dinge zu diskutieren. Wenn wir wachsen würden, wäre es ein idealer Ort, um den Rat und andere Verwaltungsorgane unterzubringen. All das war noch in weiter Ferne, aber es machte Spaß, darüber zu diskutieren. Ich möchte ein Büro in der 14. Etage, sagte Luke. Klar doch, Kumpel, wenn du jeden Tag diese Treppen hochsteigen willst, kannst du das gerne tun, sagte Ben. Ich wartete darauf, dass Luke eine Erwiderung einfiel, aber stattdessen blieb er wortlos stehen, streckte die Arme aus, um uns aufzuhalten. Psst! Was? Dann hörte ich es auch schon. Motorrad, es kommt schnell, wartet hier! Luke trat in die Mitte der Straße und zog seine Pistole heraus. Er hielt sie locker vor sich und starrte konzentriert auf das Ende der Elm Street. Das Quietschen der Reifen alarmierte uns, bevor das Motorrad um die Ecke bog. Es schwankte gefährlich, bevor es sich stabilisierte und direkt auf Luke zusteuerte. Ich konnte sehen, dass etwas nicht stimmte. Der Fahrer schaute verzweifelt nach hinten, nachdem er die Kurve geschafft hatte und sackte dann unbehaglich über den Lenker. Als er Luke in der Mitte der Straße sah, begann er seine rasende Fahrt zu verlangsamen. Als er näher kam, sah ich den Pfeil, der aus der Brust des Fahrers ragte. Obwohl er langsamer wurde, wurde er nicht schnell genug langsamer. Ich sah, wie sein Kinn auf seine Brust fiel. Luke musste ausweichen, als der Fahrer in letzter Sekunde abdrehte und ein paar Meter hinter uns in die Rinne des Bürgersteigs schlug und auf dem heißen Beton zusammensackte. Wir eilten hinüber. Luke erreichte ihn zuerst und trete den Schlüssel, um den noch laufenden Motor abzustellen. Der Fahrer stöhnte und versuchte, sich aufzusetzen. Indigo und ich hielten ihn fest, während Luke mit ihm sprach. Kevin, sagte Luke, bleib einfach ruhig liegen, Kumpel, du bist von einem Pfeil getroffen worden. Ich hörte einen Stöhnen und einen gedämpften Satz, der so etwas wie »Fan Scheiß, Sherlock« gewesen sein könnte. Kevin war einer der Jungs aus Lukes Sicherheitstruppe. Ich kannte ihn, aber nicht gut. Luke nahm Kevins Helm ab. Sein Gesicht war so weiß, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen hatte. Seine blauen Lippen standen in krassem Kontrast zu dem Alabasterweiß seiner Haut. Ein kleines Tröpfchen Blut sickerte von seinen Lippen. Sein Atem machte ein nur allzu vertrautes, pfeifendes Geräusch. »Es waren sie.« »Was ist mit den anderen?« fragte Luke und stützte den Kopf des Jungen auf seinen Oberschenkeln ab. »Halle tot. Haben sich an uns herangeschlichen. Keine Gewehre, nur Pfeile. Ganz leise.« Der verletzte Junge hustete heftig, wobei Blut in alle Richtungen spritzte, und er schlafte dann in Lukes Armen. »Wie viele, Kevin?« fragte Luke, nicht wissend oder nicht glauben wollend, dass Kevin gerade gestorben war. »Kevin!« »Kevin!« Indigo legte ihre Hand auf Lukes Arm. »Nest, tut Luke!« Luke sagte nichts, fuhr nur mit der Hand über Kevins Stirn, als würde er ihn trösten wollen. »Wir müssen gehen, Kumpel!« sagte Ben leise. Luke nickte und zog den Jungen langsam von den Beinen und stand auf. »Indigo, du solltest das Motorrad nehmen und alle warnen. Wir brauchen jede Sekunde, die wir bekommen können,« sagte ich. »Vielleicht bringst du Max und die anderen Kinder mit Ali, Brooke, Ava und den restlichen Müttern in den oberen Stockwerken des Hotels in Sicherheit.« »Okay!« Luke zog Kevin auf den Bürgersteig und lehnte ihn an das nächstgelegene Gebäude, nachdem Indigo davon gefahren war. »Ich will zurückkommen und ihn begraben, wenn wir mit diesen Arschlöchern fertig sind.« »Klar, komm schon, lass uns gehen.« Wir begannen zu rennen. Kapitel 33 Auf dem Platz vor dem Radisson herrschte ein reges Treiben, als wir zurückkamen. Jamal und Bo verteilten Schusswaffen, während Paul die Unbewaffneten nach hinten dirigierte. Sie würden die zweite und letzte Verteidigungslinie sein. Indigo und Brooke verteilten Wasserflaschen, was Indigo auch weiterhin tat, als Brooke rüberkam, um Luke zu küssen, bevor sie Ben, Luke und mir jeweils eine Flasche reichte. Die gebrauchte Plastikflasche knisterte in meiner Hand, als ich sie an meine Lippen hob und einen Schluck nahm. Wir waren wahre Recyclingfans, die hunderte von Flaschen, die wir im Laufe der Jahre gesammelt hatten, immer und immer wieder verwendeten. »Die Kinder sind im achten Stock mit Ava und den anderen Müttern,« sagte Brooke, vielleicht meine Frage vorwegnehmend. »Du solltest mit Ihnen gehen,« sagte Luke. »Nein,« sagte Brooke bestimmt, »ich möchte hier sein, wo ich von Nutzen sein kann.« »Aber...« »Ich sagte nein, Luke.« Sie stand da, in der Sonne, eine Hand an der Hüfte, die andere schützend auf ihrem Bauchrund. Ben legte seine Hand auf Lukes Schulter. »Es hat keinen Sinn, zu streiten, Kumpel. Ich kenne diesen Ton. Es ist der gleiche, den sie bei mir immer hatte, wenn ich bei uns zu Hause im Wohnzimmer Fußball schauen wollte.« »Na gut,« sagte Luke, »bleib einfach hinten und sieh zu, dass du eine Waffe hast.« »Ich brauche keine Waffe,« sagte sie, lächelte und kniff ihm in die Wange. »Ich habe meinen großen, haarigen Straßenkrieger, der mich beschützt.« Luke lächelte nicht und Brooke packte ihn am Arm. »Mach dir keine Sorgen. Ich bleibe zurück aus der Gefahrenzone.« Er nickte und gab ihr einen Kuss auf die Wange, sah aber immer noch nicht ganz glücklich aus, als sie sich wieder umdrehte, um Indigo zu helfen. Der Tod von Kevin hatte ihn eindeutig verunsichert. Ich beschäftigte ihn, indem ich ihn losschickte, um den Raketenwerfer und die letzten beiden Granaten zu suchen. 30 Minuten später war alles in Bereitschaft. Wir nahmen an, dass die Gruppe, die Kevin und seine Crew ausgeschaltet hatte, eine Spätruppe gewesen war und wahrscheinlich zum Hauptteil ihrer Armee zurückgekehrt war, um Bericht zu erstatten. Da es schon fast eine Stunde her war, seit Kevin angekommen war, wussten wir, dass wir unsere Besucher jederzeit erwarten konnten. Luke und ich gingen für einen letzten Check an der Barriere entlang. Wir hatten eine Reihe von Leuten, die Schrotflinten, Gewehre und Pistolen trugen, die fast die gesamte Länge der Barrikade einnahmen. Ich zählte grob die Leute. Mit Luke, mir, Paul, Danny, Jamal, Ben und Indigo waren wir fast 85 Gewehre. Dahinter gab es einen Abstand von etwa 80 Fuß zu den Leuten, die mit selbstgebauten Waffen, verschiedenen Werkzeugen und speziell angefertigten Waffen wie Schwertern und Dolchen bewaffnet waren. Alle sahen bestimmt und entschlossen aus und ich begann optimistisch zu denken, dass es vielleicht möglich sein könnte, Ash und seine Plünderer zurückzuschlagen. Als der Warnruf ein paar Minuten später ertönte, schaute ich die Elm Street hinunter und mein Optimismus verblasste langsam. Aus dieser Entfernung sahen die Plünderer wie eine schwarze Flut aus, die die breite Straße hinunterspülte. Ben reichte mir, ohne dass ich fragen musste, ein Fernglas und die Realität dessen, was wir vor uns hatten, traf mich wie ein harter Schlag ins Gesicht. Die Kolonne der bewaffneten Plünderer, ihre Gesichter geschwärzt von Asche, verziert mit Piercings und Federn im Haar, marschierte hinter einem Panzer. Als ich die Vorhut entlang scannte, konnte ich sehen, dass fast jeder von ihnen mit Gewehren oder automatischen Waffen bewaffnet war. Durch die Lücken in der Reihe konnte ich dasselbe hinter ihnen sehen. Ich fokussierte das Fernglas auf den Panzer, als meine Ohren dessen rumpelndes Geräusch wahrnahmen. Vor ihm, nackt, von der Hüfte aufwärts, stolzierte die aufrechte, muskulöse Gestalt von Asche, dem kahlgeschorenen Krieger, der in jeder Hand eine automatische Waffe trug. Wie Luke schon auf der Brücke bemerkt hatte, war Aschs einst ansehnliches Gesicht nun ein mit Graffiti überzogener Scherz. Fast jeder Zentimeter seines Gesichts war bedeckt und das Weiß seiner verrückten Augen hob sich deutlich von den schwarzen, getuschten Worten ab. Ich machte mir nicht die Mühe, eines der Worte zu lesen, obwohl das auf seiner Stirn deutlich hervorstach und das allgemeine Thema ziemlich gut zusammenfasste. Höllenfeuer Ich senkte das Fernglas, mein Gehirn arbeitete wütend. Wir können sie nicht bekämpfen, sagte ich leise. Was? fragte Luke. Wir können sie nicht bekämpfen, das wäre Selbstmord. Wir haben keine Wahlkumpel, wir können uns nicht auf ihre Gnade verlassen. Du hast die Geschichten gehört und mit eigenen Augen gesehen, wie er ist. Er kennt keine Gnade. Ich weiß nicht, ich habe eine andere Idee. Ich ließ meine Waffe sinken und ging an der Barrikade entlang, bis ich auf einen Jungen mit einem weißen T-Shirt stieß. Er bemerkte mich nicht. Er schaute in den Lauf seines Gewehrs, zu sehr auf den Feind konzentriert, um mich wahrzunehmen. Ich brauche dein T-Shirt. Er zuckte leicht zusammen und sah mit großen Augen zu mir auf. Nasek, was machst du da? Indigo tauchte hinter mir auf und legte ihre Hand auf meine Schulter. Ich habe eine Idee, wiederholte ich. Warum brauchst du sein Hemd? Ich drehte mich zu ihr um und streckte die Hand aus, um sie zu ergreifen. Ich muss es tun. Wir können nicht gegen sie kämpfen. Vertraust du mir? Sie fixierte mich mit ihren Augen. Ihr Blick war fast so stark wie ihr Griff. Sei vorsichtig. Das schien den Jungen zu überzeugen. Er stand auf, zog sein weißes T-Shirt aus und reichte es mir. Nein, Kumpel, sagte Luke hinter mir. Du kannst das nicht. Er wird uns abschlachten. Ich ignorierte ihn und begann, auf die Barrikade zu klettern. Mein Freund eilte herbei, packte mich mit seiner eigenen guten Hand und zog mich zurück auf den Boden. Mein Kumpel, das lasse ich nicht zu. Ich werde nicht aufgeben, Luke, lächelte ich. Ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Luke musterte mich. Na gut, aber du gehst nicht alleine da raus. Ich werde mit dir kommen. Er verschränkte die Arme wie ein störrisches Kind. Das werde ich auch, sagte Ben. Ich auch, sagte Paul. Gut, sagte ich, bevor ich mich an Indigo wandte. Aber sonst niemand. Wenn das in die Hose geht, feuere ihnen alles entgegen, was wir haben. Indigo nickte. Luke ergriff unterstützend ihre Hand. Ich küßte meine Frau und begann über die Barrikade zu klettern. Konzentriert folgte mir Luke, selbst als Brooke auf ihn zuging, um ihn zu umarmen. Sie zuckte mit den Schultern. Sei vorsichtig, Luke, rief sie stattdessen. Er drehte sich um, ging ein paar Schritte rückwärts und rief, ne dich, wir sehen uns in ein paar Minuten. Ich bekam von all dem kaum etwas mit. Ich war zu sehr auf die herannahende Armee der Plünderer konzentriert. Ich hatte mich endlich mit der Tatsache abgefunden, dass es das war, was es war. Eine Armee. Nicht ein Haufen von Kindern, keine postapokalyptische Bande von Außenseitern. Es war eine gut ausgebildete Armee, angeführt von einem rücksichtslosen General. Meine Idee hatte schon einmal gegen einen anderen Feind funktioniert. Ich hoffte nur, dass es wieder funktionierte. Diesmal gegen ein gefährliches Tier. Kapitel 34 Als ich auf dem Bürgersteig, auf der anderen Seite der Barrikade landete, waren die Plünderer nun nah genug, dass ich einzelne Figuren mit bloßem Auge erkennen konnte. Ich nahm einen tiefen Atemzug und atmete langsam aus. Ich fragte mich, ob mein Glück hier zu Ende sein würde. Das weiße T-Shirt, locker in der linken Hand haltend, zog ich mit der rechten meine Pistole aus der Jeans und begann, auf sie zuzugehen. Luke, Ben und Paul hinter mir verteilt. Ich starrte gerade aus. Mein Blick war auf Ashes Gesicht gerichtet. Als ich die Züge seines Gesichts erkennen konnte, blieb ich stehen und hielt meine Arme hoch, damit er das Hemd und die Waffe sehen konnte. Als ich wusste, dass ich seine Aufmerksamkeit hatte, wie ein Täter, der sich den Kops unterwirft, beugte ich vorsichtig meine Knie und legte die Waffe auf die Straße, während ich das Hemd in der Luft hielt. Ich schaute mich zu meinen Freunden um. Legt eure Waffen auf den Boden, so wie ich es getan habe. Ich begann, das Hemd langsam über meinem Kopf hin und her zu schwenken. Bist du sicher? fragte eine angespannte Stimme hinter mir. Es war Luke. Ich wusste, dass er es ernst meinte. Er nannte mich nie, heisererg. Vertrau mir. Berühmte letzte Worte. Aufgrund der Geschichten, die wir gehört hatten, wusste ich, dass die Möglichkeit bestand, dass Ash uns einfach auf der Straße abschießen und den Panzer über unsere Körper rollen lassen würde. Ich musste nur hoffen, dass seine Neugierde genug geweckt war, um mit uns zu reden. Es schien zu funktionieren. Ash blieb stehen, warf sich eine der automatischen Waffen über die Schulter und stieß seine geballte Faust in die Luft, um seine Armee zu signalisieren, stehen zu bleiben. Obwohl sie nicht gerade mit militärischer Präzision anhielten, war die Geschwindigkeit, mit der die Fußsoldaten seinem Befehl folgten, beeindruckend. Die Reaktionszeit des Panzers? Nicht so sehr. Für eine kurze, optimistische Sekunde dachte ich, er würde Ash tatsächlich überfahren. Aber das tat er nicht. Der Panzer rumpelte ein paar Meter weiter, bevor er schließlich mit einem metallischen Kreischen zum Stehen kam. Weniger als einen Fuß hinter ihrem Anführer. Er wich nicht zurück. Er stand einfach nur da und hielt seine Faust wie ein Ausrufezeichen in die Luft. Schließlich ließ er seinen Arm sinken. Ich spürte, wie mir eine Schweißperle in den Nacken hinunterlief, während ich darauf wartete, was er tun würde. Ein Lächeln war nicht das, was ich erwartet hatte. Er hatte ein breites, haifischartiges Grinsen und obwohl ich nicht nah genug dran war, um es zu sehen, wusste ich, dass es nicht bis zu seinen verrückten blauen Augen reichte. Anders, rief er, ohne seinen Blick von uns zu nehmen. Einer seiner Soldaten brach aus den Reihen und rannte nach vorne. Immer noch lächelnd drehte er sich um. Wir konnten nicht hören, was gesagt wurde, aber nach ein paar Sekunden reichte Ash Anders seine beiden Waffen, bevor er sich wieder zu uns umdrehte. sein Lächeln war zu einer krimmigen Linie verblasst. Ash streckte seine Arme zu beiden Seiten aus, die Hände offen. Ich nickte und senkte das Hemd, meine weiße Flagge. Wir begannen, aufeinander zuzugehen. Luke und die anderen begannen uns zu folgen. Ich blieb stehen und wollte sie zurückschicken. Lass sie kommen, also, Herr Grace, rief Ash. Ich zuckte mit den Schultern. Wenn du es sagst. Er lächelte wieder und schlenderte auf uns zu. Ich sah, wie er uns musterte, einen nach dem anderen, wobei sein Blick länger auf Luke ruhte als auf allen anderen. Wir blieben etwa einen Meter voneinander entfernt stehen. Ash war aus der Nähe ein noch einschüchternderer Anblick. Er war in den letzten Jahren gewachsen und hatte, wie Luke, massive Muskeln zugelegt. Seine schiere Größe war nicht das Einzige, was mich einschüchterte. Jetzt, wo ich seine Augen sehen konnte, wünschte ich mir fast, ich könnte es nicht. Seine blassblauen Augen sagten mir mehr als seine bisherigen Taten. Er war wahnsinnig. Das machte ihn gefährlicher als jeden anderen, dem ich jemals gegenübergestanden hatte. Sogar gefährlicher als dem geborenen Killer in der Drake-Mountain-Anlage, Mr. Rag. Was kann ich für dich tun, Mr. Reyes? fragte er laut genug, dass seine Worte zu uns beiden getragen wurden. Ich habe einen Vorschlag für dich. Einen Vorschlag? fragte er ungläubig, immer noch lächelnd. Ja, er lachte laut auf. Also gut, wie lautet dein Vorschlag? Ich ließ seinen Sarkasmus und sein Lachen nicht an mich heran. Ich hielt seinem verrückten Blick stand. Ich will nicht noch mehr von meinen Leuten verlieren und ich bin mir sicher, du willst das auch nicht. Ich schlage vor, dass du und ich kämpfen. Nur wir. Wenn ich gewinne, gehen deine Leute. Wenn du gewinnst, geben dir meine Leute alles an Essen und Waffen, was wir haben und wir gehen. Niemandem sonst wird etwas passieren. Sein Lächeln verhöhnte mich. Nun, das ist interessant. Aber weißt du, ich will deinen Leuten wehtun. Ich habe einen Gegenvorschlag. Wie wäre es, wenn ich dich mit meinen bloßen Händen gleich hier töte und dann jeden einzelnen deiner Leute verletze? Natürlich werde ich mir Indigo und den kleinen Max bis zum Schluss aufheben. Aus seinem Mund klangen ihre Namen wie Obszönitäten und ich spürte einen Stich der Wut in meiner Brust. Bevor ich antworten konnte, machte Luke einen Schritt nach vorne, nur um von Ben und Paul zurückgehalten zu werden. Nur verdammtes Stück Scheiße, spuckte Luke und zerrte die beiden anderen über den Asphalt. Lass mich los, ich werde es jetzt beenden, verdammt! Ash lächelte. Lukes Wut erlaubte mir irgendwie meine eigene Wut unter Kontrolle zu bringen. Ich würde mich nicht zu irgendwelchen unüberlegten Handlungen hinreißen lassen. Luke, brüllte ich und drehte mich teilweise zu ihm um. Lass mich das machen! Luke zappelte weiter, schüttelte Paul ab und stellte sich mir entgegen, während Ben immer noch an ihm hing. Ich legte meine Hand auf seine sich hebende Brust. Bitte, sagte ich. Er sah mich einige Momente lang unsicher an, dann entspannte er sich und richtete sich auf. Er erlaubte Ben, ihn ein paar Meter wegzuziehen. Als ich sicher war, dass Luke unter Kontrolle war, drehte ich mich wieder zu Ash um. Du hast also Angst, gegen mich zu kämpfen? Ash sprach in Gelächter aus und hielt sich den Bauch, während er sich schüttelte. Ich glaubte nicht, dass er es ganz so lustig fand, wie er es andeutete. Glaubst du wirklich, dass du mich wie ein Tyrannen auf dem Spielplatz ärgern kannst? Nein, mein Angebot steht. Ich werde dich jetzt töten und dann deinen großen, wütenden Freund da, er nickte Luke zu, bevor er theatralisch den Arm herumschwang. Und dann jeden, den du liebst, in dieser Reihenfolge. Weißt du, sagte ich, meine Stimme abweisend. Ich wusste, als ich dich in dem Schrank fand, dass du nur ein verängstigter, kleiner Junge bist. Dann habe ich herausgefunden, warum du den General also gehasst hast. Danny hat mir erzählt, wie du mitten in der Nacht in sein Zimmer gerufen wurdest. Du warst seine kleine Schlampe, nicht wahr? Die Geschwindigkeit, mit der Ash nach vorne stürmte, überraschte mich und seine große Hand um meine Kehle erstickte den Rest der Worte aus meinem Mund, als er mich hochhob und auf die harte Oberfläche der Straße fallen ließ. Zum Glück hat meine Schulter den Großteil des schweren Aufpralls abgefangen. Es tat sehr weh, aber es verblasste zu einem bloßen Hintergrundgeräusch, als sein Griff um meine Kehle fester wurde. Sein Gesicht war eine bleiche Fratze aus verrückter Wut. Die tätowierten Worte hoben sich deutlich von der blassen Haut um sie herum ab. Töte! Auf seinen Wangenknochen schien mir entgegen zu springen, als meine Sicht schwamm. Ich griff nach oben und versuchte verzweifelt seine Finger von meiner Kehle zu schälen, aber es gelang mir nicht. Winzige, schwarze Punkte begannen über meine Sicht zu schweben. Ich konnte Schreie hören, aber sie waren dumpf und schienen von weit her zu kommen. In diesem Moment stürmten Luke, Paul und Ben in mein schwindendes Blickfeld. Ich wurde durchgeschüttelt, als sie Ash festhielten und begannen, Schläge auf ihn niederprasseln zu lassen. Es war vergeblich. Sein Griff war unerbittlich. Erst als Luke seine gute Hand über Ash's Stirn legte und seinen Kopf mit einem Ruck zurückwarf, spürte ich etwas Erleichterung. Langsam lockerte sich der Griff um meine Kehle und ich atmete tief ein, während sich meine Sicht zu klären begann. Die Luft, die meine Lungen füllte, war die süßeste, die ich je geatmet hatte. Ash löste seinen Griff nicht ganz, auch wenn es schien, dass seine unmittelbare Situation hoffnungslos war. Lukes Haken war fest gegen seine verletzliche Kehle gepresst und es war ziemlich klar, dass eine Bewegung von ihm diese aufschneiden würde, wie eine Dose Tomaten. Als Versicherung hatte Ben mit dem Rücken zu mir und der Armee der Plünderer zugewandt, seine Pistole in einer klaren Warnung auf den Kopf ihres Anführers gerichtet. Lass los, oder? Ich schneide dir die Kehle auf, sagte Luke durch knirschende Zähne. Ash ließ nicht los, nicht sofort. Er schien seine Chancen abzuwägen, wenn er seine gewählte Vorgehensweise fortsetzen würde. Plötzlich waren seine Augen nicht mehr so verrückt, sondern nur noch berechnend. Erst als Luke seinen Haken noch fester an seinen Hals drückte und die scharfe Spitze Blutzog, ließ Ash mich vollständig los und hob seine Hände zur Kapitulation. Ruf deine Männer zurück, sagte Luke und drückte immer noch mit seinem Haken zu. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Ich hatte das Gefühl, wenn wir Ash auf der Stelle töteten, würde der Rest trotzdem angreifen. Wir mussten einen totalen Kampf vermeiden. Zurück, alle, rief er seinen Männern zu und sah dann zu mir hinunter. Ich habe es mir anders überlegt. Ich würde dich wirklich gerne schön langsam töten. Ich nehme deine Herausforderung an. Er sprang auf die Füße und klopfte sich den Dreck ab, als Luke ihn losließ und wegtrat. Paul streckte eine Hand aus und half mir, mich auf die Füße zu ziehen. Ash betrachtete mich mit einem kleinen, gefährlichen Lächeln. Ein paar seiner Leute standen direkt hinter ihm, immer noch mit den Händen an ihren Waffen und mit angespanntem Blick. Also, wie willst du das anstellen? fragte er mich. Meine Schulter pochte und meine Kehle war ein Schrei aus gequetschtem Schmerz. Das Letzte, wozu ich Lust hatte, war zu kämpfen. Leider hatte ich keine Wahl. Du und ich hier in vier Minuten, röchelte ich. Wenn ich gewinne, drehen deine Leute um und gehen und wenn... Wenn ich gewinne, tütte ich jeden einzelnen deiner Leute. Angefangen mit ihm, sagte er und zeigte auf Luke. Und zum Schluss meine Frau. Nachdem ich deinen Sohn vor ihren Augen umgebracht und sie gefickt habe, meine ich. Was er sagte, empörte mich, machte mich wütend. Und auch wenn ich wusste, dass er es in diesem Moment ernst meinte, war seine Aussage darauf ausgelegt, eine Reaktion zu provozieren, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich zwang mich, nicht zu reagieren. Dann muss ich eben dafür sorgen, dass du nicht gewinnst, sagte ich ruhig. Sein Mund verzog sich zu einer harten Linie. Fünf Minuten, sagte er bedrohlich. Ich schlage vor, du verabschiedest dich. Er machte auf den Absatz kehrt und ging zurück zu seinen Männern. Ich fühlte mich ein wenig krank. Zweifel und Befürchtungen nagten an meinen Eingeweiden. Die Einsätze waren hoch und die Karten auf dem Tisch waren meine Frau und mein Sohn und jeder, der mir etwas bedeutete. Es war über fünf Jahre her, dass ich mit Drag auf Leben und Tod gekämpft hatte. Und ich hatte Glück gehabt, dass ich dem mit Hilfe meiner Freunde entkommen war. Damals war ich durch die Tortur der sechs Monate, die meinem Kampf mit Drag vorausgingen, abgehärtet. Jetzt war ich weich. Seitdem hatte ich nicht mehr kämpfen müssen. In der Tat hatte ich seit unserem ersten Jahr im Tal nicht einmal mehr meine Technik geübt. Das Leben war mir in die Quere gekommen. Danke, dass ihr mir vorhin den Arsch gerettet habt, sagte ich zu Luke, Paul und Ben, als wir unsere Waffen aufhoben. Sie nickten nur. Luke sah verloren aus, tief in Gedanken versunken. Eine besorgte Indigo und Brooke warteten auf uns, als wir wieder über die Barrikade kamen. Indigo fiel mir in die Arme. Geht es dir gut? Was hast du zu ihm gesagt? Sind sie weg? Nicht wirklich. Was dann? Was hat ihn dazu gebracht, dich anzugreifen? Ich habe ihn zu einem Kampf auf Leben und Tod herausgefordert. Wenn ich gewinne, wird der Rest von ihnen gehen. Nein, das kannst du nicht, Isaac, sagte sie, Tränenquollen in ihren Augen. Er ist ein Psycho. Welche Wahl habe ich denn? fragte ich. Meine eigene Stimme brach und das nicht nur wegen des Blutergusses in meiner Kehle. Ich nahm ihre Hand. Wenn ich es nicht versuche, werden wir sowieso alle abgeschlachtet. Lass mich mit dem kämpfen, sagte Luke. Brooke, die an ihm lehnte, sah scharf auf. Nein, sagten Brooke und ich gleichzeitig. Warum nicht? Ich bin genauso groß wie er und ich bin fit und bereit. Nicht zu ungut, Kumpel, aber du bist nicht mehr so kampftauglich wie früher. Seine Worte stachen ein wenig und weckten ein wenig Trotz in mir. Ich war mir meiner eigenen Unzulänglichkeiten durchaus bewusst, aber ich mochte es nicht, sie von jemandem anderen zu hören. Ich schaffe das schon, sagte ich. Ich brauche dich, um den Angriff auf sie zu leiten, wenn es nicht so läuft wie geplant. Brooks Hand auf seinem gesenkten Arm schien die Sache zu entscheiden. Er sah zu ihr hinunter und nickte. Gut, aber geh kein Risiko ein. Töte den Wichser, sobald du die Chance hast. Das habe ich vor. Ich muss gehen. Diesmal komme ich mit, sagte Indigo. So sehr ich es auch versuchte, ich konnte sie nicht davon abbringen. Schließlich folgten mir Brooke, Ben, Paul und Luke über die Absperrung und hinaus auf die Mitte der Straße. Als er uns entdeckte, schlenderte Ash mit einem Lächeln im Gesicht und einer ähnlichen Anzahl von Männern nach vorne. Ich zog mein T-Shirt aus, als er näher kam und warf es Indigo zu. Ich war zwar nicht fett, niemand war fett in den Tagen danach, aber ich war nicht gerade gut bemuskelt und um ehrlich zu sein, fühlte ich mich ein wenig minderwertig, als ich ihm gegenüberstand. Als er stehen blieb, sah er mich von oben bis unten an und lachte dann, bevor er zu Indigo hinübersah. Wirklich? Du stehst auf ihn? Ich glaube, du brauchst was davon, sagte er und griff sich durch seine Jeans in den Schrett. Fick dich, Psycho. Er ist zehnmal mehr Mann als du. Ash machte ein amüsiertes Gesicht und nickte. Wir werden sehen, sagte er und öffnete seine Arme, als er mich wieder ansah. Fertig? Ich will, dass es schnell vorbei ist. Indigo und ich haben noch etwas zu erledigen. In einer Sekunde. Hast du dir den Befehl gegeben, umzukehren, wenn ich gewinne? Er rollte mit den Augen, drehte sich zu seinen Männern um, wobei er die Hände an den Mund hielt. Wenn ich zufällig stolpere, mir den Kopf stoße und mich beim Kampf mit diesem Kerl umbringe, rief er, will ich, dass ihr alle umtreht und nach Hause geht. Greift nicht da an, ist das klar? Es gab einen Chor von Ja-Sagern und er drehte sich wieder zu mir um. Zufrieden? fragte er, ließ seine Augen über Indigo gleiten, bevor er seinen Blick auf Brooke ruhen ließ und sich anzüglich über die Oberlip belegte. Du musst dir nicht die Mühe machen, deinen Leuten irgendwelche Befehle zu geben. Ich werde mich selbst um Dinge kümmern, nachdem du Tod auf der Straße liegst. Ich warf einen Blick auf Luke. Brooke hatte eine zurückhaltende Hand auf ihn gelegt, aber er ließ sich diesmal nicht von der absichtlichen Anmache reizen. Er nickte mir nur einmal zu. Ich bin zufrieden, lass es uns tun. Ash klatschte seine großen Hände zusammen. Also gut, endlich etwas Action. Während die Leute um uns herum ein paar Schritte zurücktraten, machten Ash und ich uns locker. Mein Magen drehte sich jetzt und ich kämpfte damit, meine Nerven unter Kontrolle zu bringen. Ich erinnerte mich an die Beruhigungsübungen bei meinem Kampfsporttraining und schloss meine Augen. Ich stellte mir das lächelnde Gesicht des kleinen Maxi vor, während ich tief ein- und ausatmete. Es funktionierte und beruhigte mich. Als ich die Augen öffnete und meine Fäuste hob, stand Ash mit verschränkten Armen da und tippte mit dem Fuß auf den Straßenbelag. Männlich! Seine Arme waren an seiner Seite und er hob sie nicht, als er seine Fäuste ballte und auf mich zustürmte. Ich nutzte seinen Fehler aus. Ich wich nicht zurück, sondern machte zwei schnelle Schritte nach vorne und schlug ihm zweimal ins Gesicht, bevor ich einen rechten Haken nach ihm schwang. Obwohl er wertvolle Zeit verloren hatte, weil er seine Arme gesenkt hatte, konnte er seinen linken Arm noch rechtzeitig heben, um meinen Schlag zu blocken, bevor er nach mir griff. Ich war jedoch schon weg und zog mich in sicherer Entfernung zurück, während er sein Gleichgewicht wiederfand und sich das Blut unter der Nase abwischte. Ich begann zu hoffen. Er schien keine grundlegenden Kampfkunstkenntnisse zu haben. Hoffentlich würde das meinen Mangel an Kampftauglichkeit wettmachen. Nicht schlecht, sagte er und versuchte lässig zu wirken, was ihm nicht gelang. Er war ein wenig verunsichert. Ich sagte nichts. Ich umkreiste ihn nur vorsichtig, ein wenig zuversichtlicher, als ich es vor meinem ersten Schlagabtausch gewesen war. Als er sich wieder näherte, diesmal langsamer, hatte er seine Fäuste oben. Ich ließ ihn auf mich zukommen, während ich auf den Fußballen hüpfte. Jetzt war ich an der Reihe überrascht zu sein. Als er nur noch einen Meter von mir entfernt war, ließ Ash plötzlich die Schultern sinken und griff an. Ich schaffte es, einen Schlag zu landen, bevor sein schweres Tackling mich rückwärts auf die harte Oberfläche der Straße beförderte. Die Schulter, die er mir in die Brust gerammt hatte, versetzte mir einen heftigen Schlag und als wir auf die Straße krachten, sein schweres Gewicht auf mir, kämpfte ich darum, Luft in meine Lungen zu bekommen. Ich spürte, wie er sich darum bemühte, seine Hände frei zu bekommen und wusste, wenn sie wieder meine Kehle fanden, war ich erledigt. Ich klemmte seinen rechten Arm unter meinen linken und begann, mit meiner freien Hand Schläge auf seinen Kopf prasseln zu lassen. Es waren harte Schläge, die zwei Ziele verfolgten. Erstens, ihm so viel Schaden wie möglich zuzufügen und zweitens, seine linke Hand von meiner Kehle fernzuhalten, indem ich ihn dazu bringen würde, sie zur Verteidigung gegen meinen Angriff einzusetzen. Seine überlegene Stärke und Position siegte und nachdem er einen meiner Schläge abgewehrt hatte, kam seine offene Hand mit einem harten Schlag auf mein Gesicht herunter. Der Schlag betäubte mich und gab ihm die Gelegenheit, mich schnell wiederzuschlagen, diesmal mit der Faust. Ich stöhnte auf und sah Sterne, als er sich in eine sitzende Position brachte und mich mit seinen Beinen auf die Straße drückte. Ich hielt immer noch sein rechtes Handgelenk unter meinem Arm, aber mein Griff lockerte sich. Er lächelte ein blutiges Lächeln, eindeutig im Glauben, dass er dem Sieg nahe war und schlug mit dem Handrücken auf die Seite meines Gesichts. Ich hatte kaum Zeit, den kupfernden Geschmack von Blut in meinem Mund zu registrieren, als seine Hand meine Kehle fand und erneut zu drücken begann. Ich versuchte, mich zu wehren, aber meine schwächer werdenden Schläge waren unbeholfen und unwirksam. Durch den pochenden Herzschlag in meinem Ohr konnte ich hören, wie seine Männer im Blutrausch brüllten und ihn dazu drängten, mich zu erledigen, während die Menschen an meiner Seite entsetzt aufschrien. Als meine Kräfte schwanden, war ich nicht mehr in der Lage, seine rechte Hand festzuhalten und er zog sie schließlich frei. Ich schaffte es, einen abgeschnittenen Atemzug zu nehmen, als er seine linke Hand lockerte, um seine rechte mitmachen zu lassen und plötzlich quetschten beide Hände das Leben aus mir heraus. Ich starrte hinauf in seine unerbittlichen blauen Augen und er gab mich meinem Schicksal. Isaac! Es waren Indigos klagende Schreie, die mein schwindendes Bewusstsein durchschnitten und mich mit einem letzten Schub verzweifelter Energie erfüllten. Ich hörte mit meinen schwachen Schlägen auf, griff nach unten und packte seine Eier durch seine Jeans. Seine hasserfüllten Augen weiteten sich und dann drehte ich mich mit all meiner Kraft heftig um. Ein dumpfes, fleischiges Schnappen wie das Reißen einer Angelschnur und seine Hände ließen sofort von meiner Kehle ab. Sein Schmerzensschrei war beeindruckend und seine Hände ließen mich augenblicklich los, während er auf die Seite fiel und in seinen Schritt fasste. Ich atmete tief ein und saugte den Sauerstoff in großen Schüben zurück in meine Lungen, während ich mich von ihm wegrollte und begann, mich auf die Beine zu kämpfen. Er versuchte ebenfalls aufzustehen, hatte aber noch mehr Mühe als ich. Er schaffte es kaum auf die Knie, als ich bereits stand. Ich machte zwei wackelige Schritte auf ihn zu und ließ einen Tritt los, der ihn an der Seite des Kopfes traf. Er war ein zäher Mistkerl, das muss ich ihm lassen. Er fiel nicht, sondern taumelte rückwärts, bevor er sich wieder aufrichtete und mühsam auf die Beine kam. Ich begann, ihn mit erhobenen Fäusten zu umkreisen. Wieder einmal hatte ich das Gefühl, dass ich eine Chance hatte. Ich sah sein heimliches Handzeichen nicht. Ich erfuhr es erst später. Jemand stieß mich heftig an und schubste mich so stark zur Seite, dass ich mich kaum auf den Beinen halten konnte. Ich drehte mich um. Es war Brook. Brook, Brook, was machst du da? Sie lächelte mich mit ihrem wunderschönen Lächeln an. Jemand wollte... Ihre Augen zuckten und in diesem Moment sah ich den kleinen Pfeil, der aus ihrer Brust ragte. Direkt über ihrer rechten Brust eine rote Blüte, die sich wie eine schreckliche Blume um sie herum ausbreitete. Ich fing sie auf, als sie zu fallen begann. Ein Schrei der Verzweiflung blieb mir in der Kehle stecken. Nein! schrie Luke, rannte zu uns herüber und ließ sich auf die Knie fallen, während ich seine Liebste sanft auf den Boden senkte. Sie lächelte immer noch, als Luke seine Arme um uns legte. Nein! Nein, Brookie! sagte er und weinte, was hast du getan? Ich liebe dich, Luke. Ihr Satz brach mit einem nassen, blutigen Husten ab. Ben kam an, dann Indigo, beide weinten. Wir alle versuchten, unsere verletzte Freundin Brook zu halten, als sie ihre Augen schloss. Durch verschwommene Augen sah ich, wie sich Lukes Gesicht veränderte. Seine von Trauer gezeichneten Züge verwandelten sich in etwas, das eher an Granit erinnerte und das machte mir Angst. Er stand auf, sein kalter Blick suchte den Mörder. Ash, der die Gefahr vielleicht nicht erkannte, stand mit blassem Gesicht da, die Hände in die Hüften gestemmt und lächelte unsere Gruppe boshaft an. Als er sah, dass Luke aufstand und ihn suchte, sprach er ihn verächtlich an. Dafür kannst du deinem Freund die Schuld geben. Mit einem abgrundtiefen Brüllen, wie ich es noch nie zuvor oder danach aus einer menschlichen Kehle gehört hatte, stürzte sich Luke auf den Anführer der Plünderer. Ash hatte kaum Zeit, die Hände zu heben, bevor mein wütender Freund mit ihm zusammenstieß und sie beide zu Boden riss. Ben nahm seine Schwester aus meinem Arm und drückte sie an seine Brust und meine eigenen Arme suchten Indigo. Ich hielt sie fest und beobachtete Luke über ihre Schulter. Mit einer Kraft, die von einer Trauer und Wut getragen wurde, dessen Ausmaß ich mir nicht bewusst war, rang Luke mit dem mächtigen Anführer der Plünderer, bis er auf der Brust des Mörders saß und ihn zu Boden drückte. Ash, der endlich erkannte, in welcher Gefahr er sich befand, rief verzweifelt seinen Männern zu. »Nir schießt ihn!« Keiner rührte sich. Vielleicht waren sie von dem Kampf gefesselt oder hofften eher, ihren Bastard-Anführer besiegt zu sehen. Ash stöhnte auf, als Lukes Faust zweimal kurz hintereinander in seinem Gesicht landete. Seine Nase explodierte beim ersten Schlag mit einem Schwall von Blut und sein Mund und seine Zähne bekamen den zweiten Schlag ab. Der bösartige Mistkerl schrie einen weiteren gurgelnden Befehl, auf den keiner seiner Männer reagierte. Der dritte Schlag kam nicht von Lukes Faust, sondern von seinem Haken. Blut floss und Ash schrie, als er seinen Kopf von einer Seite zur anderen schwenkte und versuchte, der Bestrafung auszuweichen, wobei der Hautlappen, die an seiner Wange hing, wie eine blutige Flagge der Kapitulation wehte. »Nein! Es tut mir leid!« keuchte er durch gebrochene Zähne. Wieder Faust, dann Haken, Faust, Haken! Luk schlug auf den Mann ein, der seine Liebe zerstört hatte, die Mutter seines ungeborenen Kindes. Er machte weiter, auch nachdem Ash aufgehört hatte zu schreien, ich löste mich aus Indigos Armen, stand auf und ging auf wackeligen Beinen zu ihm hinüber. Lukes Brustkorb hob sich. Mit jedem Schlag schwang der zerfetzte Kopf des Plünderers schwer auf die andere Seite. Ash war tot oder so gut wie tot. Ich legte meine Hand auf Lukes Schulter. »Es ist vorbei, Luk. Hör auf!« Luk hörte auf und blickte auf den Feind hinunter. Ich streckte die Hand aus und griff nach seinem Arm, um ihm aufzuhelfen. Er schüttelte meine Hand ab und legte die Finger an Ashs Kehle. Bevor ich etwas sagen konnte, entfernte er sie und schwang seinen blutigen Haken. Er verfing sich, einen Zentimeter rechts vom Adamsapfel des liegenden Mannes und riss eine obszöne Wunde in das weiche Fleisch. Ein unvorstellbar hoher Strahl arteriellen Blutes überspülte uns beide, als Luk auf die Beine kletterte. Er war ein furchterregender Anblick, der mit dem Blut unseres gemeinsamen Feindes bedeckt war und ich spürte einen Anflug von Unsicherheit, als er über die Leiche trat und auf sie herabblickte. »Nun ist es vollbracht.« Er schob sich an mir vorbei und ging zu Brook. Ben und Indigo hielten sie immer noch im Arm und halfen ihm, als er sich bückte und sie in seine Arme schloss. Indigo sah mich an, als ich zu ihr hinüberging. Sie nahm meine Hand. »Ist sie?« Ich konnte die Frage nicht zu Ende bringen. »Sie atmet noch. Ich muss gehen. Das Baby, es gibt noch eine Chance.« »Ja, geh.« Ich konnte nicht zusehen, wie sie ging. Einer der Plünderer näherte sich. Ich verkrampfte mich. Als er näher kam, blickte er auf seinen toten Anführer hinunter, sein Gesicht war ausdruckslos und dann sah er mich an. Er hat uns befohlen, euch alle zu töten, falls ihr ihn besiegen solltet. Ich habe bereits mit den anderen Generälen gesprochen. Von den vier Generälen wollte nur einer diesen Befehl ausführen. Das ist er, da hinten auf dem Boden. Ich folgte der Richtung seiner Geste und sah den Körper eines großen Kerls auf dem Rücken mit einem Messer in der Brust. Ich nickte und drehte mich um, plötzlich knochenmüde. Warte, rief der frühere General der Plünderer und lief zu mir herum. Einige von uns sind daran interessiert, unsere Kräfte zu vereinen. Das heißt, wenn ihr uns haben wollt, die anderen werden zurückgehen. Nein, sagte ich und ging an ihm vorbei. Die Plünderer waren darauf konditioniert worden, zu töten. Ich sah nicht, wie sie mit uns verbunden werden konnten, ohne unsere eigenen Leute zu gefährden. Bitte. Ich blieb stehen und musterte ihn. Er war ein jung aussehender Junge von etwa 18 Jahren. Ich glaubte, das Kind, das er vielleicht gewesen war, noch in ihm zu sehen. Wie heißt du? Jared. Weißt du was? Ich glaube an zweite Chancen. Aber hier ist heute viel Schaden angerichtet worden. Geh nach Hause. Nimm deine ganze Armee mit. Wenn du dich in drei Monaten immer noch genauso fühlst, kurz bevor es richtig kalt wird. Komm zurück und besuche mich. Nur du. Bring eine Liste mit Namen mit und ich werde mit dir über jede Person auf dieser Liste sprechen. Sei vorsichtig, wen du auf die Liste setzt. Wenn wir sie reinlassen und sie sich nicht integrieren, werde ich dich persönlich dafür verantwortlich machen. Ja, Sir. Drei Monate. Danke. Ich wartete nicht darauf, sie gehen zu sehen. Ich ging meinen Leuten hinterher. Kapitel 36 Die nächsten paar Stunden waren erschütternd. Luke war ein Wrack. In der einen Minute wütete er, trat gegen Wände und zerbrach Möbel. In der nächsten ging er zurück in sein Zimmer und hielt Brooks Hand, während er unkontrolliert schluchzte. Jamal war unser Hausarzt, aber er hatte nur eine Erste-Hilfe-Ausbildung als Kind in der Highschool gemacht. Brooks Wunde war weit jenseits seiner Fähigkeiten und selbst als Indigo ihn darum bat, weigerte er sich, den Pfeil zu entfernen, da es sie hätte töten können. Das Beste, was er tun konnte, war, sie zu überwachen. Wir hatten ein paar rudimentäre medizinische Instrumente und ein paar Bücher, sodass er zumindest den Herzschlag des Babys überwachen konnte und wusste, dass dieser schnell war, vielleicht schneller, als er sein sollte. Während die Minuten und dann die Stunden vergingen, wurde das Gefühl der Hoffnungslosigkeit immer größer. Luke verlangte nie, dass sie mehr tun sollten. Auf der einen Ebene ermutigte und tröstete er Brooke, flüsterte, dass er sie liebte und dass es ihr gut gehen würde, aber auf einer anderen Ebene schien sein Mangel an Interaktion mit Indigo und Jamal darauf hinzuweisen, dass er vielleicht wusste, dass die Situation hoffnungslos war. Brooke starb drei Stunden, nachdem wir sie ins Hotel gebracht hatten, da sie das Bewusstsein nicht mehr wiedererlangte. Luke, Ben und Indigo waren bei ihr, als sie starb. Später erzählte mir Indigo, dass ihre Atmung sehr rasend geworden war und schließlich einfach aufhörte. Blass, aber ruhig hielt Luke ihre Hand und schien es nicht zu bemerken. Als Indigo ihm die Nachricht überbrachte, nickte er nur und küsste Brooke auf die Stirn, bevor er aufstand und zur Tür ging. Jamal, ich und die anderen unterhielten uns leise und warteten draußen, als sich die Türe öffnete. Jamal war zuvor herausgekommen, um eine Pause zu machen und um uns ein Update zu geben. Lukes Gesicht war wie versteinert. Er schaute weder uns noch Indigo an, als sie nach ihm rief. Luke, wir müssen versuchen. Er war durch die Tür am Ende des Flurs, bevor sie ihren Satz beenden konnte. Sie sah mich hilflos an und wurde dann ganz sachlich. Jamal, schnell, wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Ellie, du kommst mit und hilfst. Jamal und Ellie eilten herbei und ich wollte Luke gerade folgen, als ein gezeichnet aussehender Ben herauskam und die Tür zuzog. Tränen liefen ihm über die Wangen und ich spürte, wie ich mich zusammenriss. Ich umarmte ihn und spürte, wie sich seine Brust hob, als er in Trauer über den Verlust seiner Schwester schluchzte. Nach einer minutenlangen Umarmung führte ich ihn zu einem Stuhl und schickte jemanden, der ihm Wasser brachte. Wo ist Luke? fragte er nach einer Weile. Ich weiß es nicht. Es ist gegangen. als, du weißt schon, Ben nickte. Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden, schlug ich vor. Das würde ich nicht. Lass ihm Zeit, das Geschehene zu verarbeiten. Ben hatte recht. Luke brauchte diese Zeit allein und nichts, was ich sagen konnte, würde es besser machen. Wir setzten uns und warteten, zumindest ich, auf die schlechte Nachricht. Ich hielt meinen Kopf in den Händen und versuchte zu begreifen, wie die Dinge so schlecht hatten laufen können. Wir hatten ein Familienmitglied verloren, einen von uns, umsonst. Und jetzt waren wir dabei, einen weiteren zu verlieren, bevor er oder sie überhaupt geboren war. Ich wusste, dass das Baby sterben würde. Wir hatten nicht die Ausrüstung oder das Fachwissen, um es zu retten. Die Minuten verstrichen und ich bereitete mich darauf vor, Indigo zu trösten, wenn sie weinend herauskommen würde. In meinen Gedanken ging ich durch, was ich sagen würde, um sie davon zu überzeugen, dass es nicht ihre Schuld war, dass das Baby gestorben war. Schließlich öffnete sich die Tür und eine blasse, blutüberströmte Indigo trat hindurch. Tränen liefen ihr über das Gesicht und ich stand auf, um sie zu trösten. In diesem Moment registrierte ich ein weinendes Baby hinter ihr und erkannte, dass es nicht nur Tränen der Traurigkeit, sondern auch der Freude waren. Sie lächelte und trat zur Seite, damit ich in den Raum sehen konnte, während ich auf sie zugieb. Es ist ein Mädchen, flüsterte Indigo, als sie in meine Arme fiel und nun ernsthaft weinte. Ich hielt sie und schaute verwundert zu, als auch ich zu weinen begann. Ben kam ins Zimmer, wie ein Mann in einem Traum und nahm seine sich windende, in ein Handtuch gewickelte Babynichte von Ellie und begann, sie sanft zu beruhigen, während er sie hin- und herschaukelte. Nach ein paar Minuten löste ich mich sanft von Indigo. Ich muss es Luke sagen, setz dich hin und ruhe dich aus. Du bist unglaublich. Ich suchte überall nach Luke, angefangen in dem Zimmer, das er mit Brooke während unserer kurzen Zeit im Hotel geteilt hatte. Er war nirgends zu finden. Er war verschwunden, als ob er nie da gewesen wäre. In dem Moment, als Brooke starb, war er aus dem Zimmer, aus dem Hotel und aus unserem Leben verschwunden. Gott weiß, ob wir ihn jemals wiedersehen werden. Ende Buch 4 Das war Buch 4 Blitzschlag von Stott Madbury Gelesen von Kai Povalla Gott Part 2 Untertitelung des ZDF, 2020